optimiert, also das würde ich nicht mehr als kompetitiv bezeichnen, aber nichtsdestotrotz habe ich generell auch fast alle Shining Force 2 Runs auch mitgeschaut, die jetzt über die Jahre auf den Streams waren, also verfolgt habe ich schon, aber wie gesagt, ich habe mich auf Shining Force 1 konzentriert und da geht's los. Ja, wunderbar. Das bringt mich jetzt auch in eine Bredouille, weil es gibt viel zu erklären, tatsächlich. Vielleicht nochmal eben zu erwähnen, das Spiel ist 1993 in Japan erschienen, 1994, also ein Jahr später weltweit, dann auch in Amerika und in Europa und ihr steuert Bowie, ein Schüler von dem Berater Astral, den ihr hier gerade seht in der kleinen Bücherei und ihr erlebt euren ganz normalen Schultag. Fragt euch nicht, warum ihr einen Umhang zur Schule trägt, Kinder sind halt cool. Eure Freunde, die da neben euch sitzen, sind Sarah und Chester. Das Problem ist, die Charaktere wurden jetzt ja alle durch den Centrum unterschiedlich genannt. Ich bleibe jetzt erst mal am Anfang kurz bei den Originalnamen, weil ich jetzt nicht gerade die Incentive Names weiß. Wir wechseln dann vielleicht so Überspiel peu a peu zu den Donation Names. Auf jeden Fall, eurer Lehrer wurde gerade aus der Schule abgeholt, denn dem Königsdingen geht's sehr dreckig. Der ist auf einmal krank und ihr als Schüler habt natürlich sofort Langeweile und wollt natürlich auch sofort ins Schloss und gucken, was passiert ist. Und jetzt Waifu, the Priest, also Sarah ist jetzt Waifu und Chester wurde zu Wendy's umbenannt. Ihr seht diese komischen Abkürzungen. Charaktere in Shining Force haben generell eine Klasse und die werden durch diese vier Buchstabenabkürzungen abgekürzt. Und wenn da dann PRST steht, dann steht da für Priest, für KLTE ist das Knight, was das E bedeutet, wissen wir alle noch nicht. Das steht auch in der Anleitung nicht. Auf jeden Fall, unartig, wie ihr seid, redet jetzt gerade auch ins Schloss und da seht ihr auch schon den König krank und schlecht. Bei ihm seine Tochter Aegis, die wird auch noch eine Rolle spielen. Und jetzt wird quasi der Berater Astral beauftragt, einen alten Turm zu untersuchen, der ganz zufällig direkt in eurer Heimatstadt steht und ominös Augen versprüht und euren König krank macht. Es ist natürlich sehr unpraktisch, so einen bösen Turm zu haben, so direkt in der Heimatstadt. Auf jeden Fall, das ist eure erste Aufgabe. Der Astral, der nehmt euch mit in den Turm und dann untersucht ihr, was den König so krank gemacht hat. Das ist jetzt erstmal alles, was wir zur Story erzählen brauchen, glaube ich. Okay. Ja, also wie gesagt, ihr werdet jetzt gleich auch schon den ersten Kampf erleben und ganz generell ist es so, dass die ersten Kämpfe in Shining Force, ob nun eins oder zwei, extrem brutal sind. Das liegt einfach daran, eure Charaktere sind Level 1, ihr startet generell mit wenig Charakteren. Und dementsprechend ist auch die Gefahr oder die Varianz größer, dass alle Gegner sich auf einmal auf den Helden stürzen. Denn wie auch in Fire Emblem ist das so, wenn der Hauptheld stirbt, ist man automatisch Game Over. Was jedoch nicht gut der Fall ist, dass die Charaktere für immer tot bleiben. Das ist etwas, was in Fire Emblem einzigartig geblieben ist. In Shining Force kann man die Charaktere nach dem Kampf in einer Kirche wiederbeleben. Kostet das dann auch was? Ja, das kostet das Geld. Die Kirche macht nichts von mir. Zeltwägel, Schrank, gerade im Gemeinspeedrun, wird Bowie einfach Z genannt, weil es Tray im Sport. Ja, also generell, Text ist tatsächlich nicht das größte Problem in dem Spiel. Gerade in Shining Force 2 wird der Name ab und zu erwähnt. Auf jeden Fall ist es optimaler, den Krack logischerweise nur mit einem Buchstaben zu benennen, wie das ja generell auch in vielen textbasierten Spielen ist. Tatsächlich ist es aber so, dass Shining Force 2, dadurch, dass es sehr große Varianzen gibt in den Kämpfen, ein Kampf kann mal irgendwie zwei Minuten, also, na zwei Minuten ist vielleicht sehr kurz, könnte vielleicht mal sechs Minuten dauern, manchmal dauert es halt einfach sofort fünf Minuten länger, weil was Schreckliches passiert ist. Meistens so in den Runs scheren sich die Leute nicht so sehr drum, aber logischerweise, wenn man jetzt ganz technisch denkt, ist logischerweise ein kurzer Name immer natürlich am besten. So, jetzt seht ihr hier den ersten Kampf und ihr habt festgestellt, in diesem Turm sind auf einmal jede Menge Gizmos, böse Geister. Und, ähm, ihr seht, hat er jetzt schon Wendis und Weifu schon vorangestellt, um den Held auch ein bisschen zu schützen. Also, die anderen Charaktere, äh, tanken sozusagen erstmal für eine Weile. Also, man versucht immer zu vermeiden, dass der Held überhaupt Schaden nimmt. Denn das große Problem ist, dass diese Gizmos und generell alle Gegner immer auch, ähm, mit hoher Priorität den Helden angreifen. Das kommt immer ein bisschen auf das Positioning-Setup an. Manchmal greifen Gegner den Helden nicht an, wenn zum Beispiel andere Charaktere näher dranstehen. Zum Beispiel, äh, Weifu als Priesterin hat auch quasi eine höhere Priorität für die Gegner, weil sie halt eine schwache Magierin ist. Ähm. Aber generell werdet ihr euch schnell umzingelt sehen und alle werden fleißig auf Bowie draufhauen und Bowie stirbt in vier Schlägen. Also, das geht dann auch sehr schnell. Und das größte Problem halt ist, wenn du angreifst und denkst, du tötest den Gegner, aber verfehlst dann. Auf einmal steht da ein Gegner mehr. Was macht man dann? Dadurch, dass man halt diese relativ flüssige Rundenabfolge hat, kann das dann schon mal schnell schlecht gehen. Und das Dumme ist, die Gizmos sind fliegende Gegner. Und fliegende Gegner haben generell eine höhere Ausweichchance als, äh, äh, bodenständige Gegner. Und, ähm, dementsprechend kann es mal sein, dass man innerhalb des ersten Kampfes schon bereits fünf Dodges bei den Gegnern erlebt, was dann eigentlich so schon im ganzen Kampf über den Haufen wirkt und man kann nichts dagegen machen. Mhm. Hier, in einem normalen, also außerhalb von einem Event jetzt, in einem normalen Speedrun-Attempt, äh, denke ich mal, würde man an der Stelle sogar schon wissen. Und dann, wenn der erste Kampf so schlecht läuft. Ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich nicht, logischerweise, man geht mit so einem Speedrun logischerweise auch ein großes Zeitinvestment ein, fünf Stunden, sechs Stunden. Die meisten brauchen bestimmt sieben oder acht Stunden, wenn sie nicht so geübt sind. Ähm, da lohnt es sich logischerweise, wenn man irgendwie einen total schlechten Start hat, einfach sechs Minuten in den Run einfach so früh zu resetten. Also. Mhm. So, ähm, eine wichtige Sache schon mal, äh, No Worries wird hier konkret versuchen, die Erfahrungspunkte richtig aufzuteilen, denn Sarah, also Waifu und Wendy's werden nicht lange in unserem Team bleiben. Okay. Es wird auch schon geklappt, der erste Kampf ist schon mal die erste Bürde los, es hat nie geklappt. Ähm, Bowie, also... Ach so, der letzte Brust kann ich noch ein bisschen kennen. Nein, nein, der war gar nicht im Kampf drin, das war nur so ein Leko, der ist jetzt verschwunden. Ähm, ja, ja, der schleicht sich jetzt davon. Und der Hauptheld, Haupttheld braucht natürlich vier Erfahrungspunkte, weil er bis zum Ende auch dabei bleibt. Und No Worries wird bestimmt dafür gesorgt haben, dass der Hauptheld Bowie, der jetzt Arbis heißt, ähm, dass er kurz vor Level 2 ist. Es ist sehr nützlich, wenn der Held im zweiten Kampf direkt beim ersten Gegner auflevelt, weil er dann einen kleinen Speedboost bekommt und wie er früher dran ist. Ähm, das kann dann schon mal helfen. Also es gibt sehr viele kleine Details, die ich jetzt vielleicht nicht immer im Kommentar eingehen werde, weil sie so viele sind. Und No Worries kann spezifisch auch manipuliert, wer wie viele Erfahrungspunkte hat, damit sie zu gewissen Zeitpunkten Leveln aufsteigen, das dann halt Vorteile bringt. Mhm, okay. So, und jetzt sehen wir, dass der König anscheinend ziemlich besessen ist und Astral hat sofort in der Kontrolle. Ähm, das sind natürlich noch sehr niedrige Cut-Szenen, damals zu den langen Zeiten hatte man natürlich jetzt noch viele Möglichkeiten, richtig Hürde, inszenierte Sachen zu machen und ein bisschen grob, ein bisschen hin und her wackeln, ist jetzt da drin. Und Astral wird jetzt einen kleinen Exorzismus herbeilrufen, in Form eines Feuerballs, zack, und schon liegt der König. Okay. Und dann werdet ihr sehen, dass, aha, der rote Gizmo hat ihn besessen und fliegt wieder davon. RNG-Sus ist heute gnädig, noch kein Mist. Das stimmt allerdings, es war schon sehr kurios, dass wir im ersten Kampf noch keinen Mist haben. Das ist relativ wahrscheinlich, dass man halt mehrere schon im ersten Kampf erlebt. Das wird dann in den nächsten Kämpfen jetzt nicht so schlimm, weil die Anzahl der fliegenden Gegnern erstmal niedrig bleibt. Ja, ja, ja. Aber wir werden bestimmt den Moment haben, wo der Gegner einmal dort ausweichen wird, wenn es sich, wenn es ganz, ganz schrecklich passt. Okay. So, das Königreich, Grand Seal heißt das übrigens, schickt jetzt Soldaten los, um diesen roten Gizmo wieder einzufangen, weil er logischerweise irgendwie irgendwo herumgeistert und wahrscheinlich die Leute übernimmt. Mhm. Und logischerweise bleibt der König immer noch ratlos, was jetzt überhaupt passiert ist, warum der Turm auf einmal aktiv wurde und seine Geister entsendet hat. Und sie werden jetzt nun Arbys und seine Freunde losschicken, um das zu untersuchen. Und es gibt einen studierten Waisen namens Havel, der lebt hier in der Nähe, und da schicken sie euch jetzt hin, um mit dem zu sprechen und jemanden zu fragen, was eigentlich los ist. Ah, okay. Äh, na gut, wie weißt du, ab wann die beiden tauschen, fragt Sail Dragon. Ja, also, äh, mir wurde das jetzt nicht konkret gesagt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie so, äh, nach dem Grind tauschen werden, weil das wirklich einen Meilenstein im Speedrun, äh, darstellt. Da, ähm, im Moment arbeiten wir halt nur mit der gesamten Gruppe. Also jedes Mal, wenn ihr einen neuen Charakter bekommt, wird der auch mit integriert im Spielverlauf. Und ungefähr drei Stunden, bis drei Stunden kommt ein erster größerer Boss, und danach wird eigentlich direkt dann sofort gegrindet, und danach ändert sich das Spiel essentiell, dadurch, dass wir einen gegrindeten Charakter haben. Und ich denke, das ist dann auch die Stelle, wo sie wechseln werden, wo dann Bowie quasi ins Endgame übergeht. Also ungefähr die Hälfte des Wands, ungefähr so bei drei Stunden und 30 Minuten, denke ich mal, wird das sein. Kann auch sein, dass ich schon vor dem Grind wechseln, das weiß ich jetzt gerade nicht ganz genau. Da hat man die Jungs eben gerade auch sehen, gehört im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es im Restream jetzt auch gehört hat, auf alle Fälle scheinen die definitiv gut drauf zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also, Bowie kommt ja auch aus England, den haben wir auch über einen, äh, über einen Marathon auch finanziert, also da wurden auch Spenden eingetrieben, dass er sich die Reise von England nach Amerika leisten kann, die Kürkosten sind natürlich extrem teuer. Oh ja. Alle anderen kommen aus Amerika, also die hatten dann einen nicht so weiten Weg, obwohl Amerika ist ja relativ groß. Wollte ich gerade sagen, Amerika ist ja quasi wie Europa, wenn du so willst. Aber wir zelebrieren das schon sehr. So, ähm, wir haben jetzt, äh, einen neuen Charakter bekommen, Jaha heißt am Originalen, und, ähm, den werden wir auch ein bisschen weiterverwenden. Wendys wiederum, also unseren, äh, Centauron hier, den werden wir jetzt bald loswerden, weil der ist leider ziemlich nutzlos. Und, ähm, dementsprechend, ähm, wollen, will No worries nun den auch einfach sterben lassen, damit er uns nicht weiter belästigt, weil es kostet natürlich sehr viel Zeit, jeden einzelnen Charakter zu bewegen. Und was ihr auch vielleicht gemerkt habt, ist, dass, äh, dieses Spiel diese Cursor-Bewegung hat, da ist ja dieses weiße, äh, Quadrat, was immer hin und her fliegt zu den einzelnen Einheiten, und ihr könnt euch vorstellen, dass jeder Flug dieses Cursors bis zu Wendys hin, und dann musst du Wendys abstellen oder kontrollieren, und dann, auf jeden Fall, es kostet sehr viel Zeit, je mehr Einheiten ihr in eurer Gruppe habt, und dementsprechend werden wir generell versuchen, äh, so viele, auf so viele Einheiten wie möglich zu verzichten. Okay. Ähm, eine Sache, die ich vorhin schon mal überlegt hatte, gemäß dem Fall, die würden jetzt einen neuen Weltrekord aufstellen, so rein theoretisch, man kann ja alles passieren. Ähm, wäre der, würde dann auch tatsächlich gewertet werden, weil die sich ja nun mittendrin abwechseln? Ich denke mal... Das ist ja nun wirklich auch ein Sonderfall, wo ich jetzt nicht gerade irgendwie ein Regelwerk zu habe, ich nehme nicht an, dass es gewertet wird, ähm, ich meine, ganz, ganz technisch getrachtet ist das ein Koop-Run, wir haben aber keine Listen für Koop-Runs, weil wir sonst nie uns abwechseln, also ist das, wird das wahrscheinlich nicht in den Leatherboards auf den, äh, auf den Ranglisten auf, aufgenommen, aber bestimmt, also, wir sehen sie alle, wir haben's gesehen, wir wissen, wozu sie fähig sind, also, äh, im Hinterkopf wird's wohl behalten, aber wahrscheinlich nicht offiziell in der, auf Speedwarden.com aufgenommen. Oh, da war der erste Ausweich, und, oh, das war natürlich Glück, dass, äh, Arbis zweimal zugeschlagen hat, nachdem die Ratte einmal ausgewichen ist, äh, das hat natürlich jetzt wieder den, äh, das Missglück ein bisschen ausgeglichen. Genau. Ähm, ist das denn auch zufällig, dass die zweimal angreifen, beziehungsweise, äh, kann man das irgendwie manipulieren durch Statuswert oder dergleichen? Nein, man kann das leider nicht manipulieren, alle Ausweichraten, alle Trefferchancen sind definiert bei der Klasse, wobei bei der Trefferchance, äh, die Trefferchance ist nicht definiert über die Heldenklasse, sondern logischerweise über den Gegner, also man besitzt eigentlich nur eine Ausweichchance, keine Trefferchance, äh, fliegende Einheiten haben hier eine höhere Ausweichchance, ähm, zum Beispiel. So, um jetzt mal schnell auf die Details einzugehen, er hat jetzt gerade im Berg einen, äh, Mithril, einen Mithril aufgenommen, äh, es gibt eine limitierte Anzahl von diesen Metallen in der gesamten Welt, die auch sehr schwer versteckt sind, man muss teilweise wirklich irgendwelche Gebäudereihen abklappern, die überhaupt gar keine Hinweise geben, dass da was versteckt sein könnte, aber diese Metalle sind sehr wertvoll, weil sie am Ende bei den Swergen zum Schmieden eingesetzt werden können, um die stärksten Waffen im Spiel zu, äh, craften, zu machen. Und dementsprechend nehmen wir auf dem gesamten Run ein paar auf, und, ähm, das werdet ihr mal sehen. Und eben in der alten Ruine hat er noch einen Power Potion, also ein Powerwasser aufgenommen, was den Angriff eines Charakters permanent erhöht, der wird aber erst sehr viel später zum Einsatz kommen, bei dem Charakter, den wir auch grinden werden. Dazu dann aber später. Ah, okay. Der ist aber jetzt noch gar nicht dabei, dieser Charakter. Nein, noch nicht. Den werden wir erst in ungefähr 60 Minuten antreffen. Ah, okay. So, wie ihr sehen könnt, jetzt... Ja, bitte? Ne, ne, erzähl du erst mal. Das andere kann ich immer noch fragen später. Alles klar. Ähm, wie ihr sehen könnt, es sind jetzt nur noch Arbys und Yaha, oder wie heißt er, ich weiß es noch gar nicht. Crap. Arbys und Crap sind nur noch übrig. Also Sarah, also Waifu und Wendy sind bereits ausgeschieden. Das Spiel wird zu gewissen Kämpfen alle Charaktere wiederbeleben, das heißt, die sind schon wieder alle an deiner Backe. Ähm, aber wie ihr sehen könnt, hier jetzt schon in dem Kampf, man reduziert die Gruppe so weit, wie es möglich ist, dass man den Kampf gerade noch schaffen kann. Das hilft natürlich auch bei der Erfahrungspunkte-Verteilung, weil es natürlich nur die Charaktere, Erfahrungspunkte kriegen, die auch für uns wirklich relevant sind über den Run. Obwohl Crap auch bald schon nicht mehr dabei sein wird. Ihr werdet sehen, dass ungefähr die zweite Hälfte des Spiels mit nur zwei Charakteren gemacht wird. Ah, okay. Ähm, was würdest du sagen, wie lange braucht man Casual so als Anfänger für das Spiel, um es einfach durchzuspielen? Oh weh. Es kommt natürlich drauf an. Also wie ihr ja sehen könnt, ganz unterschiedlich zu Fire Emblem ist, dass man hier eine offene Welt hat, die man erkunden kann. Man kann in den Städten rumlaufen, mit Leuten reden. Es orientiert sich also viel mehr an den JRPGs wie Final Fantasy und ist nicht nur Cutscene basiert. Man heißt, man wird nicht nur von Kampf zu Kampf geschickt mit Cutscene zwischendurch, sondern man kann die Welt erkunden. Und das Ding ist, man kann, also der Hauptheld hat immer ein Teleport-Zauber mit dem Namen Igress. Das heißt, jederzeit könnt ihr euch entscheiden, euch zurück zu teleportieren und den Kampf nochmal anzutreten. Wo dadurch allein in die Aussicht gestellt wird, dass man auch grinden kann, dass man seine Charaktere aufleveln kann. Und je nachdem, was für ein Typ von Spielen ihr seid, vielleicht wollt ihr eure Charaktere sehr stark machen, werdet ihr vielleicht einige Kämpfe wiederholen, um dann halt die nächsten Gegner einfach zu rollen, wenn ihr da einen super starken Level habt. Also das kann natürlich bei Luftspielen noch viel variieren. Ganz kurz mal, er hat, das sah zumindest ebenso aus, als wenn er da einfach in die Luft einmal geschlagen hat. Also ohne dass da überhaupt ein Gegner zu sehen war zumindest. Was hat das da mit auf sich? Kannst du da irgendwas zu sagen? Also der, der, wer ist das jetzt? Nicht Crab, sondern der andere Charakter, der Blonde. Der hat auf die, auf die, äh, auf die, äh, Fledermaus eingeschlagen. Achso, nee, das, da war die Fledermaus noch weiter unten. Und da kam ein ganz großer Kampf. Dann war es vielleicht ein anderer Gegner, der dann gestorben ist und dann verschwunden ist. Ah, okay. Also, und nicht wahre Dinge kann man nicht einschlagen. Hm, okay. Gut, dann habe ich mich da wahrscheinlich einfach nur verguckt. Hier. Ähm, der Sail Dragon, äh, schreibt auch noch, äh, noch was, noch etwas Wichtiges zu sagen, ist der Half-Step. Ja, es gibt ein, äh, Movement, also wir haben ihn einfach, äh, Movement-Glitch genannt und auch in Varianten halt auch den Half-Step-Glitch. Dazu komme ich tatsächlich später, wenn der richtig mit Absicht zum Einsatz kommt. Ah, okay. Also, das ist, äh, ein sehr kleiner Glitch. The Shining Force ist relativ solide gebaut. Man kann sehr schlecht in dem Spiel glitchen oder so irgendwelche Sachen skippen. Das heißt, man ist relativ dazu gezwungen, das gesamte Spiel relativ normal durchzuspielen. Ähm, aber wir werden, an einer Stelle werden wir den Glitch nutzen, um auch teilweise out of bounds zu gehen und in eine Stadt zu kommen, die wir eigentlich noch nicht sollten. Aber das werde ich dann in zwei Kämpfen erklären. Ah, okay. Eignet sich das am besten. Dann könnt ihr es auch noch mal ganz konkret sehen, weil es dann halt fünfmal gleich hintereinander passiert. Ah, okay. Ja, gut, da macht sich sowas eh immer am besten, das an solchen Momenten zu erklären. Ja, aber im Moment ist es halt auch noch sehr flüchtig, weil es immer sehr schnell passiert und man es fast gar nicht realisiert, dass er passiert. Er hat es auch schon zwei-, dreimal eingesetzt, aber ich glaube, es ist noch niemanden aufgefallen. Okay. Bei Strategie, Arthur. Mach du erst. Okay. Ähm. Ja, ähm, auf dem Weg zu dem Lehrer Havel habt ihr jetzt Kazin, äh, Kazin aufgegriffen, ein Magier und Schüler von dem Havel. Doch leider stellt ihr zum Fest, dass Soldaten da waren und, äh, kurzen Prozess mit dem Havel gemacht haben. Der liegt jetzt da am Sterben. Worüber Kazin natürlich nicht sehr erfreut ist. Und, aber trotzdem kriegt ihr einige Informationen aus dem alten Knacker raus. Und zwar wurde ein Siegel gebrochen anscheinend. Irgendein altes Relikt wurde entwendet, äh, das dazu geführt hat, dass der Turm sich aktiviert hat. So ein bisschen Indiana Jones mäßig. Man nimmt einen Schiedelstein raus und alles bricht über einen zusammen. Okay. Und logischerweise jetzt, wo, äh, sein Lehrer tot ist, Check wurde er genannt. Check ist jetzt nun auf Rache aus und möchte natürlich euch helfen, diesen bösen Horden entgegenzukommen. Mhm, okay. Oh, zumindest hat er eine Motivation. Ja. Jetzt nehmen wir hier nochmal einen Healing Drop auf. Generell kaufen wir keine Heil-, äh, Heil-Items. Generell verzichten wir darauf. In Shining Force 1 werden noch sehr viele Heil-Items gekauft, hier weniger. Aber wenn dann zwischendurch mal ein Heil-Item auf dem Weg liegt, dann nimmt er schon mal für ein bisschen Sicherheit auf. So, und jetzt habt ihr eure erste Konfrontation, ähm, mit dem Nachbar-Königreich. Anscheinend ist das Nachbar-Königreich aufhüpfig geworden und sehr aggressiv und geht in Krieg mit euch ein. Und jetzt werdet ihr was einzigartiges erleben, was wir auch im Spiel nicht wieder sehen wird. Ähm, wir werden jetzt einfach erstmal strikt sterben. Er wird jetzt einfach nur seinen Helden Abyss direkt in die Gegnermeute stellen, seine anderen Charaktere wegstellen und einfach mal sterben. Okay. Denn dies ist der einzige Kampf, wo sterben eine der Möglichkeiten ist, um das Spiel weiterzuführen. Denn, äh, man kann diesen Kampf auch normal beenden, aber am Ende kommt dann einfach trotzdem der Obermord zu und haut euch sowieso K.O. Ihr kommt jetzt gleich ins Gefängnis, ob ihr wollt oder nicht. Also von daher sterben auch schneller als den Kampf zu gewinnen. Okay, gut, das hab ich mir jetzt schon gedacht, als du dann mit der Erklärung angefangen hattest. Ja, und das ist aber auch eigentlich der einzige, äh, der einzige Kampf, wo das der Fall ist. Also das werde ich jetzt auch nicht wiedersehen, leider. Okay. Gibt's denn sonst noch Kämpfe, bei denen man sterben kann, wo es nur einfach länger dauert im Endeffekt? Was meinst du mit länger dauern? Ähm, äh, bei dem, also Kämpfe, bei denen es unterm Strich länger dauern würde, wenn man da stirbt. Oder ist das tatsächlich der einzige Kampf, in dem man sterben kann, ohne Game Over zu sein? Ähm, genau, wenn man stirbt, ist man Game Over und man wird zur letzten Kirche zurückteleportiert, muss den Kampf halt noch normal machen. Also von daher ist das immer ein Zeitverlust, wenn man stirbt. Okay, also ist das tatsächlich jetzt ein Novum gewesen da eben? Ja, genau. Sonst ist Sterben absolut dramatisch und schlecht und kann dich bis zu 10 Minuten kosten, wenn dein Kampf auch 10 Minuten dauert und dann resetet werden muss. Ah, okay. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren Donation Incentive, worüber ich sehr glücklich bin und haltet euch die Ohren zu, denn unter dem Tisch in der Gefängniszelle hat, äh, No Worries gerade die Sherub Sandals aufgenommen und das sind solche kleine Quietsche, äh, äh, Quietsche Schuhe und die wird jetzt auf den Haupthelden an, anlegen und jedes Mal, wenn er einen Schritt macht, kommt ein Quietschgeräusch und das wird euch jetzt für 6 Stunden begleiten. Oh Gott. Und Bowie hasst diesen Sound richtig sehr, also es wird schon sehr lustig. Also ihr werdet jetzt die ganze Zeit ein Hüpp, 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 Hüpp hören. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, jetzt geht's storytechnisch auch nochmal heftig zu. Ähm, also, jetzt seht ihr hier grad die Ratte Slate, die jetzt ja Lock genannt worden ist. Ähm, und es stellt sich heraus, dass er anscheinend derjenige war, der diese Edelsteine entwendet hat, die dazu führten, dass jetzt grad die Welt ein bisschen zusammenbricht. Und Waifu ist nicht sehr begeistert davon. Ähm, boxt ihn einfach mal ein bisschen um und, äh, schreit ihn an. Aber jetzt, wo, äh, Lock dank deiner Diebesfähigkeiten einfach mal Schloss geknackt hat, kann die Gruppe nun entkommen. Aber Lock möchte sich ein bisschen, möcht's ein bisschen gut machen und, äh, zeigt ihnen einen Geheimgang. Mhm, okay. Und nun versuchen sie aus dem, äh, nun versuchen sie aus dem, äh, Gefängnis-Toro, oder aus dem Schloss, äh, zu fliehen. Sie sind grade im Nachbar-Königreich Gellem. Jetzt werdet ihr auch sehen, dass er ein weiteres Mithril aufnimmt, direkt in der Wand. Das, da gibt's keinen Hinweis. Da muss man einfach, wenn man gerne untersucht, muss man einfach jede Wand abklappern, so wie es damals in einigen Rollenspielen noch, äh, so war. Mhm. Das ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, aber, äh, ich damals, und auch zum Beispiel meine Mutter, die hat sowas absolut geliebt, als sie solche Spiele gespielt hat. Alles einfach untersuchen. Das ist, äh, der Charme von den alten Spielen, wenn man teilweise belohnt wird für Entdeckungen damals, wenn man sich angestrengt hat, Dinge zu finden, Geheimgänge und solche Sachen. So, und jetzt wird noch mal ein bisschen Story erklärt. Ihr seht hier auf einmal den Nachbarskönig Gellem. Und der geht jetzt mal einfach offen in den Krieg mit euch. Und hinter ihm steht ein Charakter, der Lemon heißt. Der jetzt in dem Fall aber, glaub ich, Taco Bell heißt. Ich glaub, ja, Wendy's ist ja auch eine Fastfood-Kette in Amerika, soweit ich weiß. Und Taco Bell ebenfalls. Also anscheinend hatte jemand sehr viel Hunger, als er die Spende eingereicht hat. Auf jeden Fall, euer Nachbar-Königreich ist übergeschnappt und will jetzt in euer Königreich einwandern und euch alle umbringen. Dummerweise. Und ihr als geistiger Schüler wollt natürlich sofort hinterher und das verhindern. Aber das ist nicht ganz leicht. Ihr seid entdeckt und es kommt natürlich auch zu einer Konfrontation in diesem Spiel. Das lässt sich aber nicht vermeiden, die Entdeckung da jetzt, ne? Nein, nein, nein. Das war eine Cutscene. Die wird automatisch geschaltet. Sonst hätten wir sie jetzt im Spielball nicht gesehen, wenn sie übergeben wäre. Ja gut, okay. So, und das ist der erste Kampf, wo es einen Bossgegner gibt. Ihr seht diesen Ritter auf dem blauen Teppich und das ist ein Bossgegner. Er ist zwar ein bisschen stärker als die anderen, aber was besonders ist, wenn der Gegner stirbt, ist der Kampf vorbei. Das heißt, das einzige Ziel ist es eigentlich, einfach nur zu dem zu kommen und den umzubringen. Nichtsdestotrotz werden wir alles meucheln, was uns über den Weg läuft, einfach um eine Befahrungsquote zu kriegen. Weil selbst wenn wir die Gegner mitnehmen, bleiben wir generell mit unserem Level und unserem Erfahrungspunktewert relativ niedrig und arbeiten generell mit den Grenzen, was möglich ist und sind generell sehr schwach. Aber selbst wenn es nicht um die Erfahrungspunkte geht, logischerweise wie ihr sehen könnt, die Gegner bewegen sich, sie lösen Kampfbildschirme aus und das kostet ne Menge Zeit. Also jeder toter Gegner verbraucht logischerweise auch weniger Zeit. Mhm. Aber gerade dadurch, dass man halt quasi chronisch unterlevelt ist in dem Run, gerade dadurch steigt natürlich auch das Risiko. Ja. Und du hattest davon auch gesagt, es wird nachher ein bisschen gegrindet. Ich denke mal, das wird auch in erster Linie dazu sein, das Risiko dann später ein bisschen zu senken. Ähm. Das ist zumindest meine Vermutung. Also man grindet quasi nur einen Charakter und dieser Charakter kann auch noch fliegen. Und das glückliche an dem Spiel ist, dass die zweite Hälfte des Spiels hauptsächlich aus solchen Bossgegnern besteht. Das heißt, man fliegt mit den Helden sofort einfach zum Bossgegnern und klatscht in dem Einschlag tot und wendet jeden Kampf sofort. Ach so, okay. Also von daher, das Risiko ist dadurch vermindert, dass wir einfach eine neue Strategie des Snipings anwenden können, was vorher nicht möglich ist, weil all unsere Charaktere nicht hinkommen könnten oder überleben würden, wenn wir versuchen, da mit einem Mann reinzumarschieren. Ah, okay. Das wird einleuchtend auf jeden Fall. Das wird dann auf jeden Fall, es wird sich anders spielen. Im Moment haben wir noch sehr viel Gruppendynamik. Wir haben viele Charaktere, die wir steuern müssen. Wir müssen das ausnutzen, wie die Charaktere positioniert sind. Später rennen wir einfach nur noch mit einem Charakter einfach immer rein und hauen den bösen Mats immer sofort rum. Ah, okay. Ähm. Also die Mission gab's aber bei Fire Emblem auch. Ja, das gab's auch teilweise als Objective. Es gibt verschiedene Objectives. In Shining Force 1 war es noch so, dass es auch noch die Objective gab, einfach nur in einem gewissen Punkt anzukommen. Das heißt, man muss einfach nur irgendein Ziel erreichen. Das ist in dem Spiel nicht mehr so. Das gibt's gar nicht mehr. Und die meisten Kämpfe bestehen halt eben aus Boss-Gegner umklatschen oder alle Gegner umklatschen. Was anderes gibt es da eigentlich gar nicht. Ja, okay. Habe ich das schon noch zu früh versagt, aber ich glaube, von den 26 Kämpfen oder was das war. Ne, mehr Kämpfe als 26. Kommt das glaube ich nicht vor. Ähm. Ja, jetzt zum Beispiel seht ihr den Carden, also den, äh, dieser Shack, seht ihr da auf dem, äh, Waffe-Regal stehen. Das war auch wegen dem Movement Glitch. Aber wie gesagt, es kommt einen Kampf später, dann können wir das nochmal ausführlicher besprechen. Hm? Ähm. Wenn man die nicht richtig pullt und wenn man die nicht richtig reinzieht. Okay. Und wie ihr sehen könnt, zum Beispiel der Boss-Gegner, der ist jetzt hinter dem, äh, Bogenschützen. Das heißt, im Moment kommt nur ein Charakter so richtig gut an den Boss-Gegner ran. Shack kann jetzt Magie wirken, aber wie ihr sehen könnt, für die Konsistenz erledigt er erstmal den Bogenschützen, damit er mit mehr Charakteren einfach an diesen Boss herankommt. Und, äh, die Magie, die jetzt Shack gelernt hat, der ist ein Magier. Ja, das ist Level-basierend. Ah, da hat der Boss leider... Der Boss ist ausgewichen, aber schon wieder hat Abyss einen zweiten Angriff angesetzt und hat wieder ausgeglichen, was er vorher versäumt hat. Da hatten wir nochmal wieder Glück. Also im Moment läuft's noch sehr gut, also ich hoffe mal, dass wir... Ich nehme an, dass die Incentives mit den Push-Ups immer dann funkt, äh, immer dann gilt, wenn unser wichtiger Gegrinder-Kratter verfehlt, weil das immer viel mehr eine viel größere Auswirkung hat. Mhm. Naja. Ja, man verlässt sich ja in gewisser Weise auch auf den dann. Mhm. So, äh, Bog untersucht jetzt die Tasche des Ritters, wo wir einen der zwei Edelsteine finden, die Bog gestohlen hat. Also sind wir schon im Besitz von einem dieser zwei Edelsteine, die auch noch eine große Bedeutung im gesamten Spiel haben. Und komischerweise habt ihr auch ganz zufällig ein Amulett um euren Hals, wo diese Edelsteine auch noch passend reinpassen. Also ihr seid schon ein sehr, sehr komischer Schüler mit antikem, äh, Schmuck und Umhang und... Aber das Akzeptieren ist erstmal so, das Spiel ist insgesamt sehr, äh, sagen wir mal, sehr light, sehr einfach mit der Story. Jetzt wird eine sehr typische Prinzessin entführt, muss dem großen Dämonen auf die Nase hauen, Geschichte. Okay. Ich hab mich grad gewundert, äh, ich... So ungefähr, genau. Ich hab mich grad gewundert, ich dachte, da ist ein sehr offensichtlicher Tippfehler oder Schreibfehler drin, aber dann hab ich mich dran erinnert, die Klassen können ja nur mit vier Buchstaben dargestellt werden, deswegen fehlte bei Tiefhalt das E dazwischen. Ja, also... Äh, ne kurze Frage, die hatten jetzt eben gerade geklatscht. Mhm. Kannst du da irgendwas sagen? Haben die irgendwas Besonderes geschafft gerade? Uh, ich wüsste eigentlich nicht was, tatsächlich. Also, ähm... Nehmen wir einfach an, dass der Kampf geschafft worden ist, ähm... Müssen wir vielleicht mal den Sound mal ganz leise anmachen, dann fähre ich da so ein bisschen besser mit. Ähm, okay, das ist der Kampf jetzt, wo der Movement Glitch zum Einsatz kommen wird. Also, ich denke mal, dass er die Strategie anwenden wird, um in die andere Stadt zu kommen. Man ist No Worries insbesondere sehr sicher, das anzuwenden. Äh, die Gruppe wird sich gleich in zwei Gruppen aufteilen. Eine Gruppe wird gleich versuchen, den Glitch durchzuführen, während die andere Gruppe einfach den Rest des Kampfes, äh, verliert, also durchgeht. Ähm, das ist... Also, das ist einer der vielen... Also, sozusagen, diese ganzen ersten Kämpfe sind quasi eine riesige Tutorial-Section, sozusagen. Weil die ersten Kämpfe sind noch sehr einfach. Ähm, sind generell auf recht übersichtlichen Maps und gibt jedem Shining Force-Spieler erstmal einen guten Einblick, wie so Shining Force als solches funktioniert. Sobald wir dieses Areal verlassen werden, werden die Gegner sehr viel stärker und die Areale auch sehr viel größer. Also, die Maps werden auf einmal sehr viel komplexer und bieten noch mehr Raum für Strategie. Also, wie ihr sehen könnt... Hören wir mal ganz kurz... Achso. Ja. Äh, wie ihr sehen könnt... Ich höre zu und durch, war mal ein bisschen rein in den Original zu tun. Ihr sehen könnt jetzt schon, innerhalb der ersten Runde ist der Held fast tot. So schnell kann das gehen, weil die Gegner alle auf den Helden einkloppen. Das heißt, man ist im konstanten Risiko, dass auf einmal der Held wegstirbt, weil der Gegner einfach eine Doppelattacke gemacht hat. Und man kann nichts dagegen machen und muss den Kampf nochmal antreten. Mhm. Das ist schon sehr gefährlich. Du sagst ja vorhin, äh, das Risiko wird im Laufe des Runs ein bisschen minimiert, ne? Genau. Das liegt einfach daran, dass der Held selbst nicht mehr in die Position kommt, angegriffen zu werden, weil der Held einfach am Startpunkt stehen bleibt und wir nur noch mit dem starken Charakter einfach so rüberfliegen. Ähm, der ist gar nicht mehr der Gefahr ausgesetzt. Oh, guck mal, jetzt wird's auch schon sehr knapp hier, ohne noch ein HP. Das ist auf jeden Fall sehr gefährlich, wenn jetzt der Bogenschüssel noch rankommt. Also das ist jetzt schon sehr nervend aufreibend, aber zum Glück ist nun Sarah dran, eine Waifu dran, die ihn jetzt heilen wird. Generell versuchen wir Heilungen zu vermeiden, weil Heilung ist ein Kampfbildschirm, der uns eigentlich im Kampf nicht weiterbringt. Es stirbt kein Gegner davon, Gegner werden nicht schwächer, man muss sich halt nur selbst retten. Also wir versuchen logischerweise Heilungen einzuschränken, weil das einfach nur Zeit kostet. Na gut, aber in dem Fall liest es sich ja nicht vermeiden. Genau. Genau, aber wenn man logischerweise Strategien anwenden kann, wo eine Heilung nicht notwendig ist, dann ist diese Strategie relativ schnell besser. Aber in dem Fall liest sich das nicht vermeiden und ich denke mal, es hat sich schon ausgezahlt, dass er mit seinem Helden ein bisschen vorangeschritten ist, weil er dadurch die Gegner schneller herangezogen hat. Oh, und da wird ausgemischen. Ja, das war jetzt wahrscheinlich nicht von größerer Bedeutung, weil der Bogenschütze geht auch auf Crab drauf, da ist jetzt keine Gefahr. Crab ist zum Beispiel ein Zwerg, ein Warrior-Class und der ist sehr beefy, der ist sehr sehr defensiv und stark, der kann alles abschütteln, was er so an Schlägen reinbekommt. Ah, okay. Wird aber am Ende doch auch aussortiert. Also das Spiel heißt Shining Force, aber was wir als Force bezeichnen, ist dann wirklich nur noch sehr wenige Charaktere. Also unsere ganzen Freunde lassen jetzt zurück. Im Moment entledigen wir uns dieser Charaktere hauptsächlich durch einfach sie sterben zu lassen. Später kriegen wir aber noch ein Tool, womit wir Charaktere einfach sozusagen für immer wegpacken können, wodurch dann auch sich da Run sehr schnell verändern wird. Ah, okay. Boom. Wer ist jetzt aktuell so kämpferisch der wichtigste Charakter? Ist das immer noch der Held, oder? Also kämpferisch der Held macht jetzt nicht besonders viel, er ist ein sehr solider Charakter, er hat sehr gute Level-Ups. Der Held ist generell ein sehr starker Charakter, der logischerweise am Anfang noch ein bisschen schwächlich ist. Okay, er hat jetzt hier schon Bandys zum Fluss gesendet, das ist schon gleich das Setup für den Glitch. Aber generell verteilt sich die Kraft noch sehr. Man ist noch sehr abhängig von Crab, Shaq und Abyss, also jeder hilft hier eigentlich im Moment noch. Und gerade auf dem nächsten Kampf, wo wir mit dem ersten richtigen Boss des Spiels zu tun haben werden, ist es sehr wichtig, dass alle Charaktere leben und diesen Boss möglichst in einer Runde wegklatschen. Also von daher ist es noch relativ sehr verteilt, es gibt noch keinen großen Favoriten. Ähm, logischerweise jetzt deine ersten Charaktere, die Priesterin Waifu und Wendys, der Centaur da, die sind nicht so richtig. Und dementsprechend teilt sich das jetzt auch auf, der Held wird jetzt quasi oben mit den anderen Charakteren zum Glitchen aufgestellt und deine anderen drei Heinis, die hauen die da unten einfach alle mal um. Oh, okay. Und hier muss man jetzt wieder alle Gegner töten, denke ich mal. Genau. Also wie ihr jetzt eben gesehen habt, jetzt fange ich vielleicht mal an den Glitch zu erklären. Ähm, Charaktere haben ja eine gewisse Bewegungsreichweite. Und, ähm, wenn am Ende der Bewegungsreichweite ein Charakter steht, also wenn quasi aufs letzten Feld, wo der Charakter hingehen könnte, wenn da schon ein Charakter steht. Und wenn man dann an gewissen Frames nochmal den bestätigten Knopf drückt, geht der Charakter auf einmal ein Feld weiter. Ich kann nicht sehr gut erklären, warum das so ist, aber wie ihr sehen könnt, dadurch, dass dieser Glitch passiert, können die Charaktere auf einmal auf, äh, Feldern drauflaufen, die normalerweise nicht begehbar sind. Weil das Spiel versucht, dich auf dieses Feld zu platzieren, dich dann aber weitersendet, weil da schon ein Charakter steht. Und eine Abform, also das kann man generell nutzen, um einfach ein Feld weiterzulaufen, als normalerweise möglich ist, was teilweise sehr nützlich ist, wenn man versucht, an einen Gegner ranzukommen. Und eine Abart dieses Glitches ist der Half-Step-Tile-Glitch, wo man quasi auch noch in eine zweite Richtung drückt, während man nach links oder rechts läuft, und dann quasi zwischen den Teils stecken bleibt. Das Spiel weiß tatsächlich nicht mehr ganz genau, was es mit dir machen soll, platziert dich tatsächlich dann aber ein, äh, diagonalen Teil weiter, fällt weiter oben rechts zum Beispiel in dem Fall, wodurch Bowie steckt jetzt da so ein bisschen zwischendurch. Er läuft jetzt auch sehr schnell auf der Stelle, sieht sehr komisch aus, aber tatsächlich ist er jetzt quasi, äh, rechts oben platziert. Und warum wir das machen, werdet ihr jetzt gleich sehen. Hm, okay. Ja, die Konstellation da oben ist schon sehr komisch mit diesen Leuten da. Bowie steckt jetzt, also Abyss steckt jetzt so zwischendrin. Die klatschen jetzt gerade, weil er den, äh, Glitch komplett direkt durchgeführt hat, und das in sehr kurzer Zeit. Viele Runner haben noch sehr viele Probleme, diesen Frame zu treffen. No Worries ist da tatsächlich sehr geübt, das zu tun. Okay. Einer der vielen Gründe, warum er zurecht auch den World Record haltet. Hält. Ehm, und das ist tatsächlich auch nur ein einzelner Frame, den man da erwischen muss, oder? Ähm, ich würde sagen, da sind sogar ein paar Frames mehr möglich, aber es ist teilweise sehr schwierig. Also teilweise erwischt man sich, also wenn man dann selbst versucht, das drei-, viermal zu machen, bis es dann eigentlich klappt. Aber es ist schon sehr knapp, ja. Aber ich will jetzt nicht beschwören, ob es jetzt ein Frame oder drei Frames sind, oder? Also, ich würde es definitiv nicht schaffen, ich habe schon Probleme, die richtige Sekunde zu erwischen. Der Kampf ist hier schon auch fast vorbei, wie man sehen kann, es kam mit drei Leuten auch schon sehr, sehr gut. Das hilft auch nochmal, dass die richtigen Charaktere die Erfahrungspunkte bekommen, weil Wendys und Waifu rechts oben abgestellt sind, die wollen wir sowieso nicht haben. Mhm. Gerade der Magier, da ist es wichtig, dass der Level steigt, weil seine Magiesprüche halt levelbasierend gelernt werden. Und wie ihr jetzt sehen könnt, der Hauptheld Arbis war gerade auf dem Wasser abgestellt und komischerweise konnte jetzt auf einmal auf die andere Küste entlanglaufen. Und jetzt befinden wir uns technisch im Endgame, also wirklich nur ein paar Kämpfe vom letzten Endboss entfernt. Okay. Wir haben keine Möglichkeit, diese Kämpfe jemals zu schlagen, also wir können hier nicht abkürzen und einfach jetzt das Spiel beenden, das geht leider nicht. Dafür sind wir zu schwach und haben auch keine Möglichkeiten, unsere schwachen Charaktere irgendwie durch die Bosse zu loten, das geht leider nicht. Aber wir können zumindest eine dieser späten Städte besuchen, wo es schon ganz tolle Waffen gibt. Oh, okay. Und er wird jetzt auch einige Sachen verkaufen, um sich das Geld anzueignen und diese Items zu kaufen. Welches Item er sich jetzt tatsächlich kauft, weiß ich noch nicht. Das variiert manchmal sehr stark davon, was der Runner für eine Strategie anwendet. Jetzt gerade auch das Mithril wird er verkaufen. Obwohl wir das Mithril später brauchen, verkauft er es jetzt, um das Geld zu bekommen. Das kann man auch später wieder kaufen oder man kann auch einfach andere Mithrils finden. Das habe ich leider nicht mitbekommen, was er gekauft hat, wo ich so viel wieder gesabbelt habe. Aber ich nehme an, es war das Great Sword und man nimmt jetzt Blizzard auf. Das Blizzard ist ein Kampfeitem, was, glaube ich, einmal 20 Schaden macht, was dann genutzt werden kann, um einen der frühen Bosse schon zu töten. Also 20 Schaden sind am Anfang halt relativ viel für einen Angriff, also hilft es dann auch. Ah, okay, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Äh, Sail Dragon schreibt gerade das Schwert. Ja, wunderbar. Okay, ja, dann hat er das Great Sword oder das Critical Sword, oh, nein, hat er das Swords gekauft. Das kann er jetzt leider noch nicht ausrüsten, weil diese Items nur für Charaktere sind, die bereits entwickelt worden sind. Und damit erkläre ich jetzt am besten auch mal diese Mechanik. Ähm, die Charaktere können in eine bessere Klasse entwickelt werden, sobald sie Level 20 sind. Und an einem gewissen Punkt des Spiels wirst du auch nur noch Ausrüstung bekommen, die für solche entwickelten Klassen geeignet sind. Das heißt, an einem gewissen Punkt wird man relativ gezwungen auch zu entwickeln, damit man die bessere Ausrüstung anlegen kann. Tatsächlich gibt es in dem Spiel nur Waffen und Ringe. Es gibt keine Rüstung oder Kleidung oder dergleichen. Das heißt, jeder Charakter hat vier Inventarslots und davon ist generell immer ein Inventarslot gefüllt mit der Waffe, die man hat. Und eventuell einen Zusatzring, der immer spezielle Effekte hat, wie deinen Speed erhöhen oder mehr Angriff geben, also solche passiven Statusverbesserungen. Mhm, okay. Äh, irgendwas wollte ich jetzt gerade sagen oder fragen. Ich weiß es nicht mehr. Hm, dann war es auch nicht so wichtig. Gut, ähm... Äh, was, was ich jetzt schon... Achso, okay, mach du erst mal. Ähm, ja, wie ihr jetzt sehen könnt, euer Königreich wurde... Äh, haben... Ist das andere Königreich eingewandert, hat eure ganzen Soldaten geklatscht und haben auf einmal die Prinzessin mitgenommen. Natürlich ist Fetala ein König und Minister besorgt um, äh, das Prinzesschen. Und logischerweise rennt ihr sofort wieder hinterher, heroisch, um sie zu retten. Und, äh, eben im Dialog hat sich auch herauskristallisiert, dass, äh, Taco Bell, also Lemon, der jetzt hier gerade auch schlurfte Brücke liegt, selbst an seinem König zweifelt. Er weiß nicht, warum dieser König auf einmal so... Sein König so aggressiv geworden ist und eingewandert ist, ist aber aus Königstreuer als sein Militärgeneral mitgegangen. Aber, äh, er ist jetzt auch auf der Strecke geblieben und, ähm, das ist auch das letzte Mal, dass wir Taco Bell für eine lange Zeit sehen werden. Was mit dem passieren wird, wird sich dann später herausstellen. Und jetzt gehen wir diesen Turm herunter und ergründen diese Tiefen, diese mysteriösen Buinen, aus denen diese Gismus entsprungen sind. Und da sehen wir auch schon, der King Gallim, der ist furchtbar böse geworden. Oh ja, der sah auch ein bisschen komisch aus auf dem Bild gerade. Der ist gruselig geworden, also wenn man das als Kind gespielt hat und man wird auf einmal mit diesem Portrait konfrontiert, das kann schon sehr gruselig sein. Ähm, ja. Auf jeden Fall, der ist komplett besessen, das ist ein Dämon geworden. Und jetzt kämpfen die da sehr, äh, grafisch, sehr schlicht gegeneinander durch ein bisschen Reiben. Sind beide, haben sich beide gegenseitig umgenutzt, können sich beide nicht bewegen. Die Prinzessin versucht zu fliehen, aber es sind weitere Schergen um sie herum. Das heißt, wir müssen sie jetzt mit Gewalt befreien. Und, ähm, das ist der erste Kampf, wo wir einen echten Boss haben. Und ein echter Boss zeichnet sich dadurch aus, dass er zweimal pro Runde laufen darf. Und das ist ziemlich fies. Die haben generell sehr stark, sie können weit laufen, sind schwer umzunieten. Und das größte Problem ist halt einfach, dass sie halt generell sofort auf deinen Haupthelden losgehen. Und dadurch, dass sie zweimal agieren können, können sie deinen Held einfach in eine Runde sofort umklatschen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und bei dem Kampf ist es auch sehr schwer zu balancieren, wie schnell man voranschreitet. Man könnte jetzt natürlich sehr strikt nach oben laufen, um den Kampf fortzuführen. Aber hier sind relativ viele Gegner, die sind auch einigermaßen stark. Man muss ein bisschen balancieren, wie viele Gegner man sich gleichzeitig einlässt und wie schnell man hier progresst. Und dadurch, dass es zwei Bossgegner gibt, möchte man versuchen, halt nur einen heranzuziehen, den dann schnell umzuklatschen und dann erst den zweiten Boss heranzuziehen. Das heißt, hier ist also wieder sehr viel taktisches Vorgehen nötig, um das hier effizient zu machen. Oder man stirbt relativ schnell. Also viele der Runs sterben einfach hier, weil diese Bossgegner halt zweimal pro Runde laufen. Und dann theoretisch auch zwei nochmal Doppelattacken machen. Also man wird theoretisch pro Runde dann manchmal mit drei oder vier Attacken konfrontiert, was jeden Charakter sofort umbringt. Und man kann wiederum nichts dagegen machen. Das ist einer der Dinge, die Shining Force manchmal unattraktiv macht für einige Speedrunner und sie abschreckt, dass man mit solchen A&G konfrontiert ist, wo man keine Möglichkeiten hat, dagegen anzugehen oder Konter-Strategien zu entwickeln. Ah, okay. Seldragon schreibt doch gerade, Dark Smokes sind die Hölle. Das sind diese Bossgegner. Welche Gegner sind das? Das sind diese zwei Bossgegner, die ich gerade erwähnt habe, die Dark Smokes. Dark Smokes ist quasi ein typischer Witz in der Shining Force Speedrunning Community, weil hier einfach unheimlich viele Runs sterben. Tatsächlich haben wir auch eine, wir haben in Shining Force 2 verschiedene Kategorien, um das Spiel oder ein paar Runs kürzer zu machen. Und zwar haben wir eine Kategorie, die nennt sich Grand Seal Percent und das sind halt genau alle Kämpfe, die ihr jetzt bereits gesehen habt, inklusive dieser. Und dann endet der Run einfach nach diesem Kampf hier, wenn man mit dem Schiff die Insel verlässt, also Grand Seal verlässt. Und hier nehmen wir einfach diese Dark Smokes als großen Boss für den Run. Der Run dauert generell halt 50 Minuten, wenn es gut hinkommt und ist sehr einsteigerfreundlich für jeden, der Shining Force 2 anfangen möchte. Der kann einfach anfangen Grand Seal zu lernen, einfach diese ersten Kämpfe als Run zu nehmen, anstatt sich gleich mit den sieben Stunden zu konfrontieren. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner Abschnitt und die Dark Smokes sind knifflig genug, dass man sagen könnte, ja, das fühlt sich wie so ein Final-Boss an für so eine Mini-Kategorie. Ähm, ich hatte mir vorhin schon mal Gedanken darüber gemacht. Ähm, der eine Held ist ja über das Wasser vorn rüber und du hattest gesagt, dass er dann... äh, der Spieler jetzt technisch gesehen in der Endzone, im Endgame ist. Genau. Ähm, hat man denn schon mal irgendwie versucht, da irgendeinen Glitch zu finden, mit dem man, weiß ich, zum Beispiel viele Levels auf einmal bekommen kann oder so? Ähm... Weißt du da irgendwas? Weil das wäre ja ideal eigentlich zu dem Zeitpunkt, ne? Ja. Ähm, das wäre der Run 50 Stunden lang. Es wurde sicherlich... Es wurde sehr viel herum experimentiert, das Spiel ist aber halt sehr solide aufgebaut. Generell, wenn man von vielen Leveln spricht, dann arbeitet man ja generell mit Memory Overflow, wenn man versucht durch Inventarverschiebung und Stacking, also mit 99 Potions oder so, dass man da rumarbeitet und direkt im Speicher des Spiels herumgurkt, um halt auf einmal halt den Speicherwert, also den Level auf 99 zu stellen. Also solche Sachen werden ja generell in Rollenspielen angewendet. Das ist in dem Spiel einfach komplett nicht möglich, weil es gibt halt nur vier Inventarplätze und da passt immer nur ein Item rein. Das heißt, wir haben relativ wenig Möglichkeiten, mit Zahlen zu arbeiten, um solche Memory Overflows anzuwenden. Ansonsten, die Kämpfe selbst sind halt eben... Das einzige, was man hier ein bisschen rundherum arbeiten kann, ist halt die Bewegung im Feld, also dieses Tile-Based Movement. Aber ansonsten gibt das Spiel kaum Möglichkeiten, da großartig irgendwie was zu machen, außer halt eben Dinge auszurüsten. Und da ist leider nicht entdeckt worden, was da helfen würde. Wir spielen generell alle auf der amerikanischen Version, weil in der japanischen Version ist logischerweise der Text wieder schneller, wie das so generell bei Rollenspielen ist. Aber das Ding ist auch, dass in der japanischen Version der Debug-Mode noch aktiviert ist. Ja, also der Testing-Modus, den die Entwickler verwendet haben, um das Spiel zu testen. Und damit kann man forcieren, dass man immer ausweicht oder immer trifft, wodurch der Run als solches super langweilig ist. Das macht keiner. Man hat keinen Spaß daran, einfach das Spiel sozusagen mit dem Autopilot-Modus durchzuspielen, immer zu treffen, immer auszuweichen, wenn man möchte. Aber da ist einfach kein Reiz mit drin. Ja, klar. Der größte Reiz an Shining Force Speedruns ist, wenn man mal über dieses ganze Analys hinweg sieht, ist einfach, dass man während des Runs adaptieren muss. Du kannst hundertmal Shining Force Speedrun haben, aber jeder Run ist dermaßen einzigartig, weil die Gegner sich immer wieder anders aufbauen und man immer wieder neu adaptieren muss. Dadurch bleibt der Run generell sehr frisch und auch interessant zu machen, als Runner selbst. Also wir machen sehr gerne Rennen auch, weil in dem Rennen einfach unterschiedliche Dinge passieren können. Also wenn man jetzt irgendwie so ein Spiel nimmt, wo kein AMG drin ist, dann ist es halt wirklich komplett skillbasiert, aber generell läuft ein Run immer gleich ab. Hier ist das halt nicht der Fall. Okay. Und gerade auch in Shining Force 1 ist es so, dass man teilweise wirklich ganz andere Charaktere mitnimmt, wenn sich das Spiel anders entwickelt. Okay. Also sehr dynamische Speedruns im Grunde. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall der größte Reiz daran, dass man sich wirklich auf 6 Stunden einlässt, wo man konstant sozusagen auf den Füßen denken muss, wo man während des Laufens noch denkt muss, okay, wie gehe ich jetzt eigentlich voran? Man kann nicht immer gleich vorangehen. Logischerweise hat man seinen optimal Approach, also das, was man generell als Strategie anwendet, aber man muss immer davon variieren, um der Situation gerecht zu werden. Seldran schreibt auch, das andere Problem mit schnellem Leveln ist, dass die Gegner maximal 50 XP geben. Genau. Braucht man denn, so wie bei... Bei... Na, Fire Emblem, ich bin grad nicht auf den Namen gekommen. Braucht man denn immer eine feste Zahl an XP, also immer bei 100 ein Level oder variiert das, also steigt das mit jedem Level? Also es ist wie in Fire Emblem so, dass die Charaktere immer bei 100 Erfahrungspunkte ein Level steigen, und dass wenn man generell zu stark wird, also dass man halt überlevelt ist, dass die Gegner einfach weniger Erfahrungspunkte bringen. Also es ist eigentlich identisch zu Fire Emblem in dem Fall. Aber das Maximum für Erfahrungspunkte in dem Spiel ist halt 50. Generell kriegt man in der Regel 48 oder 49. Aber wenn jetzt zum Beispiel Magia mit einem AOE-Spell mehrere Gegner auf einmal wegnatzt, dann werden die 50 Punkte auch mal gerne erreicht. Ah, okay. Also im Endeffekt braucht man immer mindestens zwei Kämpfe, um ein Level aufzusteigen. Ja, also in der Regel, ähm, hast du wahrscheinlich von dem letzten Level ab noch so ein bisschen Überschuss, das heißt, du hast vielleicht so zwei, drei XP, und dann reichen generell zwei volle Gegner-Erfahrungspunkte, um ein Level aufzusteigen. Und logischerweise wird mit dem Wissen auch stark gearbeitet. Also, ähm, der Runner weiß, wenn er geübt ist schon, sie haben es ganz, also relativ gut, wann ein Charakter ein Level aufsteigt. Ähm, normalerweise können wir auch einfach nachschauen, dass wir einfach über den Start-Switch und gucken, wie viel Erfahrungspunkte hat er schon. Da das logischerweise Zeit kostet, verzichten wir auf diese Option und verlassen uns eher auf Intuition und Selbstzählen. Aber wenn es ab und zu mal wirklich wichtig ist, dass wir genau feststellen müssen, wann ein Charakter einen gewissen Erfahrungspunkt hat, dann guckt man auch schon einfach mal nach. Also, so ein Start-Screen aufrufen ist auch nur zwei, drei Sekunden. Also, von daher, nicht zu schlimm, wenn man es dann ab und zu mal macht. Okay. So, der Kampf verlief sehr gut. Äh, es sind sogar noch fast alle am Leben. Alle wichtigen Personen am Leben. Die Dunsmogs sind besiegt. Also, da bin ich jetzt, da hab ich jetzt einfach mal so drüber geredet. Also, da war eigentlich ja keine Spannung aufgekommen. Und das hat Nowhereys sehr, sehr gut erledigt. Also, auch, äh, Props zu ihm. Er hat alles sehr gut unter Kontrolle, was auch seiner guten Übungen zu verdanken ist, dass er das relativ viel macht. Und damit hat er jetzt den ersten Teil des Spiels erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut auf jeden Fall. Oh, okay. Ist auch eine sehr solide Zeit. Ähm. Ich würde sagen, generell, das ist mehr als gut. Also, das ist auf jeden Fall auch World Record Pace, wenn man so möchte. Wobei, wie gesagt, das kann von, von Kampf zu Kampf, kann man auf einmal halt fünf bis zehn Minuten verlieren und dabei gleich den gesamten Run. Und dann ist logischerweise möglich, dass man in anderen Fällen wieder glücklich ist oder Glück hat. Und, äh, auf einmal irgendwie den Boss glücklich double attackt. und auf einmal ist der Kampf zwei Minuten stiller, zu Ende, weil man nicht die nächste Runde abwarten muss. Also, es variiert halt sehr stark. Was, was würdest du so ungefähr schätzen? Äh, wie viel Zeit er bei seinem Weltrekord Run durch RNG verloren hat? Kann man das überhaupt abschätzen? Ja, eigentlich schon. Also, ähm, logischerweise arbeiten die Runner natürlich mit ihren Gold Splits, dass sie immer drauf schauen können, von ihren 200 Runs, die sie gemacht haben, was war ihre beste Zeit. Und dann differenzieren sie einfach, okay, wie langsamer war ich von dieser optimalen Zeit? Also, sie wissen halt, in welcher Zeit sie schon zumindest den Kampf in schnellster, möglichst in Form durchspielen können. Ähm, und da differenzieren, machen sie einfach die Differenz und gucken halt. Ähm, ich persönlich habe jetzt keine große Einsicht darauf, was No Worries beste Zeiten sind. Er hat sie generell in seinen Guides auch aufgeschrieben, dass er auch konkret sagt, okay, ihr könnt diesen Kampf in so und so vielen Minuten schaffen. Das gibt er auch einfach öffentlich an. Ähm, generell ist es so, dass fast kein Run zu Ende geht, wo man mal nicht auch stirbt. Also jetzt gerade auch bei solchen Rennen jetzt im Marathon oder in Rennen, wo man nicht resetten kann, wo man durchgehen muss, ist man halt damit konfrontiert. Aber in so richtig guten Runs auf seinem World Record würde ich sagen, dass er pro Run, äh, pro Kampf halt eher Minuten halt auch gewonnen hat und eventuell dann mal pro Kampf irgendwie zwei Minuten verloren hat. Das variiert gerade bei den letzten Kämpfen sehr stark, wo die Bossgegner extrem stark werden und dich auch sofort umbringen, wenn du da nicht griffst. Ah, okay. Das wird halt auch sehr schnell kritisch. Mal ganz kurz gucken, wo lag nochmal der Weltrekord? Bei 5 Stunden 31 Minuten. Ah, okay. Falls ab und zu mal die Frage aufkommt, sowas wird ja gerne mal gefragt, was es da für Kategorien gibt, Weltrekordzeit. Äh, ich sehe gerade, du hattest ja vorhin schon gesagt, NTSC beziehungsweise PAL-Kategorie ist das ja, ne? Genau. Also nicht die japanische, hm? Ja. Ähm, wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass da tatsächlich mal eine Zeit unter 5 Stunden kommen kann. Also mit dem aktuellen Stand zumindest. Mhm. Mit dem aktuellen bisschen Stand. Also... Ist sowas möglich, oder? Da kann ich ja schon mal erzählen, also Bowie, der jetzt ja gerade noch daneben sitzt und ab der zweiten Hälfte das Spiel übernehmen wird, der hatte angefangen mit dem Shining Force 2 Speedrunning, zumindest öffentlich. Wir wissen nicht, wann No Worries angefangen hatte, der hatte erstmal privat mehr gespielt. Und als Bowie angefangen hat, lag seine erste Run-Zeit bei 16 Stunden. Ihr könnt also sehen, dass die... Der Run hat sich extrem entwickelt. Wir haben den Run generell schnell auf 10 bis 9 Stunden runtergehandelt. Und dann kam ungefähr No Worries mit seiner Grinding-Strategie und dann hat man den Run generell auf 8 oder 7 Stunden runtergebracht. Und seitdem haben Bowie und No Worries halt den Run immer weiter optimiert und sind dann irgendwann auf die niedrige 6 Stunden gekommen. Und mittlerweile jetzt in den letzten Wochen tatsächlich hat No Worries noch mal weiter 30 Minuten abgespeckt. Es wird natürlich jetzt zunehmend härter, da jetzt noch Zeit zu gewinnen. Und der Run wird auch definitiv zu einem Punkt kommen, wo man einfach nur noch auf perfektes RNG hoffen werden muss. Ich denke mal, dass die Strecke 5 Stunden 30 bis 5 Stunden dann schon teilweise sehr hart sein wird. Also im Moment... Logischerweise sagt man immer, okay, wir denken nicht, dass 5 Stunden möglich ist, wer weiß. Wir überraschen uns ja immer wieder selbst. Man entdeckt auch neue Dinge, die das grundsätzlich verändern. Ich bin mir relativ sicher, dass 5 Stunden 10 auf jeden Fall noch drin sein sollten, wenn man dann irgendwann diesen perfekten theoretischen Run hat. Mhm, okay. Aber wird mal interessant, vielleicht findet man da tatsächlich irgendwo noch Sachen, mit denen man nochmal einiges an Zeit sparen kann. Ja. Dann ist das sowieso obsolet, was bisher da gezeigt wurde. Zumindest was dann Anti-Percent angeht. Ja. Um jetzt nochmal ein Story-Update zu geben. Ähm, ihr habt jetzt ja gerade versucht, die Kolonie zu gründen. Also ihr seid jetzt alle Flüchtlinge. Das Königreich ist verschwunden. Ähm... Genau. Und durch das Verlassen, durch seine böse Magie hat er den Turm zum Einstürzen gebracht. Und alle mussten jetzt nun fliehen. Und wie ihr gerade sehen könnt, die gesamte Insel Grand Sea ist gerade eine riesige Schlucht explodiert. Und alle Überlegenen sind jetzt auf diesem Schiff und versuchen zu fliehen. Und reisen jetzt nun die neuen Kontinenten Parmesia an, um eine neue Kolonie zu gründen. Mhm. Also ihr seid jetzt alle Flüchtlinge. Das Königreich ist verschwunden. Ähm... Genau. Ähm... Ähm... Arki hat gefragt, oder mal in den Raum gestellt. Mich würde ja mal interessieren, wie viele Spielstimmen er schon insgesamt hat. Oh je. Ist da irgendeine Schätzung oder so? Ich glaube, das dürften Tausende sein, ne? No Worries ist jemand, der auch halt sehr viel privat trainiert. Das heißt, er streamt jedes Wochenende, fast alle drei Tage, Freitag und Sonntag streamt er jeden Tag mehrere Shining Force Runs. Also er ist da schon fleißig dabei, seine gesamtliche Freizeit darauf aufzuwenden in Shining Force zu Speedrunnen und auch zu üben. Aber man erwischt ihn auch innerhalb der Woche, wie er halt spielt. Das können wir dann immer so ein bisschen über Discord verfolgen, was man so gerade anhat für ein Spiel. Da sieht man den da schon fleißig spielen. Ähm... Aber zu dem Zeitpunkt, wo er quasi zum ersten Mal auch Twitch gestreamt hat und sich quasi auch so ein bisschen öffentlich gemacht hat, hatte er bereits schon extrem lange Guides geschrieben für Shining Force. Also er ist ein Veteran, der wahrscheinlich schon sehr lange und viele Jahre mit Shining Force verbracht hat. Ähm... Also eine Abschätzung kann ich da natürlich überhaupt nicht geben, aber... Okay. Aber das klingt danach, als wenn er tatsächlich schon mittlerweile im fünfstelligen Stundenbereich ist. Also vierstellig gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, vierstellig auf jeden Fall. Tatsächlich. Ja, also... Mhm. Also, das ist schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Es ist... Wie gesagt, es ist sehr ANG-heavy und auch jetzt der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Platz, 14 Minuten, kann mit einem Run relativ schnell gebrochen sein. Aber man kann zu Recht sagen, dass No Worries zu Recht halt auch auf dem ersten Platz ist, weil er halt auch sehr viel Zeit investiert. Oh, das ist eine Welle! Apropos erster Platz, ich hatte grad mal nachgeguckt, er ist sogar insgesamt in fünf verschiedenen Shining Force Spielen auf dem ersten Platz. Also es ist tatsächlich nicht nur Shining Force 2. Ja, also er ist auch World Record Holter in Shining Force 1 und hat sich auch auf das Game-League-Spiel Sword of Hyjah, Shining Force Gaiden 2, konzentriert. Ähm, und er hat auch das Shining Force 1 Remake auf dem Game-Board Advance, äh... Oh, sie singen grade! Das ist die Donation-Cative! Ah! Okay! Das war ziemlich offensichtlich! Das warX-DUCK! Johannes Paul, es ist auf demon St. Paul sa if, dass der da das ... Sch Cola im Aufens stomach! Ihr macht was nicht� sie sich beim Klammachen! So when an old lady makes me feel the cold, I just shank her, right in the face, oh shanking old ladies in the woods, yes I'm leaving them to die up in the woods, and keep your swords and axes and spakasters in woods, cause I think by now it should be very well understood, that there's nothing like the feeling, damn it feels so good. Go for the big finish. Because the shanking old ladies in the shanking old ladies and the shanking old ladies in the woods, that was really cool, yeah. Also, vielleicht gebe ich da mal so ein bisschen Background-Story zu, das ist auch ein Running-Gang, den wir in der Shining Force Speedrunning Community haben. Rowie als Brite hat ja einen gewissen Akzent und auch eine gewisse Ausdrucksweise. Und, ähm, wann immer er in diesen Teil des Spiels kommt, also hier in diesen ersten Kämpfen auf Tamesia, gibt es diese Hexen. Und diese Hexen sind ganz schön fies zu dir, und die hängen jetzt halt so ein bisschen in den Wäldern rum und überraschen dich böse. Und, ähm, Bowie sagt, pflegte immer zu sagen, äh, shanking old lady in the woods, weil er dann logischerweise auf den Frauen draufgeschlagen hat, ähm, hat das dann immer so gesagt. Und, ähm, irgendwann hat er daraus so ein bisschen so eine kleine Melodie entwickelt, die immer so vor sich hingefiffen hat. Und das fanden immer alle so ein bisschen treffend und irgendwie catchy, dass die auch mit angefangen haben, auch mal ein bisschen mitzusummen und so, so, dieses shanking old ladies in the woods ein bisschen mitzusingen. Und der Typ, der neben Bowie sitzt, in Vice, der Cruncher, der hat daraus einen Musiker geschrieben, der hat einfach mal einen gesamten Songtext draus gemacht, und das haben sie jetzt gerade performt, zum ersten Mal. Cool. Also, das Lied ist komplett selbst geschrieben, nur einfach aus diesem Spruch, den Bowie pflegte, zu sagen, von daher ist es jetzt eine kleine Eigenproduktion, das ist eigentlich, also ich bin jetzt ganz stolz drauf, dass wir das jetzt hier auf dem RPG-Limit-Break haben. Ah, okay. Oh, das ist wirklich cool, auf jeden Fall. Du hast übrigens sogar schon Lob gekriegt von unserem Ziv. Ich höre jetzt nur seit 5 Minuten zu, aber oh mein Gott, was für ein AAA-Kommentary. Und da kann ich mich auch nur anschließen. Also, schön ausführlich bisher. Dankeschön. Shining Force ist eine Leidenschaft. Wurde sich. Ja. Es gehört definitiv zu meinem Lieblingsspiel, und dementsprechend speedrunne ich das auch. Also ich nehme an, dass auch gerade lange RPGs run, gerade von den Leuten, die runnt werden, die das Spiel halt auch sehr lieben. Es hat einen großen Nostalgia-Effekt für uns. Und wir haben das Spiel jetzt halt einfach schon seit unserer Kindheit, und deswegen sind wir auch heutzutage zusammengekommen, jetzt in der Speedrunning-Community, um das gemeinsam sozusagen zu zelebrieren, das Spiel. Und dementsprechend bin ich auch sehr froh, über das Spiel reden zu können. Ich wäre natürlich sehr gerne dabei gewesen auf RPG-Limit-Break, aber jetzt so aus Deutschland heraus war es halt sehr schwer. Ich habe jetzt auch gerade Universität, das heißt, für eine Woche so verschwinden ist auch sehr kompliziert. Und so 1.000 Euro für einen Flug kann ich halt nur sehr schwer entbehren. Und dementsprechend muss ich hier in Deutschland verweilen. Aber dementsprechend bin ich natürlich auch sehr froh, wenn ich jetzt hier kommentieren kann und quasi trotzdem einen Teil der Gesamtaktion trotzdem noch sein kann. Und euch Shining Force erklären kann. Also deswegen habe ich auch im Chat geschrieben, ich halte mich dezent zurück. Ja. Also um jetzt mal auf diesen Kampf einzugehen, um mal zurück zum Thema zu kommen. Das ist der erste Kampf auf Parmesia, was wir generell Northcliffe nennen. Euer Volker hat euch losgeschickt, einen vermissten Arbeiter zu finden, der hier ein bisschen verunglückt ist. Und da trifft ihr auf die ersten Gegner, da oben liegt der an der Wand. Und hier merkt man einfach, okay, das Spiel zieht jetzt richtig an. Die Schwierigkeit wird auf jeden Fall schwieriger, die Webs werden auf jeden Fall auch größer. Und diese Gegner sind stärker, fieser. Und hier muss man auf jeden Fall umdenken. Also Charaktere sterben hier nochmal ein bisschen schneller als zuvor. Und dieser Grand Seal Teil, das ja so ein bisschen als Tutorial, als Einführung gedacht ist, ist vorbei. Das richtige Spiel beginnt jetzt. Und er muss mit dem Helden auch ein bisschen weiter zurückstehen, weil der auch halt eben sehr schnell stirbt. Und dieser Kampf ist auch nochmal ein guter Beispielkampf, wo man relativ schnell sterben kann. Die anderen Karten sind ein bisschen größer und nochmal ein bisschen leichter, sag ich mal. Aber man merkt schon halt deutlich vom Spieldesign her, dass jetzt hier ein neuer Abschnitt stattfindet und man jetzt richtig in Shining Force reingeworfen wird. Und da ist Waifu gerade gestorben, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. Genau, ja. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch, oder? Das ist nicht weiter tragisch. Wie ihr wisst, haben wir schon sehr konkret damit gearbeitet, die Erfahrungspunkte nur auf den Charakteren zu haben, die wichtig sind. Und da Sarah quasi nur heilen kann, was wir im Generellfall nicht wirklich wollen, hat sie ja keine Erfahrungspunkte bekommen. Dadurch ist sie halt noch ein sehr niedriges Level und stirbt eigentlich zu einem Wurz. Also, das geht relativ schnell und das ist logischerweise durch die Erfahrungspunktverteilung auch beabsichtigt. Und auch mit Level 1 kann sie heilen. Also, wenn wir die Heilung von ihr wollen, kann sie die auch mit Level 1 machen. Also, die Heilung ist die Schärfe stärker. Hm, okay. Und Domsky, da ist gerade das Xer... äh, das... oh Gott. Ja, du... ich kann heute nicht mehr so wirklich reden. Das Schärfe gepostet wurden, beziehungsweise... äh, nee, ist es gar nicht. Moment, ich poste es selber mal dann. Da kannst du einfach mal nachgucken. Ich hab's jetzt nicht im Kopf, wie viele Spiele das insgesamt sind. Äh, aber kannst du ja, wenn du willst, mal durchzählen. Also, der Kampf, der Plätscher, der ist mal ein bisschen vor sich hin. Wir legen jetzt ein Monster nach dem anderen. Versuchen halt, jedes Monster einzeln auch zu pullen, damit die Situation halt sicher ist. Und schon wieder, ah, bis mit der Doppelangriff. Einfach einzigartig. Oh. Das ist sehr gut. Also, da freue ich mich auch, dass der Run gut vorangeht und wir hier nicht in Gredulien kommen. Mhm. Er hat hier zum Beispiel... Also, bist du ja auch auf alle Fälle ein würdiger Vertreter, so fürs erste Mal auf dem Arfigur-Limit-Break. Er hat jetzt hier Lock hochgesendet alleine in die Gegner. Und da wird es definitiv auch sehr bald sterben. Mhm. Ähm, teilweise hat man da halt den Crab, den Zwergen auch hochgeschickt. Äh, genau. Okay, das ist zum Beispiel eine Strategie, die jetzt erst, äh, neulich entwickelt worden ist. Das sehe ich selbst zum ersten Mal. Wo halt das Blizzard-Item, was wir halt in der Stadt aufgenommen haben, verwendet worden ist, um einen dieser Goblins einfach instant zu killen. Ich meine, du sparst am meisten Zeit, wenn du für den Gegner auch nur einen Angriff brauchst. Ansonsten sind das halt mehrere. Und hier wird dafür, wird Lock halt auch einfach großzügig geopfert, um diesen Hunter-Goblin einfach direkt aus dem Spiel zu löschen, sozusagen. Ah, okay. Und das ist zum Beispiel etwas, das ist, glaube ich, erst innerhalb der letzten Woche als Strategie entstanden. Also, es wird immer noch viel adaptiert. Ah, okay. So, ähm, ich werde euch jetzt mal ganz kurz verlassen. Ich muss halt, wie gesagt, organisatorisch noch ein bisschen was klären. Ich bin dann aber gleich nochmal oben, ne? Jo. Alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Wie man hier sehen kann, er spielt relativ vorsichtig, um nicht zu sterben, aber trotzdem ist der Held relativ schnell an seiner Grenze, seiner HP, und wollte jetzt auch schon im nächsten Angriff sterben. Jetzt wird's ein bisschen gruselig, weil der, äh, Goblin ist gerade ausgewichen. Zum Glück kam mir Shaq rechtzeitig da, um den zu entledigen, ansonsten hätte er den Held auch einfach mal umgebracht, und das wären jetzt zum Beispiel jetzt bereits schon sieben Stunden, sieben Stunden, sag ich, sieben Minuten Zeitverlust. Also, da kann's dann schon mal sehr schnell kritisch werden, wenn, äh, die Reihenfolge auf einmal komisch kommt, und der Gegner irgendwie schneller drankommt, als man selbst agieren kann. Was in Shining Force 1 noch viel, viel schlimmer ist. Also, Shining Force 1 ist noch so ein bisschen diese raue Umgebung, wo alles noch schlechter balanciert ist, noch viel gefährlicher. Da ist Shining Force 2 ein bisschen konsistenter in der Hinsicht. Ich kann ja vielleicht mal was zu den Level-Ups erklären, wo ich jetzt gerade bei dem Unterschied zwischen Shining Force 1 und Shining Force 2 bin. Ähm, Charaktere kriegen generell beim Level-Up einen Statuspunkt auf jeden ihrer Statuswerte, und je nach Charakter kriegen sie auch mal plus zwei. Also, der, zum Beispiel, der Held kriegt häufig auch mal eine plus zwei auf Angriff, weil er auch sehr stark ist. Jetzt hier Crab, der Zwerg, der, äh, kriegt halt häufig plus zwei auf Verteidigung, weil er halt ein sehr defensiver Charakter ist. Und, ja, das war jetzt auch schon wieder der erste Kampf auf Hamesia. Hat das glücklicherweise sehr gut geschafft, und es war auch sehr zügig. Also generell, wenn man jetzt Shining Force 2 in einem Rennen hat, dann kann natürlich sehr viel schief gehen. Aber das sieht hier aus wie ein optimaler Run, also sehr große Klasse hier. Also definitiv läuft das hier bisher gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall nicht beklagen. Also jetzt mit der Zeit, eine Stunde und acht Minuten, dass er diesen Kampf beendet, ist auf jeden Fall, er liegt sehr gut in der Zeit. Ähm, okay. Ihr habt den Arbeiter gerettet, und schwupp, euer Volk ist sehr, sehr wunderbar, denn ihr könnt euer Schiff direkt in ein neues Dorf verwandeln. So schnell seid ihr mit dem Bauern an, in einer neuen Siedlung. Zack, so schnell geht das in dem Spiel. Da wird jetzt nicht lange rumgepoltert, da wird einfach sofort einfach die Stadt gebaut. Und jetzt tatsächlich gibt's einen kleinen Timeskip, also einen Zeitsprung, und es ist ein Jahr vergangen, seitdem die, äh, hier angekommen sind. Ihr seht, euer Königreich, oder der Thronensaal besteht aus Holz. Also ist noch ein bisschen provisorisch hier. Ihr seid tatsächlich immer noch Geflüchtete, also wirklich so, die, äh, ihr habt nichts mehr, euer Dorf ist ein bisschen armselig, da ist jetzt nicht viel los. Und ihr wollt jetzt nun, äh, neue Allianzen schließen mit den Völkern auf diesem neuen, äh, Kontinent, und werdet jetzt bald losgeschickt. Ähm, ja, jetzt geht der, geht Novorish nochmal hier und holt sich dieses Shearful Bread. Shearful Bread ist ein HP-Boosting-Item, womit ihr eure HP permanent boosten könnt, für ein oder zwei Punkten, oder wann das vier. Ähm, tatsächlich hat dieses Item aber auch nochmal einen, äh, zusätzlichen Effekt. Das ist tatsächlich ein Bug, dass wenn ihr dieses Item auf einen toten Charakter anwendet, wird er automatisch wiederbelebt. Das ist sehr praktisch. Das heißt, wahrscheinlich wird er das Item behalten, für den Fall, dass eine wichtige Figur stirbt, und dann das HP-Boosting-Item auf ihn anwenden, um ihn wiederzubeleben. Und der HP-Boosting-Effekt ist dann eigentlich egal. Wir benutzen es eher als Wiederbelebungs-Item, wie eine, äh, Phoenix-Feder halt. Ja, jetzt greift er nochmal ein Healing-Seed auf, das sind so solche High-Items, die man im Run normalerweise nicht immer aufnimmt, aber jetzt wegen Marathon-Sicherheiten auf jeden Fall Sinn macht. Ich meine, das Aufgreifen, oh, in ein paar Sekunden. Auf jeden Fall viel weniger, als wenn er sterben würde, weil er das High-Item nicht hätte. Das Event findet in Sword Lake City statt, tatsächlich in Amerika. Ähm, ja, und jetzt... Kommt nochmal... Ich werde wahrscheinlich erstmal nicht mehr aufhören zu reden, kommt nochmal nächster Schwall an Informationen für euch. Mach ruhig, also ich halbe mich sowieso zurück. Ihr seht... Ja, ihr seht da einen Vogel. Der ist so ein Vogel. Ich weiß nicht, wie sie ihn benannt haben. Normalerweise heißt dieser Vogel Peter. Wie sind es damals... Also, das ist ja mit den Japanern so, dass die Namen, die für uns sehr ordinär klingen, für sie sehr exotisch sind. Und wenn sie ihren Phönix halt Peter nennen, ist das für die Japanern exotischer Name. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist Peter der Phönix. Ah, ja, Zex wurde der genannt. Mit, äh, vielen Xen. Und, ähm, Peter ist unser Wundercharakter. Peter ist der stärkste Charakter im Spiel, bei Weiten. Und das werden wir kräftig ausnutzen. Er hat den höchsten Angriffswert und er fliegt. Das sind zwei Dinge kombiniert, die extrem wichtig sind, um halt überall ranzukommen und einfach jeden Boss sofort den Erdboden gleich zu machen. Und das wird auch der Charakter sein, den wir grinden werden und der uns das gesamte Spiel schwingen wird ab der zweiten Hälfte. Also ab Stunde, drei Stunden und 30 Minuten werdet ihr nur noch diesen Peter sehen, wie er alles kaputt macht. Darauf basiert unsere ganze Strategie. Und deswegen hat er zum Beispiel auch das Power Potion, was wir mal am Anfang aufgesammelt haben, was euren Angriff permanent erhöht, haben auch aufgehoben, um es ihm zu geben. Denn viele Kämpfe, die wir jetzt hier haben werden, sind stark davon abhängig, was für einen Angriffswert Peter hat. Weil er kann variabel plus zwei oder plus drei Angriff bekommen auf dem Level ab. Und das wirkt sich schon halt aus, ob er halt gewisse Bosse mit einem Schlag besiegen kann oder halt mit zwei Schlägen. Das heißt, wir wollen darauf achten, dass er immer genügend Angriffspunkte hat, um halt die richtigen Bosse mit dem richtigen Angriff sofort niederzuwämsen. Dazu habe ich eine Frage. Ist das unterschiedlich, was die Charaktere am Anfang für den Wert haben? Oder ist das, also ich sag mal, was sie für den Angriff haben? Oder ist das immer gleich? Tatsächlich war es in Shining Force 1 noch so, dass die mit unterschiedlichen Statuswerten starten. Das sind immer nur Varianzen von ein bis zwei Punkten. Also sie sind immer noch im Grunde genommen der gleiche Charakter. Es ist also nicht wild verteilt. Aber so ein bisschen wie in Pokémon startet man mit anderen. Anfangswerten. In Shining Force 2 ist es tatsächlich nicht so. Da starten Charaktere immer mit den gleichen Statuswerten. Das merkt man auch bis zum ersten Kampf, dass der immer gleich abläuft. Zumindest von den Statuswerten. Was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist es eine der wenigen Instanzen, wo wir tatsächlich neu starten und die Save-Funktion nutzen. Denn ein Power-Up-Item kann variieren zwischen zwei bis vier Punkten. Also ab und zu kriegt er zwei Angriffspunkte aus seinem Power-Potion. Ab und zu kriegt er vier Punkte. Und wie gesagt, wir sind sehr davon abhängig, dass Peter die richtige Anzahl an Angriffspunkte hat. Das heißt, er hat wirklich gerade gespeichert und resettet jedes Mal, wenn er Power-Potion auch nicht plus vier gegeben hat. Da lohnt sich das Resetten, auch weil einfach die Zeit, die vergehen würde, wenn Peter die Gegner nicht one-shottet, noch viel größer wäre, als wenn man drei, vier Mal versucht, die Power-Potion mit einem plus vier Wert zu erhalten. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen konfus. Peter wird jetzt nämlich, wir haben keine Kontrolle über Peter im Moment. Peter gilt nicht als Einheit eurer Gruppe, aber als Begleiter. Das ist die einzige Instanz, wo das passiert. Und Peter wird derzeit noch von dem Spiel gesteuert. Und dementsprechend besitzt er die gleiche Intelligenz wie Gegner. Und wie Gegner funktionieren, ist, dass Gegner in ihrer Position immer zwei Schritte laufen. Und wie er jetzt auch gerade bei Peter gesehen hat, er ist zwei Schritte gelaufen und es dann seine volle Reichweite ausnutzt, wenn ein Gegner in Reichweite ist. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, oder der Runner muss dafür sorgen, dass Peter irgendein Gegner in Reichweite hat, damit er statt zwei Felder seine volle Laufreichweite nutzt. Und somit zieht man dann Peter von Gegner zu Gegner durch. Das heißt, also man muss hier viel mit den Monstern arbeiten, damit die in Reichweite sind. Man darf sie nicht zu schnell töten, ansonsten bleibt Peter zurück, weil er dann nur auf seinen zwei Feldern läuft. Und dann bleibt er da irgendwo hinten stecken und trainiert gar nicht. Und wir brauchen jeden Level auf Peter, den wir kriegen können. Das heißt, die nächsten vier Kämpfe, glaube ich, werden die Herausforderung haben, Peter halt eben effizient durch den Kampf zu ziehen, dadurch, dass wir ihn nicht steuern können. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und bringt auch nochmal ein bisschen Variation in die Spielerfahrung von Shining Force 2 rein. Dass nachdem ihr jetzt diese Anfangskämpfe habt, dass ihr jetzt nochmal diesen zusätzlichen Faktor von Peter in Form von Peter, also Sex, äh, Also ihr werdet jetzt gleich sehen, dass Peter gleich sofort diesen Hunter Goblin, diesen Bogenschützen ansteuern wird, nur weil er in Reichweite ist. Und damit ist Peter jetzt weiter im Feld drinne und wird wahrscheinlich dann auch den nächsten Gegner erreichen. Und genau wie Sail Dragon schon sagt, äh, Peter als ein Phönix, da haben die Entwickler drauf geachtet, wenn ein Charakter stirbt, kann er in der Kirche wiederbelebt werden. Peter ist der einzige Charakter, der automatisch wiederbelebt wird, weil, nun, er ist ein Phönix. Das passt also sehr gut und da haben die Entwickler dran gedacht, die Eigenschaften eines Phönixen bis zum Spiel auch, äh, zu reflektieren. Also wenn ihr jetzt die Gegner seht, die meisten Gegner eideln, also die verbleiben so auf ihrem Platz, aber sobald ihr einen gewissen, äh, Progress, also eine gewisse Strecke gelaufen seid, aktiviert ihr die Gegner. Und dann verhalten die sich genauso wie Peter, wo halt nur zwei Schritte auf euch zukommen, aber sobald ihr in Reichweite seid, kommen die Gegner in vollem Schwung auf euch zu. Man hat zum Beispiel hier der Vampire Bat, hat jetzt seine volle Reichweite ausgenutzt, um auf Wendys loszugehen, die er glücklicherweise geblockt hat, obwohl wir eigentlich Wendys tot sehen wollen. Also von daher war es uns gar nicht wichtig, dass er überlebt. Hier muss jetzt vorsichtig sein, wie ihr seht, hat er jetzt gerade versucht, den Halftile Step Glitch zu machen. Hier ist es aber so gewesen, dass die Movement Glitch auf die Gegner, äh, passiert hätte, hätte das Spiel auch Softlocken können. Das wäre natürlich sehr kritisch gewesen, aber der Neurwürdig sehr geübt ist, hat er es auch geschafft. Lemon macht das tatsächlich aus, siehst du, da habe ich dann auch wieder was Neues gelernt, wenn das stimmt, Cell Dragon. Ähm, Lemon, äh, im späteren Verlauf wird Lemon uns auch noch, äh, auch der Gruppe beiwohnen und was mit dem sein wird, erkläre ich dann später, das möchte ich jetzt noch nicht spoilern. Ähm, aber auch er wird anscheinend wiederbelebt, das habe ich dann nicht gewusst, ist mir anscheinend nie aufgefallen. Er wird auch generell nicht so häufig verwendet, also er ist schon dann in der Endgruppe häufig dabei, gerade wenn es auch um Sicherheit geht, aber er ist nicht der wichtigste Charakter überhaupt. Na, also er packt jetzt hier Wendys direkt an die Front, um Gegner heranzupullen und Wendys wird dabei auch auf jeden Fall sterben und ich glaube, das ist auch die letzte Instanz, wo Charaktere automatisch wiederbelebt werden. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir ja schon Wendys und auch Weifu häufiger umgebracht und die sind immer irgendwie wieder da. Das liegt einfach daran, dass in gewissen Story-Instanzen die Charaktere automatisch wiederbelebt werden und sie wurden halt auch wiederbelebt, als du, als man am neuen Kontinent angekommen ist und nachdem ein Jahr vergangen ist. Da nimmt sich das Spiel einfach selbst vor, einfach alle automatisch wiederbeleben, was einerseits okay ist, weil wir die Charaktere nutzen können, um gewisse Setups zu erlauben, damit Peter herangezogen werden kann, aber andererseits wollen wir sie natürlich auch wieder loswerden. Also hier wird Wendys auf jeden Fall offensiv reingestellt mit drei HP, der wird nie mehr lange leben. Wie ihr auch sehen könnt, dieses Feld ist jetzt sehr, sehr weitläufig. Also im Vergleich zu den anderen Maps sind das jetzt wirklich so die Karten, wo wenn ihr stirbt, dass das halt viele, viele Minuten dauert, weil ihr einfach diese gesamte Wiese wieder durchlaufen müsst. Baby, hey, zurück. Ich bin wieder da, genau. Edy hat das für gelesen? Ja, ich bin gerade am Lesenden. Ja, wie ihr sehen könnt, die einzelnen Monster kommen zu langsam auf die Zugesteuert. Peter wird immer noch sehr konsequent und sehr effizient durch die ganze Map gepullt. Auf jeden Fall ist es eine gute Arbeit von Norvary, das zu kontrollieren, wie Peter sich verhält. Ja, aber es läuft soweit ganz gut. Zack, da ist jetzt noch die Vampire Bat wieder mit der vollen Movement auf uns zugesteuert. Wenn Peter übrigens entwickelt ist, also wenn er quasi zu einem besseren Phoenix wird, hat er auch noch eine Feuerresistenz. Das wird dann auch nochmal sehr nützlich werden, weil viele Gegner am Ende auch Feuerattacken haben und Peter kann das einfach so abstecken. Das hat er keine Probleme mit, von Feuer angriffen zu werden, weil er halt ein Phoenix ist. Mhm, okay. Auf jeden Fall, Peter hat hier schon sehr viele Erfahrungspunkte abgegriffen auf diesem Kampf. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Da denke ich mal, klappt das auch generell, dass Peter zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen Werte hat, um diese Snipes vorzunehmen. Ähm, ist der Peter der Charakter, den du vermeintest? Der quasi nachher das... Äh, hast du ja gerade gesagt, dass wir im Spipen. Okay, hat sicherlich die Frage. Ja, also Peter... Ich sage immer Peter, also aus Gewohnheit halt, er heißt es hier in dem Spiel 6. Das ist auf jeden Fall der wichtigste Charakter in der gesamten Run. Der gesamte Run ist eigentlich nur auf ihn fokussiert. Der Run würde ohne ihn so nicht funktionieren. Und gerade am Ende werdet ihr sehen, dass er einfach... Er wird alles One-Shotten, er wird die Bosse niedermachen und er wird auch definitiv die letzten Kämpfe ermöglichen, die ansonsten extrem schwer sind. Also Shining Force gibt sich da nichts. Da gibt es keine lustigen Taktiken, die man anwenden kann. Wir haben um den Gegner ganz leicht, den Ed Boss leicht zu besiegen. Da muss man einfach mit Ruhrkraft ran und die liefert uns Peter. Ah, okay. Thanks. Tatsächlich, ähm, also logischerweise, die Leute, die ihr gerade da hinten seht, das ist ja die Shining Force Speedrunning Community, die sind alle da und wir freuen uns ja, dass wir dort sein können. Tatsächlich ist aber so, dass in Amerika ist es jetzt ja gerade ein Uhr nachts, jetzt sogar schon zwei Uhr. Dementsprechend sind wahrscheinlich schon viele, die vor Ort sind auch schon schlafen gegangen. Und wahrscheinlich könnte der Raum jetzt hauptsächlich von der Shining Force Speedrunning Community bewohnt sein für die sechs Stunden, die jetzt noch folgen, oder fünf Stunden. Doms gefragt gerade, sieht es nur so aus oder sind es sehr wenige Zuschauer? Meinst du jetzt? Die Frage habe ich gerade beantwortet. Achso, ja, okay. Nee, ich war nur nicht ganz sicher, ob er jetzt im Hauptstream meint oder jetzt bei uns. Achso. Deswegen wollte ich da nochmal nachfragen. Achso, ich habe jetzt gedacht, weil es so ein bisschen umsehen geht, weil es so ausfieht. Ey, weil ich meine im Hauptstream sind ja auch immer noch 4457 Leute. Achso, ja, das ist natürlich eine berechtigte Einwand. Jetzt daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir hier auch mit Twitch-Zuschauern arbeiten. Aber ja, meine Erklärung funktioniert ja so, dass in Amerika es gerade nachts ist und dementsprechend sind wahrscheinlich viele schlafen. Genau. Genau. Ja, aber gute Einwand zu machen. Habe ich als Gase gar nicht gedacht. Also, Domskip, falls du unsere Zuschauer jetzt hier meinst, also die Twitch-Zuschauer von German Tree Stream oder halt vom Original-Stream dann einfach nochmal Bescheid sagen. Aber gut, im Endeffekt wird die Antwort da auch fast dieselbe sein. Bei uns ist ja jetzt gerade auch nicht die ideale Zeit. Morgenschein. Er ist mitten in der Woche ziemlich früh morgens. Und hallo, Schein. Guten Morgen. Ich möchte mich aber erst mal verabschieden, weil ich habe noch einiges Real-Life-technisches zu klären. Alles klar. Okay. Ich danke mich, dass ich dir beiwohnen durfte. Ja, ich bin auch gefreut. Und... Kommst du noch wieder, ne? Ich meine, wir sitzen ja noch fünf Stunden. Vielleicht schaust du mal an. Kommst du noch rein? Ja, really? Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, Pokémon Rise wollte jetzt zum Commentary. Kommst du jetzt, glaube ich, nicht mehr wieder, ne? Nein. Hatte ich ja richtig verstanden. Weil, ganz ehrlich, das machst du gut, Narkuri, da bin ich ein bisschen überflüssig. Okay, alles klar. Also, welch hört man nach Shining Force beim Mega Man mit dem Weser? Genau. Und, ja, dann bis später auf jeden Fall. Ciao. Also, generell ist das ja so, dass, wenn wir Shining Force Speed runen, dass wir wirklich nur eine kleine Community haben. Das heißt, jetzt, wenn zum Beispiel auch Norvary's mit seinen World Record Runs antritt, dass wir da wirklich maximal 20 Leute haben, die zuschauen auf so einem Stream. Und, dementsprechend, jetzt die Anzahl auf RPG Limit Break zu haben, selbst wenn es im Vergleich zu anderen Runs kleiner sein sollte, jetzt auch gerade wegen der Zeit, ist für uns halt immer noch ein immenser Fortschritt. Oh, ja. Wir hatten einen eigenen Marathon veranstaltet, der Shining Force Relay Race, wo wir quasi drei Shining Force direkt hintereinander gespielt haben mit drei verschiedenen Teams. Das waren also insgesamt neun Runner, die in diesem Event teilgenommen haben, inklusive mir. Ich bin für Shining Force 1 angetreten. Und da hatten wir 400 bis 700 Zuschauer gehabt. Und das war für uns einfach auch schon toll, weil 500 bis 700 ist auf jeden Fall mehr als 20 halt, ne? Oh, ja. Also, selbst wenn man jetzt hier auf dem German Restream bereits 75 sieht, ist das für uns halt auch schon eine großartige Sache. Und logischerweise die Anzahl auf dem Hauptstream ist jetzt natürlich immens für uns. Also, das ist natürlich, was wenig jetzt gerade vielleicht im Kontext des Gesamtmarathons ist, ist für uns immer noch viel. Und dementsprechend seht ihr, dass da gleich acht Leute sitzen, die zur Shining Force Speedrunning Community gehören. Mhm. Auf jeden Fall große Klasse. Äh, was würdest du schätzen, wie viele Leute insgesamt so in der Shining Force Community sind? Also in der Speedrun Community? Äh, da muss ich mir den Händen abzählen. Ähm, eigentlich sind fast alle da. Wir vermissen insgesamt vier Leute. Also, neben mir gibt's noch einen weiteren Deutschen, den Thorin Gauser, wie er schon am Anfang verzählt. Äh, der ist jetzt generell, glaube ich, gerade arbeiten. Der hat einen besten Arbeitsablauf und kann deswegen jetzt auch gerade nicht dabei sein. Ähm, dann haben wir Kiljeni, das ist noch jemand, der Shining Force 2 Speedrun und der insbesondere viel mit Glitches gearbeitet hat. Der hat sich insbesondere den Debug-Mode auf der japanischen Version angeschaut und solche Sachen wie Early Roth entdeckt. Er hat also auch viel beigetragen, auch zu den technischen Details zu Shining Force 2 und teilweise auch solche Glitch-Runs zu machen, wo man halt den Debug-Mode komplett ausnutzt, wo man Items spawnen kann. Aber das war mehr experimentell. Dann gibt's noch den lieben Care Bears. Care Bears hat jetzt auch mehr Shining Force 1 gerannt, hat auch Shining Force 1 im Marathon gerannt. Der ist jetzt leider auch nicht da, er wollte kommen, hatte auch bezahlt, aber leider sind Dinge dazwischen gekommen, deswegen ist er jetzt glaube ich nicht da. Mhm, okay. Ähm, dann haben wir noch DMC Aether, den ihr schon vorher in Seiken der Netsu 3 gesehen habt, aus Chile. Ah, okay. Der ist jetzt eventuell schlafen, weil er halt ja schon vorher schon Runs gemacht hat oder so, also ich weiß nicht, wo er gerade steckt, aber ich nehme an, dass er sich jetzt auch gerade ausruht, nachdem er seine persönlichen Höhepunkte schon hatte. Ja, und eben ich, ich gehöre noch dazu, aber bin es durch. Ja. Genau. So, an diesem Kampf ist eigentlich nichts anders als im vorherigen Kampf, deswegen habe ich da jetzt auch nicht viel gesagt. Wir haben eine Stadt einfach mal geskippt, und zwar die Stadt Ribble. Dort könnte man theoretisch den Charakter May rekrutieren, eine Zentaurin mit Bogen, mit Bogen, aber ihr werdet zunehmend sehen, dass wir nur noch einige Charaktere aufnehmen werden, die wir gezwungen sind zu nehmen, aber generell sind wir ab drei Stunden nur noch dabei, unsere Leute zu reduzieren. Das heißt, May ist absolut nicht von Interesse. Wir können die Kämpfe auch ohne sie schaffen und sie würde halt nur Zeit verbrauchen, dadurch, dass der Cursor auf sie fallen muss und sie quasi unnötige Erfahrungspunkte schluckt. Okay. Aber wir werden später nochmal zu Ribble zurückkehren, um ein wichtiges Item zu holen, was wir brauchen, um einen gewissen Boss zu besiegen. Dazu dann halt eben später, wenn wir soweit sind. Seit wie vielen Jahren gibt es das RPG Limit Break? Da muss ich jetzt, bei der Frage muss ich ehrlich gesagt passen. Ich weiß es gar nicht, also ich weiß, im letzten Jahr gab es das, aber im letzten Jahr habe ich tatsächlich auch das erste Mal davon was mitbekommen. Ich bin tatsächlich selbst noch frisch, also ich habe erst 2015 April angefangen RPGs zu speedrun, also Shining Force zu speedrun. Also ich bin jetzt quasi, das ist fast mal ein Einjahresjubiläum. Das heißt, aber ich bin relativ schlecht informiert, was alles davor war und wie man sich jetzt auch RPG Limit Break sehr viel kleiner war zuvor. Ich meine, auch AGDQ und SGDQ haben sich ja jetzt über die Jahre immens entwickelt. Das war ja vorher auch nur ein kleiner Raum mit ein paar Leuten drin in den letzten Jahren. Also ich sage mal so, wir sind hier gerade noch, also ihr erlebt hier noch eine Entwicklung, wo diese Marathonformate auf jeden Fall noch ständig wachsen von Jahr zu Jahr. also das ist alles noch frisch tatsächlich, diese Speedrunning-Formate und dieser Hype. Ich meine, es wurde viel auch an AGDQ und SGDQ kritisiert. Das ist alles noch so ein bisschen wie in Kinderschuhen. Das entwickelt sich noch und es balanciert sich noch so ein bisschen ein, was sind optimalen Größen, was für Spiele sollte man auf diesen Marathon zeigen. Also ihr seid da eigentlich noch dabei, diese Entwicklungen mitzubekommen, wie sich diese Speedrun-Formate entwickeln. Und Sif schreibt gerade, das RPG-Limit-Break gibt es seit letztem Jahr. Das heißt, ich habe bisher jedes gesehen. Wow. Und davor war es aber dann Crystals for Life. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir haben logischerweise mal die starken Final Fantasy-Referenzen. RPG-Limit-Break logischerweise selbst, wo es dann das erste Mal, glaube ich, in Final Fantasy 7 aufgetaucht ist, der Limit-Break-Begriff. Genau. Logischerweise ist Final Fantasy als RPG logischerweise so ein Heimathafen für sozusagen die Serie für klassische JRPGs, die wir heutzutage lieben und kennen. Genau. Auch wenn ich mir wünschen, dass endlich mal Breath of Fire Speedrun kommt beim RPG-Limit-Break. Ja, Breath of Fire hat sich in den letzten Monaten immens entwickelt. Es gab einige Breath of Fire 3 Speedruns und Breath of Fire 1 Speedruns, aber jetzt gerade auch gestalten wie El Magus, also unser deutscher RPG-Running-God, hat jetzt hier auch Breath of Fire 2 aufgegriffen und gleich im Anschluss Breath of Fire 3. Und es hat sich jetzt in den letzten Wochen eine Breath of Fire Speedrunning-Community gebildet auf Discord. Und es gibt mittlerweile mehrere Vertreter für Breath of Fire, für jedes Spiel Tatsächlich und ihr könnt einen Marathon erwarten. Im Juni gibt es ein Breath of Fire Relay Race. Wo, äh, im Juni. Im Juni. Ähm, okay. Wo wir auf jeden Fall jedes Breath of Fire bis 5, glaube ich, runnen werden. Ich selber habe auch mit Breath of Fire 2 angefangen, da bin ich aber noch am Anfang, also da bin ich noch nicht so weit und ich kann noch keine Any-Person-Zeiten äh, vorweisen. Also da ist es zufälligerweise habe ich auch ein großes Interesse an Breath of Fire tatsächlich. Auf jeden Fall, das wird jetzt definitiv in den nächsten Monaten wachsen. Ihr werdet sehr viel mehr Breath of Fire repräsentiert haben auf solchen Marathons und auch auf Streams. Das gefällt mir. Hux haltet Ausschau nach, äh, Markus, äh, Genia, Neo Slash, Shibizero, Jiseed und viele andere. Okay. Und Bowie, äh... Tatsächlich Bowie auch. Bowie arbeitet gerade an seinem Breath of Fire 4 Run. Der hat jetzt gerade casual durchgespielt und hat das jetzt auch gerade mit anderen zusammen geroutet. Das heißt, von ihm werdet ihr wahrscheinlich dann auch Breath of Fire 4 Runs erwarten dürfen. Okay. Ja, aber im Juni muss ich mir echt vormerken, weil, äh, für mich persönlich ist Breath of Fire 2 noch immer das beste Spiel aller Zeiten. Weiß nicht warum, das ist für mich natürlich auch so ein Nostalgie-Faktor, aber es war auf alle Fälle auch ganz nüchtern betrachtet ein richtig gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, da muss man halt ein bisschen intensiver mit zusammensetzen. Ja, das kommt auf jeden Fall auf uns zu. Äh, auseinandersetzen uns so. Das kommt auf jeden Fall auf uns zu. Sehr schön. Also generell, gerade wenn man RPG-Speed Runs sieht, sieht man halt häufig auch eine große Pokémon-Fraktion. Also Pokémon ist ja generell mit einem Titel auch immer vertreten, meistens auch immer Glitch-Runs. Ansonsten halt viel Final Fantasy und Chrono-Trigger sind natürlich die größten Vertreter, also die Square Ench, Square Soft, noch die Playstation-Titel noch sehr beliebt. Aber mittlerweile, wir haben auch viel Vertretung auf der Lufia-Videospiel-Reihe. Da gibt es auch einen Lufia-Marathon. Ich glaube, das ist sogar gerade auch schon im, äh, im, äh, Geschreib-Description-Bereich von dem RPG-Limit-Break offiziellen Channel. Okay. Und da ist auf jeden Fall für jede Serie mittlerweile auch schon was dabei. Mhm, okay. Gut. Oh, da scheint sich ja wirklich eine Menge zu tun. Ähm, ganz kurz zum Run zurück. Äh, hat er da eben irgendeinen Glitch oder so ausgenutzt? Das sah so aus, als wenn er durch die Berge durch ist. Oder war das vom Spiel nicht verabsichtigt? Nein, das waren, das waren quasi solche Bergfelder, die man passieren kann. Also die einzig nicht passierenen Berge sind halt diese grauen großen Dinger. Aber diese gelben Hügel sind halt nur Hügel, sagen wir mal. Aber es sind keine unpassierbaren Berge. Das war kein Glitch. Hm, okay, gut. Also... Das mache ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wir sind jetzt mittlerweile in einer der wenigen Kämpfe, wo die Sichtweite eingeschränkt ist, da ihr in einer dunklen Höhle seid. Ihr seid nun in der Höhle des Hopgoblins und der mag das so gar nicht, dass ihr hier einfach mal so reinplatzt. Und, ähm, das ist der erste Kampf, wo ihr auch den Powerring habt. Was ihr nicht mitbekommen habt, weil es sehr schwer zu sehen ist ohne Textnachrichten, ist, dass die Hexe im letzten Kampf hatte den Powerring als ein Item getragen und hat ihn dann auch gefallen gelassen. Und der Powerring ist sehr, sehr wichtig, weil der Powerring, den kann man anlegen, um mehr Angriff zu bekommen. Aber man kann ihn auch als Item nutzen, um jemanden für mehrere Runden zu boosten. Und dieser Boost ist siebzglückend größer als der Effekt, als wenn man den Item ausrüstet. Und den werden wir generell häufig auf PETA verwenden, um ihm die nötige Angriffswert zu geben, damit er alles One-Shotten kann. Also der Powerring ist sehr wichtig. Und das Problem ist, dass der Powerring aber auch kaputt gehen kann. Das heißt, wenn man ihn einmal einsetzt, erscheinen Risse. Und wenn man ihn einsetzt, wenn er schon Risse hat, dann wird das Item komplett verloren. Das heißt, man darf ihn nur einmal einsetzen und wenn Risse entstehen, muss man zu einem Schmied gehen, um ihn zu reparieren. Der Verlust des Powerrings ist sehr kritisch im Run. Das sollte generell nicht passieren bei geübten Spielern, aber man muss schon mal doppelt kontrollieren, ob da jetzt Risse entstanden sind. Ansonsten kann es doch mal passieren, dass man den Run verliert, einfach weil man nicht auf seinen Powerring geachtet hat. Mhm, okay. Den Powerring kann man aber, oder da muss ich erst mal so fragen, haben die Charaktere hier so separate Inventars oder gibt es ein großes? Jeder Charakter hat vier Inventarslots. Das heißt also, Item Management ist aber wichtig, dass man gewisse Items hin- und herschiebt. Logischweise macht man das meiste an Item Management zwischen den Kämpfen, weil man dann alle Zeiten der Welt hat. In Kämpfen schiebt auch Norberis ab und zu Heilkräuter hin und her, wenn es nötig tut. Mhm. Wir werden vielleicht auch ein paar Spielereien mit dem Speedring sehen, sobald wir ihn haben, um gewissen Charakteren in wichtigen Momenten mehr Speed zu geben, damit sie früher herankommen können. Das ist dann auch eine Manipulation der Reihenfolge. Mhm. Und mal eben auf Pokémon Rise Frage einzugehen, welches Shining Force ist denn Speedrun-Anfänger-freundlich? Das ist tatsächlich nicht super leicht zu beantworten, weil es vielleicht einen Ticken subjektiv ist, aber auf jeden Fall Shining Force 1 und 2 sind nicht die besten Kandidaten dafür. Es gibt tatsächlich, ich habe ja schon erzählt, es gibt ja eine Game Gear-Reihe, Shining Force Guiden. 1 bis 3 tatsächlich. Es gibt drei Spiele auf dem Game Gear. Und die ersten beiden Teile, Guiden 1 und 2, wurden auf der Sega CD remaked in einem Konsolenformat und diese Spiele sind generell sehr einfach, weil die Charaktere sehr viel Verteidigung bekommen, das heißt, die Risiken sind geringer und das Spiel ist auch kürzer. Ich glaube, der Weltrekord bei Shining Force CD bei dem ersten Teil liegt bei 4 Stunden und 20 Minuten vielleicht, oder 4 Stunden und 40 Minuten, das heißt, insgesamt ist Annie ein bisschen kürzer und ich meine zu behaupten, dass dadurch, dass die Charaktere ein bisschen mehr defensiver sind, dass es auch ein bisschen mehr großzügiger ist und nicht so brutal. Aber ansonsten, das schwierigste Shining Force, was, meiner Meinung nach, ist Shining Force 1, weil es noch das Unausgereifteste von all den Shining Force Teilen ist und dementsprechend auch die meisten Schwierigkeiten bringt. Damit würde ich eventuell nicht anfangen. Shining Force CD 1, äh, Shining Force CD Buch 1 ist auf jeden Fall sehr gut und hat auch kaum Wanner. Das heißt, also da ist noch relativ viel Freiraum und man könnte sich da reinarbeiten und auf einmal halt auch den Weltrekord schnappen. Ich denke mal, der Einzige, der da groß gerannt hat, war Pandolo, der auch den Mann ein bisschen ausgearbeitet hat. Ich habe tatsächlich einen Shining Force CD Run, aber das war ein Blind Race, also das habe ich einfach nur einmal gerannt, aus Spaß heraus. Meine Zeit ist bei 5 Stunden 50, also ungefähr eineinhalb Stunden langsamer, aber dementsprechend kann ich euch jetzt vielleicht ein bisschen Einblick geben, dass Shining Force CD tatsächlich relativ einfach ist. Okay. Hallo Zorgo, übrigens, schönen guten Morgen. Nein, also New Hackinator, vier Stunden sind auch nicht kurz, aber das ist halt die Natur von Shining Force, dass man hier wenig mit Glitches arbeiten kann und man das Spiel generell immer üblich durchspielen muss. Man muss alle Cutscenes durchgehen, alle Dialoge, alle Kämpfe normal schlagen, das ist die Natur von Shining Force und man sollte sich schon gut überlegen, wenn man Shining Force speedrunnen möchte, dass man hauptsächlich Spaß dabei findet, immer auf der Stelle zu adaptieren, aber kurze, effektvolle Rande sind das nicht, wo man irgendwie lustige Glitches ausführen kann oder irgendeine overpowered Mechanik ausnutzen kann. Das ist wie Shining Force tatsächlich nicht so. Ah, okay. Moment, so, eine Frage, die ich vorhin hatte, die dann im Endeffekt doch ein bisschen runtergegangen ist, deswegen hatte ich ja nach dem Inventar nochmal gefragt, diesen Power Ring, du hattest ja gesagt, man kann den einsetzen, kann man den nur auf den Charakter einsetzen, der den auch im Inventar hat oder auf alle anderen dann im Grunde auch? Es ist tatsächlich gegensätzlich, du kannst ihn nicht auf dich selbst anwenden, nur auf andere. Ah, das heißt, jemand anders muss den Power Ring tragen und dann Peter, also Zex buffen. Anders geht das gar nicht. Sonst wäre es natürlich noch sehr viel praktischer, weil dann könnte Zex den Ring ausrüsten und auf sich anwenden. Das ist tatsächlich in Shining Force 1 möglich, aber nicht mehr in Shining Force 2. Ah, okay. Ich hätte jetzt nämlich, Moment, Stimme. So, ich hoffe, mein Stimme ist soweit wieder in Ordnung. Ähm, nee, ich hatte jetzt nämlich überlegt, ob das dann ein Spiel zukostet und ob es dann nicht sinnvoller wäre, wenn jemand anderer den trägt und dann halt auf Peter beziehungsweise Zex anwendet. Aber das hat sich dann ja süße erledigt. Das muss ja von einem anderen kommen. Also wir kriegen jetzt nachher noch einen weiteren Flieger, den Luke. Und dadurch, dass er auch fliegen kann, kommt er mit Peter auch ganz gut mit. Und der wird wahrscheinlich in den, in einem Kampf wird auf jeden Fall Peter Sex boosten, um einen Boss zu erledigen. Danach wird es dann generell, glaube ich, Lock oder der Held Arbis sein. Ah, okay. Übrigens, da kam gerade eine 400 Dollar Donation rein. Cool. Moment. Ah, okay. Wird, glaube ich, jetzt nicht großartig was Interessantes noch gesagt bei der Donation. Aber 400 Dollar, das ist ja schon interessant genug. Tatsächlich hatten wir auch eine 2000 Dollar Donation für Shining Force 2. Und, wie gesagt, es konnten ja alle Charaktere benannt werden. Logischweise wurden hauptsächlich die Charaktere benannt, die auch relevant im Spiel sind. Also wir werden auch viele Charaktere nicht aufnehmen. Das heißt, deren Namen wird man auch nie sehen. Aber auf jeden Fall hat jemand eine 2000 Dollar Donation auf Shining Force angemeldet und hat dabei gleich sechs oder sieben Charaktere benannt. Das ist der Typ, der Hunger hatte, der Chester Wendys genannt hat und Lemon Taco Bell. Das ist alles sein Werk. Okay. Trick. This was like well over an hour ago. So I think it was crossing the water. Uh, upcoming trip blew my mind the first time I saw these guys do it. Rushlock. Oh yeah, Rushlock. Oh Rushlock. Also got another hundred dollars here from ECS Zero Patients. X Zero Patients. I didn't realize my two favorite dudes were playing. Zero Patients. Oh, wait. So was natürlich ganz wundervoll ist, dass hier jetzt jede Menge Donations reinkommt von unseren Zuschauern, die wir aus unseren täglichen Chats kennen. Das ist natürlich ein schönes Gemeinschaftsgefühl, dass jetzt diese Leute sich jetzt auch beteiligen durch Spenden und sich an einer guten Sache beteiligen. Das ist natürlich ein toller Dialog zwischen Streamer und Zuschauer, dass wir gemeinsam dieses Spiel genießen. Also ob ein Streamer oder Zuschauer, es ist einerlei wir sind eine große Community und das ist natürlich toll, dass hier jeder auch dabei ist. Also ich bin relativ sicher, ich habe jetzt in einem anderen Chat nicht offen vom Main Channel, ich habe jetzt nur den German Respiry Chat offen und ich bin relativ sicher, dass da zehn oder zwanzig Zuschauer gerade drinstecken, die ich persönlich alle beim Namen kenne. Ah, okay. Das ist natürlich großartig. Auf jeden Fall. Ob es mal wieder ein bisschen Update auf das Spiel zu geben. Wir sind gerade in der Stadt Polka angekommen, was von solchen Wehrwürfen populiert ist und wir sind gerade auf dem Weg zu dem Gott Volkanon, dem Vogelgott tatsächlich. Also Peter macht gerade, also Zex macht gerade eine Pilgerfahrt sozusagen zurück zu seiner Heimat und dabei sind wir gerade durch Polka durchgelaufen und haben gerade eine große Explosion miterlebt, was ein bisschen durch Bildschirmflaschen gezeigt worden ist. Und da ist jetzt gerade ein blinder Junge aus dieser Action heraus entstanden. Wer das ist, wissen wir doch nicht, aber werden wir wahrscheinlich noch bald erfahren. Auf jeden Fall, wir machen jetzt noch unseren, wir gehen jetzt noch weiter zum Königreich Bidou, den Vogelkönigreich sozusagen, um halt den großen Vogelgott suchen sozusagen und halt eben auch neue Allianzen zu schließen mit den anderen Königreichen, da wir ja frisch auf diesem Kontinent angekommen sind. Nochmal eine Information, Erinnerung für alle, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, der Charakter Peter, der in dem Spiel Sex heißt, wird derzeit vom Computer gesteuert, nicht von Norwery selbst. Das ist eine der großen Herausforderungen in diesen letzten vier, fünf Kämpfen, dass man Peter quasi nicht selbst steuern kann, denn er ist noch nicht der Gruppe beigetreten, sondern ist nur ein Begleiter. Und das bringt eigene Probleme mit sich, denn Peter funktioniert die gleiche Weise, wie die Gegner funktionieren und geht immer nur zwei Schritte pro Runde. Außer, der Gegner ist in Reichweite. Wenn der Gegner in Reichweite ist, nutzt er seine volle Bewegungsfähigkeit, um den Gegner zu erreichen. Und genau das muss man nutzen, wie man jetzt hier auch sehen kann, um Peter der Karte entlang zu ziehen. Weil logischerweise, wenn er nur zwei Schritte macht, bleibt er irgendwo hinten stecken und kommt nicht so richtig mit. Das heißt, Norwery muss genau darauf achten, wo die Gegner stehen, damit Peter quasi sozusagen rankommt und gepullt wird. Und so zieht man Peter von Gegner zu Gegner, damit er genügend Erfahrungspunkte bekommt, um halt stark genug zu sein, um am Ende die Dali-Snipes zu durchführen. Das ist tatsächlich der letzte Kampf, wo das der Fall ist, dass Peter noch vom Spiel gesteuert wird. Im nächsten Kampf wird er unserer Kontrolle überschrieben werden und das wird dann auch der Punkt sein, wo wir auch diese Snipes deutlicher in dem Spiel sehen werden. In diesem Bergkampf ist der Death Archer, hier ganz oben auf der Spitze, der Boss-Gegner. Wenn der stirbt, ist der Kampf vorbei. Okay. Du sagtest ja vorhin schon, dass später im Spiel halt hauptsächlich solche Szenarien sind, wo man den Boss töten muss. Genau. Was würdest du ungefähr sagen, so prozentual gesehen, wie viele das sind? Fast alle. Fast alle. Wirklich fast alle? Okay. Tatsächlich ist das dann so, dass sich das Spiel so ein bisschen umschifftet und wir gerade auch in der zweiten Hälfte Spiels mit immer mehr Obermotzen und Dämonen generell zu tun haben, die uns in den Weg stellen, weil ich meine, unsere originale Hauptaufgabe ist immer noch, die Prinzessin Alice von dem großen, bösen King Gallim zu befreien. Jetzt müssen wir logischerweise uns erst mal selbst neu orientieren auf diesen neuen Kontinenten, aber ihr werdet sehen, dass die Shining Force damit beschäftigt sein wird, zu versuchen, zurück zu dem Ancient Tower zu kommen, zu dem antiken Turm und das Dämonenreich zu gehen und halt die Prinzessin wieder daraus zu holen, da der König logischerweise als ihr Vater natürlich sehr besorgt ist. Mhm, okay. Und Zorgo Strategie-RPG, genau. Also was wie Final Fantasy Tactics oder Fire Emblem, damit lässt sich das am besten noch vergleichen. Genau, das ist Segas Version zu Fire Emblem. So wie schon passenderweise Segas gelungene Version muss man dazu sagen. Ja, Fantasy Star 4 zum Beispiel auch sozusagen als Gegenstück, Segas Gegenstück zu Final Fantasy bezeichnet worden ist. Genau. Also, ähm, es spielt sich aber grundlegend anders. Ich hatte am Anfang des Spiels erklärt, wie sich das unterscheidet. In Fire Emblem habt ihr es ja so, dass ihr erst mal alle eure Charaktere steuert und dann eure Runde beendet. Also quasi fast wie so ein Schatzspiel, wo ihr euren Zug macht und erst dann der Gegner dran ist. Und dadurch ist es ja euch erlaubt, gewisse Setups, gewisse Aufstellungen zu machen, bevor der Gegner überhaupt die Möglichkeit hat, einen Zug zu machen. Die in Shining Force laufen aber alle Charaktere nach, äh, kommen dran nach ihrem Speedwert. Das heißt also, dass Gegner zwischendurch immer agieren und euch immer quasi eure möglichen Strategien in die Quere kommt. Dadurch müsst ihr viel adaptieren und auf der Stelle denken, während, äh, in Fire Emblem quasi viel Vorarbeit geleistet wird. Also man muss viel davor nachdenken, bevor man agiert, wie beim Schacht, während man hier quasi auf der Stelle denkt. Das ist der große Unterschied zwischen diesen beiden Serien und, ähm, ja, man darf natürlich nicht vergessen, man kann hier die Karte frei begehen, man kann stets untersuchen, wie in Final Fantasy spielen auch, während natürlich Fire Emblem hauptsächlich in Cutscenes erklärt wird, wenn man gar keine freie Bewegung hat, außerhalb der Kämpfe. Aber da gibt es viele Unterschiede, die Shining Force nicht zu einer Kopie von Fire Emblem machen, aber eine einzigartige Spielerfahrung. Ein bester oder schlechter möchte ich hier nicht abgeben, weil das ist wieder rein subjektiv. Genau, wollte ich gerade sagen, das ist dann Geschmackssache. Genau. Ähm, und Zorgo, Wendelharz, ja, ich kenne es noch, war ein schönes Spiel. Äh, du meinst ja das für die Playstation, ne? Es gab ja irgendwann später nochmal ein, äh, na, Remake nicht, aber ein Nachfolger. Ich sag einfach mal ein Nachfolger. Aber das für die Playstation, das habe ich tatsächlich sehr gerne gespielt, zusammen mit Suikoden damals. Beide von Konami, lustigerweise. Äh, ich weiß nicht, kennst du Wendelharz noch? Packst du mich? Jaja, ich mein dich, Entschuldigung. Ich war jetzt nicht ganz sicher. Ähm, Wendelharz ist doch, glaube ich, der geistige Nachfolger von Chrono Trigger, wenn ich mich erinnere, oder bin ich da falsch? Äh, das wäre mir jetzt neu, also Wendelharz ist auch so ein Strategie-RPG, auf jeden Fall. Tatsächlich? Dann habe ich das jetzt vielleicht gerade verwechselt in mein ganz anderes Spiel. Ähm, du meinst wahrscheinlich Vagrant Story. Hä? Ich glaube, du meinst Vagrant Story. Ja, siehste, da kommt das her, dieses VA, das kam irgendwie, kam mir irgendwie bekannt vor. Ja, genau, das meine ich. Ich kenne... aber Wendelharz war halt, wie gesagt, ja, ging halt in Richtung Final Fantasy in erster Linie. Final Fantasy Tactics, meine ich, ne? Mehr in die Richtung ging es dann, so vom Stil her. Ja, das kenne ich gar nicht. Auf Anfall auch nicht. Ich bin zugegebenerweise, ich bin so ein Nintendo-Kind gewesen. Ich hatte eine Playstation, habe da auch Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, Brace of Fire 3 und 4, habe ich auch soweit gespielt. Aber tatsächlich bin ich sehr schlecht ausgestaltet, was Playstation-RPGs betrifft. Ich bin tatsächlich immer mehr zu meiner Sega Mega Drive und meiner Super Nintendo zurückgegangen, um RPGs zu spielen. Dementsprechend, ich hatte auch nie eine Playstation 2, das heißt also, ungefähr 20.000 RPGs sind bei mir vorbeigegangen. Und gerade so Richtung Wendelharz, Atelier, Tunneliko, oder Art Tunneliko und Atelier sonst was. Also ganz viele Spiele, so ein paar Serien sind mir dann doch ein bisschen unbekannt. Ah, okay. Ja gut, aber ist ja nicht verkehrt, gerade das SNS, das hatte ja auch etliche Rollenspielperlen. Ja, auf jeden Fall. Also, allein mit den Serien, die ich kenne, theoretisch könnte ich ein Spiel spielen und sofort das nächste wieder durchspielen und hätte mal wieder Bock. Also, ich habe genügend Spiele eigentlich so in meiner Bibliothek. Ah, und Sail Dragon ist auch Mega Drive und Saturnkind. Ich war erst mal Master Systemkind. Danach bin ich dann zwar zum Super Nintendo gewechselt, aber irgendwie war ich trotzdem immer als Sega-Fanboy damals. Hm. Ihr jetzt gerade sehen könnt, wir haben jetzt den Kampf ordentlich, Noborist hat den Kampf geschafft. Der war jetzt auch weiter schwer. Ich glaube, ab und zu ist man da schon mal gestorben, aber insgesamt war es jetzt kein besonders schwerer Kampf. War natürlich ein bisschen knifflig mit dem engen Weg, weil der Bergpass natürlich sehr eng ist und nur ein Charakter natürlich gepasst hat. Das heißt also, am Ende, wenn man versucht, die Bogenschützen zu snipen, hat man generell nicht viele Charaktere am Start, weil die da halt alle noch irgendwie an dieser Schlange stehen. Aber es hat ganz gut geklappt. Und wir sehen jetzt noch ein Vogelkönigreich wie Doh und ihr könnt jetzt sehen, dass diese Architektur auch ein bisschen komisch ist. Dieses Königreich ist in die Höhe gebaut, das heißt, hier gibt es mehrere Etagen und nur Vögel. Okay. Warum die so Treppen brauchen oder Stühle, weiß ich mir nicht. Aber, ja, wir nehmen jetzt mal ein bisschen so, wir sind mal ein bisschen locker, was das angeht, mit dem Interior Design hier. Das ist alles nicht sehr vogelfreundlich, sondern eher menschenfreundlich. Aber zumindest kann man halt sehen, das überstreckt sich hier über mehrere Etagen, ist in die Höhe gebaut, in einen Berg hinein. Und gleich kommt die längste Cutscene im Spiel, aka die Toilettenpause. Denn wenn man Shining for 2 Speedruns und für sechs Stunden da eingeschleust ist, dann will man natürlich irgendwo vielleicht mal eine Toilettenpause haben. Und die bietet sich jetzt an, denn der Dialog mit dem Vogelgott Volkernin ist der längste Dialog, wo man dann mal eben kurz AFK springen kann, um mal kurz sich zu entleeren oder was zu essen zu holen. Ah, was zu essen holen wäre vielleicht tatsächlich gar keine so schlechte Idee. Also jetzt wird... Ich muss nur ganz kurz nochmal was gucken. Wild Arms morgen. Da. Wild Arms Trial Version. Kann ich dir leider selber nicht sagen, ob das es mit dem Golem ist, war Zorro. Weißt du das jetzt vielleicht zufällig, ob Wild Arms Trial Version mit Golems ist? Golem Gegner, die sind ja relativ gängig. Ich habe Wild Arms tatsächlich gespielt, das erste. Aber ich würde das, glaube ich, auch gerade nur schätzen. Also das wäre auch eher ein Zufall, der Treffer. Das ist... Da mache ich jetzt mal keine Aussage tatsächlich. Okay, alles klar. Hätte sein können, dass wir Glück haben und du das zufällig weißt. Auf jeden Fall sieht man jetzt hier den großen Gott, der über diese Statue, über diesen Schrein spricht. Mhm. Und Vulcanon ist tatsächlich sehr böse mit uns. Insbesondere mit den Leuten von Grand Seal, weil sie halt diese Siegel gebrochen haben, diese Edelsteine entwendet haben und dieses große demonische Unheil über die Welt gebracht haben. Und dementsprechend ist Vulcanon sehr sauer mit uns und versagt uns seine göttliche Kraft. Das heißt, wir sind hier relativ fruchtlos in dem Versuch mit ihm ein libimatisches Verhältnis hier einzugehen. Der Tremot ist so ein bisschen rum. Peter versucht ihn zu... Sex versucht ihn zu beschwichtigen, aber er sagt halt, alle Bodenwesen sind verantwortlich für dieses Unheil und müssen jetzt nur die Konsequenzen tragen. Obwohl Vulcanon als Gott halt relativ viel Macht hätte, auch die Dämonen niederzuweizen. Und ich habe vorhin von einer kleinen Explosion gesprochen, aus dem so ein Blinder herausgegangen ist. Das war tatsächlich die Macht von Vulcanon, der einen Dämonangriff mit seiner göttlichen Macht abgewehrt hat, diese Explosion. Das heißt, die Dämonen, die Bido angegriffen haben, sind jetzt schon alle futsch. Und jetzt seht ihr die Nachricht, dass Peter nun offiziell oder Sex offiziell der Shining Force beigetreten ist und ab dem Punkt könnt ihr ihn jetzt nun auch steuern und jetzt wird sich das Spiel grundlegend verändern. Ah, okay. Und ab jetzt kommen jetzt die nächsten zwei Kämpfe sind jetzt auch schon direkt Snipes. Es ist sehr wichtig, hier jetzt mit dem Vogelkönig zu reden, das wird gerne mal vergessen. Man rennt dann den ganzen Berg runter und merkt, ach Mist, ich muss mit dem sprechen, rennt wieder hoch. Das ist dann auch mal zwei Minuten Zeitverlust und war schon mal gängig, schon mal ein Problem, wo die Leute einfach mal das Ansprechen vergessen. Okay, das ist natürlich sehr ärgerlich dann. Ja, also das sind so die Kleinigkeiten, die man mal gerne vergisst, weil es halt so, an sich so unwichtig ist. Besonders ärgerlich wäre es dann, wenn man im Endeffekt dadurch zwei Minuten verliert und dann eine Minute oder so am Weltrekord vorbeispielt hat. Ja, auf jeden Fall. Also diese Momente gab es auf jeden Fall schon mal, dass man definitiv eine sehr gute oder sogar den Weltrekord haben könnte und man eigentlich die Zeit irgendwie so ein bisschen vereiert hat. So, jetzt sehen wir, dass wir jetzt weitere Dämonen hier in Polkern mittlerweile, Polkern, die Vugeleinheiten sind leider schnell vernichtet, die Soldaten sind anscheinend nicht sehr stark und da ist unser Freund, ich weiß wie viel er heißt, aber im Original heißt der Gehalt. Das ist unsere deutsche Vertretung in dem Spiel mit diesem kleinen Federhütchen da. Unser kleiner, also sieht es schon so ein bisschen aus, als würde er also gerade auch sein Kampfspite, also seine Kampfgrafik sieht schon halt sehr aus, als würde er gerade auch vom Bierfest kommen. Joe's heißt ja, okay, Joe's ist wahrscheinlich auch wieder eine Fastfood-Kette. Ähm, ne, ich kenne den Pizza-Service Joeys, aber da fehlt dann Y noch da drin. Ich glaube Joeys ist dann eher eine Fastfood-Kette aus Amerika, weil auch der Spendant aus Amerika kommt. So, und hier gilt es, den Master Mage zu besiegen, der hier unten ist, dieser graue Kapuzenmann. Achso, der unten rechts da. Hier unten links. Genau. Achso, war da auch noch eine graue Kapuze? Okay. Und das Ding ist, hier spitzt sich das eigentlich ziemlich zu einer Treppe. Ihr seht ja da, es gibt hier oben eine Terrasse, wo einige Gegner sind, und dann geht man die Treppe runter zu den anderen Gegnern. Generell, wenn man diese Treppe überschreitet, kommen auf einmal alle Monster gleichzeitig an. Dieser Snipe ist sehr lange sehr schwierig gewesen, weil man auf einmal mit fünf Monstern zugedichtet worden ist und den Boss gar nicht mehr erreicht hat. Man kam einfach nicht ran. Das heißt, es war sehr wichtig, abzutimen, wann man genau diese Treppe betritt, also sie verlässt unten und quasi alle Gegner sozusagen triggert, damit man quasi immer noch seine wichtigen Charaktere durchkriegt und nicht zugebaut wird sozusagen von den Gegnern. Das ist mittlerweile ein bisschen einfacher, wo man mehr auf Peters Angriffswert achtet und Peter den Mastermatch auch theoretisch one-shotten kann. Ob das der Fall ist, weiß ich jetzt nicht, weil ich keine Einsicht über Peters Sex Angriffswert habe. Was No Worries generell bei seinen Runts macht, ist, er hat immer einen Notizzettel dabei, wo er sich aufschreibt, wie viel Angriff Peter Sex eigentlich bekommen hat, um halt genau abzuschätzen, genau zu wissen, zu welchen Zeitungen er wie viel Angriff hat und wie viel Angriff er braucht, um halt diese One-Shots zu machen. No Worries macht sogar noch Notiz, wie oft ausgewichen wurde, um nochmal einen besseren Einblick zu kriegen, warum er Zeit verloren hat. Also er ist da schon sehr technisch dabei, alles auch zu notieren und aufzuschreiben, damit er halt genausten Einblick hat über seine Einheiten. Das ist auf jeden Fall eine Mühe, die ich denke, dass die belohnt ist, dass er diesen Einblick hat und nicht auf die Statusbildschirme gucken muss und somit theoretisch Zeit verliert. Mhm, okay. Er sagt, Kurion schreibt gerade, ich meine, das wäre eine Brezelkette. Kann ich jetzt weder bestätigen noch dementieren? Aber das wäre immer ganz interessant, wenn das tatsächlich so eine Brezelkette wäre. Es würde auf jeden Fall zu Gerhard passen als Charakter und wir wissen machen, warum er das gemacht hat. Mhm. Wir betreten jetzt hier die Treppe und wenn Peter hat jetzt nochmal zwei Angriffe bekommen, auf jeden Fall nochmal sehr gut, mit Level 16 ist er auf jeden Fall gut dabei und wenn, das weiß ich jetzt selbst nicht, aber wenn Peter genügend Angriff hat, werden wir wahrscheinlich sehen, dass er ausschließlich mit Peter darunter fliegt und die Master Mage einfach anhaut, anstatt dass er mit der gesamten Gruppe darunter geht. Also, Lock ist jetzt da unten schon angekommen, das heißt also, die Gegner werden jetzt schon angelaufen kommen und gepullt werden, damit Peter gleich einen freien Shot auf ihn hat. Ah, der Master Mage ist aber leider weggegangen, das sieht kritisch aus, das heißt, die Gegner werden jetzt erstmal ein bisschen schwärmen. Er muss auf jeden Fall abwarten, bis der Master Mage wieder näher drankommt. Ich war auf jeden Fall nicht so glücklich. Es wäre halt sehr gut gewesen, wenn Lock in der Reichweite gewesen wäre, weil dann hätte der Mage sofort angegriffen, wo wir jetzt direkt an der Treppe stehen, was natürlich optimal wäre. Aiden. Nun, wie ihr sehen könnt, er hat viele Gegner ignoriert, die greifen jetzt sogar teilweise schon von hinten an. So, jetzt boostet er, das ist die erste Instance, wo er jetzt mit Slade, äh, mit Lock, äh, Sex boostet, mit dem Power Ring. Das sieht man leider nicht so gut, aber das Item hat er gerade eingesetzt und jetzt ist Sex geboostet. Jetzt hat er auch gerade gesehen, dass er kurz den Statusbild schon gecheckt hat, um zu gucken, ob der Power Ring jetzt Risse hat und geht jetzt mit Peter quasi runter, um den Master Mage zu, äh, entgegenzukommen. Hm, okay. Ähm, du sagtest ja eben, dass die teilweise von hinten schon angreifen die Gegner. Ich denke mal, das gibt dann auch, äh, taktische Boni oder Vorteile oder dergleichen, ne? Nein, tatsächlich ist das so, dass die, äh, Richtung, ob diese Leute angreifen nicht wichtig ist, da die Charaktere auch in keine Richtung gucken. Sie gucken immer quasi nach unten. Das heißt, das existiert in der Spiellogik gar nicht, dass ein Charakter in eine Richtung guckt. Ach so, okay. Hier gucken sie alle immer nach unten, sozusagen. Das gibt's nicht. Das einzige taktische, was mit der Umgebung und auch Angriffsrichtung zu tun hat, ist Land-Effekt. Das habe ich vergessen noch zu erwähnen. Ähm, ihr habt vielleicht oben in der Ecke, habt ihr einen Kasten gesehen, wo Land-Effekt steht mit einer Prozentzahl. Und diese Prozentzahl ist eine, ist ein Boost zu eurer Verteidigung. Das heißt, wenn ihr im Wald steht, kriegt ihr 15% mehr auf eurer Verteidigung, als wenn ihr zum Beispiel offen auf der Straße steht, wo halt 0% Verteidigungsbonus kommt. Das ist etwas, was taktische Tiefe gibt, wo man quasi die Umgebung nutzen kann, um sich ein bisschen sicherer zu positionieren. Und ansonsten, Bewegung wird tatsächlich nicht, also viele denken immer, Land-Effekt ist auch der Grund, warum manche Leute schneller oder langsamer laufen können oder weiterlaufen können. Das werden wir jetzt gleich in den übernächsten Kampf sehen, wo wir in eine Wüste kommen. und alle Charaktere nur noch zwei Schritte gehen können. Es hat aber nichts mit dem Land-Effekt zu tun. Bewegung ist tatsächlich von der Charakterklasse definiert. Das heißt, gewisse Charakterklassen, wie Warrior oder Priester, können halt durch Wüstenfelder nur sehr limitiert laufen, während logischerweise die Flugklassen freie Bewegung haben. Also, nicht alles ist vom Land-Effekt definiert, auch vieles auch über die Spieler-Klasse. Da darf man jetzt keine falsche Annahme machen. Auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, der Sniper lief sehr gut. Peter hat den Master Mage gewoneshottet und der Bürgermeister, den ihr da oben links sieht, in grün, ist ein ziemlicher Waschlappen, der hatte die ganze Zeit Angst und wollte, will euch jetzt diesen blinden Mann andrehen. Also, er will nichts mit diesem blinden Mann zu tun haben. Ihr als Held seid natürlich gut mutig genug gegen den blinden Mann mitzunehmen, obwohl es keinen Sinn macht. Okay. Weil, theoretisch, das, was ihr macht, ist sehr gefährlich und Blinde haben da vielleicht nichts zu suchen. Auf jeden Fall, er präsentiert sich als Ottler und wird euch nun ein bisschen begleiten. Aber, was ihr noch aus dem Bürgermeister herausgeschlagen habt, ist ein Floß oder ein Boot. Mehr Floß. Oh, na Mann. Mehr Floß. Hat ein Segel, aber ist eher flach. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt, dadurch, dass ihr dieses Floß herausgeschlagen habt, auch auf Anlass von dem Vogelkönig, könnt ihr jetzt nun nach Hassan reisen. Und, theoretisch, seid ihr jetzt immer noch, nachdem ihr jetzt Vulkanen besucht habt, auf der Quest sozusagen zurück nach Grand Seal zu kommen, um halt die Prinzessin zu befreien. Unabhängig davon, dass ihr eigentlich auch alle ziemlich schwach seid. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt diesen Fluss entlang reiten und ein neues Areal im Spiel betreten. Insbesondere die Stadt Hassan. Und jetzt werden wir einen der größten oder einer der ikonischsten Kämpfe aus der Shining Force 2 Welt sehen, woran bestimmt viele Kinderherzen gestorben sind. Und zwar werden wir jetzt ganz böse angegriffen. Und was könnte es anderes sein, als ein Kraken? Mit vielen, vielen Armen. Das ist einer der schwersten Kämpfe im frühen Spiel, wo man bestimmt, wenn man keine gute gelevelten Charaktere hat oder keine guten Strategien generell sehr schnell stirbt. Also ich würde behaupten, dass fast jeder Charakter hier von jedem Arm mit zwei Schlägen stirbt. Das heißt also, man kann sich kaum auf Konfrontation einlassen, wenn man einmal getroffen ist, muss man sich bereits zurückziehen, weil der nächste Treffer tödlich wäre. Und wie ihr jetzt bereits seht, er fliegt mit den beiden Fliegern bereits nach oben, während die anderen unten auf dem Floß verbleiben. Und er wird einfach direkt den Kopf angreifen und mit Peter einfach wieder snipen. Also das ist auch einer der Kämpfe, die komplett trivialisiert sind durch die Snipestrategien, wo er jetzt quasi Luke auch das Langschwert gegeben hat und auch den Power Ring, damit er da ein bisschen aushelfen kann. Also Luke wird jetzt Peter boosten und dann vielleicht auch nochmal selbst mit dem Langschwert draufhauen. Abhängig davon, wie viel Angriffswert Peter hat, äh, Zex hat, sorry. Kann P- Zex, es ist einfach zu sehr schön, wir haben so viel über Peter gesprochen, dass das einfach nicht automatisch geht. Eventuell kann Zex ihn auch halt mit zwei Schlägen besiegen, ohne dass Luke aushelfen muss. Oder er heißt jetzt Five Guys. So, hier kommt der Boost von Five Guys, ja. Wurde jetzt geboostet und Zex würde jetzt einfach direkt gleich angreifen und die anderen Einheiten verweilen nur auf dem Floß und stehen aber sicher, weil die Krakenarme können nicht über Range angreifen. Zumindest nicht dieser Typ von... Er hat jetzt wieder geguckt, ob der Power Ring gekrackt ist, also kaputt ist, rüstet jetzt den Speed Ring aus, damit Zex schneller drankommt und dass er nicht möglicherweise zweimal angegriffen wird. Wie er gesehen hat, hat Zex extrem viel Schaden am Krankenkopf gemacht und es ist möglich, dass er schon in zwei Schlägen den Krankenkopf tötet. Also er hat jetzt nur noch 12 AP von 35 runter, das heißt 23 Schaden hat Zex gemacht und dadurch dass er den Speed Ring ausgerüstet hat, ist Zex sofort wieder dran gekommen und haut ihn einfach weg. Zack. Und das war ein erfolgreicher Snipe mit Power Boosting und Speed Boosting hat er alle Mechaniken ausgenutzt, um seine Wogen positiv auszuglätten, dass er diesen Snipe erfolgreich hinbekommt und das hat er sehr gut gemacht. Mhm, okay. Wollte ich jetzt, bevor du es erklärt hast, auch schon fragen, ob das technisch gesehen halt auch wieder so ein Boss Battle ist, also wo man halt nur einen Gegner töten muss, aber das hatte sich dann ja geklärt. Ja, und das war auch einer dieser besonderen Bosse, die zweimal pro Runde angreifen. Das heißt, er kann seinen Zex auch mal einfach mal killen, obwohl für Zex braucht er generell drei an, nach der Theorie. Also, wenn er dann seine Doppelrunde bekommt, ist Zex nicht automatisch tot, aber es wird halt sehr schnell kritisch und wenn man Zex halt verliert, muss man sofort sich wieder raus teleportieren und den Kampf neu machen, weil ohne den Phönix geht nichts. Also, alles, was wir machen, hängt jetzt von diesem Phönix ab. Wir werden jetzt noch zwei weitere Kämpfe haben, wo man alle Gegner besiegen muss, aber dann werden auch schon bald bei diesen Kämpfen sein, die allein von Zex, den Phönix allein bestimmt werden. Wir kommen jetzt, wir sind jetzt quasi noch vier Kämpfe entfernt von der, von dem, von dem Grind, wo sich das Spiel monumental ändern wird und wo dann auch bald die Übergabe von Norvaris zu Bowie, the Hero, äh, passieren wird. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, unser Hauptheld heißt jetzt hier Arbis, wegen der Donation Incentive, aber im Original heißt der Bowie und der zweite Wander, den wir heute haben, heißt auch Bowie. Er hat sich nämlich, sein Nickname kommt nämlich von diesem Charakter. Er liebt Shining for Svile so sehr, dass er sich schon von Anfang an schon nach diesem Charakter benannt hat. Bowie the Hero. Hero ist dann auch die Klasse, in die er dann promoviert sozusagen und da hat er also quasi schon sein, sein gesamtes, seine ganze, ganze Internet-Persona sozusagen nach diesem Charakter ausgelegt. Hat auch als Profilbild halt den Bowie-Charakter. Aber da kann man auf jeden Fall sehen, dass da, dass auch das emotionale Investment in dem Spiel auch bei diesen Runnen vorherrscht. Mhm, okay. So. Übrigens nochmal, ganz kurz auf das Joey zurückzukommen, ist wahrscheinlich abgeleitet von Trader Joe's. Ah, okay. Falls dir das was sagt. Ist so eine Fast-Sale-Supermarktkette. Ich kenne, ich kenne tatsächlich die Marke. Es gibt so ein bisschen, keine Ahnung, Knabberzeug, was ich mal bei Aldi gesehen habe. Oder so? Irgendwo. Aldi oder die 1-1-2-1. Irgendwie sowas nach Aldi. Ja, dann ist das wenigstens geklärt. Dann können wir es beiseite legen. So, das ist einer der zwei Wüstenkämpfe, die wir erleben werden. Und hier wird man auf jeden Fall sehen, dass einige Charaktere extrem eingeschränktes Movement haben. Die können sich sehr schwer durchbewegen und sind auch relativ nützlos. Und das ist zum Beispiel auch quasi, das ist einer der Gründe, warum Gerhard, also Joeys, sehr schlecht ist im Speedrun. Weil Joeys hat keine Waffe. Er ist halt ein Werwolfkämpfer, der kämpft halt mit seinen Fäusten und Krallen. Und dementsprechend braucht er viele Erfahrungspunkte, damit er viel Angriff bekommt auf seinen Level-Ups, weil er halt nur natürlichen Angriffswert hat, aber keine Waffen. Das heißt, er muss halt viel durch Level-Ups Angriff gewinnen. Aber in dem Moment, wo Joeys der Gruppe beitritt, wird er definitiv sofort mit Wüsten-Leveln konfrontiert, die sehr schlecht für ihn sind. Das heißt, wir kriegen da keine Level-Ups auf dem, weil er gar nicht hinterherkommt. Und das scheidet ihm quasi so direkt aus dem Run heraus, weil er halt nie die Erfahrungspunkte bekommt, ohne dass wir extra auf ihn aufpassen müssen, dass er hinterherkommt. Das dauert natürlich furchtbar. Ah, okay. Ja, klar. Es gibt also viele Gründe, warum gewisse Charaktere von Anfang an nicht beiseiten oder nur mitgenommen werden, solange wir müssen, weil sie halt einfach zu dem falschen Zeitpunkt der Gruppe beitreten und wir nicht gar nicht richtig trainieren können. Zum Beispiel Luke, also Five Guys auch. Five Guys ist ein mittelmäßiger bis guter Charakter, wenn man ihn ordentlich trainiert, aber ohne das zusätzliche Training ist er halt sehr schwach und dementsprechend haben wir keine Zeit, den großartig mitzunehmen, obwohl er ein Flieger ist und Flieger werden am Ende sehr, sehr wichtig sein, weil wir ja irgendwann jemanden mit Peter mitschicken müssen, um ihn zu heilen oder ihm zu boosten. Aber da wird immer ein anderer Flieger den Platz einnehmen und das werden wir dann auch sehen. Warst du ihm ganz kurz ein bisschen weg oder lag das an meinem Internet? Weiß ich nicht. Es ist jetzt mehr eine Frage an den Chat. Okay, also ich weiß es nicht, ich hab Fussenskrieg alles in Ordnung. Ja, ich mein, gut ist er jetzt, hat sich ja eh erledigt, funktioniert alles wunderbar. Was hat so für ein, zwei Sekunden weg, gerade bei mir? Wunderbar. Ja, diese Wüste-Kämpfe tröpfeln. Ja. Ich vor grad' sagen, die versuchen ganz bewusst auch die Gegner dann nach unten zu locken, damit sich selber nicht so weit bewegen sollen. Also, theoretisch müssen wir sowieso durch die gesamte Wüste, weil einige Gegner ganz rechts oben sind und die kommen da nicht so richtig raus. Aber ja, die meiste Interaktion findet dadurch statt, dass wir in die Reichweite der Gegner kommen und sie dann mit den richtigen Charakteren ranpullen. Und hier benutze ich zum Beispiel auch großzügigerweise Shag den Magier, um einfach mal einen Gegner ranzupullen, obwohl er halb daran stirbt und noch ein HP übrig. Das ist dann aber nicht mehr so wichtig, weil diese Charaktere für uns einfach auch nicht mehr wichtig sind. Das heißt, er nutzt schon seine Ressourcen, um halt die Gegner heranzuziehen, denn je eher die Monster sterben, umso weniger Zeit nehmen sie in Anspruch mit dieser Cursor-Zeit und dem Bewegen, also je schneller und so besser. Und hier sind natürlich die Flieger auch besonders gut, weil sie freien Bewegungsfreien Raum haben und quasi immer zu zweit also diese Gegner mal sofort angreifen können und dann einfach mal eine Runde wegnatzen können. Äh, da werden gerade Donations vorgelesen, aber wir können da mal kurz reinhören nebenbei. Etikett, sagt dir der Name was? Yes. Ja. Ah, okay. Ich weiß nicht, warum diese Singung-Donations immer wieder mitzuhören. Wer hat das und er sagt I did. Er sagt, however, I did not pay for your Spelling- und Grammar-Lessons, Mr. Impulse. I would like to point out that in that however, he left out the W himself. Shoutouts to however, clutch. Hehehe. Auf alle Fälle eine sehr lustige Truppe, die da sitzt. Das muss man ja mal sagen. Ja, ich... Alles gute, Freunde. Also, ähm... Deswegen ist es natürlich immer ein bisschen schmerzlich, wenn man nicht dabei sein kann. Wir haben sicherlich eine gute Woche dort. Aber, ähm... Das ist auf jeden Fall ein lustiger Trupp. Wir haben auch immer viel Spaß. Ähm... Demonic Impulse ist ein Name, den ich kenne. Kitty Cat ist jemand, der Interesse gefunden hat Shining Force to Speedrun. Also, es sind definitiv Sie kann da jede, jede Menge Namen durch, die man auch persönlich aus dem Chat kennt. Hm, okay. Denn wenn ich nicht gerade streame, bin ich auch häufig dann immer bei anderen Shining Force Speedrunners mit drin. Hm. Oh, mein Twink liegt da raus. Ich habe 10 Dollar hier von Kiliani. Good luck, choosing this over sleep right now. Also glad Slade got named Locke. Kiliani ist einer unserer Speedrunner. Ach so. Kiliani ist Teil unserer Community. Ach so. Von denen ich erzählt habe, die nicht da sind. Ah, okay. Kiliani ist so viel für einer davon. Na gut, ich muss mir die Namen erst ein bisschen aneignen, damit wir merken können. Ja, ja, eben. Kiliani ist jetzt auch gerade zu Hause und er ist ex... Er kommt auch aus Amerika. Jetzt ist... Es ist 3 Uhr morgens jetzt bei denen. Kiliani ist extra früh aufgestanden, um jetzt auch nachts wahrscheinlich vor, zwei Speedruns zu schauen und jetzt wahrscheinlich auch um zu spenden. Okay. Man, aber man merkt schon, wie viele Donations da reinkommen. Sind zwar nicht alles immer so, weiß ich, wie wahnsinnig hohe Donations, aber allein durch die Anzahl, das zeigt halt auch schon, wie zusammenhängt da die Community ist. Ja. Schöne Sache auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass wir, äh, möglicherweise mit Shining Force, jetzt ist das kein Spiel, was von unheimlich vielen Leuten geliebt wird. Also es ist auch immer sehr schwer, Shining Force in einen Marathon reinzubekommen, allein durch die Länge und auch durch die Andersartigkeit. Ich meine, wenn man jetzt den Fire Emblem, äh, Spielplan schaut, dann ist es relativ schnell technisch und auch schnell zu erklären, es werden bestimmte Sachen ausgenutzt und in Shining Force gibt halt sehr viel diesen Leerlauf, wo einfach nur Cursor Movement ist, wo man eher das Gefühl hat, da spielt das Ganze normal durch und ist nicht so zuschauerfreundlich, wie für jemanden, der Shining Force nicht kennt. Dementsprechend haben wir nur Schwierigkeiten, in den Marathon zu kommen. Aber dieser Moment beweist mir auch noch mal, wie eng verknüpft unsere Community ist und wie Zuschauer und Runner auf jeden Fall hier beteiligt sind. Mhm, okay. Und ich denke mal, das wird auch nicht ganz ohne Folgen bleiben, weil, äh, ich meine, es sind ja genug Zuschauer da, die es jetzt sehen und ich denke mal, da werden sich auch einige finden, die jetzt allein dadurch Interesse daran entwickeln. Auf jeden Fall. Das erhöht auf jeden Fall die Sichtbarkeit und hilft uns auch, wir müssen das zeigen. Wir haben auch viel Tutorial-Material erstellt, der TIE, der im Hintergrund in rot sitzt, links, der hat auch ein Shining Force 1 Guide gemacht, No Worries hat für beide Spiele-Guides gemacht, also da gibt es auf jeden Fall auch Material, wir denken drüber nach, Tutorial-Plattformen zu errichten, dafür bräuchte ich aber erst mal Zeit, das mal ein Wort zu nehmen. Auf jeden Fall, es wird viel gearbeitet, das auch anfängerfreundlicher zu machen. Ah, okay. Ähm, ich kann ja an der Stelle mal fragen, wie bist du überhaupt auf Shining Force gekommen? Du hattest vorhin, glaube ich, mal irgendwas gesagt, dass du das als Kind oder so schon gespielt hattest, ne? Ja, also Shining Force ist logischerweise, wie schon erwähnt, auch einfach eine meiner Lieblingsspiele. Ähm, gekommen bin ich darüber, meine Mutter tatsächlich, meine Mutter ist selbst begeistert, eine JRPG-Spielerin. Ich kam damals in den Genuss, dass sie sogar die Spiele aus Amerika importiert hat, wodurch ich dann früher an Final Fantasy 4 und 6 rankam, während alle anderen erst mit 7 angefangen haben. Solche Geschichten. Und sie hatte halt eben auch Shining Force gehabt und hat es auch sehr häufig gespielt. Ich habe ihr als kleines Kind zugeschaut und dann später selbst gespielt. Und seitdem ist es halt für mich halt schon immer halt eine Serie gewesen, die ich viele Jahre immer mal wieder gerne gespielt habe. Und, äh, der Schritt ist dann zu Speedrunnen, kam ultimativ durch Bowie tatsächlich. Wie ja schon gesagt, No Worries hat zwar viel innoviert und auch die Zeiten verdammt gut verbessert, aber Bowie war derjenige, der zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist mit Shining Force und allen Leuten sozusagen Mut gemacht hat, das auch als Projekt anzugreifen, weil jeder hat gewusst, okay, das ist 10 bis 16 Stunden lang, das könnte ich niemals in mein Leben integrieren oder konsequent durchführen. Aber, äh, vieles noch tatsächlich dem Beispiel gefolgt, jetzt ist die Zeit auch mittlerweile gut runtergebrochen, dass man mit 5 Stunden oder 6 Stunden nicht mehr irgendwie komplett seine Gesundheit aufs Spiel setzen muss. Und dementsprechend hat sich das jetzt alles entwickelt und seit April 2015 bin ich auch dabei, das heißt, ich habe auch mit den kürzeren Kategorien angefangen, bis ich dann irgendwann mein S Anyperson in Shining Force 2 gemacht habe und dann bin ich irgendwann zu Shining Force 1 rübergewechselt, weil ich tatsächlich Shining Force 1 noch mehr mag, also da habe ich nochmal ein bisschen mehr persönliche Liebe drin und so kam ich eigentlich dazu und das ist, glaube ich, auch die Geschichte von den meisten da tatsächlich. Aber generell ist das logischerweise alles entstanden aus einer, sagen wir mal, schon mitgebrachten Liebe für die Spiele-Serie. Mhm. Weil, äh, da muss ich sagen, das gehört meiner Meinung nach sowieso grundsätzlich dazu. Ja, auf jeden Fall. Man kann jetzt keine Speedruns von dem Spiel machen, äh, das man, ja, so mäßig findet, oder vielleicht sind da schon eine große Passion dabei sein. Auf jeden Fall. Also gerade solche längeren Spiele kannst du auch als Speedrun auch nur durchhalten, wenn du auch die Begeisterung mitbringst. So einen Anyperson in einem Wochenplan zu unterbringen ist schon sehr, sehr schwer. Ich sage immer, okay, ich möchte Samstag immer einen Anyperson machen, da habe ich zumindest den ganzen Tag frei, wo ich dann auch mal die Zeit investieren kann. Und selbst das klappt halt nur selten, weil man halt im Fakt auch noch was zu tun hat, erschöpft ist von der Woche oder so und selbst dann so ein 7, 8 Stunden, man haut einfach zu heftig rein, dass quasi solche Anyperson-Versuche relativ, äh, mit niedriger Frequenz passieren, dass man wirklich manchmal merkt, es vergehen viele Wochen zwischen den Anyperson-Runs, weil man halt anders beschäftigt war. Und logischerweise würde man das noch viel weniger tun, wenn man gar keine Connection zum Spiel hat. Mhm. Naja, kommen wir nochmal kurz zum Spiel zurück. Wir haben jetzt hier gerade eine kleine Story-Exposition wieder. Ähm, ihr habt jetzt auch gerade gesehen, dass der Jaws, der Gerhard, ist jetzt gerade gestorben, das interessiert uns gar nicht. Also, wie gesagt, wir interessieren uns für diese Charaktere nicht. Haben jetzt aber gerade in einer alten Ruine einen alten Mann aufgegriffen, der uns erzählt, dass er einen Weg zurück nach Grants kennt. Und den Mann nehmen wir auch einfach gleich mal mit, ob er will oder nicht, und gehen gleich in die nächste Ruine, wo er uns mit seiner alten Magie uns die Türen aufmacht. Mhm. Oum Shabou, Spoh, die Tür ist auf, er konnte uns das Siegel brechen mit seiner alten Magie, wer auch immer dieser Typ ist. Logischerweise sind hier natürlich wieder böse Mobs und Giphy, was uns angreifen will. Logischerweise müssen wir hier natürlich erstmal wieder loswerden. Ihr seht, wir haben jetzt nur noch fünf Einheiten hier unten, wovon die meisten nicht mehr wichtig sind. Und Peter hat tatsächlich genügend Angriff wieder, um den Boss zu snipen, was in dem Fall der Arrow Launcher da oben ist, diese riesige, fahrende Armbrust. Und Peter wird da jetzt einfach strikt hochfliegen und ihn töten. Das ist alles sehr simpel mittlerweile. Charaktere werden da unten so ein bisschen aushalten, ausharren, aber eigentlich ist uns egal, was da unten passiert, wir müssen jetzt keine Erfahrungspunkte mehr großartig steigen oder so. Das geht einfach so. Und anscheinend wird er auch Peter nicht boosten, oder vielleicht doch? Doch, er tut es mit dem Haupthelden Abis. Boostet Peter und dann hat sich das schon und dann ist dieser Kampf nur noch eine Sache von zwei, drei Minuten. Also es ist alles dann schon recht trivial, die anderen Charaktere kommen gar nicht mehr zum Zug. Er hat wieder gecheckt, ob der Powering gebrochen ist. Sehr wichtig, damit wir sicher gehen, dass er niemals wirklich kaputt geht. Die Gegner kommen in diesen zwei Schritten Rhythmus nach und hinter uns her, aber es interessiert uns alles nicht. Also hier der Golem greift Sex an, interessiert uns auch nicht. Sex ist natürlich sehr gut gelevelt, weil wir darauf geachtet haben. Dementsprechend kratzen ihn die Attacken nicht so sehr. Jetzt fliegt er da hoch und das wär's dann eigentlich auch schon. Oh, okay. So simpel ist das und so sieht es quasi auch schon fast der Rest des Spiels aus. Nur, dass wir für die zweite Hälfte halt einen ausführlichen Grind brauchen, also die Stärke, die Peter jetzt, äh, Sex jetzt hat, müssen wir nochmal weiter auspauen. Okay, der alte Mann versucht wieder, uns die zu öffnen. Ein anscheinend alter Tunnel, der zurück zu unserer Heimatsinsel führt. Leider hat's nicht geklappt mit der Zauberei und jetzt ist er hart broken, sein Herz ist gedrochen. Super traurig ist der Kerl, ist jetzt einfach weggemarschiert und das war's. So, das war's eigentlich mit diesem Versuch. Aber, wir finden hier in dieser Ruine noch weitere Sachen, darunter eine Holz, eine Holzplatte. Das ist natürlich schon mal zutatend geil, der mag keine Holzplatten. Ähm, tatsächlich ist diese Holzplatte ein Schlüssel. die gebrauchen, um ein antikes Schwert zu bergen. Wir verpassen natürlich so ein bisschen was an Story, dadurch, dass wir quasi mit niemandem sprechen und nicht so richtig uns informieren, was eigentlich los ist. Ähm, tatsächlich ist die Rede von einem Giganten in einer Ruine, der ein altes Artefakt bewacht. Und an dieses alte Artefakt wollen wir. Das nennt sich nämlich die Karawane. Ihr werdet noch sehen, warum das die Karawane heißt. Aber halt dieser große Gigant steht davor, und bewacht das Ding. Und dieser Gigant kann nur verletzt werden durch ein bestimmtes Schwert. Und das bergen wir gerade hier, was ganz praktisch an diesem Baum liegt. Wofür wir halt diese Holzplatte brauchen. Ah, okay. So ein bisschen Spelunking, so ein bisschen Schätze bergen in diesen alten Ruinen. Und hier kriegen wir das Achilles-Schwert oder das Achilles-Sword. Hm? Ach, da war ja doch eine Schatz-Tru, die hat man schlecht gesehen. Ja, das ist im gleichen Farbton und Kontrast wie die Umgebung. Das ist, äh, ich dachte eben im ersten Moment tatsächlich, dass das Schwert da sogar noch irgendwo in der Wand versteckt ist. Nee, das war tatsächlich eine Versteckung. Aber hat er sich dann umgedacht. So, solche Story-essentiellen Gegenstände sind, äh, nicht so doof versteckt. Okay. Gott sei Dank. Wäre doch schon bestimmt ein Frustlevel, wenn sowas Wichtiges versteckt wird und man nur rumrennt. Gerade, weil die Welt auch gerade so offen ist. Man kann jetzt mittlerweile in vier verschiedene Städte rein, man kann für zehn Minuten in einem Kreis rennen. Also, die Welt mittlerweile ist schon relativ groß. Man kann viel erkunden und viel finden. Jetzt seht ihr wieder, dass er wieder resettet und auf die Plus-4 auf die Power Potion würfelt, sozusagen. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ähm, dieses Spiel wird mit dem Turbo-Modus gespielt. Das ist quasi ein In-Game-Cheat, der schon integriert ist im Spiel und dafür sorgt, dass der Cursor sich schneller bewegt und dass die Texte schneller fließen, was den gesamten Run um, glaube ich, eine Stunde und zehn Minuten verkürzt. Normalerweise ist es ja so, dass Sheets als solche kritisch zu betrachten sind. Normalerweise spielt man Spiel nicht mit Sheets, sondern so, wie es gedacht ist. Dadurch, dass aber dieser Turbo-Cheat keinerlei Auswirkung auf das Spielverhältnis hat, also die Gegner sind gleich stark, du musst gleich, du musst gleichermaßen spielen, du verhältnest nichts an deinem Spiel. Nur der Text und der Cursor ist schneller. Und da haben wir uns dann quasi in der Community entschieden, okay, dieser Cheat ist absolut okay, wir sparen eine Stunde Runtime, unnötigen Warten auf Text und Cursor in unserer Zeit. Ich denke mal, damit ist dann auch jeder einverstanden gewesen und wir haben auch dementsprechend, wenn du auf speedrun.com schaust, ist quasi, unter Any% steht ein Klammern Turbo, einfach nochmal, um ganz klar, um einfach nochmal ganz klar zu differenzieren, dass wir mit Turbo-Modus spielen und das auch anerkannt haben. Jedes Mal, wenn er das Spiel neu startet, muss er diesen Cheatcode noch eingeben, was oben, unten, oben, unten, links, rechts, links, rechts, oben, rechts, unten, links, B Start ist. Das heißt, das Reset verlangt von ihm, dass er relativ flink mit den Tasten ist, was muss er alles machen, solange das Sega-Logo zu sehen ist. Das Reset ist tatsächlich sehr button-intensiv und wahrscheinlich das Technischste, was es in dem Run gibt. Weil generell macht man ja in dem Run nicht sehr viele Inputs. Man wartet relativ viel und macht eher viele mentale, strategische Entscheidungen, aber das Spiel ist nicht sehr button-intensiv. Okay. Als er eben den Code angesagt hat, dachte ich zuerst, da kommt tatsächlich der Konami-Code. Ja, sehr ähnlich. Das hätte jetzt nicht wirklich Sinn gemacht. Sehr typisch für diese Zeiten, wo man skurrilen, arbiträren Input-Codes hat, um das zu aktivieren. Genau. Genau wie der Capcom-Code. Neben dem Turbo-Cheat tauchen auch noch andere Cheats auf, wie zum Beispiel, dass man die Gegner kontrollieren kann, dass das Spiel automatisch kompliziert ist, obwohl das verbuggt ist. Diese Funktion gibt es, macht gar nichts, bis auf einige Einstellungen, die mir nicht ganz bewusst sind. Auf jeden Fall ist das sehr komisch. das war die andere Einstellung. Weiß ich es gerade nicht. Auf jeden Fall gibt es noch andere Einstellungen, die werden alle abgeschaltet. Die werden nicht genutzt und sind logischerweise auch nicht akzeptiert. Also das Spiel, die Gegner selbst steuern zu können, ist logischerweise keine Option. Also da ist, das wird natürlich nicht genutzt. Hallo, Mr. Tiger. Hallo, Tiger. Ja, jetzt haben wir hier den zweiten Wüstenkampf, was quasi der vorletzte Wüstenkampf ist. Aber das ist noch ein Kampf, wo man alle Gegner quasi besiegt. Dritten Wüstenkampf ist die Wüste bedeutend kleiner und man fliegt einfach drum rum. Also von daher ist der letzte Wüstenkampf nicht wirklich ein Wüstenkampf, wo man die Wüste nicht mehr spürt, sozusagen. So, okay. Aber hier muss man halt noch relativ viel mit den Gegnern kämpfen und man spürt noch deutlich diese Bewegungseinschränkung. Heute fliegen hier halt viele herum und die meisten haben hier immer noch mit Sex ab. Weil ich jetzt mittlerweile Level 20 geworden ist und jetzt mittlerweile entwickelt werden könnte. Wie ja schon vorher erklärt, können Charaktere, sobald sie Level 20 erreicht werden, in ihre bessere Klasse entwickelt werden. Das war in Shining Force 1 noch bei Level 10 und bei jedem anderen Shining Force ist es tatsächlich wie auf Level 10. In Shining Force 2 haben sie tatsächlich auf 20 erhöht. Wir könnten Peter jetzt Sex theoretisch entwickeln, tun wir aber noch nicht aus gewissen Grinding-Gründen. Das Ding ist nämlich, wenn Sex quasi entwickelt wird, gelten für ihn neue Erfahrungspunkte-Tabellen. Das heißt also, er ist dann quasi, seine neue Klasse ist dann wieder Level 1 und er kriegt andere Erfahrungspunkte, als wenn er nicht entwickelt wäre. Und wenn er nicht entwickelt wäre, ist, können wir noch ausnutzen, dass er noch mehr Erfahrungspunkte bekommt. Und dementsprechend lassen wir jetzt noch bis Level 28 oder so weiter trainieren im Grind, bevor wir ihn entwickeln, dann ist er wieder Level 1 und kriegt wieder volle Erfahrungspunkte. Ah, okay. Das heißt also, er wird quasi mit besseren Stats entwickelt, kriegt aber wieder die gleichen Erfahrungspunkte, weil er Level 1 ist. Also das da nutzt es ein bisschen aus, dass wir ein bisschen Vorsprung kriegen. Erzähl ich dann aber über Grinding nochmal später. Während sich jetzt hier der Wüstenkampf noch so ein bisschen vor sich hinzieht, wie ihr sehen könnt, Peter als Sex ist sehr, sehr stark, hat gerade diesen Gargoyle gewohnschottet, während die anderen Einheiten so Stück für Stück auch die anderen Gegner loswerden und danach kommt dann der besondere Taros-Kampf und dann geht es richtig ab und dann werden wir auch langsam den Wechsel der beiden Runner erleben und damit ist dann offiziell die erste Hälfte des Spiels und auch die erste Sektion des Spiels abgeschlossen. Ah, okay. Es ist tatsächlich so, dass wir noch eine zweite Kategorie haben. Ich habe ja schon von Grand Sea% gesprochen wo man quasi diese ersten sieben Kämpfe macht und dann von der Insel flieht, wenn sie explodiert. Wir haben eine zweite Kategorie, die nennt sich Taros-Percent nach dem nächsten Boss, der jetzt in dem nächsten Kampf kommen wird. Also quasi eine knappe Drei-Stunden-Kategorie, die quasi diese erste Hälfte des Spiels hat und dementsprechend auch ein bisschen einfacher ist, die quasi nicht diese Peter-Sex-Grinding und Sniping-Strategien beinhaltet, sondern mehr halt dieses normalere Gameplay und diese Taros-Percent wird sehr gerne von uns auch in Rennen gerannt. Da können dann immer sehr viele lustige Momente auftauchen, wo einer mal dann doof stirbt oder mal hinterher ist. Da ist das Rennen dann auch noch sehr lustig, weil halt noch viel passieren kann. Okay. Und natürlich auch die Länge. Also wenn man sich dann so Samstag nachmittags so ein Drei-Stunden-Wand trifft, das ist schon viel eher möglich als irgendwie fünf Leute für sechs Stunden hinzubekommen. Ja, das auf jeden Fall. Oh. Ja, also hier im Kampf gibt es nichts Besonderes zu besprechen, außer halt effizientes Niedermetze in dieser Gegner. Hm, okay. Die kommen jetzt so nach und nach kommen die auch an. Man muss relativ zügig arbeiten, diese Gegner auch loszuwerden. Ansonsten wird man auch überschwemmt von denen. Also man wird von dem Spiel auch schon gezwungen effizient vorzugehen. Man kann nicht unbedingt viele Situationen irgendwie stallen oder hinaus zögern. Oh, Peter hat leider verfehlt. Ah. Das ist jetzt mal kein Sniping-Kampf, oder? Das ist kein Sniping-Kampf, nicht, aber dadurch, dass Peter Dinge one-shotted, ist natürlich jeder seiner Misses sehr schmerzlich, weil dadurch halt ein samter Gegner noch wieder stehen bleibt, anstatt besiegt zu sein. Das heißt, jedes Mal, wenn Sex seinen Angriff verpasst, können wir eine Träne vergießen. Okay. Na, also die Ausweichsituationen, die No Worries auch in seinen Runs zählt, sind ausschließlich die, die mit Peter zusammenhängen, weil das halt die wichtigen Attacke sind. Ob nun Boss oder nicht. Ich meine, es bringt ihn jetzt in keinem Nachteil, er wird jetzt deswegen nicht sterben oder in Risiko kommen, aber so ein Dodge kann generell sofort eine Minute bedeuten tatsächlich. Das geht sehr schnell bei Shining Force, dadurch, dass der Gegner lebt, du musst ihn halt nochmal angreifen, wodurch wieder ein Kampfbildschirm erscheint, also dieser zweite Kampfbildschirm. Er hat schon wieder verfehlt. Oh mein Gott, das ist natürlich nicht gut. Jetzt musstest du ihn nochmal ein drittes Mal angreifen, ein viertes Mal angreifen und all diese Kampfbildschirme kosten natürlich sehr viel Zeit durch ihre Inszenierung ausführliche. Da darf ich auch noch einmal einfach nochmal sagen, für die Zeit ist das Spritework, also die Grafik absolut phänomenal. Also diese Kampfanimation und die Charaktere sind sehr toll ausgestaltet. Schöne, große Grafiken mit kleineren Animationen, aber wirklich sehr passend. Auch die Hintergründe sind jeweils auch ein Kunstwerk für sich. Also die Leute, die Shining Force genossen haben, haben auch insgesamt einfach auch die Grafik genossen, die generell bei Genesis und Mega Drive ja generell ein Ticken voraus war dem Super Nintendo gegenüber. Das heißt, hier hat man generell schon so ein paar Vorreiter gesehen, wie richtig schöne Spriteworks aussehen können und jetzt, wenn man sich jetzt auch Lock als diese Ratte ansieht, das hat natürlich auch so einen Charme insgesamt. Genau. Sex als dieser geskrupfte Huhn, das hat natürlich auch sehr viel Charme, das Spiel, also auch ein bisschen Individualität und Persönlichkeit. Skurilität noch mit drin, aber in einer guten Mischung auf jeden Fall. Ja. Was so die Ratern an Ausweichen und so angeht, was würdest du sagen, wie er da im Moment dasteht, also eher wenige Gegner, die ausgewichen sind bisher in dem Run oder eher viele oder hält sich das so die Waage? Das lief bisher sehr gut, also die meisten Dodges, die passierten, die meisten Ausweiche von den Gegnern, die waren bisher auch nicht kritisch, das ist nochmal viel essentieller, das nicht die wichtigen Gegner, wie zum Beispiel der Krakenkopf hätte ausweichen können, das hätte den gesamten Snipe quasi versaut, sozusagen. Es könnte also sehr gut sein, dass so, wenn du jetzt snipest, dass du auf einmal oder bei dem Arrow-Launcher zum Beispiel in der Ruine Runde, Peter wäre, in der folgenden Runde, nachdem er verpasst, den Angriff nicht hingekriegt hat, wäre dann auch gestorben, weil auf einmal drei Gegner auf dem drauf sitzen, das kann natürlich sehr kritisch sein, aber auch von der Anzahl her, die leuchtet es bisher sehr, sehr gut, also ein sehr solider Run, ähm, muss man eben schauen, ich meine, der Weltrekord für Tarus%, also für den übernächsten Kampf, aber wenn man jetzt den nächsten Kampf besiegt, liegt bei 2 Stunden und 30 Minuten, wir sind jetzt bei 2,31, soweit ich das gesehen hatte, also wir sind von, von so optimalen Pace, die wir schonen, jetzt noch 10 Minuten entfernen, also 10 Minuten langsamer sind wir jetzt mittlerweile schon, das ist aber immer noch quasi besser als die meisten Runner, so bewerkstelligen generell, also wir befinden uns hier immer noch auf einem sehr guten Niveau und das liegt auch halt einfach daran, dass die Dodges nicht so kritisch waren bisher, aber es kann sehr gut sein, wenn normalerweise, es kann immer auch sehr gut sein, dass wir einen Angriff versuchen auf einen Boss und der dann einfach ausweicht und du den Gesamtkampf wiederholen musst. Mhm, ich wollte gerade sagen, normalerweise würde ich jetzt, weil ja ungefähr die Hälfte vorbei ist, würde ich mal fragen, ob es tatsächlich noch Weltrekord werden könnte oder so, aber bei dem Spiel lässt sich das natürlich sehr schwer sagen, so wie du es eben auch schon mal wieder angedeutet hast. Ja, also wie ihr schon seht, das Estimate liegt bei 6 Stunden und 30 Minuten, während der Weltrekord bei 5 Stunden und 31 Minuten liegt, das heißt, es wurde insgesamt eine Stunde sozusagen vor diesem Optimalfall gegeben und das ist natürlich eine große Varianzzeit. Es kann sehr gut sein und auch nach dem momentanen Pacing, dass wir ungefähr bei 5 Stunden und 40 Minuten schon fertig sind, also quasi 50 Minuten bevor wir eigentlich angesetzt haben, hier fertig zu sein. Mhm. Und das kann an so vielen Traktoren liegen und das Kritische ist, dass die meisten großen Entscheider über den Worldrekord leider am Ende des Spiels liegen. Man kann wunderbar 15 Minuten im Voraus sein und die letzten drei Kämpfer hauen dich absolut in die Tonne und du verlierst 20 Minuten. Das kann sehr gut passieren. Es bleibt bis zum Ende auf jeden Fall spannend. Okay, das klingt doch schon mal gut. So, das ist der große Tavos-Kampf. Vielleicht habt ihr eben schon diesen großen blechernden Riesen gesehen, der so einen Schwertschirm so ein bisschen schwerlich in den Händen hält und diesen Kampf könnt ihr gar nicht betreten, wenn ihr gar nicht das Schwert mitbringt, weil er euch dann wieder verscheucht. Wenn ihr das Schwert aber im Inventar habt, könnt ihr diesen Kampf betreten und Taros angreifen. Und hier ist halt einer der großen Bottledex, also einer dieser Momente, wo es sehr knapp wird, weil dieser Taros ist sehr, sehr stark und greift auch zweimal pro Runde an und nur der Haltfeld Abyss kann ihn verletzen. Das heißt, er muss die ganze Zeit quasi in Kontaktreichweite stehen und ihn attackieren, während der Hauptheld angegriffen wird. Mein letzter Run in dem Spiel, da bin ich einfach mal einfach an ihm gestorben, weil er mich einfach mal zweimal pro Runde angegriffen hat und dann auch noch mal eine Doppelattacke in einer dieser Angriffe gemacht hat. kann man nichts gegen tun. Oh, okay. Das ist die Natur des Spiels. Das heißt, er wird generell versuchen, alle Gegner aus dem Weg zu räumen, die den Helden gefährden können. Hat auch einige Charaktere immer in der Nähe, die den Haupthelden heilen können, aber ansonsten muss jetzt der Hauptheld die gesamte Arbeit verrichten. Und das ist logischerweise, jede Aktion mit dem Hauptheld ist natürlich immer sehr gefährlich, weil es immer zu einem Instant Game Over führt. So wirkliche Safe-Streads gibt es dann ja auch nicht, außer halt Charaktere irgendwo dabei zu haben oder in der Nähe zu haben, der dann nur kurz ein bisschen heilen kann. Also die einzige Möglichkeit, sicherer zu spielen, ist halt, man kann im Spiel, im Kampf tatsächlich abspeichern. Wir können vor dem Angreifen von Taras können wir abspeichern und dann wird das Spiel beendet, weil das ist so eine Mitfunktion, wo man sagt, okay, du willst jetzt aufhören, okay, wir speichern natürlich das Spiel ab und dann kannst du später fortführen. Das heißt, das Spiel geht automatisch aus, aber man könnte theoretisch abspeichern und diesen Speicher so oft aufrufen, wie man möchte. Das heißt, wenn das so schlecht passiert, kannst du dann halt eben direkt vor der Konfrontation diesen Speicher mal wieder aufrufen. Aber wie du ja vielleicht eben auch schon gehört hast, da muss man die ganzen Button-Inputs einmachen, speichern und Reset dauert halt ein bisschen. Das will man natürlich im normalen Runt tut man das nicht. Ich bin gespannt, ob Norvarice jetzt vor Taras jetzt tatsächlich einmal quasi so ein Savity-Safe macht. Weil er hat wirklich keinen Einfluss darauf, ob er es schafft oder nicht. Also er wird logischerweise mit optimalen Bedingungen reingehen und auch mit optimaler Strategie rangehen, wo er ja auch ein geübter Spieler ist. Aber beyond that, es ist die Sache des Spiels, was es draus macht. Ob es jetzt ausweichen lässt oder ob es doppelte Angriffe gibt, da sind wir den A&G-Göttern ausgeliefert. Genau, die wollte ich gerade erwähnen. Also wir approachen jetzt, aber wir kommen jetzt nach Taras ran, gehen jetzt über die eine Seite einfach direkt rein und da muss der Hauptheld halt diesen 49 HP von diesem Boss niederwälzen. Und ihr werdet auch zum ersten Mal sehen, dass dieser Boss eine spezielle Attacke hat, die eine riesige A&G-Reichweite hat. Er kann, glaube ich, insgesamt 13 Einheiten auf einmal damit treffen. Das ist in dem Fall nicht schlimm, ob wir gar nicht so viele Einheiten haben und uns auch gar nicht interessieren, was die anderen Einheiten mit dem Schaden nehmen. Es muss ja nur der Hauptheld überleben. Aber da könnt ihr schon mal eine der typischen Boss-Attacken sehen, die ihr immer wieder im Spiel sehen werdet. Das Spiel ist für das Sega Genesis oder für das Sega Mega Drive in Europa. Ist aber mittlerweile auch schon auf 20.000 Sega-Compilations rausgekommen für PC, Playstation, Xbox. Auf der Wii Virtual Console könnt ihr dieses Spiel erwerben. Es gibt auf jeden Fall sehr viele billige Möglichkeiten. Das Spiel gibt es auch auf Steam für 2 oder 3 Euro. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, sogar in der Mega Genesis Mega Drive Collection dabei. Genau. In der Classic Collection. Also, man kommt sehr leicht und sehr günstig an das Spiel ran, auf eurer liebsten Konsole oder am PC. Also, mittlerweile hat sich Shining Force dann auch ein bisschen in diesen Collections durchgesetzt. Aber original kam es halt auf der Genesis oder Mega Drive raus. Ich gucke gerade in welchem Pack das drin war. Weil meist lohnt es sich tatsächlich, sich gleich so ein ganzes Pack zu holen. Hier Shining Force, Shining Force 2, Shining in the Darkness. Ja, das sind so die drei Vertreter, die auf der Genesis Mega Drive rausbekommen sind. Und alle Shining Games darauf. Dann gab es halt noch etliche in die Game Gear-Reihe, Shining Force Gaiden. Und dann hat sich die Serie eigentlich schon so ein bisschen über Sega Saturn und CD verstreut und dann generell Sega unabhängig weiterentwickelt. Die Spiele sind aber nicht mehr so gut gewesen. Dieser ständigen Game-Genre-Wechsel hat die Spielserie nicht mehr überlebt und die folgenden Shining Games nach Shining Force haben generell keine Popularität mehr genossen und damit ist die Serie leise abgestorben. Ach, schade eigentlich. Eigentlich schon. Also, ich habe damals das zwar selber nicht so wirklich gespielt, also damals gar nicht, später dann halt mal ausprobiert, aber ich habe halt viel Gutes davon gehört, auf jeden Fall. Also, es gibt insgesamt Shining Force 1, 2, die drei Guiden-Games, Shining Force CD und Shining Force 3 und das sind alle Vertreter der Strategie-Serie. Danach ist es mehr in einer Art Richtung Action-Adventure abgedriftet, oder Action-Spiele. Und das ist ja aber nicht das erste Mal, dass die Shining-Serie einen Wechsel im Game-Genre hat. Der erste Titel von Shining-Series ist ja Shining in the Darkness, was ja ein Dungeon-Crawler war. Genau. Das heißt, die Originalform war ja auch gar kein Strategiespiel, aber anscheinend der Wechsel von diesem Dungeon-Crawler zur Strategie-Variante hat sehr gut geklappt, worauf dann halt eben diese sieben Titel entstanden sind, aber der Folgewechsel von Strategie auf Action hat dann leider nicht mehr gut geklappt. Ich meine, es gibt DS-Spiele, Game Boy Advance-Spiele, es hat sich über viele Konsolen auch hingezogen, so Shining on the Holy Ark, Shining Force Exa, es gibt viele Spiele, aber das hat einfach, also da sind anscheinend die Geister geschieden, das hat vielleicht mal irgendjemand gespielt, aber so richtig teufeln das niemand mehr. Schade eigentlich. Ich hatte im Chat gerade mal den Link zu diesem Steam-Paket, also Sega Mega Drive, Genesis Classic Collection oder Classic Pack 4 reingepostet, da sind halt Shining in the Darkness und Shining Force 1 und 2 mit dabei. es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das Genesis-Gepiel nochmal aufleben möchte, diese Spiele haben auch nochmal auch Fantasy Star 4 nutzt auch nochmal den tollen Soundstab, diesen Synthesizer von Genesis ist ein Mega Drive, also da kriegt ihr auf jeden Fall jede Menge Retro-Feeling auf, wenn ihr diese Spiele spielt und sie sind auch ihr Geld wert, also generell bin ich ja der Meinung, dass viele der älteren Spiele, die heute für 1 oder 2 Euro irgendwo wegkommen, ihr Geld viel mehr wert sind als aktuelle Spiele, die manchmal echt Teilweise schon, ja. Wenn dann so die 60 Euro Retail-Spiele rauskommen und du denkst, eigentlich ist das kein Verhältnis zu den älteren Spielen, die wirklich noch ihre Qualität hatten, aber da bin ich jetzt natürlich auch mit meiner Nostalgie-Brille ein bisschen dran und mich werdet ihr leben, das ist einfach so. Aber das ist tatsächlich auch ganz nüchtern betrachtet, so meiner Meinung nach zumindest. Auch wenn einige Spiele, ich meine, ich bin ja jetzt eher so, was das angeht, nicht unbedingt Mega-Dryff-Affin, aber halt das Master-System, ich bin halt nach wie vor großer Master-System-Fan. Und wenn ich mal überlege, selbst so ein Zonic beispielsweise, das in einer halben Stunde, also ich kriege es zumindest in unter einer halben Stunde durchgespielt, es ist meiner Meinung nach trotzdem noch mehr wert als ein 60 Euro Spiel von heute, also zumindest die meisten, weil man es immer und immer wieder spielen kann. Das macht halt trotzdem immer noch Spaß. Jetzt seht ihr zum Beispiel hier, der Riese ist auch riesig im Kampfbildschirm. Er greift gleich zweimal Bowie, Abis an mit der Bolt-Attacke, also es wird schnell kritisch. Und jetzt muss der Held auf jeden Fall schnell hochgeheilt werden oder Norberis, ne, er heilt hoch auf jeden Fall von Sicherheit. Ihr seht, der Taros hat innerhalb von einer Runde zweimal angegriffen und auch Abis HP relativ schnell runtergehauen. Aber durch Item-Boost, hier Abis braucht insgesamt drei Attacken, also es dauert doch schon eine Weile, den zu besiegen, wenn man nicht gerade Peter zur Verfügung hat. Und das ist verdammt glücklich. Also normalerweise, es gibt 80% oder so, dass Taros den Haupthelden angreift. Jetzt räumt er auf einmal alle anderen Charaktere weg. Das ist sehr, sehr gut und damit ist natürlich Abis als Hauptheld sehr sicher, anstatt dass er dann halt die beiden Attacken frisst. Er geht zum Beispiel auch mit Sex näher ran, um halt einfach weiterhin sicherzustellen, dass die Möglichkeit besteht, dass der Taros auf andere rauf geht als den Haupthelden. Aber das hat sehr gut geklappt. Wir haben auch bemerkt, er hat auch nicht gespeichert, also er hat sich da sicher gefühlt. So, jetzt sehen wir hier den Rode. Rode ist auch ein alter Knacker, der sich für alte Technologie interessiert, wie man gerade sieht. Sehr aufgeregt. Und der ist gerade mal in das alte Artefaktik-Karawanen einfach mal reingeschrumpft, denn diese kleine Muschel, fahrende Muschel, schrumpft euch. Und das ist so ein bisschen diese Convenient, diese Bequemlichkeitserklärung, warum eure gesamte Armee in ein Ding passt. Das heißt, eure 20 Einheiten werden ab sofort in dieser Muschel leben. Und die wird dann einfach hinter euch hergezogen. Und das sind die Karawane. Und das ist ab sofort unsere Möglichkeit, alle Einheiten, die wir nicht mehr wollen, einfach an die Karawanen zu verstauen und gar nicht mehr in die Kämpfe mit reinzunehmen. Und deswegen werden wir jetzt auch sehen, dass wir jetzt nur noch drei Einheiten oder so mit haben und nicht mehr fünf oder sechs. Und ich glaube, Rode ist jetzt erstmal mit uns, der stellt uns die Karawane und das öffnet uns jetzt den neuen Teil des Spiels. So, jetzt haben wir quasi die Hälfte des Spiels quasi durch. Würde ich mal sagen. Ah, okay. Jetzt haben wir den ersten Teil gut geschafft. Das ist auch eben Taraus-Percent. Unser kürzerer Run ist genau hier dann zu Ende, weil halt dieser große Boss wie auch wie so ein finaler Boss ein guter Abschnitt des Spiels abschließt. Hm, okay. Man könnte es schon fast wie so ein Kapitel ansehen. Wenn das Spiel Kapitel hätte, würde das Kapitel hier enden und ein neues Kapitel würde aufgehen. Ziemlich sicher. Ah, okay. Wenn wir jetzt gerade sehen können, er packt gerade alle Einheiten weg. Also, die gehen jetzt da alle gerade rein. Die gesamte Shining Force wird aufgelöst. Das sind alles Waschlappen und die wollen wir gar nicht haben. Denn wir haben einen Phönix mit uns. Okay. Und diese Karawane ist auch in der Lage, diese Becher entlang zu fahren, diesen Stein. Und dadurch können wir jetzt in dieses neue Areal kommen. Ah, okay. was vorher nicht möglich war. Er ist jetzt ungefähr so zwölf Minuten über der Zeit gewesen, die man bei so einem Taos Run hätte an der Stelle, ne? Und der Weltrekord, ja, im Optimalfall. Ja, genau, der Weltrekord. Also, das ist... Eben. Und ich sag mal, der Weltrekord für das Endy First End, also dann quasi für das komplette Spiel, den... Ich denke mal, der wird an der Stelle auch deutlich über dem Taos gewesen sein. Auf jeden Fall. Man kann Taos-Personal logischerweise auch ein bisschen anders angehen. Dass man zum Beispiel die Power Potions auf andere Charakteren legt, weil man nicht so abhängig ist von Peter, weil man kein Endgame mehr hat. Da gibt es auf jeden Fall Optimierungen, wenn man nur Taos denkt, sozusagen. Aber ja, generell, so die Any-Person-Runs haben generell keine 2,30 bei Taos. Die sind auch generell fünf oder sechs Minuten langsamer. Also, ähm, 2,30 ist wirklich schon sehr, sehr unwahrscheinlich und sehr, sehr, sagen wir mal, steril, sozusagen, zu betrachten. Im Moment sind wir immer noch auf einem phänomenalen Pacing. Wir sind jetzt quasi... Ich hab... Mein bestes Taos ist zwei Stunden 51 Minuten, beinahe so quasi sieben Minuten hinterher. Also sind die quasi immer noch auf einem besseren Pacing, als ich es jemals geschafft habe. Okay. Also, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich fast zwei selbst immer das Beat war, ne? In den letzten Monaten. Jetzt singen sie wieder. Ich bin strong, much stronger than ever before. Ich werde diese Demons und diese Monks bis mein Team kann bleiben hinter meinen vor weit hoch in the sky in the sky to get my kill. Well, Volcanon E won't help us beat Zeon. This fight is ours and ours alone, no worries. But as long as we can grind Pete Sext level 33, he will have the necessary damage we need to get those one-hit K.O.'s and never, ever die. We'll have a Bird God of our own. Totally worth the minute to just sit there. Oh man, oh man. Oh ja, auf jeden Fall. Herzlich. Also jetzt gerade haben sie die Mainstream vom Spiel gesungen, also die, 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 die Overworld-Map sozusagen. Und haben jetzt quasi die Situation besungen, dass sie jetzt Peter grinden werden, also Sex grinden werden und einen Vogelgott, einen eigenen Vogelgott haben werden. Okay. Und da war auch schon gleich der erste Miss wieder. So, das Problem ist, grinden, logischerweise Grind-Sektionen in RPGs sind furchtbar langweilig. Man wiederholt eine Aktion und nichts passiert so richtig was. In dem Spiel ist es logischerweise immer wieder anders, weil die Gegner, diese Lesser-Demons haben eine verdammt hohe Ausweichchance und dementsprechend wird dir deine Grind-Möglichkeit ständig genommen. Es kann sehr gut sein, dass er hier mehrmals resetten muss, um die Level zu bekommen. So ein Grind kann schon mal 20 Minuten auch dauern. Und soweit ich das gehört habe, wollen sie Event-Repeater, also Sex bis Level 33 sogar bringen, bevor sie ihn promoten. Wodurch sie dann aber... Da habe ich auch was gehört. ...dass die, ähm... Dadurch ebnen sie aber den Weg für den gesamten Rest des Spiels und selbst eine 20-minütige Investition jetzt in diesem Grind lohnt sich, um halt diesen zweiten Teil des Spiels erfolgreich zu schlagen und auch schneller. Weil jedes Mal, wenn man keinen One-Shot auf den Boss hinkriegt, verliert man mehrere Minuten. Das, äh, fügt sich halt schon sehr, sehr schnell zusammen. Mhm, klar. In gewisser Weise wäre das sogar eine Safe-Strat jetzt hier, die im Endeffekt tatsächlich aber auch Zeit sparen kann. Ja, also generell... Wenn man es so sehen will. Ja, der Run ist sehr viel sicherer geworden. Wenn wir uns jetzt gleich in den nächsten Kämpfen begegnen, kann ich euch einige Geschichten erzählen, wie hardcore eigentlich diese Kämpfer waren. Sie waren teilweise unmöglich, haben fast alle Runs zum Scheitern gebracht und waren unheimlich schwer, weil wir halt alle noch nicht diesen, äh, den Peter gegrindet haben und nicht so richtig verwendet haben oder nicht zur vollen Möglichkeit verwendet haben. Okay. Das, äh... Ich hatte... Achso. Hm? Nein, nein, sag durch. Sag durch. Nee, ich hatte, äh, im Chat so ein paar Sachen, die ich dann noch vorlesen wollte, aber... Ja. Äh, wenn es jetzt irgendwas gerade ist zum Spiel, dann hat das natürlich Vorrang. Nein, im Moment kann ich nichts sagen, außer dass jetzt quasi, das ist, das, dieser Kampf hier, den ihr gerade seht, ist ein Bonus-Kampf. Das ist ein geheimer Kampf, der gehört gar nicht zum Spiel dazu und den muss man gar nicht abschließen. Und dieser Bonus-Kampf besteht aus besonders starken Gegnern, die normalerweise erst im Endgame auftreten. Dementsprechend sind sie aber wunderbar geeignet, um zu leveln, weil sie immer 49 Erfahrungspunkte bringen, wodurch 10 Level aufsteigen relativ schnell geht. Das sind also insgesamt 20 Attacken sozusagen. Und das ist dann doch relativ schnell geschafft innerhalb von 10 bis 15 Minuten, wenn es gut läuft. Und das ist halt dieser Bonus-Kampf. Ihr seht da unten links auch eine Zeit, die hoch zählt und eigentlich ja keine Relevanz hat. Das heißt, ihr könnt diesen... Vom Spieldesigner war es ausgelegt, dass man diesen Level speedrunnt. Wie schnell kriegst du diesen Bonus-Level hin? Das ist also eine reine Spielerei von den Entwicklern. Aber wir benutzen das jetzt konkret im Kampf, um halt jetzt Peter zu leveln. No worries hat es auch festgestellt, dass sein Power-Ring gecrackt ist, also muss er jetzt auch gehen und ihn reparieren. oder er benutzt genau dazu passt... Oder so, ja. Genau, dazu passt aber auch die eine Aussage von Cell Dragon. In der Caravan ist übrigens auch was Lustiges mit den Ringen... Ist übrigens auch was Lustiges mit den Ringen möglich. Die werden repariert, wenn sie kaputt sind, wenn man diese kurz reinpackt. Genau, das hat du jetzt in No worries gerade gemacht. Also normalerweise gehst du jetzt zu einem Schmied oder einem Item-Händler. Tatsächlich kann auch der Kräuterverkäufer dir das reparieren. Okay. Gehst normalerweise dahin und er repariert dir das hier läppische 375 Gold oder welches Shining-Vorspiel das auch immer ist. Tatsächlich gibt es aber einen Bug, dass Items, die in der Caravan abgespeichert werden, also gestort werden in der Bank, die Items besitzen keinen Bruchwert. Das heißt, dadurch, dass dieser Speicherwert für ist das Item gebrochen oder nicht nicht existiert, wird er automatisch heile gesetzt. Und dementsprechend... Aber ich wollte gerade sagen, ganz oft den Standard dann quasi. Genau. Dann müssen wir einfach wieder raus und dann ist er repariert. Sehr praktisch für diesen Moment. Ah, okay. Um den einfach mal schnell zu reparieren, ohne Geld zu verlieren oder die langen Händler-Dialoge durchklicken zu müssen. Hm, okay. Das ist natürlich praktisch. Und was war das andere jetzt noch? Achso. Ja, der Donska hatte noch gefragt, ob man durch Speedrun Geld verdienen kann oder ob das eher ein Hobby ist. Also für die, ich sag mal, für 95 Prozent, wenn ich sogar höre, wird es immer ein Hobby bleiben. Es gibt so ein paar einzelne Speedrunner, mir fällt da ganz spontan mal Tri-Hacks ein, die können davon tatsächlich leben, würde ich mal behaupten. Aber für die meisten Leute, es ist einfach ein Hobby. Speedrunning und Speedrunning ist auch sehr unterschiedlich. Also Speedrunning kann man als Gesamtes so nicht fassen, weil es kommt halt hauptsächlich darauf an, was für ein Spiel man macht. Das heißt, es ist euch ja bestimmt bekannt, dass solche Leute wie League of Legends Runner, äh, Runner, Spieler, logischerweise relativ leichter Zugang finden, weil League of Legends ein beliebtes Thema ist. Und das gleiche gilt auch für Speedruns, dass wenn ihr zum Beispiel ein Mario Spiel runnt oder insbesondere Zelda Ocarina of Time, ist quasi das Spiel, was am meisten Popularität hat. Alle lieben Ocarina of Time. Und wenn ihr ein Ocarina of Time Speedrunner seid, habt ihr auch das Potenzial, sehr stark zu wachsen. Wenn ihr natürlich unterhalten seid und eine regelmäßige Streaming-Schedule habt, also wenn ihr irgendwie Streaming zum Hauptberuf machen wollt und jeden Tag streamt, dann habt ihr mit solchen Spielen wie Ocarina of Time mehr Chancen zu wachsen als zum Beispiel mit Shining Force. Mit Shining Force werdet ihr nie Geld verdienen. Das kennen nicht genug Leute, das interessiert nicht genug Leute und ihr werdet immer ein Nischen-Stream sozusagen sein. Aber zum Beispiel jetzt Tryhacks mit Yoshi's Island war sehr beliebt. Genauso wie halt auch Cosmo halt jetzt, die jetzt ja Narcissa heißt. Wir haben natürlich mit Ocarina of Time Windmaker, Zelda Windmaker natürlich auch Spiele gespielt, die unheimlich beliebt waren und waren auch in gewisser Weise Pioniere in der Screenrunning- Speedrunning-Community. Und Tryhacks macht heutzutage hauptsächlich sein Geld dadurch, dass er halt eben Mario Maker zum Beispiel streamt, was heutzutage auch sehr beliebt ist. Und auch andere Speedrunner, die vorher ausschließlich Speedruns gemacht haben, spielen heutzutage viele Let's Plays von berühmten Nintendo-Spielen zum Beispiel. Also Mario Maker halt ist ein großes Beispiel. Oder halt aktuelle Dark Souls 3 zum Beispiel. Genau. Dass viele dann einfach Dark Souls dann auch spielen und dadurch dann auch an Bekanntheit gewinnen und damit ihren Stream auch ausbauen. Das schafft man in Shining 4 schafft man das nicht. Eben, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Also Dark Souls ist zum Beispiel auch eine Community, die riesig groß ist. Wenn ihr auf Speedruns.live Speedruns.live.com schaut, werdet ihr sehen, dass es da einige Dark Souls 2 oder Dark Souls 3 Streams gibt, die haben auch für sich selbst eine Person allein 4000 Viewer. Und das liegt einfach daran, dass die Person ist natürlich auch unterhaltend und auch gut, aber es liegt halt auch daran, dass Dark Souls heutzutage ein großes Thema ist. Genau. Wobei man allerdings auch sagen muss, gerade bei diesen großen Titeln ist natürlich die Konkurrenz dann auch dementsprechend groß. Selbstverständlich, ja. Und da muss man dann, da kann man sich nicht einfach nur auf das Spiel verlassen, da muss man selber halt auch eine gute Persönlichkeit haben, man muss es gut rüberbringen, man muss unterhaltsam sein, ansonsten kann man es gleich vergessen. Und ich würde tatsächlich mal sagen, dass ein ganz großer Teil der Leute, die da wirklich rangehen, um Geld zu verdienen, die sind nach zwei, drei Monaten wieder komplett weg. Ja. Außer sie bringen halt den Unterhaltungsfaktor mit und wissen auch einfach, was sie mitbringen müssen, um halt auch Qualität oder Unterhaltungswert zu liefern. Man ist als Streamer, ist man dann in dem Fall ein Entertainer und da muss man auch gewisse Attribute mitbringen. Also, ähm, solche Leute wie Trialhacks verstehen sich auch darauf, dann auch mit den Leuten zu kommunizieren, viel Spaß zu haben und solche Sachen. Mhm. Ich würde es aber wirklich tatsächlich immer als Hobby starten. Wenn man nachher merkt, man ist gut genug und, äh, kann, ja, dann kann man mal versuchen, damit Geld zu machen. Klar, steht ja jedem frei, aber ich würde es wirklich als Hobby einfach starten. Ohne, weiß ich, was für große Erwartungen. Haha. Es wurde gerade gefragt, ist Twitch wie mein Ausbildungsberuf? Tatsächlich würde ich argumentieren, dass dadurch, dass, äh, die Videoformate wie YouTube und Twitch mittlerweile populärer sind, dass das tatsächlich mittlerweile viel mehr Relevanz für die Industrie hat. Ich meine, gerade jetzt auch im Indie-Markt, wenn jetzt irgendwelche neuen Spiele rauskommen, kann man sich sehr schwer durchsetzen, weil die Sichtbarkeit einfach ring ist. Man ist ein Spiel von tausenden, die durch Scream Greenlight wollen. Und mittlerweile wird sehr, sehr viel Geld bezahlt, dass Twitch-Streamer und YouTube-Kanäle dein Spiel sozusagen, äh, zeigen. Und ich kenne auch Geschichten von Indie-Spielen, die gesagt haben, ja, mein Spiel habe ich entwickelt, ich bin total stolz drauf, es hat fünf Jahre gedauert, das zu entwickeln, hat sich auch nur 25 Mal verkauft. Dann hat ein YouTube-Streamer das mal einfach mal gezeigt und schwupps hat er 10.000 Verkäufe gehabt. Also der Markt für Video, für Let's Plays und Streaming von Spielen ist definitiv so gewachsen, dass man sagen könnte, es wäre sogar eigentlich schon eine Perspektive, das zu einem Beruf zu machen. Und dazu gehört natürlich auch schon Hintergrundwissen. Das macht man nicht aus dem Bauch heraus. Genau. Also ich finde das eigentlich ganz lustig. Man muss aber auch immer sehen, dass YouTube und Twitch, das sind halt sehr schnell, wie Gebranchen. und man sollte es, wenn überhaupt, nur als zweites Standbein haben. Oder man sollte zumindest ein zweites Standbein irgendwo sich noch angeeignet haben. Aktuell zumindest. In zehn Jahren kann schon wieder ganz anders aussehen, aber komplett drauf verlassen, würde ich mich niemals. Ich meine, ich persönlich bin Gamer, ja. Ich verbringe meine meiste Freizeit mit Spielen, also zu einem Punkt, wo andere sagen, das wäre ungesund. Ich spiele, ich kenne viele Rollenspiele, ich genieße das, wenn ich abends noch Hause komme von der Uni, halt die ganze Zeit zu zocken, anstatt irgendwas anderes zu machen. Aber ich weiß für mich selber, ich könnte das nicht zum Beruf machen, weil dann würde das zum Zwang werden. Und ich sehe halt einfach einige Leute, die zum Beispiel Hearthstone streamen und die spielen das halt jeden Tag für acht bis neun Stunden. Also selbst da würde ich nicht ausbrennen, sagen. Das ist für mich kein Spiel mehr. Also das ist natürlich im anderen Kontext, im Arbeitskontext, wo man auch an Geld denken muss, versaust du dir auch in gewisser Weise das Spiel. Da muss man sich schon selbst klar machen, ob man es wirklich möchte. Ich meine, man kann sein Hobby ja zum Beruf machen, ich habe es ja auch gemacht, aber man kann sich damit auch das Hobby ganz schnell versauen. Das ist einfach so. Eine Frage, die jetzt gerade von New Hackingator reinkam ist, ob Shining Force, wenn man das Casual spielt, ob das einfach genug ist oder ob das jetzt so eine Art altes Spiel ist, was super schwer ist und eher frustriert. Shining Force ist tatsächlich sehr, sehr Casual freundlich in der Hinsicht, dass zum Beispiel ein Fire Emblem hast du permanent zu Tode. Du kannst dich falsch entscheiden aufgrund des komplexen Systems wie das Waffendreieck oder irgendwelchen Werten oder Attributen und dann stirbt dein Charakter für immer und du kannst entweder nur resetten oder halt deinen Charakter beweihen. In Shining Force kannst du deine Charaktere immer ein bisschen trainieren, falls sie zu schwach sind. Wenn ein Kampf zu schwer ist, kannst du auch einfach ein paar Level aufsteigen und dann ist der Kampf einfacher. Also Shining Force ist sehr anfängerfreundlich, wenn man es einfach so spielen möchte und nur weil es alt ist, heißt es nicht, dass es schwer ist, auch wenn es so nicht an Stellen herausfordert, was teilweise vielleicht in den heutigen Spielen vermisst wird. Aber generell würde ich nicht sagen, es wäre nicht anfängerfreundlich und jeder kann da viel Spaß mit haben. Genau. Ich meine, auf den ersten Blick widerspricht das so ein bisschen deiner Aussage von vorhin, dass die ersten ein, zwei Kämpfe hier ganz schnell vorbei sein können oder dass da das Spiel ganz schnell vorbei sein kann. Im Speedrunning-Kontext, weil man dann testiert. Stimmt, das war ja im Speedrun-Kontext. Wenn man nicht versucht, schnell zu sein, kann man auch sicherer spielen. Man kann den Helden immer weiter zurückstecken, andere tanken lassen, du kannst viel mehr heilen, du hast viele Heil-Items, du hast einen Heiler, du musst ja auch nicht gleich auf den Heiler verzichten, was wir hier tun. Das heißt also, im Speedrunning spielen immer am höchsten Risiko, was möglich ist. Wenn man jetzt aber ohne diese Geschwindigkeits- exaktive rangeht, kann man sicher genug spielen, dass diese Instant-Kill-Aspekte völlig wegfallen. Also von daher... Selbst wenn es im Casual-Bereich am Anfang, also die ersten Ein-Zwei-Kämpfe auch so schwer werden, ich meine, gut, das sind die ersten Ein-Zwei-Kämpfe, da hat man ein paar Minuten gespielt und startet man halt einfach neu. Und ab da ist es dann halt auch stabiler und da ist es dann auch einsteigerfreundlich, würde ich mal behaupten. Das Ding selbst in der Fall eintritt, dass ihr zum Beispiel stirbt, was ja auch jetzt nicht an Unnatürlichkeit ist, ist ja auch ein Teil des Spiels auch mal zu verlieren. Ihr verliert nicht eure Erfahrungspunkte. Das heißt also, wenn ihr dann stirbt, zurück in der Küche seid und dann wieder auf den Kampf zu gehen, seid ihr generell auch schon gelevelt. Dann habt ihr ein paar Erfahrungspunkte gemacht und das nächste Mal wird es immer einfacher. Also das ist schon... Das ist nicht so kritisch. So, jetzt muss ich mal kurz wieder zurück aufs Spiel zurückkommen, ansonsten läuft das Spiel weg. Der Grind ist zu Ende. Peter und Sex und Avis sind nun promotet. Ihr seht zum Beispiel, dass auch Peter jetzt ein anderes Profilbild hat und viel cooler aussieht. Und auch der Hauptheld hat jetzt eine neue Grafik erhalten und sieht viel cooler aus. Und ja, sie haben zu Ende gegrindet. Das ging relativ gut, denke ich mal. Ich habe am Anfang ein paar Ausweichsituationen gesehen, aber dann ging es eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall mit dem Grind vor drei Stunden fertig zu sein, ist sehr gut. Und lustigerweise haben wir danach einen Kampf geskippt. Wenn man nämlich der Weg von der Elfenstadt, also von dieser Waldstadt, in der wir gerade waren, hier zu diesem kleinen Pond hier, da ist noch ein weiterer Kampf, aber wenn man sich oben an der Bergkette entlang kuschelt, kann man den Kampf tatsächlich einfach übergehen und muss den gar nicht machen. Dementsprechend sind wir jetzt sogar schon einen Kampf weiter. Und wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt nur noch den Haupthelden Arbis, Sext, den Phönix und nur noch Locke, die Ratte. Aber ansonsten ist hier niemand mehr. Das macht jetzt nur noch alles Sext. Wir wollen alle Erfahrungspunkte auf den Sext haben und der macht uns das alles. Das wird sich grundlegend für ihn machen. Tatsächlich ist Norberis noch in der Kontrolle. Für alle, die das noch nicht wissen, das ist ein Koop-Run. Das heißt, ab der zweiten Hälfte des Spiels wird Norberis den Kontrolle an Bowie übergeben, zumindest nach Plan. Und er wird das Spiel dann zu Ende spielen. Und das sollte jetzt bald sein, denke ich. Wahrscheinlich, es gibt noch einen weiteren Punkt, wo ein Wechsel Sinn macht, ist quasi nach der nächsten Sektion. Wir werden jetzt gleich in einen Dämonen-Villa reingehen. und das ist nochmal ein sehr spezifischer Teil und danach bricht man in einen neuen Teil des Kontinents auf. Das wäre auch ein sinnvoller Punkt, wo man eine Übergabe macht. Vielleicht ist es erst dann. Das kann gut sein. Donska hat auch gefragt, ob es das Spiel auch in Deutsch gibt. Offiziell glaube ich nicht, aber weißt du, ob es da irgendwelche inoffiziellen Patches oder so für gibt? Ich weiß leider nichts von einer deutschen Übersetzung. Das Spiel ist auch in Europa damals in Englisch herausgekommen. Ich weiß, dass es russische Übersetzungen gibt. Ich habe einige russische Scherung-Vorspieler gesehen, aber eine deutsche Übersetzung habe ich noch nicht gesehen. Das heißt ja nicht, dass es die nicht gibt. Das stimmt. Ich will es nicht ausschließen. Generell kann man aber sagen, dass die Story ist sehr simpel und auch generell der Kontext, in dem ihr euch bewegt, ist auch sehr simpel und es bleibt auch bei sehr einfachem Englisch. Das kann man generell sehr fix verstehen, selbst mit fehlenden Englisch-Strengnissen. Ich meine, die Story ist, der große Dämonengott entführt eure Prinzessin, ihr müsst sie retten. Also, mehr braucht man da eigentlich nicht wissen und alles andere sind halt relativ seichte Dialoge und Charakterentwicklung, aber das hat hier nicht den Storyumfang eines Final Fantasy Games mit persönlichen Dramen und Hoch und Tiefsten. Okay. Übrigens, der Hackinator, war er das jetzt? Ich muss jetzt selber nochmal gucken, ich das... Ja, war er. Der wird sich das Spiel auf alle Fälle mal holen und ausprobieren. Ja, das ist schön. Also, dem scheint das wirklich zu gefallen. Ja, es ist auf jeden Fall ein lockeres Spiel, das kann man zwischendurch spielen, wenn man Lust hat, so eine Partie, so Kampf für Kampf sich so weiterarbeiten. ist eigentlich eine sehr lockere Erfahrung, obwohl das quasi so eine Art nischen JRPG-Titel ist. Ist das eigentlich gar nicht so wild. Also, die Mechaniken sind auf jeden Fall simple Art Fire Emblem, wo du noch viel mehr Faktoren berücksichtigen musst. Du hast keine zerbrechlichen Waffen, kein Waffendreieck, weniger Land-Effekts oder irgendwelche Kombinationsangriffe. Also, Shining Force ist auf jeden Fall ein bisschen simpler. Und wie ich jetzt ja auch schon am Anfang erwähnt habe, was an Shining Force als Speedrun attraktiv ist, dass man halt viel auf der Stelle adaptieren muss. Wie ihr schon erzählt, in Shining Force hat man sehr viel mehr taktisches Denken wie beim Schach, wo man erstmal seine Schritte vorausplant und dann taktisch eine Aufstellung macht, während in Shining Force Gegner als auch Helden wild durcheinander hintereinander drankommen und sich immer wieder neue Situationen ergeben, die man auf der Stelle quasi lösen muss. Hier könnt ihr auch zum Beispiel sehen, genau, jetzt könnt ihr schon sehen, dass der Hauptheld auch ein Zauber gelernt hat, Bolt, das auch einen AoE-Fekt hat, das hilft definitiv auch bei einigen Gegnern aus. Au. Ich glaube, Aus war doch richtig, dass sie verfolgen aus. Aber ich kenne das. Hallo Keflon übrigens. Jetzt kommen langsam so die ganzen Leute eingetrudelt. x-tex auch da, also 95 x-tex Das ist schön. Ich bin auf jeden Fall auf einem guten Felsen. Achso. Ja, bitte. Okay, das ist schön. Du kennst, ich weiß jetzt nicht, ob du selber öfter mal bei Germansch auch mit reinguckst und dementsprechend die Community ein bisschen kennst, aber ich sehe hier auf alle Fälle viele Gesichter, die wir als Stampfzuschauer schon dabei haben. Also ich habe gar nicht gewusst, dass Germansch quasi außerhalb des Marathon-Kontext besteht. Also ich habe logischerweise durch AGDQ und SGDQ schon gewusst, dass es German Restreams gibt. Habt auch ab und zu mal reingeschaut, aber generell habe ich quasi nicht erwartet, dass hier auch Programm läuft, sozusagen außerhalb des Restreamings-Kontexts sozusagen. Und dementsprechend war ich jetzt zum Beispiel noch nicht so aktiv hier unterwegs, teilweise eben auch, weil ich jetzt persönlich auch viel englischsprachig arbeite, von daher nicht angewiesen bin auf die deutsche Übersetzung. Na klar. Also von daher hier sind mir viele Leute neu und aber es ist sehr schön, also es freut mich für euch halt auch eben jetzt hier Shining Force vorzustellen. Und ich habe so den Eindruck, dass die Leute auch begeistert davon sind. Also denen scheint das Zuschauen Spaß zu machen, die scheinen auch Interesse am Spiel zu entwickeln. Also irgendwas machst du definitiv richtig. Gut, das freut mich. Also hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, dass der Held auch nochmal in den Bredouli kommt, hat nur noch 9 HP von 48, die HP ist ihm dahinter her und er ist vergiftet. Und Gift funktioniert in der Hinsicht, dass jede Runde du 2 HP verlierst. Das heißt, er ist quasi auf dem Timer. Oh nein, die HP ist ausgewichen, Peter hat sie nicht besiegt und die HP ist in Reichweite, greift aber Sex an. Das war auf jeden Fall sehr knapp. Die HP hätte sich auch entscheiden können, auf den Haupthelden drauf zu gehen und das wäre das Ende gewesen. Aber es ist immer noch kritisch. Also diese Gegner machen jetzt schon deutlich mehr Schaden. Also dieser Harpien-Kampf ist definitiv einer der schwersten Kämpfe nach Taros, wo viele Runs dran scheitern. Und als ich quasi mein erstes Any% von dem Run gemacht habe, Oh, jetzt wird es glaube ich kritisch. Ja, er muss jetzt schon ausweichen auf die Sicherheitsstrategien, weil er es halt heilen muss. Weil mit dem Gift ist er auf dem Timer. Jetzt ist der Held zumindest wieder geheilt und stirbt nicht so schnell. Dann geht es mit Peter wieder rein und mit Sex wieder rein, greift zuerst den Heiler an, weil gegnerische Heiler super nerven, wenn sie Gegner hochheilen. Oh ja. Das ist auf jeden Fall sehr knapp. Also die Harpien machen sehr viel Schaden, zu Glück an Peter, also an Sex nicht mehr, weil er halt hier super gegrindet ist. Das ist auf jeden Fall sehr knapp und als man so, wenn man so an seine ersten Any%s denkt, hat man sehr viel Angst vor diesem Kampf. Du hast überall Harpien und die One-Shotten deine Einheiten, das ist furchtbar. Also wenn man unterlevent ist, ist das sehr schwer. Ja. Okay. Devo schreibt gerade, finde es schade für Leute mit einem nicht so super glänzenden Englisch, dass es kaum Speedrunner gibt, die Deutsch reden. Aber man kann auch verstehen, dass man mit Englisch halt einfach mehr Reichweite hat. Es lohnt sich sicher nicht auf Deutsch zu runnen. Kannst du glaube ich so mehr oder weniger auch unterschreiben, oder? Ja, es ist halt einfach der Punkt, dass man sich ja quasi sicherlich die Leute aussucht, mit denen man runnt. Und logischerweise gibt es im englischsprachigen Bereich, das sind halt die meisten Leute. Und so auch zum Beispiel mit der Shining Force Speedrunning Community. Es gibt einen weiteren Deutschen und damit sind wir schon viele Deutsche für ungefähr zehn Leute. Allerdings nicht sich trotz, die meisten kommen aus Amerika oder aus England. Und wir würden uns selbst, aber auch die anderen einfach ausschließen, würden wir quasi ausschließlich auf Deutsch zum Beispiel in so einem Stream anbieten. Und wir haben so mehr Reichweite. beobachtet werden. Und wir haben diese Donation nach Bowie's Wahl. Okay. 107. Okay. Ich habe jetzt leider die Summe nicht mitbekommen. Auch leider nicht. Das war ein Kerzen wert. Genau, es scheint eine höhere Summe gewesen zu sein. Und ja, das galt einem der besten Spiele, das die jemals hergestellt worden sind. Genau. Ja, auf jeden Fall es gibt sehr viele, die auch das Spiel auch heutzutage noch schätzen. Aber um mal kurz auf einen zu gehen, wir hatten ja eben das Thema, es gibt 10 Shining Force-Genner, zumindest aktuell so in dieser Community. Ungefähr, das habe ich jetzt gerade viel geschätzt, ja. Achso, okay. Und es sind zwei Deutsche dabei. Ja. Ein Schilene, Schilene, einer aus Schilofahr, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ein Engländer, der Rest sind, glaube ich, Amerikaner, oder? Richtig. Also US-Amerikaner. Richtig. Also kann man ja schon mal ausrechnen, so 60% oder eigentlich 70% englischsprachig. Genau. Und ja, 30% und ich glaube, das ist sogar noch eine recht hohe French, also nicht englischsprachige Community. und generell, wenn man das so betrachtet, ihr habt ja sicherlich jetzt auf der RPG-Limit-Break auch schon Kommentare von Elmargos und Jenya gehört und die treten ja auch im Verband auf, The Moon Brothers. Und generell haben wir sehr viele Deutsche, die RPGs zu spät waren. Wir haben da noch Happy Squids zum Beispiel, Vultus, habt ihr vielleicht auch schon gebraucht, haben wir hier eine Kommentatorliste gesehen. Und die sind alle zusammen in einer großen Gruppe und die runnen hauptsächlich RPGs und sind halt auch alle deutsch. Und es gibt auch ein welches Event, das nennt sich das German Spiedenhausen. Und, aber selbst das wird Englisch gehalten, hauptsächlich, weil es gibt auch einen Amerikaner, der zu German Spiedenhausen kommt und einfach zur gesamten Community rausgereicht wird, sozusagen. Okay. Ja, also, ich kann natürlich das verstehen, wenn es Leute gibt, die auf der Strecke bleiben, wenn Englischkenntnisse nicht vorhanden sind, aber generell öffnet man mit dem Englisch sprechen das Tor zu mehr Leuten, sozusagen. Und das ist halt für mich auch sehr wichtig. Und ich könnte jetzt in dieser Community nicht so existieren, wenn ich, äh, quasi, mich im deutschsprachigen Raum aufhalten würde. Hm, eben. Naja. Und deswegen, also, da hatte Demo ja auch volles Verständnis für, dass halt die Ja, es ist halt ein Interessenkonflikt, das kann man generell nicht ändern. Ähm. Aber ich muss sagen, die deutsche Speedrunning-Community scheint langsam doch ein bisschen größer zu werden. Auf jeden Fall. Es gibt eine Gingung. Und, äh, freut uns auf jeden Fall auch, logischerweise. Ja. Und Demo schreibt auch gerade noch, Speedrunner-Englisch ist immer so ein Fachenglisch. Das generell. Es gibt nur so die, 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 äh, ja, diese Begriffe, also, ich sag mal so was wie Any% oder RNG und solche Dinge, aber die nutzen wir hier im Deutschen ja eigentlich genauso. Also, das Ding ist ja auch schon allein das Thema Gaming. Man nutzt ja generell ein Fachvokabular, was Leute, die keine Spiele spielen, sowieso schon ausschließt. Und das wird natürlich nochmal extremer, wenn man dann nochmal Zwischensprachen wechselt. Aber es gibt schon eine gewisse Exklusivität, wenn man von Insider-Informationen spricht und von Spielmechaniken, die so außerhalb des Spielkontextes nicht existieren. Also, generell, äh, jetzt auch gerade bezüglich E-Sports, ist das eine große Diskussion, wie man quasi diese Kommentatoren hat und wie viel die quasi in diesem Gamer, in dieser Gamer-Language arbeiten und wie viel die eigentlich quasi auch Dinge erklären, wie viele Gamer eigentlich offensichtlich sind. Also, das ist immer, war schon immer ein großer Punkt, seitdem jetzt quasi das Streaming-Services größer geworden sind. Wenn da läuft man halt auch immer so ein bisschen Gefahr, gerade im E-Sports-Bereich könnte das tatsächlich so ein bisschen ein Problem werden, dass man durch das ganze Fachvokabular, dass man da halt quasi so eine, ja, diese Gemeinschaft so ein bisschen abschließt für die Außenwelt. Genau. Da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Da muss man halt eine gute Balance finden. Ich meine, der Punkt, dass E-Sport akzeptiert wird als allgemeiner Sport, das ist hier überall so. Also, jetzt auch gerade im Deutschen Parlament, dass E-Sports als steuerrechtlicher Sport anerkannt wird, das ist immer noch im Kampf drin. Und das ist in vielen Ländern so. Und logischerweise, solche Formate wie League of Legends mit dem LCS sind natürlich schon sehr professionell und versuchen noch auszureichen, das auch als einen Standardsport zu popularisieren. Und das ist aber trotzdem noch alles in Arbeit. Und man muss immer die Balance finden zwischen Dingen, die du erklärst, für Leute, die das Spiel nicht kennen und die dann logischerweise absolut offensichtlich sind für die Leute, die das Spiel kennen. Richtig. Also, da gibt es ja schon einige Diskussionen auch Arbeiten mit Gaming und E-Sports und der Sprache. Das ist kein Speedrunning-only-Thema, sozusagen. Genau. Aber ich glaube, diese ganze Thematik wird sich im Laufe der Zeit sowieso mehr oder weniger von selbst regeln, weil, ich sag mal, die heutigen Verantwortlichen, das sind normalerweise Leute aus der älteren Generation, die mit dem Thema Gaming, Speedrunning, E-Sports und dergleichen noch nicht so viel anfangen können. Aber ich sag mal, sagen wir mal einfach in 30 Jahren, da sitzen an den Positionen ja ganz andere Leute und die haben sich halt damit schon viel intensiver befasst. Auf jeden Fall. Das wird dann, im Laufe der Zeit, gehe ich zumindest mal davon aus, selbst wenn man nichts weiter dafür tun würde, würde sich das im Laufe der Zeit einfach von alleine regeln. Man kann natürlich versuchen, das ein bisschen zu beschleunigen, aber... Das ist auf jeden Fall interessant. Also jetzt, die Entwicklung in den letzten 15 Jahren ist ja schon so, dass der größte Teil der Gamers über 30 Jahre alt ist. Und das ist natürlich schon mal immens, wenn man denkt, dass das mehr so als ein Kinderspielzeug angefangen hat und quasi in unsere Generation oder in der Generation vor uns geboren worden ist. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung und es wird sich weiter ausbreiten. Das ist eine Frage der Zeit, das denke ich auch. Genau. Also, um jetzt zurück zum Spiel zu kommen. Es sieht jetzt sehr, sehr komisch aus. Ihr seid auf einem Schachbrett, literally. Und das Ding ist, ihr seid jetzt über die Wüste zur Creed's Mansion hingekommen, zur Villa des alten Ex-Dämonen Creed. Das ist ein abhängiger Dämon, der sich von den anderen Dämonen abgeschöpft hat. Und dem ist aber ganz schön langweilig und dementsprechend hat uns einfach mal in kleine Minis verwandelt und lässt uns jetzt auf diesem Schachbrett antreten. Das ist auch einer der schwersten Kämpfe gewesen, ohne diese Peter-Grind-Strategien. Auf jeden Fall auch sehr ikonisch dieser Kampf, dass man auf diesem Schachbrett liegt mit diesen Büchern im Hintergrund. Ist auf jeden Fall sehr cool inszeniert. Also auf jeden Fall eine der mehr Fantasy-lastigen Umgebungen, was man im Fire Emblem theoretisch nicht so sieht, weil man im Fire Emblem mehr so einfach diese Burg-Krieg-Schwerten-Magie-Setting hat. Und hier hast du halt eindeutig halt diese Ah, guck, das war der Punkt, wo zum Beispiel das Night nicht funktioniert hat, weil der Gegner einfach ausgewichen ist und jetzt wird der Kampf unnötig in die Länge gezogen. Ah, okay, das war schon sehr ärgerlich. Ne, man kann das sehen und das sind halt automatisch dann schon mal zwei Minuten, die dann schon mal in den, weil du siehst jetzt, die Hexe greift an, Kampfbildschirm. Die andere Einheit bewegt sich, Kampfbildschirm. Jetzt geht der Cursor hin und her, hin und her und schwupps, hast du schon wieder etliche Zeit damit verbracht, nur zuzuschauen, was die Gegner machen, anstatt selbst agieren zu können. Darin liegen die zwei, drei Minuten Zeitverschwendung, nur weil Peter oder Zex einmal den Angriff verpasst hat. Das geht sehr schnell, tatsächlich. Das ist ja genau das, was du auch vorhin gesagt hattest. Egal wie er in der Zeit liegt, bis zum Ende bleibt es offen, ob das zum Beispiel ein neuer Weltrekord werden könnte. Das kann passieren bis zum Ende des Wands, also bis zum letzten Boss ist das jetzt eigentlich Programm. auf jeden Fall unsere Intention hier, diesen Ex-Dämonen zu besuchen, ist etwas über den Dämonen, bösen Dämonen Zeon herauszufahren, äh, Haus zu finden, nicht fahren, Mann. So, jetzt hat es geklappt mit dem Snipe, sehr schön, da, wie im Schach auch, muss der König Schachmatt gehen. Ähm, jetzt kriegen wir einen kleinen Ballon, mit dem wir uns vom, tatsächlich befinden wir uns gerade in einem Königreich, und zwar am Schreibtisch-Königreich, so nennt sie es. Es gibt hier einen König, der sich zum König des Schreibtischs erklärt hat. Es sind natürlich so viele andere Mini-Leute drin. Mhm. Aber jetzt können wir den Schreibtisch-Königreich verlassen, indem wir mit dem Ballon uns vom Schreibtisch runterfliegen lassen. Ah, okay. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, das ist eigentlich ganz lustig. Ihr seht, das Königreich ist ausgebaut mit Büchern und Federn. Sie waren auf jeden Fall sehr kreativ hier, ein bisschen Fantasie mit reinfließen zu lassen. Nein, 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 das ist komplett fine. Da erinnert mich gerade so ein kleines bisschen an Castle of Illusion, also das Mickey Mouse-Spiel. Ja. Da gab es ja auch so ein Level, das dasselbe Thema hatte. Ihr seid halt unter dem Buch durchgegangen und hier habt ihr jetzt diesen Absprungssteg, wo ihr jetzt diesen Wollballon benutzt, um halt vom Königreich abzusteigen. Auf jeden Fall sehr schöne Details im Spiel und viele einzigartige Momente, die Shining Force auch zu einer angenehmen Erfahrung machen, selbst wenn die Story selbst ein bisschen seicht ist. So, und was passiert, wenn wir das Schreibtisch Königreich verlassen und irgendwelche dreckigen kleinen Mäuselöcher gehen? Natürlich haben wir gleich ein großes Rattenproblem. Wollte ich gerade sagen. Oder vermuten zumindest. Jetzt dreht mir das Königreich der Ratten. Und es klingt schrecklich. Ja, Schleim und Ratten. Rosa Ratte vor allem. Wow. Ja, Rosa Ratte ist sogar die Oberratte. Wie ihr jetzt sehen könnt, es gibt nur noch Peter und den Helden Abis. Mhm. Und Sex wird jetzt einfach nur noch zu der Rosa Ratte hier hinfliegen und hier einfach umlatzen. Wird wieder mit dem Power Ring geboostet. Also das ist so der Vorgang, den wir jetzt weiterhin haben werden. Äh, Sail Dragon? Ich meinte tatsächlich Castle of Illusion. World of Illusion weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Kann sein, dass da auch so Level war, aber ich habe jetzt tatsächlich von Castle of Illusion geredet. Und diese Kämpfe aus Creed's Mansion sind tatsächlich einer der schwersten Kämpfe überhaupt in dem Spiel. Okay. Wenn man das jetzt ohne diese Grind-Strategy machen würde. Und, ähm... Oh, guck mal. Da sieht man auch mal diese Boss-Eigenschaft von diesem Willard. Das jetzt gleich zwei Menschen dann angegriffen hat, weil er halt als Boss zweimal angreifen darf. Wodurch natürlich eine gewisse Schwierigkeit und Kniffligkeit entsteht. Aber Peter sollte diese Schläge alle aushalten können. Er nimmt nur sechs Schaden von den kleineren Ratten. Hat der Held da gerade mit einem Schlag so enorm viel Energie verloren? Ja, auf jeden Fall. Warte, ich möchte davor gucken. 28 Schaden hat er von der Ratte genommen. Wie gesagt, die Kämpfe sind extrem schwer eigentlich. Da muss man schon ein bisschen trainierter sein als das, was wir im Speedrunning-Setting schaffen. Das kann mal schnell schief gehen. Und da sind wir halt auch abhängig, dass Peter zeitig angreift, damit der Kampf so schnell wie möglich vorbei ist. Ansonsten steigt uns das Wasser über die Köpfe. Auf jeden Fall gefährliche Spassion. Und vor allem, dass er trifft. Ist ja auch ganz wichtig an der Stelle. Da könnt ihr euch jetzt schon alle selbst ausmalen, was passiert, wenn Peter mal einfach seinen Schlag verpasst und der gesamte Kampf geht in den Hosen runter. Eben. Und da liegt halt auch das Problem bei diesem Run. Du hast halt keinen wirklichen Einfluss darauf, ob er dann trifft oder nicht. Und in dem Fall macht wirklich ein so ein RNG-Element einen großen Unterschied. Genau. Hast du mir gesagt, so 10 bis 15 Minuten, glaube ich, ne? Es kommt auf den Kampfstunden halt. So ein kleiner Kampf jetzt wie das Rattenloch. Die Karte war ja relativ klein. Man braucht nur drei Züge bis zum Gegner. Das kann man auch schnell wieder machen. Das sind dann nur wenige Minuten. Aber wir haben auch schon Karten gesehen, wo du halt 20 Runden verbringst, weil du erstmal die gesamte Karte rennen musst. Oder die Wüsten zum Beispiel. Das dauert ewig lang, bis man diesen Kampf besteht. Und man dann am Ende stirbt eines Wüstenkampfes. Dann bedeutet das tatsächlich einfach 10 Minuten schlicht wiederholen. Das passiert. Das heißt, wenn man Game Over geht, fängt man am Anfang dieses Kampfes wieder an? Nein, man wird zurück zur Kirche teleportiert, indem man zuletzt gespeichert hat. Das wird ab und zu automatisch vom Spiel gesetzt. Ab und zu gibt dir quasi eine neue Kirche zur Verfügung, selbst wenn du nicht dort gespeichert hast. Aber generell muss man dann von der nächsten Stadt wieder zum Kampf bringen. So, wir wurden wieder groß gemacht, da wir eigentlich mal diesen blöden Ex-Dämonen erreicht haben, der uns müssten was erzählt. Und dieser Ex-Dämonen hat auch eine kleine Fee bei sich, die wir jetzt noch gleich mitnehmen werden. Okay. Der Ex-Dämonen ist sehr, sehr böse, dass sein Helfer Goliath heißt er, der ist ein bisschen doof, der dazu zuständig war, dass wir überhaupt erst geschrumpft worden sind. Es donnert ihn, gerade wegzugehen. So, und jetzt werden wir nochmal so eine kleine Story-Exposition haben, wo wir das erste Mal, äh, wir machen jetzt was sehr Mysteriöses. Ihr werdet jetzt sehen, das ist ein sehr ominöser Ort. Plötzlich befinden wir uns in einem riesigen Höhlensystem mit Lava anscheinend, einem bösen Altar. Sieht zumindest sehr verwurzelt und eklig aus. Wir nehmen Kontakt auf mit den bösen Dämonengeistern. um Auskunft zu kriegen, wo die Prinzessin festgehalten wird. Ja, als Ex-Dämon hat man sicherlich so ein paar alte Ex-Dämon-Fähigkeiten und der kann es sicherlich helfen, dann halt auch mit den Dämonen Kontakt aufzunehmen, um halt ein paar Dinge herauszufinden. Aber wieso habe ich das Gefühl, dass es keine gute Idee ist, einen Dämonen danach zu fragen? Ja, das wirst du gleich sehen. Ich habe da schon so eine Ahnung. Also dieses erste komische, grinsige Gesicht ist tatsächlich noch ganz nett und freundlich gesinnt. Mhm. Aber dämonische Verbindungen aufzubauen ist vielleicht nicht die beste Idee. Genau. Woops, okay. Jetzt wird es quasi der Bildschirm quasi in so einer Art Beige-Ton und das ist halt einfach, weil jetzt quasi diese mystische Verbindung eingegangen wird. Das soll halt bedeuten, okay, wir sind jetzt gerade in dieser Trance-State. Oh, aber da kommt seine Stimmung. Im Hauptstream eben Gameboy-Mode die ganze Zeit gehört, deswegen hatte ich da mal kurz reingehört, was die genau meinten, aber jetzt sehe ich sie eh. Ja. Und hoff, da ist die Fratze. Das ist der böse Dämonenkönig Sion und er hat durch diese Verbindung uns jetzt gesehen, so wie Sauron halt Frodo sieht. Ah, okay. Genau in der gleichen Weise. Dadurch, dass wir quasi hier irgendwie diesen Dämonenkontakt haben, konnte uns der große Dämonenkönig sehen, hat uns aber zu sich bestellt. Er folgt uns heraus. Wir sollen ihm die beiden Edelsteine bringen, die Locke ja vorher noch aus dem Turm gestohlen hat. Ah, okay. Also der Dämonenkönig hat das Interesse, diese Kristalle in seine Hände zu bekommen und wir haben das Interesse, die Prinzessin zu retten. Eine Konfrontation ist unvermeidlich, wie es scheint. Ähm, das mir gerade auffällt, der Spielerwechsel fand statt. Genau. Sehe ich jetzt erst. Okay. Wie gesagt, eine der Möglichkeiten war halt direkt nach dem Grind, weil es halt eben auch ein relativ wesentlicher Abschnitt des Spiels ist, wo es dann unterschiedlich spielt. Aber ein anderer Abteil ist halt eben auch diese Creed Smanchen, weil es noch halt so ein paar Filler-Kämpfe sind und wir jetzt quasi zum neuen Kontinent-Teil aufbrechen. Also es macht auch thematisch Sinn. Das war halt meine zweite Vermutung, dass das jetzt hier der Wechsel ist und die war jetzt mittlerweile auch richtig, glücklicherweise. Ab jetzt wird Bowie the Hero für euch spielen. Ihr findet ihn auch unter der Twitch-Adresse Bowie the Hero und auch auf Twitch, äh, Twitter. Er hat sie selbst nach dem Haupthelden benannt, Bowie the Hero, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ja, er hat auch eben eine große Liebe zu Shining Force und hat sozusagen diese ganze Shining Force Speedrunning Community gegründet, indem er einfach selbst angefangen hat, seine Liebe zu Shining Force in Speedruns auszudrücken und viele sind seinem Beispiel gefolgt. Und er wird jetzt für euch den zweiten Teil des Runs durchspielen und quasi auch bis zum Finale durch. Aber das war auf einmal eine, auf jeden Fall schon mal eine großartige Leistung von Norvary's, der das Spiel in gewohnter Weltrekordmanier sozusagen, diesen ersten Teil gemeistert hat und auch mit Sicherheit und wenig Schwierigkeiten, mit wenig Schwierigkeiten durchgespielt hat. Also große Leistung von Norvary's kann man um uns zu klatschen. So was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist, einige Kämpfe wiederholen sich. Dieser zweite Wüstenkampf, den ich vorhin schon gesehen habe, der wird ab und zu getriggert, allein dadurch, dass man diese Wüste betritt. Und das nervt natürlich, dann müssen wir uns sofort wieder rauszuleportieren und dann einfach nochmal rangehen. Ich hatte auch schon mal, dass dieser Kampf immer wieder kam und ich einfach nicht wegkam. Das kann auf jeden Fall sehr anstrengend sein. Zum Glück kam das jetzt nur einmal. Das war natürlich ein kleines Unglück. Auf jeden Fall, der Treet, der Ex-Dämonen, hat uns jetzt die Fehl mitgebracht, mitgegeben. Und gibt es tatsächlich einen kleinen Tunnel, wo Zwerge rumtunneln, also Graben. Rumtunneln? Rumtunneln, ja. Aber eigentlich dieser Zwerge ist furchtbar krank geworden und diese Fehl würde ihm jetzt helfen, seine Gesundheit wieder zu gelangen und heilt ihn und dann werden die Zwerge endlich diesen Tunnel zu Ende tunneln. Das ist auf jeden Fall einer der wichtigen Punkte, die man hier machen muss, bevor man weitergehen kann. Man würde jetzt gleich wieder zurück in seine Heimatstadt New Grand Seal gehen, um halt zu berichten, was dieser spirituelle Dämon uns berichtet hat, weil wir wissen jetzt ja mittlerweile mehr, wo die Prinzessin ist und was dieser Dämon-König von uns möchte. Gehen wir auch nochmal zurück zu unserer Siedlung und erzählen unserem König, was wir jetzt durch unsere Reise mit Zex, also Peter, erfahren haben. Wir kriegen jetzt von den Zwergen die Kanone, die wir nachher brauchen, um den neuen Kontinentteil zu betreten. Und jetzt hier untersucht wir das Feuer, wir untersucht hier das Lagerfeuer, was aus ist und darin findet ihr einen Drystone. Diesen Drystone werden wir später nochmal gebrauchen, um die Zwergenstadt zu betreten, so eine geheime Extrastadt, wo wir halt durch das Mithril die besonderen Wachencraften können. Zeldragon schreibt auch gerade, ich nenne sie immer gerne Blitzkämpfe. Ja, auf jeden Fall. also, äh, man wandert ja quasi wirklich so einfach schnurstracks rein und überwälte ich den Gegner relativ schnell mit Peter, also das geht dann schon sehr schnell. Und diese Kämpfe, die wir jetzt sehen werden, ich meine, der Wüstenkampf zu der Villa hin, als auch die zwei Kämpfe, das Schachfeld und auch das Rattenloch, waren ja alle Snipes, das waren ja alles, wo du nur den Boss besiegen musstest. Jetzt werden wir wieder zwei Kämpfe erleben, wo du alle Gegner killen musst. Okay. Und danach werden wir, glaube ich, wahrscheinlich sehr lange und nie wieder so einen Kampf sehen. Dann werden wir nur noch Snipes haben. Das heißt, quasi spielerisch werden wir jetzt erstmal so eine Niedrigphase erleben, wo wir einfach nur ungefähr fünf, sechs Kämpfe einfach nur durchsnipen. Da wird jetzt nicht viel passieren. Um das mal ganz kurz zu erklären, für die Leute, die jetzt erst dazu gekommen sind. Wie hieß der Charakter ursprünglich? Sex? Peter. Peter, okay. Der wurde halt ordentlich geskillt beziehungsweise ordentlich hochgelevelt und dieser Charakter wird dazu benutzt, halt möglichst schnell zum Bossen zu kommen in solchen Snipe-Kämpfen und den Boss dann quasi mit einem Schlag zu erledigen oder möglichst mit einem Schlag, teilweise dann mit zwei, dreien und damit beendet man diese Kämpfe halt besonders schnell. Da muss man aber immer aufpassen, dass er nicht daneben haut, beziehungsweise aufpassen ja nicht, man hat ja keinen Einfluss darauf, aber wenn er dann mal daneben haut, das kann dann schnell nach hinten losgehen. Das ist immer ein gewisses Risiko. Absolut. Und genau das war halt mit diesen Snipe-Kämpfen gemeint, das was du gerade erzählt hattest. Ja, auf jeden Fall. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall, wir haben eine Kanone, aber eine Kanone ist nichts wert, wenn wir nicht ein bisschen Zunder haben und ein bisschen Material hier zum Schießen, also kriegen wir auch das Dynamit dazu. Da sind die Zwerge generell immer fleißig dabei, immer explosive Gerätschaften bei sich zu haben und natürlich noch mehr zu tunneln. Und jetzt kriegen wir noch einen weiteren Charakter, wir nennen sie generell einfach nur Useless. Okay. Die ist absolut kein Wert. Sie ist generell Bogenschützen und Shining Force sind generell sehr schwach, weil sie schlechte Angriffswerte haben und in Shining Force 1 als auch Shining Force 2 werden alle Bogenschützen einfach mal komplett ignoriert und gehasst. Also Janet kommt jetzt mit uns mit, sie hat keinen Schatzis noch in den Originalen haben, aber auch eben deswegen, weil sie sonst im Run nicht mehr auftauchen wird, wobei sie jetzt sofort wegpacken werden. Also, sofort bencht. Zack, weg. Eine Sache, die ich noch nicht erklärt habe, am Ende von der Villa durften wir uns einen von vier Charakteren aussuchen. Diese Charaktere sind auch bekannt als die Creed-Charaktere, weil diese vier Charaktere jeweils in ihrer Klasse eine der stärksten Charaktere im Spiel sind. Der Magier, den man dort bekommt, ist einer der besten Magier. Der Centaur, den man dort bekommt, ist der beste Centaur im Spiel und so weiter. Und wir haben uns für den Centaur in Erik entschieden und zwar deswegen, weil wir können ihn, es gibt nämlich spezielle Entwicklungs-Items, mit denen die Charaktere andere Klassen annehmen können. Und wir werden später im Spiel ein Item finden, das ist der Pegasus-Flügel. Und mit dem Pegasus-Flügel können wir dem Centaurin erlauben, dass er ein Pegasus-Reiter wird, anstatt ein Paladin zu werden, wodurch er dann ein Flieger ist. Und Erik wird uns dann später dienen, Peter, also Zex, zu begleiten, um diese Snipes durchführen zu können. Deswegen haben wir uns dann für den Erik entschieden, weil er heißt In-N-Out in dem Fall. Wieder ein Name von den Donation Incentives, die auf RPG-Limit Break durchgegangen sind. Es gibt auch noch einen anderen Centaurin, der sich eignet. Und für die längste Zeit gab es relativ wilde Diskussionen darüber, welchen Charakter man mitnimmt. Weil eine andere Figur, die sehr wertvoll ist von der Villa, ist Karna. Karna ist eine Priesterin, die sich zu einem Mönch entwickeln kann. Und diese Mönche sind verdammt stark, haben einen guten Angriff und können zudem noch heilen und den Rand ein bisschen sicherer machen. Okay. Mittlerweile hat man sich aber eher auf Erik geeinigt, weil es dann noch mal insgesamt noch mal ein bisschen schneller ist, denke ich. Mhm, okay. Also den Erik werdet ihr jetzt sehen, der ist jetzt da mit in der Gruppe drin, wird aber nicht viel machen. Und es wird erstmal noch eine Weile dauern, bis wir diese Pegasus-Flügel bekommen, dass er dann auch endlich entwickelt werden kann. Mhm. Also selbst jetzt auf dieser Karte, wo alle Gegner besiegt werden müssen, was in dem Fall jetzt hier vorhanden ist, werden wir wieder fast nur mit dem Helden Abyss und Sex dem Phönix arbeiten. Also hier sieht man schon halt eindeutig, dass die Reduktion der Gruppengröße der größte Zeitvorteil ist, den man in Shining Force erhalten kann. Mhm. Zum Thema, dass halt nur die Beine jetzt die Kämpfe übernehmen oder das Böden der Feinde übernehmen, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass nur die Beine auch wirklich gelevelt sind dafür. Genau. Also, da wir uns ja schon darauf einstellen, dass Sex die meiste Arbeit machen wird und nur der Held neben dem Phönix noch dabei sein muss, weil er halt der Held ist, haben wir von Anfang an schon quasi den Grind so designt, dass insbesondere die beiden Charaktere gelevelt sind und die anderen halt überhaupt nicht. Denn wir haben nur wenig Zeit zum Grinden, weil das Grinden selbst auch eine Zeitinvestition und wir wollen natürlich schauen, dass wir nur so viel Grinden wie nötig tut und das stellt natürlich dann nur auf den Hauptcharakter und Sex bzw. Peter. Also hier der Erik, der wird auch so ein bisschen mitkämpfen, der ist auch einigermaßen okay gelevelt, dadurch, dass wir ihn gerade erst bekommen haben. Aber das ist mehr so ein bisschen Beiwerk, also... Moment, ich hör mal ganz kurz rein in die Augen dazu. Ja. gut, ich hab leider den Anfang jetzt verpasst davon, irgendwie wurden da irgendwelche Vergleiche zwischen Shining Force 2 und Parasite Eve gezogen. Das hatte mich mal interessiert, weil ich ja den Parasite Eve dann auch kommentiert hatte. Da wollte ich mal wissen, wie man das genau vergleichen kann. Also ich kann auch empfehlen, der Mann, der eben da gesprochen hat, im Blau, das ist Turbodog, der auch den Parasite Eve gemacht hat. Ah, stimmt. Und Turbodog hat eine unheimlich gute Fähigkeit, Dinge zu kommentieren und er macht auch Interviews mit Speedrunnern. Und ich glaube, er hat jetzt auch neulich ein tolles Interview angesetzt mit Wulajin, jemand, der hier auch unabhängig die Limit Break viel organisatorisch macht und aushilft. Und man kann definitiv seinen Channel verfolgen, er macht auch selbst viele Castlevania Speedruns, ist aber generell auch ein toller Kerr, der viele interessante Interviews führt, Spiele kommentiert. Auf jeden Fall, wenn man sich für Speedruns allgemein interessiert, ist man bei ihm auch ganz gut aufgehoben. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich guck gerade Shining Force, Shining Force 2, Shining Force Neo, das ist also war auf Platz 1. Ja, und dann Parasite Eve, Castlevania, Castlevania Symphony of the Night, The Bouncer und, oh Gott, Guacamele Gold Edition, okay. Guacamele, ja. Oder so, Guacamele, ja, stimmt. Also sehr vielseitig auf alle Fälle so seine Speedrun-Aktivitäten. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, Divo, dann schlaft gut. Wir hören uns dann bestimmt jetzt heute Abend oder so, da komme ich mal wieder bei uns im TS rein. Arvis in In-Out, take care of it. Hopefully they do enough. I don't know. I think they're gonna just fall a little short, so it'll probably heal themselves. But I got unfortunately with him with the Duckbishop going after. In-In-Out, he's on a 30% tile. Ja, wurde eben im Kommentar auch gesagt, dass halt Arvis da jetzt auch einige Kills übernimmt, aber das ist ja eigentlich schon ersichtlich. Ja, auf jeden Fall. Was ich immer sage, dass Pletschert sogar so ein bisschen vor sich hin. Hier gibt es keine speziellen Strategien, man besiegt einfach alle Gegner, versucht dabei ein bisschen sicher zu spielen, aber halt nochmal noch zügig. In vielen Kämpfen jetzt auch der Fall sein. Ich sage mal so, wenn die richtig spezifischen Strategien kommen erst sehr viel später, wenn wir zu den größeren Dämonen-Bossen kommen. Ihr sehen könnt, dass jetzt der entwickelte Zex, Peter, kriegt jetzt auch viel bessere Level-Ups. Er kriegt teilweise 2, plus 2 auf alle Werte und generell plus 3 auf seinen Angriff. Er wird jetzt wirklich mit seinem Dämonuswert in die Höhe schießen. Kein anderer Charakter wird jemals daran rankommen, deswegen wir auch einzig und allein Zex verwenden, um diese Snipes zu machen. Das ist schon sehr enorm. Also Peter, also Zex, als Einheit ist definitiv, was man Overpowered nennen würde, im klassischen Balancing-Kontext. Okay. Also, es gibt keinen Grund, ihn nicht mitzunehmen, es gibt keinen Grund, ihn nicht zu leveln, er ist einfach zu gut. Okay. Die Bosse, die er ab jetzt so snipern soll, würde er die grundsätzlich alle mit One-Hit machen, wenn er denn trifft, oder gibt es da auch noch Bosse, bei denen er definitiv mehrfach zuschlagen muss? Auf jeden Fall. Also jetzt logischerweise ist er sozusagen wieder voraus, sagen wir mal, mit Leveling, jetzt ist es wieder zu stark für die Einheit im Moment, dass die One-Shots im Moment noch am wahrscheinlichsten sind, aber das wird auch wieder abnehmen, weil das Spiel quasi wieder mit dem Grind aufholt und wieder insgesamt schwerer wird. Und die letzten Bosse brauchst du drei, vier Schläge sogar, das wird sehr, sehr schwierig. Oh, okay. Also das wird sagen, ich weiß jetzt nicht, wie hoch seine Nehmerqualitäten sind, er wurde jetzt ab und zu mal getroffen, aber das kommt halt relativ selten vor, im Moment. Also ich sag mal so, für die nächste Stunde allein, würde ich sagen, nimmt er für die meisten Einheiten nur einen Schaden und es wird auch so bleiben. Dann wird es aber definitiv mehr Gegner geben, die sogenannte Atemattacken haben, die quasi nicht direkt Magie wirken, aber eine magische Attacke machen, wie Feuerspeien oder Eisspeien. Und das macht dann doch schon deutlich mehr Schaden, weil es nicht deine defensive Attribute berücksichtigt, sondern einfach direkt magischen Schaden macht. Ah, okay. Da wird das dann schon mal etwas kritischer. Es gibt auch Bosse, die Freeze 4 haben, die PETA besonders verwunden auch. Also es gibt auch ein, zwei Bosse, die insbesondere PETA schaden. Das wird sehr kritisch. Also es wird noch variantenreicher, aber jetzt so für die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Kämpfe wird das jetzt erstmal, sagen wir mal, in der, in der Sparte etwas unspannender. PETA wird das alles schon schaukeln. Okay. Wir sind jetzt hier wieder an der Klippe, dort wo wir ganz am Anfang den Arbeiter gerettet haben. Nasa das erste Mal Fuß gesetzt haben auf die, äh, auf den Kontinent. Ah, okay. Das heißt, wir haben so eine Art, so ein bisschen Art Backtracking, wo wir nochmal auf diese alten Bereiche nochmal zurücktreten, wo wir noch klein und lidsch waren. Und jetzt mittlerweile als starke, entwickelte Charaktere jetzt mit neuen, fiesen Gegnern das aufnehmen. Okay. Ein bisschen so ein Backtracking-Faktor. Aber das ist tatsächlich ein Kampf, der sich ganz schön in Länge zieht hier jetzt, Ja, auf jeden Fall. Allein schon, weil man halt so viele Gegner töten muss. Auf jeden Fall. Dann haben wir gleich noch einen Kampf in der Höhle, der sich ähnlich aufbaut wie dieser, nur wieder mit eingeschränkter Sicht. Weil danach ist ja alles nur Snipes. Dann wählt ihr diesen Nachkämpfen quasi wie ihr nachtrauern, dass man sie nicht komplett schlagen muss, weil die Snipes so simpel sind. Hä? Du hattest glaube ich vorhin mal gesagt, wie viele Kämpfe es insgesamt in dem Spiel gibt. Zumindest ungefähr. Was war das nochmal? Weißt du das? Ach, nee. Moment. Ich bin da im Zielen immer ganz schlecht. Achso. Heute Morgen habe ich glaube ich irgendwas von 28 gesagt, das war voll falsch. Okay. Das war eher Beispiel für das Einzige. Moment, ich gebe dir gleich die Antwort. 43 gibt es. 43? 43 Kämpfe, ja. Das ist schon eine Menge. Also vom Umfang her der Skloss gibt ja viele, viele Spielstunden. Also ist auch sein Geld von damals auch wert. Das ist schon recht ordentlich. Von den 43 Kämpfen sind wir gerade beim Kampf 24. Um euch mal Perspektive zu geben, wo wir gerade sind. Also wir sind jetzt gerade bei der Hälfte ungefähr, wie gesagt. Das Grinding leuchtet ungefähr diese zweite Hälfte des Spiels ein. Aber wie gesagt, es kommen jetzt glaube ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 9 Snipes. Es glaube, die Snipes hören auch glaube ich gar nicht mehr so richtig auf. Also die nächsten 8 Kämpfe danach, nach der Höhle, werden definitiv sehr viel schneller abläuft. nur auf einmal werden muss im Kampf 32 befinden. Das geht dann sehr schnell tatsächlich. Okay. Wenn klar, gerade zu Beginn hatte man ja diese Snipemöglichkeit noch nicht so wirklich. Ja. Und auch die Kämpfer an sich dafür waren ja noch gar nicht da. Also da muss man ja meistens immer noch alle Gegner besiegen. Hatte auch noch teilweise halt 6, 7 Bosscharaktere mit sich. Man musste sehr viel steuern. Wie wir jetzt gerade gesehen haben, Peter ist gerade gestorben tatsächlich. Was jetzt gerade nicht mehr so kritisch ist, wenn Erik jetzt hier genügend Power bringt. Auch der Hauptheld ist fast tot. Oh, das wird sehr, sehr knapp. Das wird tatsächlich sehr spannend. Also das war natürlich sehr ungut und Bowie riskiert jetzt volles, indem er mit dem Held reingeht. Sein Wagenmut wurde belohnt. Der letzte Priester ist tot. Und normalerweise, wenn es eine wichtige Figur stirbt, müsste man zurück zum Priester gehen und ihn wiederbeleben. Da Peter, beziehungsweise Sex, ein Phönix ist, wird er automatisch wiederbelebt, sodass wir uns den Weg sparen können. Dementsprechend ist es auch gar nicht so schlimm, dass Peter gestorben ist, da wir den Kampf ja trotzdem geschafft haben und jetzt aber auch nicht zurückgehen müssen. Wir können also ganz normal weitermachen, als wäre er gar nicht gestorben. Okay. Das ist natürlich praktisch. So, Rote. Ah, diese Letz. Rote ist jetzt natürlich wieder begeistert von der Kanone, wie er schon von der Karawane begeistert war. Diesmal will er die Kanone aber nutzen, um uns zu unterstützen und wüns zu einer Art Breast Gunner, so eine kleine fahrende Maschine zum Schießen als Einheit. Aber den Menschen natürlich auch sofort. Weg mit ihm. Ja, aber diese letzte Szene da in dem letzten Kampf, hätte der Held da jetzt nicht getroffen oder der Hauptcharakter, dann hätte es ganz schnell böse ausgehen können. Ja, dann wäre der, wäre definitiv Game Over gegangen, wenn der Held da nicht ausgewichten wäre, auch anschließend, was unwahrscheinlich ist. wieder einer der Momente, wo man halt auch deutlich sieht, dass im Speedrunning-Kontext man immer nah am Risiko spielt, also immer mit dem niedrigsten möglichen. Das ist ja so in der Natur von RPGs. Ich wollte gerade sagen, da muss man auch dazu sagen, ab und zu muss man sowas halt einfach riskieren, ansonsten kann man sich ja niemals verbessern, was die Zeit angeht. Bei der letzten Kämpfe, wo man alle besiegen muss, wie gesagt, danach kommen wir nur noch zu Snipes. Hier ist es auch schon deutlich zügiger, wir müssen noch noch mehr zur Story erfahren. Aber wir sind auf dem guten Weg zum Endgame, wo es dann nochmal richtig interessant wird. Okay. Wo wir dann quasi zu unserer alten Insel Grancy zurückkehren und sehen, dass alles von Dämonen übersorgt ist. Das leuchtet uns. Das fühlt uns schon sehr interessant. Und dann kommen wir auch zu den Dämonen-Generälen, die uns versuchen aufzuhalten, bevor wir zu Sion kommen. Mhm. Und wir hatten ja vorhin den einen Endpost, kann man ja als Endpost wirklich bezeichnen, den Taros. Ja. Wie viele gibt's von denen ungefähr, also von diesen wirklich harten Endbossen? Äh, einige tatsächlich. Oder in dem Run? Einige. Okay. Also wir werden jetzt hauptsächlich noch erstmal mit so generischen Gegnern wie Lizardman und was auch arbeiten. Also jetzt aber wir werden schon in einigen Kämpfen mit einem seiner Dämonen-Generäle, Zalbert, zu tun haben, der uns in eine Falle locken wird. und dann wird die Frequenz an Dämonen-Generälen, die uns foppen wollen, wird dann schon relativ schnell höher, sobald wir näher zu Sion kommen, dem bösen Dämonenkönig. Okay. Sobald die zugeschaltet haben, vielleicht nochmal, äh, erklären, äh, wie bei Fire Emblem leveln die Charaktere auf, wenn sie 100 Erfahrungspunkte erreicht haben. Maximal könnt ihr für einen Gegner 50 Erfahrungspunkte erreichen, wobei 48 und 49 der Generalfall ist, wenn euer Charakter nicht übergelevelt ist. Und wenn euer Charakter übergelevelt ist, kriegt ihr einfach wenige Erfahrungspunkte, selbst wenn es der gleiche Gegner ist. Aber das ist ja in dem Sinne eine gängige Praxis, nur normalerweise muss man in einem JRPG dann halt pro Level immer mehr Erfahrung sammeln. Die sammelt man zwar immer 100, aber man kriegt halt weniger Erfahrung, also im Endeffekt ist es genau dasselbe Prinzip. Ja, auf jeden Fall. Es wird schwieriger zu leveln, wenn die Charaktere schon bereits erfahren sind. Das ist gängige Praxis, nur hat hier eben ein bisschen andersrum aufgedreht. Aber im Grunde genommen das Gleiche. Und die Charaktere kriegen in der Regel plus 1 auf alle Statuswerte, aber halt häufig auch mal plus 2 oder plus 3, je nachdem, was sie für eine Art von Charakter sind. Ob sie mal irgendwie so ein defensiver Zwergenkrieger sind oder eher so ein offensiver Phönix in dem Fall, wo man einfach konsistent plus 3 bekommt. Okay. Aber die Levels sind generell sehr konsistent. Ich wollte gerade fragen, ob das dann irgendwie zufalls generiert wird, die Steigerungen oder ob die wirklich konstant sind, also immer fest. Die sind zufalls generiert. Du hast Chancen, du hast gewisse Chancen, dass du einen plus 1 bekommst, du hast gewisse Chancen, einen plus 2 zu bekommen. Ah, okay. Es gibt tatsächlich auch einige Regeln, das Spiel zwingt dich dazu, also zwingt beim Level ab gewisse Statusupgrades, also Bowie kriegt glaube ich auf Level 5 immer plus 2 Angriff, das ist immer so. Da ist einfach die Chance für plus 2 100%. Da gibt es einige Regeln bei einigen Charakteren, aber bei den meisten ist es wirklich so, dass es mal plus 1, mal plus 2 sein kann, dass es komplett RNG-abhängig ist und es kann auch dazu führen, dass einige Charaktere auf der Strecke bleiben. Das ist jetzt durch den Grind alles Trivialisiertes, das ist eigentlich nicht mehr wichtig, weil es keine anderen Charaktere mehr gibt. Aber bevor man sich auf Peter so fokussiert hat und bevor man gegrindet hat, war es mal wirklich so, dass ein Charakter wie Gerhard, also der ja Joes genannt worden ist, dass der teilweise gut wurde, weil er viele plus 2s bekommen hat, aber den man auch wieder rausnehmen musste, wenn er sie eben nicht bekommen hat, wo man wiederum keinen Einfluss hat. Das kann durchaus passieren. Also quasi muss man dann mit einem Run darauf reagieren und jedenfalls ein bisschen umplanen und dergleichen. Und sowas, also gerade dieser RNG-Faktor, den sollte man natürlich als Speedrunner in einem Run so gut wie möglich vermeiden beziehungsweise so gut wie möglich halt minimieren und allein mit dieser Strategie halt Peter beziehungsweise Sex als eigentlich die einzige wirklich kämpfende Einheit zu nehmen, dadurch hat man es halt quasi automatisch schon sehr stark minimiert. Auf jeden Fall. Also logischerweise basiert dann alles darauf, ob man auch betrifft oder nicht, das kann man nicht vermeiden, aber es ist wahrscheinlich immer noch das ganz Übel von all diesen Variablen, die man sonst im Run hätte. Genau. Und so schlecht ist die Trefferrate nun auch wiederum nicht. Also generell Gegner haben eine Chance von 12,5% zu dodgen, Fliegeneinheiten halt ein bisschen mehr, Boss-Einheiten haben auch eine höhere Dodge-Chance, wie genau weiß ich jetzt gerade nicht. Aber generell so wild ist es auch nicht. Es ist nicht so, dass wir hier mit 80% ausweichen und arbeiten müssen. Okay, Gott sei Dank. Insgesamt sollten schon heile Anziele ankommen, sage ich mal so. Okay. Lässt sich denn da so eine ungefähre Prozentzahl sagen, wie oft da ausgewiesen wird jetzt? Also ich sag mal ab hier so ungefähr? Du meinst den spezifischen Nehmann jetzt? Ne, ich meinte wirklich es klang ja eben so als wenn das auch ein bisschen von Charakteren abhängt, wie hoch die Dodge-Chance der Gegner ist, aber so grundsätzlich wie viel Prozent Peter jetzt ungefähr treffen würde. Also die Dodge-Chance ist definiert vom Gegner selbst. Ah, okay. Da kann das ja immer noch stark variieren, ne? Ja, also alle Einheiten haben die gleiche Treffer-Chance auf dem gleichen Gegner. Ah, okay. So, you know, you just have to be and the problem with that is as well is just there's nothing you can really do to account for that type of thing. It's just such a infrequent occurrence. Alright, so he's actually gonna just use Bolt here just to eliminate the possibility of a miss. Neben dem Eric gibt es auch noch zwei andere Zentaurern. Einen davon haben wir gesehen, das war Wendy's aka Chester, den man da zum Anfang bekommen hat, als einer deiner Schulfreunde. Und das ist einfach objektiv gesehen der schlechteste Zentaurer. Er hat die schlechtesten Werte, weil die anderen Zentaurern einfach bessere Wachstumsdaten haben. Der andere, das wird ein bisschen verrückt mit dem Namen, der andere Zentaur heißt Rick. Und Rick ist ziemlich okay, den haben wir auch für die längste Zeit verwendet für diese Pegasus-Flügel. Aber Rick ist nochmal ein bisschen schlechter als Eric. Okay. Und deswegen nehmen wir jetzt mittlerweile Eric mit. Ah, okay. Also es gibt den einen Zentaurern, der heißt Rick, dann gibt es den zweiten Zentaurern, der heißt Eric, und dann gibt es den Bogenschützen, der heißt Elric. Da kommt man gern schon mal durcheinander. Naja, wollte ich gerade sagen, da soll man mal einen Überblick behalten, Rick. Ja. Aber Bogenschützen interessieren uns sowieso nicht. Leider sehr schwach sind. So, und das war jetzt glaube ich der letzte Kampf, wo wir alle Gegner besiegen müssen. Jetzt kommen wir nur zu Snipes. Und jetzt werden wir mehr und mehr auf die Dämonen treffen. Und damit werden auch die nächsten Kämpfer deutlich kürzer sein. Ja, auf jeden Fall. So, hier ignorieren wir auch die Stadt, da müssen wir gar nicht rein. Und jetzt sehen wir hier schon mal, sie sind kein grünes weg. Das ist Gash, einer von Seons höchsten Generälen. Und er bedroht gerade die Zentaurern von Pakalon. Und der General der Zentaurern heißt Higgins. Higgins, okay. Higgins, ja. Sein Name. Und Higgins ist, glaube ich, einer der schlechtesten Charaktere im Spiel. Also, äh... Bereits entwickelter Paladin und seine Werte sind halt sehr schlecht im Vergleich zu allen anderen Zentaurern, die man entwickeln kann. Okay. Der wird jetzt hier gleich auch von einem Gizmo, äh, kontrolliert. Obwohl, er wird einfach nur niedergeschnallt. Wow. Was für ein Paladin. Er kommt zum Gizmo wieder an und zack. Das war's. Mit ihm. Aber wir retten ihn jetzt natürlich. The Shining Force arrives. Äh, kann man ihn auch ignorieren, oder oder ist das Story bedingt, dass man ihn rettet? Nö, man rettet ihn automatisch dadurch, dass man ihn rettet. Achso, ah, okay. Das ist so Story zu kriegen. Okay, das klang eben so, als wenn man sich da entscheiden kann. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Wenn wir mit Peter jetzt werden einfach zum Boss fliegen und umnieten, dann ist Higgins automatisch gerettet. Ah, okay. Und dieser Gash, dieser grüne kleine Zwerg, ist so ein bisschen der kleine fluchende Kerl, der immer auf euch schimpft, wenn man einen erringt, nix, mal wählt ihr es bezahlen und dieses Mal hat es ihr es noch leicht. Also diese fast schon halt kinderbuchartige Bösewichte, der schimpft halt immer sehr viel, so von wegen, ha, ha, jetzt habe ich euch und hat er uns doch nicht. So ein bisschen dieses Comic Relief. Ja, genau. Da ist nochmal wieder so ein bisschen diese kleine Charme und diese Verliebtheit in das Spiel drin. Dass das Spiel sich nicht immer zu ernst nimmt, was das zum Beispiel bei Fire Emblem der Fall ist. Aber Fire Emblem ist ja immer sehr, sehr kritisch und immer sehr dramatisch, wie zum Beispiel eher wie so ein Fantasy-Spiel, was sich komplett ernst nimmt. Shining Force ist das schon ein bisschen mit leichten Herzen und lachendem Herzen, sage ich mal dran. Ah, okay. Ich habe vorhin übrigens schon mal überlegt, äh, ähm, ja, wie man Comic Relief am besten ins Deutsch übersetzt. Deswegen haben wir wahrscheinlich halt nachgedacht, so ist. Ja, ja, da hatte ich, das hatte ich nämlich vorhin schon mal, äh, wo war denn das? Bei irgendeinem anderen Run, bei irgendeinem anderen Commentary hatte ich das schon mal gesagt und hatte da ernsthaft überlegt, wie sagen wir Deutschen eigentlich dazu. Ich glaube, wir haben dafür gar keine möglichen Zeichnung. Kann sein. Was jetzt hier nochmal gerade passiert ist, äh, dieser, wir müssen hier diesen Lizardman killen, diesen Echsenmann und leider hat sich jetzt gerade der gegnerische Magier dazwischen gedrängt und deswegen kommen wir mit Peter leider gerade nicht ran, das heißt, wir müssen eine weitere Runde hier verbringen. Okay. Äh, kostet uns natürlich jetzt wieder zwei Minuten Zeit, also. Hm, okay. Aber, äh, wird jetzt nicht gefährlich oder so. Nö, Abis hatte jetzt gerade nur ein paar Punkte Schaden von dem, äh, Bogenschützen-Goblin genommen, ich glaube, das sieht soweit eigentlich ganz okay aus. Peter, selbst ein kleines Schaden, der Held scheint Mut auf der Verfassung zu sein. Das ist ein reiner Zeitverlust, aber kein kritischer. Ah, okay. Da hat Peter jetzt gerade selbst mal geblockt. Also, Abis Paletti. So, jetzt kann er den Lizardman angreifen. Oh, no, das war ein Fehler. Oh, hat er einen falsch angegriffen Er hat den falschen angegriffen, er hat sich schnell gedrückt. Ja, ich seh's gerade. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Quasi jetzt noch eine Runde warten. Noch eine Runde warten, ja. Ich habe gerade geguckt, wer spielt denn da jetzt überhaupt? Ich habe gerade den Controller bei ihm nicht mehr gesehen, bei Bowie. Ja. Hat mich ein bisschen gewundert, aber gut, hat sich erledigt, die Frage. hier, der Dark Sniper, der macht mir wirklich viel Schaden, wenn man auf das Thema draufschließen. Okay. Von da sind wir da, glaube ich, sicher, aber es war jetzt natürlich frustrierend, dass es jetzt unnötigerweise jetzt nur Verzögerungen gibt. Mhm. Aber wäre das jetzt wirklich, äh, ja gut, man kann's ja hier bei dem Spiel eh nicht sagen, das hatten wir ja vorhin schonmal, aber wäre das jetzt, äh, schon, ja, Weltrekord-Pace beziehungsweise schon deutlich unterm Weltrekord, dann wäre so ein Fehler natürlich ärgerlich gewesen. Auf jeden Fall. Nun, Peter hat ihn jetzt auch leider nicht getötet, der ist mit 2 HP übrig geblieben. Das liegt einfach daran, dass Peter eventuell zwischendurch mal keine plus 3 auf seinen Angriff bekommen hat, auch wieder einen Faktor, den man nicht bestimmen kann. Manchmal ist das Wachstum von Peter besser oder schlechter. Okay. Manchmal ist einem der One-Shot vergönnt, in dem Kontext. Manchmal aber wir auch nicht. Also dieser Kampf ist jetzt elendig langer, also es ist furchtbar. Ja. Wollte grad sagen, also eigentlich, äh, im Grunde 3 Runden zusätzlich, durch 3 verschiedene Ereignisse verursacht. Einmal hat er einer dazwischen getreten. Wir gucken zu, wie das Spielrad seinen Cursor bewegt. Ähm, wie ist das eigentlich mit den Attacken? Also beziehungsweise mit dem Schaden, den man macht? Ist der wirklich komplett fest oder kann der immer noch so ein bisschen variieren? Ähm, er kann variieren, auf jeden Fall. Es gibt, äh, Damage, was man eigentlich schon Damage Ranges nennt, äh, Schadensreichweiten sozusagen. Plus und Minus gibt's auf jeden Fall. Also mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also da kann man auch Unglück haben. Das ist dann nochmal stärker, nochmal im ersten Spiel auch nochmal vertreten, wo man wirklich sehr abhängig davon ist, dass man immer die höhere Schadenzahl rollt, sozusagen. Mhm. Das gibt's ja auch, auf jeden Fall. Ah, okay. Weil bei Fire Emblem gibt's sowas ja zum Beispiel nicht, da wird ja wirklich, ähm, der Schaden immer auf den Punkt genau berechnet. Also theoretisch könnte man die ganze Schlacht vorher schon berechnen. Genau. Das ist halt eben dieses sehr taktierte, äh, vorkalkulierte, an, dass man das Spiel halt wirklich auch sehr taktisch angeht und wenige adaptieren muss. Also höchstens adaptieren halt vom runden Kontext her, dass man sagt, okay, das ist meine neue Runde, wie geh ich jetzt hier vor? Aber alle Aktionen, alle Sachen kann man relativ gut absehen, abrechnen und abschätzen, während in Shining Force man relativ häufig mit einer Unbekannten konfrontiert ist. Genau. Man muss einfach flexibel bleiben bei Shining Force. Ich finde es aber lustig, wie die Charaktere sich so kurz zusammenziehen, wenn sie zum Beispiel über eine Brücke gehen. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sind wir im, äh, im Königreich Packalon. Mhm. Und, ähm, wir machen eigentlich nicht viel, außer wir kriegen jetzt bald die Pegasusflügel. Haben uns, glaube ich, gerade Erik wiederbelebt. Sonst passiert eigentlich nicht viel. Wir gehen jetzt nach dieser Stadt strikt weiter zu einer anderen Stadt, zu Tristan, wo wir einen weiteren Schrein aufsuchen werden, wo wir eine weitere Wirtung finden. Tristan heißt die, oder? Ja, Tristan. Achso, okay. Dass wir jetzt hier bei Diablo plötzlich gelandet sind und Tristan. Ja. Da sind einige Charaktere auch in Final Fantasy Mystic Quest mit einem Tristan. Ah, okay. Ja gut, das ist ja eigentlich ein relativ verbreiteter, naja, gut, so verbreitet nicht, aber es ist ein legaler, legitimer Name. Ja. So, jetzt hier auch wieder einen Snipe, relativ leicht und beeindruckend. Und später einfach wieder hochschnell zum Boss abklatschen. Hoffentlich haben wir diesmal ein bisschen mehr Glück. Aber ich glaube, der Snipe ist sogar ein bisschen einfacher. Ah, okay. Wer ist hier, der Boss? Der ganz links da, der mit der weißen Maske? Ganz oben, der Lizardman wieder. Ah, okay. Da haben wir ihn ganz kurz gesehen. Sind die eigentlich irgendwie farblich markiert oder so? Nein. Dass das ein Boss ist, den man killen muss, weiß man in dem Spiel nicht. Ah, okay. Also für einen Casual Gamer auch ganz interessant zu wissen. Es wird dann wahrscheinlich eine Überraschung sein, aber es wird dem Casual Gamer auch irgendwie stören, dann halt alle Gegner zu besiegen, weil man halt auch natürlich auch ein bisschen trainieren muss. Ja, klar. Ja. So ein einfaches Spiel darf man sich nicht erwarten, wenn man alle Gegner quasi skippt. Dann wird es natürlich schwer, wenn man unterlevelt ist. Ja. Er wird eben übrigens auch gesagt, das hier ist eigentlich ein ziemlich sinnloser Kampf. Ja. Das ist im Grunde nur eine Zeitverschwendung. Ja, es ist so ein ziemlicher Filler-Kampf, kann man wirklich sagen. Es ist wieder ein weiteres Feld, ein weiterer Lizard-Boss-Gegner. Und der Kampf selber hat keine Eigenschaften, die es irgendwie interessant sind. Also die folgenden Kämpfe werden alle auf sehr einzigartigen Maps stattfinden und teilweise auch sehr einzigartige Mechaniken haben, die es dann auch abwechslungsreich machen. Aber das hier ist wirklich einfach nur abwarten, Tee trinken, nichts ist anders als im Kampf zuvor. Da hat eben der Snipe uns beim ersten Mal auch gleich geklappt. Ja, diesmal hat es geklappt. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder ein weiteres Mithril aufnehmen, das steckt hier in der Bergspitze. Oh. Da gibt es einfach gar keine Niemals, dass das da drin versteckt ist. Da muss man halt einfach selbst ein bisschen untersuchungsfreudig sein und einfach alles abklappern und jede Wendung und Punt ansprechen. Aber es hat auch einen Wiederspielwert. Irgendwann wirst du in deinen zweiten Durchlauf wieder Dinge finden, die du vorher nicht gefunden hast und das Spiel bleibt frisch. Genau. Und gerade zur damaligen Zeit, ich meine, heutzutage hat man Internet, aber damals hat man sich dann halt einen Zettel und einen Stift genommen, sich aufgeschrieben, wo was ist. Beim nächsten Durchlauf hat man vielleicht noch was gefunden und so hat man sich quasi so nach und nach so eine kleine Liste gemacht, wo was zu finden ist. Absolut, ja. Das war damals auch definitiv so ein Faktor. Gerade auch Shining in the Darkness als Dungeon Crawler, da hat man sich damals noch das Labyrinth halt einfach handgezeichnet und auf so Karopapier gemacht. Genau. Das war halt alles noch so ein bisschen mehr so dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel und Text-basierende Rollenspiel. Das war damals noch ein bisschen mehr die Mentalität der Spieler auch. Heutzutage sind wir relativ digital angelehnt. Und verwöhnen vor allem mit sowas. Man kann sich auch noch daran erinnern, dass viele, heutzutage kriegt man ja kaum mehr Spielanleitungen mit in den Spielen geliefert. Man kriegt ja meistens schon vitale Formen. Aber damals noch die Spielanleitungen, die hatten immer hinten immer Special Notes, irgendwelche leere Seiten, die du mit Spieltipps selbst auffüllen kannst. Genau. Das haben sie damals auch noch so als Konzept genommen. So, hier, mach deine eigene Notizen. Richtig. Also, das wurde tatsächlich von den Spieleentwicklern auch direkt gefördert in solchen Weisen. So, das war jetzt auch wieder ein simpler Snipe. Ich meine, die Brücke an sich ist eine interessante Karte, weil man halt auf recht relativ engen Raum mit diesen Würmern kämpfen muss, die diese Brücke zerfressen haben. Aber logischerweise, Peter kann fliegen, sonst ist die Brücke egal. Wir snipen einfach dann direkt mal wieder den Magier, der überhaupt gar keine Verteidigung hat. Von daher war es sehr trivial, aber theoretisch, wenn man es casual spielt, ist diese Karte nicht so langweilig wie die letzte, weil sie hat eine andere Bedingung. Es fällt uns gerade auf, oh mein Gott, Astral wollte gerade diese kleine Frau da retten und die hat auch ganz lieblich gesprochen und Astral war schon ganz bezwitzt, ihr Hilfestellung zu geben. Aber tatsächlich ist diese Frau eine Dämonin. Es ist Camilla, eine der Dämonengeneralinnen und sie ist ein bisschen, ist ein bisschen, sagen wir mal, wild. Also, sie gehorcht dem Seon auch nicht so ganz. Die macht so ihr eigenes Ding. Aber es ist deswegen auch besonders gefährlich, weil sie halt auch ohne Befehle agiert und auch mal gerne angreift. Okay. Und wie so ein Bösewicht einfach springt sie die Klippe runter, um sich wegzutelifortieren. Also auch wieder so ein bisschen diese Comical Relief-Situation. Genau. Die werden wir auf jeden Fall bald wiedersehen. Okay. Ich denke mal, die Generäle werden wir grundsätzlich alle nochmal bekämpfen müssen. Ja. Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Diese Generäle kann man relativ leicht ausmachen an der Anzahl an grüner Haut oder lila Haut und lila Haare. Achso, okay. Die sehen alle sehr grün und lila aus. Okay. Kann ich dich mal für ein, zwei Minuten hier allein lassen? Aber natürlich. Gehe ich mich mal ganz schnell auf Klo. Alles klar. Alles klar. Bis gleich dann. Bis gleich. Wir sind jetzt mittlerweile hier in Tristan angekommen. Eine Stadt direkt an einem Berg. Und diese Stadt hat ein bewacht, ein Schrein, den Mithula-Schrein. Und wie schon vorher im Vogelkönigreich Bedou hatten wir schon den Schrein von Vulkanon aufgesucht, der ja die Menschen und gerade auch das Volk von Grand Seal verschmachtet hat für seine Taten, dass sie das Segel gebrochen haben. Und wir suchen eine weitere Göttin auf, die hier ihren Sitz hat und das ist die Göttin Mithula und suchen ihren Rat. Und wir treffen hier auf einen friedlebenden Priester im Mithulas Garten. Man hört auch schon, die Musik ist ganz himmlisch, ganz lieblich. Wir sind auf jeden Fall an einem heiligen Ort angekommen. Aber irgendwas stimmt mit diesem Priester nicht. Er kann sich teleportieren, er will uns aufhalten, was könnte möglicherweise sein. logischerweise ist er ein Dämon. Aha. Aber uns sind die Dämonen relativ egal, weil Peter ist Peter und er fliegt einfach wieder hoch und killt sie, killt den Ober-Mods. Na, also hier sieht man auf jeden Fall viele einzigartige Karten mit einzigartigen Grafiken und auch sie spielen sich auch generell unterschiedlich. Es ist auf jeden Fall interessanter, diese Karten zu spielen als zum Beispiel diese Overworld-Maps. Aber dadurch, dass wir wiederum snipen, wird das wiederum trivial. So, es gibt hier schon mal einen wesentlichen Unterschied. Es gibt einige Schatzthronen, die auf kleinen Inseln hier angelegt sind, auf diesem großen See. Das Problem ist, dass normalerweise das Öffnen von Schatzthronen in der amerikanischen Version nicht mehr geht. Das war mal möglich in der japanischen Version. Aber in der amerikanischen Version haben sie es irgendwie ausgescheitert. Das ist vielleicht ein Bug oder sie haben es mit Absicht gemacht. Auf jeden Fall ist es in der amerikanischen Version unmöglich, mit fliegenden Einheiten diese Schatzthronen zu erreichen und ihre Inhalte zu öffnen. Das ist nur in der japanischen Version möglich. Dementsprechend haben wir damals nie erfahren, was in diesem Schatzthronen drin ist. Ich glaube, da war ein besonderer Ring drinne und noch ein Heil-Item, was sich Ray of Light nennt. Sicher bin ich mir auch gerade nicht, weil wir in der amerikanischen Version nie damit zu tun haben. Und jetzt sehen wir gerade, wie unsere Charaktere an der Tür lauschen, während einer der Dämonengenerele Salbat zu uns spricht und uns herausfordert. Sollten wir den Tempel betreten, müssen wir gegen ihn kämpfen. Was wir natürlich tun, denn wir haben einen Phönix. Astral ist gerade verwundert, weil Salbat hat einen anderen Dämonengeneral erwähnt, namens Odd Eye. Und irgendwie scheint der Name bekannt zu sein. Und wir haben Odd Eye auch schon bereits getroffen. Aber wer das ist, wer weiß. Auf jeden Fall gehen wir hier in diesen Schrein rein, sehen schon wir hier diesen grünen Lulch hier. Salbat, der Magier, hat sich hier in Mithula-Schrein dann eingenistet und folgt uns nun zu einem Kampf heraus. Wie ihr sehen könnt, wir arbeiten hier wieder mit einer minimalen Forst Gruppengröße, fliegen einfach hoch und klatschen diesen alten Mann um. Ich bin übrigens wieder da. Ich wollte dich nur erst mal ausreden lassen. Ja, dankeschön. Man kann hier zum Beispiel sehen, dass Peter mittlerweile auch schon wieder ein bisschen mehr Schaden nimmt. zehn Schaden von dieser Happy Queen und neun von diesen elf sogar von dem Ritter. Okay, mach's gut, Hierarchy. Alles klar, Hierarchy. Bis später, bis bald, wie auch immer. Auf jeden Fall, Salbat ist definitiv einer der Gegner, der viele Probleme gemacht hat und auch viele Rans zum Schaltern gebracht hat und Bowie sieht es auch vor, hier lieber einen Sicherheitsspeicher anzulegen, sollten seine Treffer nicht landen, weil dann ist Peter wirklich in Gefahr zu sterben und das möchte er halt gerne vermeiden. Aktiviert hier wieder den Turbo Code, die aktiviert alle anderen Cheats und geht es mit Peter da rein und greift an. Die Runner sind so erfahren, sie müssen nicht unbedingt die Schritte nachzählen, sie wissen, auf welcher Position sie stehen müssen, um dann zu erreichen. Und der Doppelangriff auf Salbat, das ist natürlich eine immenser Zeitspersparnis, dass Peter zweimal angegriffen hat und den Salbat einfach mal weggepustet hat. Das ist natürlich großartig, dafür brauchte man nicht speichern, aber es hätte auch ganz anders ausgehen können. Eben, das kann man ja im Vorfeld nicht ahnen. Also diese Dämonen werden generell große Töne spucken, aber wir werden einfach mit unserem Phönix über die wegrollen. Das wird so ungefähr das Thema der letzten zwei Stunden sein. Okay. Und hier finden jetzt mittlerweile die Göttin Mithula, die schnell ihren Orb ihre Kugel wieder in Anspruch nimmt, die Salbat gestohlen hat. Und wie gesagt, Vulcanon ist der erste Gott, Mithula ist die zweite Göttin, die über diese Welt herrscht und wir holen uns nun ihren Rat ein. Hallo erstmal, Jörg Fiskara und du hattest eben gesagt, das wird Thema der nächsten zwei Stunden sein und direkt im Anschluss habe ich da im Mainstream auch irgendwas von probably two hours und möglicherweise zwei Stunden gehört. Ist das jetzt so eine ungefähre Zeitangabe schon gewesen? Würde ich mal sagen, ja, also wir hatten ein, zwei problematische Kämpfe jetzt, seitdem wir die Villa verlassen haben, auch ein bisschen langsamer insgesamt. Aber, ähm, ich sage mal so, fünf Stunden, vierzig, fünf Stunden, fünfzig zu erreichen, braucht schon sehr gute Runs. Es ist also realistisch zu sagen, dass sechs Stunden ungefähr die realistischste Angabe ist, wenn nichts schlecht läuft. Aber halt nicht besonders gut. Also 30 Minuten langsamer als der Weltrekord, aber 30 Minuten schneller als die Estimate. Ich denke, damit sind wir ungefähr bei der goldenen Regel für diesen Run. Okay. Und ich denke mal, so Weltrekord ist mittlerweile sehr, sehr unrealistisch. Auf jeden Fall, ja. Das Weltrekord hängt viel mit Glück zusammen. Mhm. Ja klar, gerade bei so einem sehr RNG-lastigen Run. Wenn alles glatt läuft, in der Theorie zumindest, dann kann man da wahnsinnig zeiten. Da kann man tatsächlich auch bei dem Weltrekord jetzt noch einiges rausholen. aber so viel Glück muss man erst mal haben. Ja, auf jeden Fall. Die Chance, das alles in einem Run zu haben, die geht gern null. Also, generell steht ja so die Diskussion, wenn man so einen Run zum Marathon hochlädt, ist das überhaupt Marathon-Safe? Kann man diesen Run überhaupt beenden? Gibt es nicht vielleicht zu viel RNG, das soll es so führen, dass der Run nicht beendet werden kann? Diese Probleme haben wir mittlerweile bei Shining Force, was ja an sich so ein RNG-Titel ist, haben wir mittlerweile gemildert, aber es ist natürlich nicht unwahrscheinlich, dass man das Glück zu einem Weltrekord mitbringt. Ich meine, bis man zum Weltrekord kommt, braucht man sehr viele Resets und eigentlich eher einfach nur sozusagen Würfe auf das RNG. Ich denke mal, gerade so, weiß ich, in der ersten Stunde, also bei so einem Run, zumindest in der ersten Stunde, wenn da irgendwas schon mal zwei Minuten kostet, ich glaube, da kann man teilweise schon fast resetten, wenn man wirklich Feldrekord haben will. Das wird bei einem Marathon natürlich nicht passieren. Da kann man sich das gar nicht leisten, dann nach einer Stunde schon wieder zu resetten. Hallo, Caro! Wie Zeldragan jetzt nochmal gerade angesprochen hat, in dem Schrein bestand sich eine steilende Statue, das ist die Sorceress Taya. Eine sehr wichtige Magierin tatsächlich, zwar nicht die beste, aber eigentlich ein ganz guter Charakter, aber wie gesagt, im Speedrun ignorieren wir das, weil wir eigentlich gar keine Leute wollen. also von daher guter Einwand, das habe ich vergessen zu erwähnen, weil ich logischerweise auch mehr so im Speedrunning-Kontext lebe und nicht, was das Spiel tatsächlich bietet. Genau. Und jetzt hier in Pakalond sprechen wir mit Freya oder Freija und erfahren jetzt nun von einem Schiff, dem Nazca-Schiff. Das ist logischerweise wieder so ein bisschen Mythologie angewunden. Erzähl du erst mal danach, muss ich mal was fragen hier wegen dem Charakter. Wir haben jetzt die Information erhalten, dass es halt dieses antike Nazca-Schiff gibt von der alten Zivilisation und dass es uns theoretisch auch zurück zu unserer Insel fliegen würde, zurück nach Grand Seal, was auch tatsächlich dann der Fall sein wird. Aber logischerweise, hier haben wir schon wieder Getsch, diesen kleinen Giftgnomen hier und der wird uns logischerweise wieder aufhalten mit seinen Einheiten da, aber ja, macht hier ein bisschen Stress, aber logischerweise rollen wir über seine kleinen Einheiten mal wieder drüber mit Peter. Okay. Was hast du, was du zu fragen? Wie ist dieser Mönch Freya oder Freya? Ja, das ist so eine, ich komme natürlich auch zu einer deutschen Aussprache an, also, Jaha habe ich früher Jaha genannt, logischerweise sagen alle anderen Jaha im Englischen. Achso, ja, klar. Ich habe, den Priester habe ich auch damals Freya genannt, aber ich glaube, Engländer sagen Freya, da bin ich mir nicht sicher, also da gibt es schon unterschiedliche Abweisen, wie man es aussprechen kann. Achso, nee, weil bei der Aussprache, die du jetzt als erstes gewählt hattest, da musste ich irgendwie so unwillkürlich an Freya Tuck denken, das ist doch der Mensch bei Robin Hood gewesen. Ja, das stimmt. Und das würde ja irgendwo passen. Ja, auf jeden Fall. Der hat sogar denselben Haarschnitt und so dieselbe Stattung ungefähr. Vielleicht ist es tatsächlich, genau, vielleicht ist es tatsächlich so ein kleines Statt, das hier versteckt ist. Ja, auf jeden Fall. So, diese Karte, man kämpft hier in der Stadt, in dieser ausgetrockneten Stadt. Er benutzt jetzt hier Sarah, um den Protect Ring zu verwenden. Der Protect Ring erhöht Verteidigung und Geschwindigkeit, um halt halt den Helden Verteidigung zu machen und jetzt dass er uns nicht wegstirbt, während Peter seinen Weg nach unten macht. Hier ist tatsächlich der Demon Soldier, der Boss. Heißt der Demon Soldier, ich bin mir gerade nicht sicher. Doch, Devil Soldier, fast. Ach, Devil Soldier. Ah, okay. Ja, das ist auch fast das selbe, stimmt. Und hier ist dieser blaue, blaue Axtkämpfer, den müssen wir einfach umsatzen, dann haben wir auch diesen Kampf gewonnen. Okay. Und dieser Kampf ist also auch wieder durch die Sniping-Strategie dann trivial. War damals ohne die Sniping-Strategie nochmal ein bisschen interessanter, aber auch einer der einfacheren Kämpfe. Okay. Peter weicht ja auch nochmal ganz bequem aus, scheint also alles ganz gut nach Plan zu laufen. Sarah stirbt es logischerweise mit ihren lächerlichen 616 HP, aber das ist uns ja auch egal. Sie hat ihren Dienst getan, indem sie den Helden Arvris geboostet hat. Und jetzt hier auch der Priester, der würde wahrscheinlich nicht viel Schaden machen. 14 ist tatsächlich noch sogar ein bisschen was, oder der defensiven Boost, der halt definitiv ist aufgeschmissen. Okay. Wir müssen hier den Kampf auf jeden Fall jetzt auch zügig beenden, ansonsten wird das hier auch etwas klappen, wie man hier sieht. Hier der Necromancer mit seinem Freeze sauber, ist auch nicht gerade nett. Selbst Peter fehlt hier ein ordentliches an HP, sollte jetzt aber fertig sein. Also, alles überprüft auf der Pause. Weil er die Attacke trifft wieder nicht. Das equippt er den Running Ring und kann damit zweifelter Lauf weiterlaufen. Oh, okay. Das überbrückt jetzt quasi diese extra Distanz, die er fliegen muss. Und damit haben wir das hier auch gegessen. Wunderbar. Ah, okay. Ausgetrocknete Stadt mit saftigen grünen Wiesen und grünem Laub zumindest im Kampf. Ja, gut. Ich meine, da wird man jetzt nicht unbedingt für jede Umgebung ein eigenes Kampfbildschirm gemacht haben. Ist ja auch immer eine Frage des Speicherplatzes, muss man dazu sagen. Gerade bei den 8-Bit- und 16-Bit-Spielen, da ist der Speicherplatz halt immer sehr knapp gewesen. Auf jeden Fall. Ihr habt es auch noch mal gesehen, für alle, die es verpasst haben. Um den Ring zu reparieren, packen wir den einfach in unser Lager ein, wodurch der Ring automatisch repariert wird, weil es einfach keinen Bruchspeicher gibt. Es gibt keinen Speicher in der Karawane, die sagt, ein Gegenstand ist gebrochen oder nicht. Dementsprechend nimmt er automatisch an, dass er nicht gebrochen ist, was uns dann den Ring auch repariert. Auf jeden Fall sehr praktisch. Aber im Grunde könnte man das als Glitch dann schon bezahlen. Auf jeden Fall, ja. Ich nehme an, das ist ein Bug, das war nicht so gedacht. Das haben sie einfach übersehen, dass sie dann einen entsprechenden Speicherwert annehmen. So, jetzt sind wir schon wieder auf dieser Formal-Dighten-Map, die so eine Art Fehlerkampf ist. Hier ist aber eine kleine Besonderheit neben dem Snipe, wo man jetzt den Baumaster killen muss, dass wir hier einen Gegner Scheinhaben haben, die Jar heißt, die aber eigentlich Jarro heißt. Wir sehen, kann auf einmal, verlabert er jetzt rum, das ist eine dieser Einheiten, die überlaufen, wie schon ein Fire Emblem auch. Ach so. Der entscheidet, sich jetzt mit euch zu kämpfen, ist im Moment zwar noch von einem Spiel kontrolliert, ist aber ab dem nächsten Kampf auch verfügbar als Charakter. Ah, okay. Und taugt der was so im Casualplay? Nein, Speedrun sowieso nicht, aber ist man so im Casualplay? Tatsächlich ist er relativ gut. Charaktere sind ab dem Moment nützlich, wo sie fliegen können, weil sie sich dann dafür qualifizieren, Peter zu unterstützen, weil sie hinterher fliegen können. Stimmt. Hielt mich auch nochmal an, merken, die Donation-Incente für seinen Namen wurde Everhate genannt. Ich nehme an, dass einige euch ja schon konkreter, also schon konsequenter durch den RPG-Limit-Break geschaut haben. Ich möchte es aber auch noch einmal kurz erwähnen und aussprechen. Everhate ist ein Speedrunner, der leider jetzt im letzten Monat verstorben ist. Und wir hatten jetzt vor zwei, drei Wochen hatten wir ein Soulblazer-Rennen öffentlich für alle Leute, um uns an ihn zu erinnern, weil Soulblazer hat das Spiel, über was er gespeedrunnt hat, wo auch Leute ein Tutorial gemacht hat und Leute auch eingeladen hat, auch Soulblazer als Speedruns zu erwarten. Dementsprechend haben wir uns gedacht, es wäre sehr schön, sein Gedenken zu ehren, indem er halt alle Soulblazer-Run und haben auch seitdem viele Runs und insbesondere solche öffentlichen Marathon-Runs werden halt jetzt häufig auch mit Everhate nochmal bestückt, um uns an ihn zu erinnern, weil er war ein sehr freundlicher Mensch, er war in all den Chats dabei und hat eigentlich auch viel Freude in der Community gebracht und dementsprechend sind alle sehr bestürzt, dass er gestorben ist. Dementsprechend auch hier nochmal Everhate, die Referenz, finde ich sehr, sehr schön. Okay, ist aber auf alle Fälle eine schöne Geste. Ja, auf jeden Fall. So, der Baumaster ist auch schon erledigt, das ging relativ fix, war aber auch eher so eine Art Filler-Kampf, wenn man mal den Jaro, also den Everhate-Charakter jetzt mal beiseite lässt. So, und jetzt kommen wir in einer weiteren Stadt an, die heißt Moon, M-O-U-N, Moon. Okay. Und logischerweise haben wir hier auch viele Dämonen, also egal, wo wir hingehen, hier gibt es einfach so ein paar freche Wesen, die meinen, uns aufhalten zu wollen, aber sie wissen doch nicht, dass Peter an unserer Seite ist. So, jetzt haben wir Frasier, ist jetzt auch richtig Team-Member geworden und wir gehen jetzt quasi in den Kampf automatisch rein und haben gar keine Möglichkeit, Frasier zu entfernen. Wir müssen jetzt damit quasi erstmal leben, aber der Kampf geht relativ fix, weil die Karte nicht ganz so groß ist, das heißt, innerhalb von drei Runden haben wir den Boss, glaube ich, auch schon erreicht, oder vier Runden. Mhm. Das macht mich aggressiv, M-O-U-N, ja, mal so, kurz im Hintergrund Caro, also sprich Wolfienchen hier im Chat, kann das nicht ab, wenn ich dieses M-M mache, das ist für mich einfach akustisches Kopfnicken und ja, das macht sie so ein bisschen aggressiv, also ich glaube nicht wirklich, aber die Haktzeit gerne. Deswegen werde ich das jetzt besonders häufig machen. Zeigst du mir auch, dass du da bist und zuhörst? Man sieht sich ja nicht. Richtig, und das ist es ja. Akustisches Kopfnicken, ganz wichtig in solchen Gesprächen, in Telefonaten, in TS, wo auch immer. Ja, auf jeden Fall. Hier die Gegner, die kloppen auch schon fleißig auf Peter drauf, aber das ist alles nicht so wild. Okay. Da kommen wir generell noch durch, also wir sind immer noch in diesen Kämpfen drin, wo das jetzt eigentlich alles Larifari ist, wo wir einfach einfach nur Schick zum Boss laufen und einmal draufhauen und das war's dann. Die strategische Tiefe leidet hier ein bisschen darunter, aber immerhin ist so der Shining Force 2 Run sehr konsequenter geworden. Und wie man ja auch bemerkt hat, die ersten drei Stunden sind ja sehr strategisch und andersartig. Oh ja, das auf jeden Fall. Siehst du, dass das von Anfang an so wäre, dass man nur so stumpf mal auf den Gegner zufliegt? Das heißt, Variationen ist immer noch gegeben, selbst wenn es jetzt hier acht, neun Kämpfe hintereinander sind, die relativ simpel sind. Genau. Aber allgemein so diese Sniper-Strategie, die hat den Speedrun schon deutlich verändert, ne? Auf jeden Fall, ja. Also man hat's generell auch schon ohne das Grinding gemacht, aber man hat halt viel mehr Charaktere mitgeschickt, um zu helfen, weil logischerweise ohne das Grinding Peter nicht stark genug war, um da halt zu one-shotten oder halt ihn schnell runterzukriegen. Dann brauchst du halt noch drei, vier Charaktere, die mitgekommen sind, um zu snipen. Das ist dann nicht mal so ein ganz cleaner Snipe, kann man ja nicht mehr ganz so sagen. Aber nichtsdestotrotz hat er quasi die Gruppe aufgespalten in die Gruppe, die zurückbleibt und die Gruppe, die den Boss erledigt. Also das war im Grundgedanken schon immer schon so der Fall gewesen, aber jetzt ist es natürlich effizient geworden. So, jetzt finden wir hier so einen kleinen Stein, der sich bewegt und tatsächlich steckt einer so runter. Logischerweise haben hier auch Leute gelebt in diesem Dorf, hier waren ja nicht immer Dämonen. Und das sind die Flüchtlinge, die haben sich hier in ihrem geheimen Bunker versteckt, während die Dämonen da sind und kommen jetzt natürlich raus, wo wir sie erledigt haben. Der Charakter, den wir gerade gesehen haben, war Zynk. Und Zynk ist ein alter Roboter. Aber er hat sich, ein Roboter, der ist anscheinend, es gehört da nicht so richtig hin, aber hat sich trotzdem verschrieben, diesen Menschen zu helfen, als einen Kampfroboter sozusagen. Wir treffen jetzt auch einer der letzten Charaktere, die wir gezwungenermaßen mitnehmen müssen, das ist Jirn. Ein weiterer Gladiator, ein Zwerg, der quasi auch beklagt, dass seine Heimat von Dämonen überfallen worden ist und jetzt möchte er uns halt helfen, das Problem ein für alle Mal zu bekämpfen. Und er wurde damals ein bisschen für Safety mitgenommen, also er war damals so ein Körper, den man einfach mal in den Weg gestellt hat, damit er einen Schlag frisst. Mittlerweile aber durch die effizienteren Snipe-Methoden war auch immer notwendig. Also den werden wir wahrscheinlich jetzt auch gleich auf der Bank sehen und nicht in der Gruppe. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, ich wette, der wird dann gleich quasi entsorgt, ich nenne es jetzt einfach mal so. So, den haben wir jetzt auch rekrutiert, das müssen wir. Das ist kein kleines Englisch, was man im Hintergrund hört. Ähm, wir streamen hier nicht selber, sondern wir nehmen den Restream. Das heißt, das RPG Limit Break ist ein englischsprachiger Speedrun-Marathon für einen guten Zweck. Und wir nehmen uns das Bildmaterial und kommentieren das Ganze halt für den deutschsprachigen Raum. Natürlich mit der Erlaubnis von den Veranstaltern. Und deswegen hört man aber im Hintergrund noch ein bisschen das Englische. Wir wollen es einfach mit drin haben, falls jemand da mal ein bisschen reinhören möchte. Ja, das war sehr gut. Wir hatten auch schon die Gesangseinlagen, die kann man dann halt auch auf dem Streetream richtig hören. Und dann verpasst man das halt nicht so komplett. Auch wenn wir logischerweise deren Kommentar natürlich auch mit unseren Haltern ersetzen. Aber logischerweise ist das natürlich sehr schön, jetzt auch für die deutsche Community diesen Service zu haben. Und auch diese Möglichkeit, das auf dem German Restream zu hören und zu betrachten. Ich finde, war eine klasse Möglichkeit. So. Ähm, wir kommen jetzt langsam zurück zu unserer Heimat, Grand Seal. Und das ist dann quasi der letzte Teil des Spiels. Oh. Wir müssen jetzt noch das Naskar-Fisch, äh, Naskar-Fisch. Naskar-Schiff müssen wir jetzt erstmal freiräumen. Weil da hat sich jetzt eine gewisse Frau wieder drauf gesetzt und wir uns nicht reinlassen. Ah, ich kann mir schon denken, wer. Ja. Na, jetzt sind wir hier. Mal ein paar Kommandospen, genau. Das Naskar-Schiff kommt euch vielleicht bekannt vor. Ich denke mal, es ist aus irgendeiner Mythologie oder aus irgendeiner. Ähm. Was war jetzt mit dem Naskar-Schiff? Oh, die singen wieder. Oh, okay. Das ist ein Outrage! Ich bin so evil. Ich werde meine Demons-Berathen aufbauen. Ich werde mir meine Demons-Berathen in nichts zu verleten. Ihr nicht wissen, was ist in store für Sie. Pyrohydras, Archdemons und mehr sind hier für Dune. Dune, 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 Dune. Dune, 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 Dune. Dune, Dune. Wie ist das so, Dune, Dune? Dune, Dune. Dune, Dune, Dune. Dune, 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 Dune Und man sollte sich merken, nach welcher Melodie sie gesungen haben und haben auch teilweise jetzt, die Texte sind selbst geschrieben, also sie haben sie selbst komponiert sozusagen und logischerweise auch wieder storyrelevant, der Song ging darüber, wie sie die zwei Juwelen zurückbringen sollen zum Zeon, den Dämonenkönig, also halt komplett passend. Also die Donation Incentive hieß ja Shining Force 2 The Musical, also passt das halt eben auch, also man könnte wirklich diese Texte nehmen und daraus ein gesamtes Musical machen und würde dann auch die Story von Shining Force 2 erklären, also große Klasse, dass sie diese Donation Incentive aufgebaut haben und diese Songs entwickelt haben, es ist auf jeden Fall eine große Freude, die zu sehen. Aber ich muss so allgemein mal sagen, ich meine, ich kann ja so ein kurzes Zwischenfazit schon mal ziehen, so wie dies hier präsentieren, das ist echt schon klasse. Auf jeden Fall. Das ist deutlich unterhaltsamer als, in Anführungsstrichen, die normalen trockenen Runs, ich meine, die sind jetzt auch beim besten Willen nicht verkehrt, aber hier hat man halt so noch einen gewissen Mehrwert geboten. Auf jeden Fall, äh, kommt einfach daher, dass wir halt, es ist für uns halt das erste Mal, äh, es ist keine Routine für uns, es ist für uns das erste Mal, dass wir Shining Force in diesem Kontext sehen und eine so große Zuschauerzahl haben. Von dem besprechen wir natürlich auch was ganz Besonderes mit dem, mit dieser Möglichkeit machen und da steht halt auch die gesamte Community hinter, diesen Run halt einzigartig und unterhaltsam zu machen. Genau, und das ist euch definitiv gelungen. Wunderbar. So, wie ihr jetzt da oben seht, da oben wartet schon Camilla, die kleine wechselhafte Frau, mit ihrem Morgenstern. Die möchte nun ihren, äh, letzten Stand machen, um uns aufzuhalten und unsere Überfahrt nach Grand City zu verhindern. Aber ja, ich kann mich nur wiederholen, niemand darf mit uns diskutieren, wir haben einen Phönix, das ist alles, was man wissen muss. Ne, das ist auch ein relativ großes Feld, das ist einer der größeren Kämpfe tatsächlich, und wenn man das normal durchspielt, ist es auch definitiv keine, kein Kinkabitzchen. Kinkabitzchen, das ist auch wirklich ein aufregender Kampf, wo man auch ein bisschen Strategie braucht, weil hier sehr viele starke Gegner sind, mit einem starken Boss am Ende. Okay. Ja, also da sind, keine Ahnung, zehn, zwölf Gegner, die relativ, die relativ nah zueinander stehen. Hier zum Beispiel Camilla setzt eine Feuerattacke ein, Peter hat eine verdammt hohe Feuerresistenz, das macht ihm fast gar keinen Schaden. Das ist uns völlig egal. Wir haben einen Phönix und wir werden ihn benutzen, genau. Das respektieren die Dämonen nur leider nicht so ganz, und dementsprechend müssen sie das erst mal körperlich lernen, wie das ist. Genau. Muss man denen halt einfach mal Respekt einprügeln, so ungefähr. Wo sie jetzt auch gerade gesungen haben, möchte ich auch nochmal darauf eingehen, dass die Musik in Shining Force 1 und 2 auch wunderbar ist. Also, man merkt hier sehr deutlich, dass sie ein Verständnis dafür haben, wie sie mit der Genesis und dem künstlichen Synthesizer arbeiten müssen, und trotzdem relativ orchestrale Soundtracks im Spiel zu unterbringen. Und Shining Force 1 hat nochmal eine Weile sehr viel künstlicher geklangen als Shining Force 2, mit mehr so Pieps und diesen typischen Low Bass-Sounds, wie man auch im Fantasy Star 4 vielleicht gehört hat. Und Shining Force 2 hat sich sehr stark darauf verstanden, halt auch den Soundchip von Genesis zu verwenden, um halt auch etwas zu machen, was annähernd orchestramäßig klingt und auch wunderbar klingt. Und es gibt auch eine CD, das nennt sich Symphonic Suit, wo sie halt die Tracks nochmal mit dem richtigen Orchester nachgespielt haben. Also, das klingt atemberaubend. Und jetzt auch gerade die letzte Musik, die letzte Bosskampfmusik, die ist einfach absolut einzigartig, weil sie einfach sehr starke Kompositionen hat. Sie hat sehr viele Höhe und Tiefen und man hört sich das sehr, sehr gerne an. Also, wer auch nicht das Spiel spielt, kann auch gerne mal auf YouTube einfach mal ein bisschen vom Soundtrack hören. Ist auf jeden Fall sehr genüsslich. Davon unterschätzen. Das Spiel hat schon seine eigenen Qualitäten, auf jeden Fall, auch gerade für die Zeit. Was ich in dem Zusammenhang irgendwie schon fast ironisch finde, ist, dass der Megadrive, beziehungsweise der Genesis, ja eigentlich immer so diesen Ruf hatte, dass der Soundchip ziemlich Mist war. Also im Vergleich zum Super Nintendo zumindest. Aber das Spiel beweist halt, dass es eigentlich gar nicht so gewesen ist. Der wurde halt nur von Filmprogrammierern nicht so genutzt, wie er hätte genutzt werden können. Auf jeden Fall. Also man merkt ja auch deutlich bei vielen Spielen, dass zu Ende der Konsolenzeit halt auch die besten Spiele rauskommen. In technischer Hinsicht, dass die Musik besser genutzt worden ist, dass der Speicher besser genutzt worden ist, um mehr einzigartige Grafiken zu gestalten. Und so ein Chrono-Träger sieht einfach geil aus, weil Square Soft zu der Zeit einfach gelernt hat, mit der Super Nintendo zu arbeiten. Genau. Also wenn du jetzt so das Final Fantasy 4 vergleichst, was da quasi noch von den Grafiken her komplett vom NES abgeleitet ist, und dann mit Chrono-Träger, dann hast du natürlich diesen krassen Kontrast. Oder Final Fantasy 6 ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Genau. Das hat ja auch sehr gute Grafiken gehabt, meiner Meinung nach zumindest. Meiner Meinung nach auch. Und das Ding ist einfach, das Super Nintendo arbeitet ja komplett anders soundtechnisch als das Genesis. Mit Genesis haben wir einen Synthesizer, wo quasi direkt der Synthesizer in der Konsole angesprochen wird, gewisse Töne zu generieren. Während die Super Nintendo ja mit Sound Samples arbeitet, also mit Roms. Dadurch hat die Super Nintendo einfach ein viel größeres Spektrum an Tönen, die es machen kann. Und dann auch natürlich, er klingt, also eine Flöte klingt mehr wie eine Flöte und eine Harfe klingt mehr wie eine Harfe auf dem Super Nintendo. Während das Genesis halt nur seine Synthesizer-Sounds hat. Da kannst du nicht viel anders mit machen. Das heißt aber auch, dass der Entwickler halt herausfinden musste, was sind meine Limitierungen, was kann ich damit machen. Und man kann anscheinend vor zwei sehr gut sehen, dass das hier sehr gut verstanden worden ist. Und dass der Soundtrack immer noch sehr, sehr orchestral klingt. Richtig. Man durfte halt nicht den Fehler machen als Programmierer damals. Das waren so diese typischen Videospiel-Sounds, dass man die versucht aus Megadrive bzw. auf den Genesis zu bringen. Ja. Weil das klang dann, im Vergleich zum SNES, zur direkten Konkurrenz, klang das dann halt deutlich schlechter. Ja. Wie ihr es gerade sehen könnt, wir haben das Nazca-Schiff jetzt erobert. Camilla hat jetzt kleinen Ball gegeben. Wir sind in das Nazca-Schiff rein, sind über den Ozean geflogen, haben es natürlich auch sofort gleich gecrashed, weil wir sowieso nichts behalten dürfen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch strikt zurück zu unserer Heimat, wo wir dann den bösen Dämonenkönig Sion antreffen werden und denen auch den mal ordentlich einen Löffel geben werden. Ah, das klingt doch langsam wirklich nach Endgame. Auf jeden Fall. Und die Gegner sind jetzt hier auch nochmal bedeutend stärker, auch mit fiesen Fähigkeiten. Wir betreten jetzt kurz mal hier das, das ist ein Mönchkloster. Wir trainieren ganz viele Kampfmönche. Von diesem kleinen wirbelnden Mann da an der linken Seite schon. Ich habe ihn gerade gesehen. Wir haben jetzt noch einen Brave Apple aufgeschnappt. Ein Brave Apple ist ein Item, wo man in einem Charakter ein Level abgeben kann. Also wieder perfekt für Peter, um ihn auch wieder ein bisschen stärker zu machen. Aber wir greifen tatsächlich einen Charakter auf. Das ist der einzige optionale Charakter, den wir tatsächlich noch aufgreifen. Und die erwischen wir leider in einer unpassenden Situation. Sie ist gerade am Baden. Und Astra möchte die anderen jetzt mal kurz wegschieben. Einfach, um ein bisschen dezent zu bleiben. Aber Astra selber ist natürlich nicht so... Hat es anscheinend nötig. Und die Donation Center hat sie anscheinend Best Girl genannt. Best Girl war anscheinend auch eine alte Schülerin von dem Astral. Ich meine, wir sind jetzt ja mittlerweile wieder auf der Insel Grand Seal. Das heißt, wir trefften teilweise auch wieder auf Leute, die uns persönlich kennen, drückgeblieben sind. Na, jetzt schlagen wir gerade vor. Okay, wir gehen gerade zum König der Dämonen. Kommst mit? Und sie sagt natürlich klar... Kann man mal machen. So, jetzt macht sie hier so einen Superspin. Wow. Das ist... Ihr Originalname ist Sheila und sie ist ein Mastermonk. Also auch so ein Kampfmönch. Und diese Kampfmönche sind halt auch sehr, sehr starke Einheiten. Die nehmen aber tatsächlich mit wegen ihrer Heilfähigkeiten. Um halt auch noch ein bisschen Sicherheit in den Endkampf zu bringen. Der Incentive-Name war Best Girl? Best Girl, ja. Genau. Hm, okay. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Einfach ein paar Wege sparen, indem wir einfach raus und reingehen, um nochmal das Mithril hier abzuholen. Die Mithril-Items werden wir bald craften. Ah, okay. Der Name Best Girl, hat der jetzt auch irgendeine tiefere Bedeutung? Äh, ich glaube nicht. Also es wird wahrscheinlich eine eher persönliche Note sein von jemandem, der den Krachler vielleicht sehr gerne macht. Ah, okay. Aber ich kenne da jetzt keinen Insider oder so. Ja, na, hat er sein können. Also sie ist eigentlich farf vom, also sie ist wirklich nicht, ich glaube ich, der schlechteste der drei Mastermonks, die man hier im Spiel haben kann. Aber für den Speedrunning ist es halt sehr gut, weil sie komplett entwickelt sozusagen, schon reinkommt ins Team. Ah ja, gut. Weil ansonsten müsste man Sarah, also Waifu, die blaue Priesterin, halt hoch trainieren. Das wäre halt im Speedrun nicht möglich, weil sie halt nur eilen kann und nicht kämpfen. Okay. Und die andere Person wäre Rekana gewesen und das war eine der Charaktere, die wir bei der Villa auswählen konnten und da haben wir uns dagegen entschieden. Das heißt, Sheila ist jetzt die einzige, ist der einzige Monk, auf den wir wirklich Zugriff haben im Run. Okay. Aber das ist im Grunde auch nur so eine Art Backup, richtig? Aber falls mal irgendwas schiefläuft, dass man dann halt noch was in der Hinterhand hat. Ich glaube, sie hat, äh, sie hat Healdraht. Ja, also sie sind immer noch Snipes, aber dadurch, dass quasi die Gegner sehr, sehr stark werden, müssen wir jetzt mit mehr Obacht vorangehen und sehr vorsichtig sein. Wir werden uns jetzt wirklich mit den Übelsten der Übelsten prügeln müssen. Und hier sieht man zum Beispiel, hier sind alle Gegner auf den Haufen. Also die sind alle nebeneinander gespawnt und reiten sich jetzt langsam auf. Und in der Mitte ist dieser Bowrider, der Typ, der Zentaur mit dem Bogen, den müssen wir killen. Ah, okay. Und Peter muss sich trotzdem erstmal entfallen. Ähm, Sail Dragon, du hast recht, es sind insgesamt acht Kämpfe, die wir jetzt noch haben, vor uns haben. Und, ähm... Das ist tatsächlich nicht mehr viel. Ja, wie gesagt, die letzten zehn Kämpfe, das ging dann peu auf peu sehr schnell voran. Ähm, durch die Snipes. Die Kämpfe werden teilweise wieder sehr, sehr kompliziert und langsamer. Also sie sind immer noch Snipes, aber dadurch, dass quasi die Gegner sehr, sehr stark werden, müssen wir jetzt mit mehr Obacht vorangehen und sehr vorsichtig sein. Wir werden jetzt wirklich mit den Übelsten der Übelsten prügeln müssen. Und hier sieht man zum Beispiel, hier sind alle Gegner auf dem Haufen. Also die sind alle nebeneinander gespawnt und reiten sich jetzt langsam auf. Und in der Mitte ist dieser Bowrider, der Typ, der Zentaur mit dem Bogen, den müssen wir killen. Ah, okay. Und Peter muss sich trotzdem erstmal ganz schön nach Gefahr ausgeben. Das wäre jetzt nicht meine Frage auch gewesen, wer von denen derjenige ist. Ich hätte jetzt auf diesen, äh, den Weißen da getippt, der zwischen den beiden Fratzen da jetzt steht. Er hatte sowas von, ja, der Weißen war, er sieht sehr wichtig aus, ne, so was ich ist. Richtig. Ja. Sah rum an, genau. Er sieht ein bisschen besonderer aus, aber tatsächlich ist es der Bowrider, den wir, äh, erledigen müssen. Aber das sollte gut möglich sein. Okay, ich meine, das kannst du definitiv besser einschätzen als ich. Also Peter ist jetzt schon direkt in Reichweite, er kann jetzt einfach direkt auf ihn zufliegen. Ich weiß nicht, ob er ihn one-shotten wird, da bin ich mir selbst gerade nicht sicher. Aber es wird definitiv eine der letzten Instanzen sein, wo wir von One-Shots reden können. Ah, okay. Jetzt steht da wieder dieser blöde Wurm vor. Mal gucken, ob Peter trotzdem noch rankommt. Ich habe das Problem, dass da um diesen Bowrider so viele Einheiten rumschwirren. Aber ich glaube, das sieht gut aus. Ja, wir kommen von oben ran. Ah. Ja, gut, das hat gut geklappt. Wunderbar, dann ist dieser Kampf auch schon vorbei. Drei HP, drei Angriff, zwei Verteidigung. Peters Level-Ups werden konsequent auch bis zum Ende sehr, sehr gut sein. Es lohnt sich immer, ihn weiterzuleveln. Genau. Ein Peter ist nie fertig. Ja, ein Peter ist nie fertig. Äh, wo liegt eigentlich das Höchstlevel in dem Spiel? 99. 99, das Übrige? Ah, okay. Also, ähm, man kann die Charaktere, wie gesagt, man kann sie auf Level 20 weiterentwickeln. Aber unentwickelt können sie bis Level 40 kommen. Das ist das maximale Level. Ah, okay. Dann werden sie entwickelt und fangen wieder auf 1 an und können dann auf 99 gehen. Das Problem ist aber, dass ungefähr ab Level 30 deine Einheiten halt nur einen Erfahrungspunkt bekommen für die stärksten Gegner. Ah, okay. Und du willst logischerweise nicht 100 Gegner killen für ein Level-Up für eine Person, um auf 99 zu kommen. Also, von daher, es wird halt künstlich limitiert, dadurch, dass man keine Erfahrungspunkte mehr bekommt. Die einzige Instanz, wo man einen Charakter weiterleveln kann, sind tatsächlich die Heiler und die Mastermonks, weil die kriegen halt 25 Erfahrungspunkte fürs Boosten, durch magisches Boosten. Und können haben also quasi unabhängig vom Gegner noch eine Erfahrungspunktequelle. Dementsprechend, so Mastermonks hat auch generell die stärksten Charaktere im Spiel, weil sie halt auch einfach ein viel höheres Level haben als andere Einheiten. Aber theoretisch, ja, 99 ist programmtechnisch möglich, aber nicht wahrscheinlich. Ähm, du hattest ja vorhin dieses eine Item erwähnt, das im Level-Up gibt. Ja. Was mit Apple war das noch, glaube ich, ne? Brave Apple, ja. Brave Apple, genau. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, an mehrere oder im Idealfall natürlich an einen N.T. 4 ranzukommen? Oder sind die auch sehr stark limitiert im Spiel? Die sind sehr stark limitiert. Man findet zwei Brave Apples im gesamten Spiel und das ist alles, was man braucht. Ah, okay. Das ist, äh, da hat man keine Möglichkeit. Okay, also es hilft definitiv nicht, um auf Level 99 zu kommen. Dafür müssten wir schon an irgendeiner Küste surfen und auf dem Missinglook treffen, damit wir unsere Brave Apples vermehren können. Hm, okay. Mal so einen kleinen Übersprung zu Pokémon zu machen in Sonderbonbons. Aber nein, unser Level-Up-Item können wir da nicht, äh, vermehren. Das wäre schade eigentlich. Ja. Wobei, in gewisser Hinsicht, ähm, generell seitdem die Grind-Strategie aufgekommen ist, hat man sich so ein bisschen beklagt, dass logischerweise einige Teile des Spiels ein bisschen langweiliger geworden sind, weil sie halt so simpel sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es eine Möglichkeit gäbe, Peter einfach 99 Apples in den Mund zu schieben und dann in das Spiel zu rollen, wäre der Run als solches auch nicht mehr so interessant. Ja, man würde auch wieder die Anzahl der Runs abnehmen. Also von daher, äh, ja, logischerweise als Speedwinder sucht man immer nach dem Optimum und nach dem besten Weg. Aber es ist wahrscheinlich immer auch ganz gut, wenn das Spiel hier nicht alles gibt. Richtig. Weil man, äh, da auch sagen muss, das ist eine Sache, die im ersten Moment vielleicht gerne mal übersehen wird. Aber sobald man tatsächlich mal das Optimum bei so einem Spiel erreicht hat, das theoretische zumindest, äh, kann man sich nicht mehr verbessern. Und dementsprechend wäre dann auch die Speedrun-Community für das entsprechende Spiel mehr oder weniger tot. Genau. Also, na gut, tot nun vielleicht nicht, weil es gibt ja immer noch Platz 2 und Platz 3. Na, aber es nimmt halt schon viel von dem Reiz dann. Er hat das dann nicht mehr verbessern kann. Gerade ein cooler Bug gewesen. Auch erst vor kurzem rausgekommen, hat gerade beim Bildschuhübergang einen Schritt zurück gemacht und ist in diesem Kampf rausgekommen. Hm, okay. Hab ich jetzt gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, dieser Kampf hier ist auch sehr einzigartig, um mal schnell dazu zu kommen, während er noch da ist. Die Snipes gehen immer so fix voran. Gasp hat uns ja, wir waren ja am Fliegen im Nazca-Schiff. Und Gasp hat diese Laserblumen aufgestellt, um es runterzuschießen. Das ist ja genau der Platz, wo diese Laserblumen aufgebaut sind. Und diese Laserblumen schießen in einer Richtung ewig weit. Das heißt, du darfst hier auf gewissen Fällen nicht stehen oder du wirst abgeschossen. Die machen jetzt bei Peter nicht so viel Schaden, aber du siehst ja hier die Blumen verteilt. Und dann kannst du dir schon vorstellen, auf welchen Strichen, also auf welchen Reihen und Spalten du gar nicht stehen darfst, weil sie dann nämlich einfach schießen können, egal von welcher Distanz. Also auch eine einzigartige Mechanik für diesen Kampf. Und das wird sich jetzt auch durch die letzten Kämpfe durchsickern, dass jeder Kampf auch relativ einzigartige Eigenschaften hat. Ah, okay. Das ist aber gar nicht mal verkehrt. Also dadurch hat man wenigstens noch ein bisschen Abwechslung zum Schluss. Auf jeden Fall. Das ist, als wenn man jetzt einfach nur einen Kampf nach dem anderen dem Spieler zuwirft. So nach dem Motto, ja jetzt kämpf dich immer durch und wir haben einfach keinen Bock, was anderes zu machen. Hier ist der Boss der Reaper, der rosa Typin mit der Sense. Die haben generell nicht viele HP, mit 64 sind die so ganz schwach aufgebaut. Das sollte auch ein One-Shot sein, ist es auch. Und damit hat sich das dann auch erledigt. Geht auf jeden Fall gut voran. Und jetzt kommt definitiv einer der schwersten Kämpfe und auch definitiv einer der größten Run-Killer aller Zeiten. Insbesondere, als ich die Grind-Strategie noch nicht gehabt habe. Wir werden jetzt auch einen alten Freund treffen. Okay. Aber er wird anders sein, als wir ihn kennen. Äh, ich gebe jetzt einfach mal einen Tipp ab, der Lehrer am Anfang. Der Lehrer am Anfang, der ist bei uns. Der Lehrer ist bei uns. Achso, ach der ist bei uns? Der ist das alte Astral, der ist ja schon die ganze Zeit dabei. Ah, okay, gut, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja, der alte Mann in der blauen Robe, blau-grauen Robe. Ah, okay. Äh, gut, dann fällt der weg. Äh, der König könnte ich mir noch vorstellen. Nee, der ist bei uns ja auch im Königreich da, in dem Scholz-Kronensaal. Dann fällt mir so spontan niemand mehr ein, also dafür... Du musst an Essen denken. An Essen? Äh, 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 Moment, da war doch was. Eine... Also, Wendy? Nee. Was war denn das letzte nochmal? Wir treffen uns auf unserem alten Freund, äh, namens Taco Bell. Ach, Taco Bell, ja, stimmt. Der im Originalen Lemon heißt. Der jetzt als Red Baron vorgestellt wird und er macht komische Geräusche. Und Gash sagt gerade, seht ihr seine rote Arme, äh, seine rote Rüstung? Sie ist in dem Blut seiner Opfer eingeschmiert. Und tatsächlich ist das so, dass Lemon als, äh, Henchman, als, äh, als General von King Gallim seinen Verstand verloren hat. Und tatsächlich, äh, als, sozusagen, als neuer Dämon jetzt, äh, endlose, unschuldige Opfer umgebracht hat. Okay. Und dementsprechend müssen wir uns, müssen wir jetzt ihm, äh, einen auf die rüberhauen. Und es ist deswegen ein Run-Killer, du kannst ja mal betrachten, wie riesig diese Map ist. Wie groß die Distanz ist zwischen der Startposition und dem Red Baron. Und damals hatten wir halt einfach noch keine Grein-Strategie. Das heißt, wir mussten mehrere Charaktere nach unten bewegen. Worauf dann hin, einige Charaktere auf dem Weg schon gestorben sind. Und das Fiese ist, der Red Baron hat Magie, Magie, D-Soul. Und D-Soul ist quasi Instant-Death-Magie. Kannst dir vorstellen, wie geil das ist, wenn du da runterfliegst und dann versuchst, ihn zu snipen und der auf einmal AOE D-Soul ansetzt und auf einmal mehrere Gegnern, und mehrere Einheiten Instant-Killt. Logischerweise, wenn man den Kampf wiederholt, das dauert 10 bis 15 Minuten. Das hat bestimmt schon 5, 6, 7, 8 Runs einfach mal komplett zerstört, die mit einer guten Zeit hier wirklich 6, 7 Stunden durchgegangen sind und dann hier einfach niedergeschmettert wurden sind. Das war natürlich sehr gefährlich. Ich würde sagen, 6, 7 Stunden nach den alten Strategien. Nach den alten Strategien? Da waren solche Zeiten jetzt gar nicht möglich oder praktisch gar nicht möglich. Nach der alten Strategie würde man jetzt ungefähr bei 8 Stunden sein. Ah, okay. Sobald das ist fast das Doppelte. Ja, furchtbar, ne? Und wenn du dann 8 Stunden hier gesessen hast und du verlierst den Run dann einfach so, das ist natürlich sehr frustrierend und dementsprechend ist natürlich jetzt die Grinding-Strategie auf jeden Fall sehr erwünscht, dadurch, dass insgesamt einfach der Run angenehmer ist. Mhm. Aber das ist auch eine Sache, das könnte ich persönlich nicht, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal wirklich, äh, 10 Minuten, Viertelstunde vor Ende eines so langen Runs, wenn ich dann, äh, ja, den Weltrekord durch irgendeine blöde Aktion oder am besten noch durch irgendein RNG-Element, wo ich nicht mal was für könnte, äh, wenn ich dadurch den Run kaputt machen würde. Ja. Ich hätte, ich glaube, ich würde das Spiel wochenlang, monatelang gar nicht mehr anrühren wollen, erst mal. Ja, dann, dem, äh... Ah, okay, da hat er nochmal gespeichert? Ja. Tatsächlich sehr früh, da bin ich mir selbst noch grad nicht sicher, warum so früh. Ähm, aber ich nehme an, es geht auch darum, dass er überhaupt, überhaupt da reingeht. Ne, jetzt ist er ja gerade noch sicher, jetzt muss er ja hier anfangen, Gegner zu killen. Mhm. Nein, aber es kam durchaus vor, wir haben No Worries zugeschaut und er war im letzten Kampf, Peter hat einmal gemisst und sein Weltrekord war auf einmal weg. Es passiert. Oh, na super. Oh, Mann. Ja, also das muss im ersten Moment zumindest sehr frustrierend sein. Einige sind dann ja motiviert, es, äh, beim nächsten Mal, umso eher noch mal zu versuchen. Ja. Andere wiederum, die, und dazu zähl ich mich dann halt, äh, die hätten erstmal die Schnauze voll davon. Ja, das ist verständlich, auf jeden Fall. Gerade halt bei so einem langen Spiel. Ich mein, wer das jetzt, weiß ich, so ein 30 Minuten Run oder so, da kann man das noch ein bisschen lockerer sehen dann. Hell Dragon hier mit dem kleinen Pun, The Mist Dragon, Demon. Ja, und diese Mist Demon, äh, sind logischerweise auch fliegende Einheiten, die dodgen halt schon mal sehr gerne. Das kann schon mal nervig sein, wenn man von Anfang an schon anfängt, hier irgendwelche Einheiten zu, nicht zu treffen. Nun, dieser Kampf ist auch eine Zeit, Zeitkampf, weil ihr könnt sehen, dass hier alle Einheiten nach rechts oben gehen, wo unser Hauptheld steht. Der ist bald umschwarmt von vielen Monstern, die ihn in zwei Schlägen umbringen. Das heißt, Bowie muss jetzt im Moment hier in wenigen Zügen sofort zum Red Baron aufbrechen und ihn schneller töten, als die anderen Gegner deinen Helden töten. Ah, okay. Ja, das ist immer noch ein knifftiger Kampf. Also hier seht ihr schon fünf Gegner auf einen Haufen, von unten kommen auch nochmal drei, während hier die Flieger sich langsam zu dem Red Baron aufmachen. Ne, hier, Eberhade hat zum Beispiel Wurka keinen Schaden gemacht, das hängt alles von Peter ab. Nun, ihr könnt ja gleich mal sehen, wo der Held steht, der ist ganz in der Ecke gedrückt da oben und rennt weg. Ich wollte gerade sagen, den würde er jetzt bestimmt da möglichst weit weg bewegen. Also, kann man aus den Kämpfen eigentlich fliehen hier? Ich meine, macht, glaube ich, sowieso keinen Sinn, aber... Ihnen nicht direkt, also es gibt ja den Teleportations-Zauber-Igress. Man kann sich also immer sofort zurück zur letzten Kirche beamen. Das geht auf jeden Fall. In Shining Force 1 war es tatsächlich noch möglich, dass man einfach sozusagen, wenn man zum Beispiel in einer Heimatstadt gestaltet ist, dass man einfach wieder zurück zur Stadt geht. Man konnte also auch quasi einfach durchs Zurücklaufen wieder zurückgehen. Das ist hier nicht mehr der Fall, aber halt Egress steht einem immer zur Verfügung, wenn man nicht vorher seine MP aufgebraucht hat, mit dem Bolt-Zauber. Also, es wird hier schon relativ eng, es wird schon sehr spannend. Hier sieht man auch mal ganz gut die AI. Die geht immer nur zwei Schritte bis zu dem Punkt, wo sie dann den Gegnern Reichweite hat und dann nutzen sie erst ihr volles Movements-Spektrum. Schauen wir mal. Also, Bobby muss das auch ein bisschen abschätzen und gucken, wo er sich positioniert. Okay, er hat sich jetzt nahe genug positioniert, um den Red Baron anzugreifen, aber noch außerhalb der Reichweite, glaube ich, und hat jetzt seine Verteidigung geboostet, damit Peter halt auch einige Schläge aushält. Aber der Angriff wird definitiv in der nächsten Runde erfolgen. Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass es jetzt alles gut geht, ansonsten kann er gleich nochmal neu laden und hat dann, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten verloren, würde ich mal schätzen, ne? Kicken weniger, aber ja. Es wird, selbst mit dem Kampfspeicher, den wir hier angelegt haben, ist der Zeitverlust enorm. Also, jetzt gerade auf dem Speedrun-spezifisch, wenn ihr euch andere Speedruns angeschaut habt, da haben sich die Leute Sorgen um Minuten gemacht. Hier sind diese Minuten, fließen euch weg wie Wasser. Ich kann es dir schmecken, also... Das ist Kleidungstext, dann lass es dir schmecken. Shining Force ist schon eine raue Welt für Speedrunners. Oh ja, das habe ich im Verlauf morgens auch mitbekommen. So, jetzt wird nochmal gespeichert. No worries stand passend an der Konsole, hat schon mal auf Reset gedrückt. Ah, okay. Ach, gerade, er muss irgendwie neu laden, oder so. Ja, Reset-Knopf müssen wir halt an der Konsole vornehmen, dementsprechend hat No Worry ausgeholfen, und es hat sich dann hingewollt. Dann schauen wir mal. Okay. Wie viel macht Peter? Oh ja, es ist ordentlich. Peter braucht nur noch einen zweiten Schlag. Das heißt, Peter muss jetzt überleben. Eine Runde Länge überleben. Und er setzt Diesel ein, aber Diesel hat nicht getroffen. Das ist sehr gut. Ansonsten wäre jetzt Peter und uns sind gestorben. Also ich glaube, wir haben das. Also wenn Peter jetzt nicht mehr daneben haut, sollte der Kampf vorbei sein. Und wir hoffen mal, dass der Held da oben überlebt. Was war natürlich sehr knapp und sehr unglücklich, dass er überhaupt Diesel eingesetzt hat. Hätte jetzt der Red Baron physisch angegriffen, wie jetzt, macht er keinen Schaden. Einen Schaden, also. Wow, das lohnt sich. Na, hier ist der Evil Bishop, der heilt den Red Baron oft nochmal. Also wenn ihr das Spiel normalerweise spielt, haut ihr natürlich erstmal den Heiler weg, bevor ihr versucht, den Boss anzugreifen. Diesen Luxus haben wir leider nicht. Aber Peter ist ja stark genug, den da auch umzuhauen. Okay, der erste Bowrider hat den Helden erreicht und macht auch ordentlich Schaden. Der Held hält keinen weiteren Schlag mehr aus. Das muss jetzt alles sofort klappen, ansonsten ist der Kampf vorbei. So, jetzt benutzt er hier mit Everhade das Blizzard, was 20 Schaden macht, 21 sogar, um quasi die Heilung wieder zu reduzieren, die der Red Baron erhalten hat. Jetzt muss Peter auf jeden Fall drankommen und treffen, ansonsten ist es vorbei. Und er hat getroffen. Das war's. Wunderbar. Hier können wir nochmal sehen, das war einer dieser Endkämpfe, die furchtbar schwer sind, wo alles zusammenkommen muss, damit es klappt und wo ihr überall konstant unter der Gefahr steht, sofort umgebracht zu werden. Also zum Beispiel oben der Bowrider zweimal angegriffen, statt nur einmal, weil der Held sofort tot gewesen ist. Habt ihr keinen Einfluss drauf? Eben. Das ist in einem Speedrun nach fast 5 Stunden, ist das natürlich sehr ärgerlich. Wenn es jetzt wirklich, na gut, wenn es Weltrekordgeschwindigkeit gewesen wäre, dann wären wir noch nicht bei 5 Stunden, da wäre es im Moment noch ein bisschen weniger, aber trotzdem, 4,5 Stunden mindestens. Man darf auch nicht vergessen, dass man nach 5 Stunden konzentriert im Speedrunning und gerade auch in einem Spielmonat wie adaptieren muss, dass man relativ geschlaucht ist. Logischerweise ist das jetzt hier nicht der Fall, wo wir jetzt einen Co-Op-Run haben. Wodurch dann quasi das ein bisschen aufgehoben ist, glücklicherweise. Aber insgesamt, wenn ich jetzt zum Beispiel so an den 7 Stunden, 7 Stunden in meinem Run drin binne und dann am Ende noch den Endboss machen soll, dann bin ich meistens gedanklich, also schon ein bisschen brei. Achso. Und das ist teilweise echt schwer, immer konzentriert die richtige Entscheidung zu treffen und macht auch schon mal Pflichtigkeitsfehler. Das kann auch sehr gut sein. Ah, okay. Sif hat gerade übrigens mal kurz ein Video-Refresh gemacht. Also kann sein, dass wir jetzt ganz kurz mal nicht zu hören gewesen sind. für ein, zwei Sekunden. Okay, alles klar. Weil das war ein bisschen asynchron hier, das Commentary. Alles klar. Das kommt leider so im Laufe der Zeit immer mal wieder. Da wird einfach ganz kurz der Server neu gestartet. Ja, gerade wenn der Stream 24 Stunden am Tag läuft. Richtig. Verschiebt sich das schon mal. Was kann ich erklären? Also wir haben jetzt ja den Red Baron einen auf den Löffel gegeben und der Red Baron hat sich daraufhin dann mit diesem Hinterschlag auf dem Kopf auch wieder erinnert, wer er ist. Also wir haben ihn aus seinem bösen, dämonischen Selbst, haben ihn jetzt befreit. Das Problem ist aber, er ist jetzt gerade bewusst geworden, dass er das Leben vieler Unschuldigen auf dem Gewissen hat. Und er hat herausgefunden, dass er ein unsterblicher Vampir ist. Und die Tragödie in dieser Geschichte ist, dass er jetzt versucht, sich für seine Böse-Taten selbst umzubringen. Er kann sich aber nicht umbringen, weil er unsterblicher Vampir ist, wodurch wir halt überall solche Falllöcher sehen, wo er versucht hat, sich von der Clip zu schmeißen. Also man sieht das leider im Streetrun nicht so viel, aber ihr werdet jetzt hier überall Teile sehen, wo er versucht hat, sich selbst umzubringen, aber es hat nie geklappt. Das ist wieder der Comical Relief. Das ist aber ein letztes kleines Detail. Ja. Naja, und jetzt kann man ihn so ein bisschen begleiten auf seiner Odyssey, wie er versucht, sich für seine Taten selbst umzubringen, was nicht so recht gelingen will, bis zu einem Punkt, wo wir sagen, hey, warum haust du Seon nicht einfach einen auf den Latz und dann kannst du deine Taten wiedergutmachen? Und er sagt, oh ja, gute Idee. Oh, okay. Also von daher... Das klingt so, als wenn er sich dann auch der Party hier anschließt oder der Shining Force anschließt. Das dauert zwar noch zwei Kämpfe, glaube ich, ja, zwei Kämpfe dauert das noch, aber dann wird er sich uns anschließen und ist ein sehr guter Charakter. Er ist ein sehr starker Charakter, der auch verwendet wird wahrscheinlich. Er hat einfach sehr gute Startwerte als so ein entwickelter Charakter und ist auch generell recht gut. Wird auf jeden Fall dafür verwendet, als Körper, damit er ein paar Schläge abhält und gleich hier oder da mal 20, 30 Schaden macht. Ah, okay. Der fällt mir gerade ein, das wollte ich vorhin schon mal fragen und ich glaube, das hattest du so ansatzweise viel früher schon beantwortet. Moment, Stimme. So, ich muss mich ab und zu häuspern. Ja. Also schon ein bisschen längeres Kommentar und so. Und zwar hattest du ja vorhin gesagt, ab Level 20 kann man die Charaktere, also die Charakterklasse aufwerten. Die können aber Level 40 haben sogar und erst dann aufwerten. Wenn du jetzt ein Level 20 Charakter aufwertest, hat er sicherlich dann auch schlechtere Werte als jemand mit Level 40, den du aufgewertet hast, oder? Genau, das ist das Interesse, wenn du ihn halt schon vor der Entwicklung halt auf 40 hochstufst, dass er halt 20 Level hat, in denen er Statuswerte bekommen hat. Das heißt also, wenn man... Ach so, ach, dann startet er nach dem Aufleveln mit Level 21 dann quasi schon. Sozusagen, technisch gesehen ja. Er hat halt einfach 20 Level mehr Statuswerte und dann ist er natürlich viel, viel stärkerer Level 1 Charakter, als wenn man es nicht tut. Ah, okay. So. Also macht tatsächlich Sinn dann. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man Casual spielt und man möchte gerne so ein bisschen Min-Maxing betreiben, wo man einfach versucht, so effiziente wie möglich Charaktere zu haben, dann trainiert man hier auf jeden Fall einen Bonus-Level auf Level 40. Dann kann man mit OP-Charaktieren rumlaufen. Das ist eigentlich auch ganz lustig, wenn man sich mal ein bisschen stark fühlen möchte. Was wir jetzt gerade gesehen haben, was auch schon vorbei ist, wir sind... Wir haben gerade den Drystone verwendet, um den Fluss zu trocknen, um somit in die Zwergenstadt zu kommen, wo wir das Mithril verwenden können, um die besten Waffen im Spiel zu craften. Und, ähm... Es gibt eine Waffe, die Valkyrie, die sehen wir hier teilweise auch im Inventar, die die gleichen Effekte hat wie den Power Ring. Das heißt, du kannst die Valkyrie-Waffe verwenden, um jemanden mit dem Angriff zu boosten. Das heißt, dadurch können wir quasi auf den Power Ring sozusagen verzichten. Und uns kann egal sein, ob er gebrochen ist oder nicht, weil wir halt jetzt noch drei, vier Valkyrien haben, die wir auch zum Boosten verwenden können. Das liegt einfach daran, dass wir am Ende keine Gelegenheit mehr haben, den Ring zu reparieren. Wir werden zwar quasi schon in den letzten Dungeon gehen sozusagen, es wird keine Händler mehr geben oder die Karawane wird nicht mehr erreichbar sein. Ah, okay. Sodass wir halt viel abhängiger davon hin sind, dass der Ring nicht bricht oder wir halt eben so viele Valkyrie-Waffen haben, die uns auch das Boosten erlauben. Und daraufhin... Deswegen haben wir das Mithril gesammelt und, äh... damit wir halt diese Valkyrie-Waffen herstellen können und vielleicht auch eine gute Waffe für Everhate, ähm... oder für Eric Misstablin. Also da haben wir uns jetzt ein bisschen bedient an guten Waffen und Effekten. Und hier sehen wir schon das böse... das böse verstecktes Königs-Zion. Ähm... Dieser Power-Boost, der ist dann aber nicht kumulativ. Also, das heißt, äh... du kannst jetzt nicht den zweimal auf einen Charakter sprechen und der ist dann doppelt so effektiv, oder? Leider nicht. Also, Boosts werden nicht nach Zahlen bewertet, sondern nach Statuswert. Das heißt, der Charakter ist dann ein... hat dann den Statuswert boosted, was dann umgesetzt dann ein Prozentseil, der Grund-ATK ausmacht. Aber du kannst ihn halt nicht nochmal boosten, weil dann machst du ihn... gibst du ihm einfach nur wieder den Zustand, aber der Zustand bleibt gleich. Genau. Okay, alles klar. Ne, das war halt auch mal ganz interessant für mich dann zu wissen. Ja, also das ist dann schon so, dass... In Shining Force 1 war es so, dass der Power-Ring dir, äh... eine statische 15 Angriff gibt mit jedem Boost, also mit einem Boost. Du kannst auch nur einmal boosten. Und in Shining Force 2 ist es so, dass es prozentual sich auf deine Angriffswerte raufrechnet. Okay. Und der große Clou ist, dass er aber nicht den Angriff, äh... mit reinnimmt in die Rechnung von deiner Waffe. Das heißt, er geht nur von deiner Base-Angriffswert aus. Ah, okay. Und da Peter keine Waffe hat, sondern quasi nur mit seinen Flügeln kämpft, ist das bei ihm immens hoch. Oh, ja. Und von daher, ähm... Zugrückweise Peter notiert das sehr, sehr gut. Ja. Äh, irgendwas... Achso, ähm... Ab wann, ab welchem Level ungefähr, würde sich die Variante aus Shining Force 2 rentieren gegenüber der Variante aus Shining Force 1? Also wann wäre dieses Prozentuale, ähm... höher als die 15 statischen? Kannst du das so sagen? Relativ schnell tatsächlich. Das Ding ist, dass in Shining Force 1 waren die Werte noch generell geringer. Du hast teilweise im letzten Kampf bist du mit Charakteren rumgelaufen, die hatten 23, 25 HP. Während du hier mit Charakteren rumläufst, die mit 99 HP rumlaufen. Das liegt einfach am Balancing. Ah, okay. In Shining Force 2 die Werte relativ stark skalieren und höher gehen. Mhm. Ähm, von daher kann man das sehr schwer vergleichen. Aber ich würde sagen, in Shining Force 2 sind die Werte einfach generell höher und in dem Moment, wo du den Powering schon bekommst, bist du schon in einem Wertebereich, wo auch prozentual das dann schon 15 ATK schnell macht. Ah, okay. Also von daher schwer zu vergleichen, aber... eigentlich schon wieder. Okay. Ja, gut, aber wenn sich das so stark unterscheidet, so von den Werten allgemein, dann macht es da tatsächlich auch keinen Sinn, das miteinander zu vergleichen. Ja, auf jeden Fall. Also die 15 Angriffspunkte in Shining Force 1 sind immer verdammt viel, weil du generell mit sehr viel weniger Punkten rumrennst. Also es ist ein Vergleich auch viel höher. Hier sehen wir den ersten Kampf, wo wir jetzt Everhade und In-N-Out, also Eric und Jaro, mithaben. Also gleich zwei Pegasus-Reiter. Weil Gash ist einer der stärkeren Dämonen, also auch noch mal stärker als der Red Baron. Also man kriegt jetzt wirklich einen Superboss nach dem anderen spendiert. Jetzt geht es hier wirklich hart zu. Das Problem aber an Gash nochmal ist, dass er Freeze 4 kann. Also die Magie ist ein Level unterteilt, von der eine Magie hat Blaze 1, 2, 3 und dann hat jemand Blaze 1, 2, 3, 4 und logischerweise ist jede Stufe stärker. Und da Peter nur eine Feuerresistenz hat, kann das Freeze 4 ihm ganz schön viel Schaden zufügen. Ich glaube insgesamt sogar 60 Schaden pro Angriff. Das heißt also, Peter lebt nicht lange, also braucht er mehr Unterstützung, um Gasp überhaupt angreifen zu können. Also ein bisschen mehr Heilung, ein bisschen mehr schnellere Boost, damit es schneller vorangeht. Und deswegen braucht er hier gleich zwei Flieger statt eins. Oh, wow. Okay. Na, Gash hat ja auch, um auch mal zu erklären, alle Werte, die über 99 sind, werden mit Fragezeichen, Fragezeichen dargestellt. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, die HP-Werte werden ja auch in diesen gelben Balken dargestellt. Und sobald man über 100 Punkte hinausgeht, werden dann die nächsten Punkte als grün dargestellt. Das heißt also, Jetzt könnt ihr noch einen Gash-Magie-Punkte-Balken sehen, dass er halt mehr, ungefähr 120 MP hat. Also ein voller gelber Balken ist 100. Und dann geht's weiter mit grün. Und ihr werdet auch sehen, Also quasi ein zweiter Balken dann darüber. Genau. Der letzte Endboss hat, glaube ich, 500 HP. Und da ist das dann, dann hat der einen schwarzen Balken, dann wird er blau, dann wird er grün und dann wird er gelb. Okay. Also das ist dann nach diesen Farben sortiert. Aber ich muss noch sagen, das gehört auch zum Gefühl von Shining Force dazu, dass man halt diese Charaktere trainiert und stark macht. Aber es ist schon verdammt cool, wenn du mit einem Peter rumfliegen kannst, der Fragezeichen, Fragezeichen-HP hat mit grünen Balken. Das sieht einfach total toll aus auch einfach. Oh ja, das glaube ich. Ja, man hat genau so einen HP-Balken wie ein Boss. Das sieht total geil aus. Also dieser Level-Gedanke bei Shining Force ist auf jeden Fall auch nochmal unterstützt, dass man das höher hat. Ja, ich habe eine coole Armee von coolen Leuten. Ah, okay. Also hier mit Peter mit einem langen HP-Balken, schon ziemlich cool. Oh ja. Der Everhade ist jetzt hier im Spiel gerade gestorben. Aber gut, ich wollte gerade fragen, ob das jetzt irgendwie relevant ist, aber in dem Moment ist der Kampf dann zu Ende gewesen. Ja. Das war wieder so ein Beispiel dafür. Fünf Sekunden später, Frank, dann hätte sich das von alleine erledigt. Das habe ich schon so oft gehabt während dieses Marathons. Ja, aber es sind ja gute Fragen. Es sind ja gute Fragen. Nein, man muss das schon wirklich so betrachten, dass diese Charaktere wie Ressourcen verschwendet werden. Und der Everhade musste in dem Fall wirklich einfach nur sein Boosting machen und dann hat er seine Funktion erfüllt und dann können wir ihn eigentlich auch wegschmeißen, sozusagen. Dann ist er uns egal. Ah, okay. Jetzt gerade der nächste Kampf ist tatsächlich der einzige Filler-Kampf noch, den wir haben werden. Der ist total unbeeindruckend. Und da brauchen wir ihn auch nicht. Also es ist uns völlig egal, ob er gestorben ist oder nicht. Ah, okay. Aber wir werden jetzt wirklich nur noch wenige Kämpfe haben und dann geht es richtig los, so. Okay, na, da bin ich mal gespannt. Ja. Und hallo an Nubis und ja, oh Gott, Kindheitserinnerungen. Das freut mich immer, wenn Leute reinkommen. Oh, das habe ich als Kind gespielt, Kindheitserinnerungen, blablabla, solche Sachen halt. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten auch beim Shining Force Relay Race Marathon auf ABD Limit Break, hatten auch sehr viele Leute, die halt auch zu uns zugestoßen sind, die gesagt haben, hey, es ist so schön, dass ich so ein bisschen meine Kindheitserinnerungen mal wieder ein bisschen durchleben kann, indem ihr halt diese ganzen Shining Force-Spiele spielt. Kommt auf jeden Fall häufig vor und wir freuen uns auch sehr darüber, dass dann halt auch mit diesen Runs dieses Spiel noch mal aufleben zu lassen. Eben. Ähnlich hatte ich das auch gehabt. Ich habe jetzt, wann war das, vor einem Monat oder so, bei Germany ein Master System Showcase gemacht. Und da kamen halt auch einige Leute rein, teilweise aber auch Zuschauer, die ich vorher schon kannte. Und da waren halt auch viele Leute dabei, die gesagt haben, oh, das habe ich als Kind auch schon gespielt. Und es ist irgendwie mal ein schönes Gefühl, denen das dann noch mal so präsentieren zu können. Auf jeden Fall. In dem Kampf hier müssen wir hier die Hydra töten. Die Hydra ist ein langweiliger, generischer Gegner, der auch sofort stirbt. Der hat überhaupt keine Herausforderung. 70 HP. Das ist lächerlich für unseren Peter mittlerweile. Also dieser Kampf ist jetzt vorbei. Es ist so eine Art Fehlerkampf. Denn wir sind gerade auf dem Weg zu dem alten Schrein, wo die zwei Edelsteine von Locke entwendet worden sind. Wo wir jetzt, wir bringen jetzt quasi die Edelsteine auch zurück und finden dafür was ganz Besonderes. Der Möp fragt gerade, das gab es doch auch später für den GBA, also Game Boy Advance. Der erste Teil gaben für den Game Boy Advance als Remake raus, genau. Der zweite Teil nicht. Den zweiten Teil kann man nur in dieser Variante spielen. Und das GBA Remake spielt sich grundsätzlich sehr unterschiedlich vom Original. Das würde ich fast schon mal als eigenes Spiel bezeichnen. Also es ist auf jeden Fall wert, beide, also das Original und das Remake zu spielen, wenn man ganz viel Shining Force mag. Okay. Anders als das Original jetzt eher im positiven Sinne oder eher im negativen? Was würdest du sagen? Es ist andersartig. Nicht besser, nicht schlechter. Okay. In Shining Force 1 im Remake kriegst du einen Charakter, der über Karten verfügt. Diese Karten haben spezielle Fähigkeiten. Zum Beispiel, du kannst einen gewissen Charakter mit dieser Karte verzaubern, dass er fliegen kann. Oder dass man über die gesamte Karte mit einem starken Blitzzauber angreifen kann. Es gibt einige sehr lächerliche Effekte, die aber auch dafür sorgen, dass einige Kämpfe ganz anders gelöst werden als im Original. Und der Rand ist sehr viel kürzer, macht aber auch sehr viel Spaß. Aber er hebt halt durch diese Karten-Effekte sehr viele Dinge auf, die man noch im Original berücksichtigen musste. Also es ist beides wert, sich mal anzuschauen. Ah, okay. Und der Weltrekord für das Game Boy Advance Remake von Shining Force 1 ist auch gehalten von No Worries. Da muss man aber auch sagen, es gab auch niemand anderen, der das bisher gerannt hat, glaube ich. Also da hat er quasi die ersten Schritte gemacht, das mal ein bisschen als Speedrun zu machen. Ich habe mir jetzt neulich das GBA-Spiel auch gekauft. Also ich habe es mir auf Ebay nochmal angeeignet, um das nochmal durchzuspielen. Und wenn ich mit Shining Force 1 im Original auf jeden Fall weitergekommen bin, dann werde ich definitiv noch die GBA-Version anschauen und da auch mal vielleicht Speedrunning-Gedanken machen. Ah, okay. Interessiert mich auf jeden Fall auch. Ähm, ganz kurz, auf Steam war Shining Force 2 und 3, glaube ich, ne? Nein, 1 und 2. Ach, doch 1 und 2. Okay, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Also das ist in der Reihe der Genesis-Emulator mit rausgeschienen. Shining Force 3 ist damals tatsächlich auf der Sega Saturn erschienen. Dafür haben sie jetzt keinen Emulator auf der Steam-Seite. Okay. Und Shining in the Darkness natürlich auch. So, jetzt sehen wir hier, Taco Bell hat uns jetzt nun endlich erreicht, ist über seine Probleme hinweggekommen, nachdem er ab und zu sich mal abgestürzt hat von irgendwelchen Klippen. Okay. Und jetzt seht ihr schon, okay, es wird jetzt schon ein bisschen düsterer. Hier ist ein riesiges Labyrinth. Da haben sie so ein bisschen diese Shining in the Darkness nochmal ein bisschen aufleben lassen. Okay. Wo man hier jetzt durch ein Labyrinth läuft. Als Spieltwaner kennt man logischerweise den Weg. Aber ansonsten kann man hier kurz mal für 10 Minuten drin stecken bleiben und erstmal 20 Mal in die falsche Richtung laufen. Okay. Ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Segment für ein Spiel, was sonst so keine, Puzzle hat. Quasi ein der wenigen Puzzle in dem Spiel. Mhm. So. Wir kommen jetzt zum Finale. Wir haben jetzt noch vier Kämpfe vor uns. Oh, aber ich denke mal, die vier Kämpfe werden es nochmal richtig in sich haben. Auf jeden Fall. Wir treffen nun unseren alten Freund wieder, den blinden Mann. Damals noch unter den Namen Ottler, aber er ist auch einer der Dämonen-Generäle, die das Vogelkönigreich angegriffen haben. Wie ja schon gesagt, die Dämonen hatten ja das Königreich von Bidou, das Vogelkönigreich angegriffen, und der Vogelgott Vulkanen hat ja in der großen Explosion die Dämonen abgewährt. Und daraus kam dann ja dieser blinde Mann. Das war quasi hier der Odd-Eye, der Dämonen-General in geschwächter Form. Nun treffen wir unseren alten Freund wieder und müssen ihn jetzt leider zur Strecke bringen. Ah, okay. Und das ist wahrscheinlich einer der traurigsten, sentimentalsten Momente im Spiel, wobei logischerweise das in keiner Relation steht zu einem Final Fantasy, was sich besser drauf versteht, dramatisch zu sein und auch dramatische Charakterentwicklung zu haben. Ja gut, wobei da muss ich sagen, das ist halt auch mal Ansichtssache. Also Final Fantasy hat halt, das hat zwar einige dramatische Momente, siehe der wohl bekannteste Error ist der Tod, aber auch General Liu aus Teil 6, ist ja im Grunde fast dasselbe. Auf der anderen Seite, durch diesen eher bunten Stil wird das Ganze wieder ein bisschen abgeschwächt. Auf jeden Fall. Charity Force hat halt wieder diesen, na gut, ich will jetzt nicht sagen realistischen Stil, weil die Grafik ist halt immer noch Pixel-Grafik, aber es wirkt irgendwie ein bisschen erwachsener und dadurch wirken dann eventuell halt so eine traurige Szene halt auch wieder ein bisschen ernster. Aber das ist zumindest so mein Eindruck davon. Es ist natürlich auch so, ich habe das Spiel logischerweise schon seit meiner Kindheit gespielt, also diese Situation habe ich jetzt schon 20 Millionen mal durchexerziert sozusagen. Okay. Und mich berührt das logischerweise nicht mehr so, wenn Peter halt sagt, dass er sehr traurig ist, dass er Odd Eye besiegen muss. Aber logischerweise hat man das vielleicht zum ersten Mal erlebt. Vielleicht hat er es schon eine andere, aber logischerweise mein Eindruck ist mittlerweile auch schon ein bisschen geschwächter. Hier sehen wir jetzt noch das erste Mal den Einsatz von Best Girl von China. Ah, stimmt, die haben wir auch noch. Für die längste Zeit, auch mit der Grinding-Strategie, hat man diesen Kampf relativ normal bestritten. Man heißt, man ist mit einer ganzen Gruppe da, einfach diese ganzen Glasfelder hochgelaufen und hat dann einfach Odd Eye zusammen mit der Gruppe umgeklatscht. Der Mann aber in weiß, der neben Bowie sitzt, der Cruncher, der hat das erste Mal auch damit rumexperimentiert, auch hier einen Snipe durchzusetzen, was damals sehr riskant war, aber heute schon viel, viel besser geht. Man wird hier aber schon sehen, neben der Tatsache, dass die einige Glasfläche verschwinden und der Weg komplizierter wird, dass man hier im Gegensatz zu den anderen Snipes mit der gesamten Gruppe erstmal eine Weile nach vorne rennt, bevor man dann tatsächlich erst zum Snipe übergeht. Der Held bleibt diesmal nicht ganz hinten stehen. Ah, okay. Best Girl kann auch Boost Girl heißen, das ist wichtig, auf jeden Fall. Die Master Monks haben wir ja, Kana und Sheila haben halt den Boost-Zauber und damit, also den gleichen Effekt wie den Protect Ring und das ist den Monks halt einzigartig, diese Fähigkeit und auch sehr nützlich, weil, ja, hier habt ihr zum Beispiel gesehen, wie viel Schaden hat Bowie gefressen, 50, was ihn also fast umbringt sogar. Mhm. Und, ähm, wenn man jetzt Bowie geboostet hätte, Abriss geboostet hätte, hätte er wesentlich weniger Schaden genommen. Sie, wesentlich weniger Schaden genommen. So ein Boost ist schon halt sehr, sehr effektiv in dem Spiel und das Spiel definitiv bringt dich auch dazu, diese Boosts auszunutzen, um dir den entscheidenden Vorteil zu bringen. Ah, okay. Ähm, als ich hier diese Glasflächen zuerst gesehen hab, hatte ich auch die Vermutung, dass da welche zerbrechen, einstürzen, wie auch immer, da wollte ich eigentlich nachfragen, aber in dem Moment sind die halt auch eingestürzt. Ähm, ist dieses Muster da immer fest oder variiert das? Das ist rein statisch in der Weise, dass die genau dann zerbrechen, sobald du einen gewissen Bereich erreicht hast und es sind immer die gleichen. Im Endeffekt, Ah, okay. Am Anfang soll es ja so eine Glasarena sein, so eine offene Fläche, aber im Endeffekt zerbricht das Glas so, dass du quasi mit so einer S-Form Schlange musst dann quasi entlanglaufen, bis du zu Odd Eye kommst. Jetzt siehst du, dass da rechts oben was abbricht und dass es insgesamt dann so ein S ergibt sozusagen, von Odd Eye runter zu dir. Ah, okay. Dann macht es aber auch keinen Sinn, also so habe ich das jetzt rausgehört zumindest, dann macht es auch keinen Sinn, da möglichst schnell hinzurennen, weil das hängt nicht von der Runde ab, sondern da, wo man steht. Ja, mhm, okay. Gut, aber ich meine, die fliegenden Charaktere soll es ja eh nicht stören. Genau. Deswegen war der Kampf auch sehr langsam, weil man damals noch zu Fuß hat, um der Gesamtgruppe da hoch ist und halt fast alle Gegner dabei auch noch umdiensten musste. Jetzt mit Sniping, mit Sniping Technologies, äh, natürlich ist ja schon besser ausgestattet. Und wegen, was fand ich noch mal? Ja, Odd Eye, ne? Hatte ja einen großen, Obermods. Sicher war das jetzt noch mal? Der Typ mit dem Schwert, den wir gleich sehen. Der mit den vielen HP. Ah, okay. Ich komme bei den Charakteren im Moment immer noch mal so ein bisschen durcheinander. Ja, ist ja auch sehr viel. Wir haben jetzt ja auf fünf Stunden lang konsequent darüber gesprochen. Der ist zugetextet mit Informationen, das nennt man nicht alles so kurz. Hier ist er, Odd Eye. Ah, okay. Den grünen Balken. Hier ist das große Problem, dass wir hier einen Demon Master haben. Der Demon Master ist ein Magier, direkt neben Odd Eye, der auch Freeze 4 kann. Also der stärkste gegnerische Magier am Spiel. Er wird uns auch generell in den weiteren Kämpfen immer sehr große Schwierigkeiten machen, weil wir mit Peter gegen Freeze halt nicht defensiv sind. Das hilft einem Boost, das hilft seine Feuerresistenz nicht. Freeze 4 wird einfach unheimlich stark reinhauen. Und wenn wir da von getroffen werden, kann das schon mal sehr schlecht für uns aussehen. Und hier fliegt jetzt noch so ein blauer Dämonenballon rum, der uns auch schon gerade wieder Schwierigkeiten macht. Eine Schwierigkeit hier ist auch, normalerweise leuchtet der Boden ja auch überall, wo man langlaufen kann. Über Abgrund leider nicht, das heißt, man muss nur schätzen, wo man langlaufen kann. Ach so. Na, die fliegenden Einheiten, wenn du da gleich mal drauf schaust, wenn wieder ihre Fläche aufleuchtet, wo sie langlaufen können, das wirst du im Flug nicht sehen. Dazu und Peter jetzt zu sitzen, halt nur auf den Tiles, auf den Feldern selber, dass die leuchten, aber der Hintergrund leuchtet halt nicht. Manchmal verliert man ein bisschen die Orientierung, wo man eigentlich noch langlaufen kann. Okay. Aber um nochmal auf dieses Freeze 4 zurückzukommen, und das hat es zu tun, ich weiß nicht mehr wann, aber irgendwann ziemlich zu Beginn das Run sogar schon erwähnt. Ich denke mal, das war das, was jetzt hier stattfindet, oder stattfinden kann. Auf jeden Fall. Das, was ich am Anfang erwähnt habe, war insbesondere auch Gasp, also der kleine Giftswerk, den wir schon besiegt haben. Aber Freeze 4 wird ab diesem Kampf und auch weiterhin unser Problem sein. Okay. Gerade auch im letzten Kampf sind da jede Menge Demon Master, die einem halt mal einfach so spontan mit 50 bis 60 Schaden reinhauen können, und das ist viel zu viel, wenn wir versuchen, mit Peter schnell zu überleben. Okay. So, jetzt mit In-N-Out boostet er Peter mit der Valkyrie-Waffe, und dann gehen wir jetzt gleich rein und versuchen, Odd Eye so schnell wie möglich loszuwerden. Problem ist, es ist ja nicht nur der Demon Master mit seinem Freeze 4 da, da ist auch noch ein Heiler dazu, also da sind viele, viele Gegner, die sehr unangenehm sind. Ah, okay. Da ist nicht mehr der Boss allein das Problem. Genau. Halte ich auch für absolut sinnvoll, weil jetzt zum Beispiel der Kampf mit dem Red Baron, also mit Taco Bell, als auch dieser Kampf, du siehst halt, es sind einfach sehr große Karten, und hier zu verlieren, ist halt ein großer Zeitverlust. Oh, ja. Hier sieht man schon, dass Odd Eye jetzt schon gepullt worden ist, er benutzt seine Laser-Augen-Attacke. Ähm. Und jetzt versuchen wir ihn. Odd Eye hat 200 HP, das sieht einfach daran, dass er einen kompletten grünen Balken hat. Peter hat also 116 Schaden gemacht, was immens ist. Oh, ja. Aber trotzdem kracht mal die Hälfte. Guck mal. Mhm. Oh, okay. Da war, wie gesagt, Freeze 4 haut rein. Und mit 65 HP kann Peter das nicht mehr überleben. Dementsprechend hat er eigentlich sofort auf Reset gehauen. Mhm. Hallo, Tavien. Moin, moin. Wir hoffen mal, dass es jetzt gut klappt. Aber das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er neu geladen hatte. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist quasi das erste Mal, dass wir einen missglückten Moment haben. Odd Eye ist wieder gepullt. Schauen wir mal, ob er wieder handelt. Also diesmal ist der Demon Master zuerst dran gekommen. Das heißt, Peter kann jetzt reinlaufen und wird nie mehr von Freeze 4 berührt. Diesmal hat er zum Beispiel nur 110 Schaden gemacht und nicht 116. Da kannst du auch nochmal die kleine Varianzen sehen, die dann im Schaden sich letztendlich äußern. Wenn man mal einfach die gleiche Attacke zweimal macht und schaut, wie sehr sich das in den Schaden sein. Genau, das hatten wir ja vorhin schon mal kurz das Thema. Also ein bisschen variiert der Schaden hier immer noch. Genau. Und es kann dich auch mal in die Tonne hauen. Manchmal kann es verrietig ausführen, dass der Gegner mit 1 HP überlebt, weil du irgendwie die schlechteste Schadensrolle gemacht hast. Aber manchmal hast du Glück und du tötest ihn sogar in Einschlag, weil deine Schadensrolle gut war. Das gleicht sich immer so mit. Und jetzt geht es im Grunde nur darum, nochmal einen Hit gegen ihn zu erzielen. Genau, wir müssen noch jetzt erstmal zu überleben. Wir brauchen einen weiteren Angriff von Peter. Die Pegasus-Ritter werden nicht sehr viel selbst bewerkstelligen können. Das Wichtigste ist halt, dass der Demon Master jetzt im Moment keinen weiteren Vries 4 Attacke Angriff auf Peter macht, weil das ihn sicher umbringt. Das ist also im Moment sehr spannend, aber wir sind ja jetzt gerade schon wieder auf der Ebene, dass alles Mögliche uns umbringen kann. Mhm. Na, das hängt eigentlich da einfach gerade alles ab, was der Demon Master macht. Wenn man jetzt casual gespielt hätte, wie schwer wäre dann der Kampf? Also wenn man da auch gut levelt und dergleichen? Immer noch knifflig. Also das sind ja immerhin schon hier so die die letzten Boss-Kämpfe und auch die besonderen Kämpfe. Mhm. Apropos, der Boss-Kampf ist vorbei. Ja. Und den Weimar? Das haben wir eigentlich geschafft. Das ist sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt nur noch einen Filler-Kampf und dann den letzten Kampf oder den letzten Doppelkampf. Okay. Ich würde sagen, casual-mäßig, es kommt halt darauf an, wie vielseher man gegrindet hat. Aber generell schon ein bisschen knifflig. Also wenn man da jetzt mit einer gut trainierten Gruppe rangeht, wird der Orteide doch schon einige Kastierer einfach mal schnell tot schlagen. Okay. Aber es sollte schaffbar sein. Also nicht frustrierend schwer, aber auch nicht leicht. Ich denke mal, das Spiel ist sehr gut balanciert in der Hinsicht. Das ist die auch noch eine Herausforderung. Ah, das ist schön. Hat man ja auch nicht so häufig. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall mittlerweile ist das so ein Spiel, so alte Spiele hat man so manchmal das Gefühl, die sind frustrierend einfach nur schwer. Und deutlich zu hören, die Spiele sind zu leicht. Aber gerade Rollenspieler haben generell die Balance ganz gut getroffen für zu leicht, zu schwer. Die Sache bei Rollenspielen, gerade bei diesen JRPGs, bei den klassischen, da ist die Sache halt, man hat es selber in der Hand, wie schwer das ist. Je geduldiger man ist mit Grinden und Leveln, umso leichter wird das eigentliche Kämpfe nachher. Auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht wirklich halt Speedruns von JRPGs machen könnte, weil mein Spielziel ist einfach Ewigkeiten zu grinden und dann locker und lässig durch die Kämpfe durchzugehen. Auf jeden Fall, ja. Das ist eine der Ästhetik von Rollenspielen, auf jeden Fall. Und du hast ja Wrath of Fire 2 selber auch gespielt. Du kannst es dann ja besser einschätzen als die meisten anderen. Ich habe damals beispielsweise tatsächlich auch auf der Originalkonsole keine Cheats oder dergleichen. Ähm, am Berg, ganz am Anfang, bevor du überhaupt zu Nero da kommst. Ich habe den Helden auf Level 50 gebracht. Das hat echt Wochen gedauert. Jeden Tag Kämpfen und Grinden. Ist im Endeffekt vollkommen überlevelt gewesen. Das hätte man viel effizienter machen können, aber ich war halt so in dem Modus, ja, Level 15, okay. Ach, nimmst du noch Level 20 mit und dann immer so weiter hochgesteigert. Ja. Ja, ist auf jeden Fall auch einer der Dinge, die RPGs auf jeden Fall befrieden macht, dann auch mit schönen, starken Charakteren rumzulaufen. Das macht auch auf jeden Fall Gaudi. Sehr schön. Das auf jeden Fall, ja. Na, also meine Mutter kann das heutzutage noch nicht so ganz verstehen, wie man quasi ein Rollenspiel schnell durchspielen kann und einfach mal Schatz tun ignoriert. Wie kann man das tun? Das ist eine Unart. Oh ja, das kann ich aber auch nicht. Das kann ich auch nicht. Das würde mich mit der Segel wehtun da irgendwo. Als klassische Rollenspielerin alter Schule, da sagt sie, nein, Pisten müssen aufgenommen werden, Charaktere müssen ausgegrindet werden. So lässt sich schön Rollenspiel spielen. Okay. Aber finde ich gut, diese Einstellung. Auf jeden Fall. Das Ding ist einfach, das Shining Force 1 und 2 habe ich relativ häufig gespielt. Ich habe mal normal gespielt, ich habe komplett gemin-maxed, ausgegrindet. Ich habe das Spiel schon so dermaßen häufig erlebt, dass es sehr einfach für mich geworden ist. Und mit Speedrunning habe ich es geschafft, das Spiel nochmal in einer neuen Art und Weise zu erleben, die ich sie so vor noch nicht erlebt habe, um mich auch neu herauszufordern. Sodass mir das Speedrunning von Shining Force mittlerweile auch sehr lieb gewonnen ist, weil es halt eben auch nochmal diese extra Schwierigkeiten mit reinbringt. Eine extra Kniffligkeit. Und das macht mir relativ viel Spaß. Das kann ich aber tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte, wir haben ja jetzt vor gar nicht so langer Zeit, man war es auch vor zwei Monaten oder so, haben wir ja unser Game Boy Advance Event gehabt zum 15-jährigen Jubiläum halt. Und da hatte ich auch Breath of Fire 2 die Game Boy Advance Version präsentiert, einfach um mal zu zeigen, wie viele Remakes es dafür auch gab. Das stand dann halt sinnbildlich dafür. Und sowas im Stream zu spielen, da kann ich mich natürlich nicht hinstellen und dann und dann da stundenlang einfach nur leveln. Da bin ich dann halt ziemlich unterlevelt überlanggegangen. Das war auch eine ganz andere Erfahrung für mich dann. Ja. Dann muss man die Kämpfe tatsächlich mal richtig taktisch angehen. So, und jetzt sehen wir, wir sind mittlerweile angekommen. Unser Ziel ist erreicht. Wir treffen wieder auf König Galem und Prinzessin Alice. Wir sind im gleichen Ort, wo wir damals die Dark Smokes besiegt haben, wo er damals verschwunden ist mit der Prinzessin. Ah, okay. Nur jetzt ist alles ein bisschen dämonischer und blau. Ich weiß nicht, warum blau. Das ist irgendwie so eine Designentscheidung von Sion, die ich noch nicht verstanden habe. Aber halt blau. Könnte wohl Galen zu mögen. Und dieser Kampf, wir müssen jetzt erstmal King Galem töten, bevor wir zu Sion kommen. Und das war einer der schwierigsten Kämpfe, die es im Run gab. Achso, vor dem Snipern. Genau. Oder auch mit dem Snipern noch. Okay. Wir haben es damals schon mit Snipe gemacht, wir haben aber trotzdem wieder mehr Leute verwendet, um das Gesamte vorzubereiten. Das Problem ist, dass hier diese Soul Reaper, oder wie die heißen, sind die blauen mit der Sense und die können den Zauber Muddle einsetzen. Okay. Ach Gott. Ja, ich führe mal eben zu Ende aus, bevor ich das ausziehe. Moment angehe. Die können Muddle einsetzen. Muddle heißt Verwirrung. Das heißt, deine Charaktere greifen dich selbst an. Und das ist so gut sehr kritisch, wenn du Peter hast und der ist verwirrt und greift deine Einheiten an. Das ist natürlich sehr kritisch. Oh ja. Eine weitere Variable, die hier in diesem Kampf hinzukommt, das ist gerade passiert, sind diese grünen Chaos Warrior, die deine Einheiten stunnen können. Und genau das hat er gerade getan. Er hat gerade Peter gestunnt. Und dadurch, dass Peter sich nicht mehr bewegen konnte, konnten wir das gesamte Setup nicht mehr einsetzen. Okay. Und dadurch er sich sofort zurück teleportieren muss. Lieber einmal sauber starten, als einmal halt. Genau. Na, also da kann wirklich sein, dass... Da wirst du wirklich auf dem Weg schon gestunnt, gemuddelt und was eh nicht alles. Und da sind so viele Variablen, so viele Gefahren in dem Kampf, dass du den Snipe sehr selten, sehr sauber ausführen kannst. Oh, okay. Und da King Gallim direkt das... ein... ein... ein Minion von Sion ist, besitzt auch die mächtige Demon Breath Attacke, eine sehr große AOE-Attacke, die sehr viel Schaden macht. Das heißt, auch der Boss ist hier sehr gefährlich. Gefährlicher als die Bosse zuvor. Ähm, eigentlich alles, was du hier siehst und triffst, ist arschgefährlich. Also das ist schon möglich, äh... Der Snipe ist nicht leicht, du siehst doch, King Gallim hat einen blauen HP-Balken, das heißt, der ist schon bei 250 HP. Oh, wow. Das ist alles sehr schwierig hier. Und die Hälfte deiner Versuche wirst du einfach mal gestunnt oder gemuddelt oder was eh nicht alles und musst immer wieder resetten. Okay. Ne, aber theoretisch kann man diesen Kampf, glaube ich, innerhalb weniger Minuten beenden. Hm, okay. Äh, ich guck jetzt noch mal kurz nach, beziehungsweise du hast vielleicht im Kopf, wie war jetzt der Weltrekord hier nochmal? 5 Stunden und 31 Minuten. Ah, okay. Wir sind also 3 Minuten vom Weltrekord entfernt. Dieser Kampf sollte vielleicht ungefähr 8 Minuten dauern. Und der letzte Kampf dann eventuell 15 Minuten. Und dann... Tatsächlich endet der Run nicht, wenn wir den letzten Boss besiegt haben, sondern, äh, wenn wir was anderes machen. Das will ich jetzt noch nicht ganz spoilern. Ah, okay. Dann lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, es endet noch nicht nach dem Run, also nicht nach dem Kampf. Und dann müssen wir, glaube ich, noch mal für ein paar Minuten laufen. Ah, okay. Also ich denke mal, 5,50 oder 6 Stunden sind realistisch hier. Ah, okay. Aber immer noch gut unterm Estimate. Wenn wir 5,50 erreichen, ist das schon phänomenal. Also das ist ein Zeugnis für einen sehr guten Run, siehste. Und jetzt wurde Peter gerade schlafen gelegt. Der Skorpionsstachel hat ihn jetzt, äh, eingeschläfert sozusagen. Und das ruiniert ist eigentlich den gesamten Snipe. Also wenn Peter jetzt nicht bald aufwacht, ist das schnell Geschichte. Okay. Mal schauen. Also Bowie hat sich jetzt gerade entschieden, hier weiterzumachen, anstatt direkt zu, äh, resetten. Hier kannst du auch mal sehen, äh, Lemon, also Taco Bell, wurde jetzt auch schon confused. Also alles bricht dir sofort auseinander hier. Jetzt ist er wahrscheinlich auch tot. Nein, nicht ganz. Also diese letzten Kampfe haben es echt in sich und fordern alles von dir. Alles, was du schon etwas weißt. Ich merke das schon. Na, hier Everhead hält auch kaum was raus. Also, äh, der, der da ganz oben liegt, das ist jetzt, ähm, äh, ich hab den Namen vergessen, verdammt. Prinzessin Alice liegt da ganz oben. Ach so. Ach so, okay, nee, dann, dann war ich da doch falsch. Ja. Okay, Bowie hat sich entschieden, den Kampf zu resetten. Mhm. Das macht keinen Sinn. Peter muss definitiv in jedem Zug das machen, was wir planen. Ansonsten geht das in die Hose. Warte, sieht man halt auch mal wieder das, was du vorhin angesprochen hattest. Äh, soweit ist es ja ein guter Run gewesen. Nicht perfekt, aber ein guter Run. Ja. Trotzdem wird der ungefähr 30 Minuten über dem Weltrekord liegen, so schätzungsweise. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch mehr. Je nachdem. Der Weltrekord ist wirklich in einer Umgebung entstanden, dass man wirklich sagte, äh, Smart Noveris wirklich einfach Run nach Run gemacht hat und irgendwann einfach auch die gute ANG hatte. Logischerweise zusätzlich zu sein können. Also, diese gute ANG reicht nicht aus. Logischerweise hat er diese Zeit auch nur erreicht, weil er halt einfach die Übung hat und auch die Routine und all diese Optimierung vorgenommen hat, sodass das ANG auch zu wissen weiß. Ah, okay. Zu nutzen weiß, nicht wissen, was meine ich nicht. Achso. Und hallo, Taros. Naja, es ist ein langes Commentary gewesen, da darf einem sowas auch mal passieren. Ja, mittlerweile. Wir sind übrigens jetzt über der Weltrekordzeit. Ja. Das wird definitiv nichts mehr gut, aber das war ja vorher schon abzusehen. Und selbst wenn es war ein Co-op-Run so richtig eintragen, lässt sich der Run sowieso nicht. Ja, gut, davon mal abgesehen. Hier sind wir da, um hauptsächlich zu unterhalten. Auf jeden Fall, das ist jetzt so ein typischer Fall, mit dem man sich abfinden muss. Wir müssen das einfach so lange durchexerzieren, bis es klappt, aber wir haben ja auch eine Stunde Zeit. Genau. Aber genau deswegen haben wir diese Varianz in der Estimate. Eben. Also, das haben sie schon ganz bewusst zugewählt, das merkt man gerade jetzt. Ja. Ich könnte so ein Speedrun nicht machen, gehört zu der Sorte, die jeden Gegner mitnehmen, der da rumsteht und alles grundlich untersucht, bevor er weitergeht. Hat Wochen gebraucht, um mir das zumindest bei Dark Souls so weit abzugewöhnen, dass ich in der Story vorankomme. Ja, aber kann ich gut nachvollziehen. Geht mir genauso. Ja, ich bin auch so ein Typ. Also, ja, ich kann Speedrunnen, weil für mich das Spiel eine neue Herausforderung ist, aber ihr könnt sicher sein, dass ich nicht nur Speedrunning mache, ich spiele zwischendurch immer noch meine JRPGs mit der Gemütlichkeit, seitdem das Spiel gebührend ist. Eben. Wobei es gibt tatsächlich ein JRPG, das ich Speedrunne. Da bin ich sogar Weltrekord halt, aber auch nur, weil halt kaum Konkurrenz da ist. Das ist Last Dream. Kennt kaum einer. Das ist so ein JRPG-Maker, Spiel auf Steam. Ist aber echt nett, muss ich sagen. Ja, das ist cool. Der Blick lohnt sich. Auf jeden Fall, cool. Allerdings, das hatte ich irgendwann vorhin oder gestern, ich weiß schon gar nicht mehr, auch mal gesagt, da sind wir nämlich auch auf das Thema gekommen. Selbst da ist eine ganze Menge Grinding und Farming, jetzt nicht, aber Grinding halt vonnöten. Weil ich mache das Ganze in einem Reborn-Modus, das ist sowas wie New Game Plus, wo du zwar auf Level 1 anfängst, aber dann deine gesamte Ausrüstung behältst. Und da ist halt als Vorbereitung natürlich die beste Ausrüstung bekommen und dann kannst du da einfach durchrennen. Ah ja. Da geht es nur um die Route dann im Endeffekt. Hm, kann ich verstehen. Aber das ist halt auch wirklich das einzige Rollenspiel oder JRPG, das ich überhaupt speedrunnen würde und natürlich daran gemacht habe. Also hier können wir auch noch mal sehen, mittlerweile Bowie hat jetzt auch immer halb des Kampfes gespeichert, nachdem eigentlich mal das erste Ding mal irgendwie ein bisschen funktioniert hat. Also wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir uns wahrscheinlich save per save ranwagen an die richtigen Outcome, damit wir nicht zu lange wiederholen müssen. Aber hier könnt ihr einfach sehen, finaler Kampf bedeutet finaler Kampf. Hier ist nicht einfach nur zum Bossrennen und einfach mal hier so draufhauen. Auf jeden Fall sehr genau. Ah ja, siehste. Peter ist verwirrt, wir müssen resetten. Ähm, gibt er eigentlich noch den Einscheat da ein? Am Anfang? Ja, auf jeden Fall. Okay, weil, weil ich hab ihn jetzt, ich hab nämlich nicht gesehen, dass er da eben überhaupt irgendwas eingegeben hatte, deswegen. Ach doch, jetzt, ja. Jetzt seh ich's. Ja, das geht sehr fix, man muss wirklich sehr schnell drücken. Ich glaub aber, er hatte das eben beim ersten Mal vergessen einzugehen, deswegen mussten sie noch mal resetten. Nee, ja, die Einheit hatte Peter verwirrt. Ach so. Nee, nee, ich meint, er hatte doch eben jetzt resettet, nachdem Peter verwirrt wurde und dann hat er direkt danach nochmal resettet. Also da, ja, da hat er vergesst, da hat er ausgesehenst den falschen Cheat eingegeben. Also da hat er Ach so, oder so, ja. Nein gesagt zu Turbo, glaub ich. Ah, okay. Was er eigentlich einstellen wollte. Hallo, Becky. Ich stehe hier auf, Nakuri kommentiert. Ich komm von der Uni wieder, Nakuri kommentiert immer noch. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht vergesse zu atmen. Das ist irgendwie so ein Konzept, was mir langsam fremd wird. Peter ist eigentlich nicht verwirrt, eingeschlafen oder was ich nicht alles. Dieser Phoenix kann eigentlich mit stolzer Brust eigentlich mal wieder ein bisschen auf den König rumpusten. Okay. Also hoffen wir mal, dass wir jetzt endlich mal zum Ende kommen. Ich meine, dieser King-Gallum-Snipe in der Regel sollte auch einigermaßen zügig funktionieren. Also ein Satz von wenigen Minuten. Oh, das war eben eine verwirrt-Attacke. Ja, genau. Taco Bell ist verwirrt von Muddle und jetzt hat er Sheila, also Best Girl, angegriffen, aber sie ist ausgewichen, aber es ist eigentlich alles scheißegal. Mhm. Also alles, was da unten jetzt stattfindet, ist jetzt erstmal gar nicht relevant. Ja, genau. Peter muss jetzt nur noch quasi zweimal angreifen. Alles, was ihn von diesen zwei Angriffen abhält, ist halt sofort Game-Over-Case. Mhm, okay. Also vielleicht, oh, das hat sogar schon gereicht. Über 100 Schaden, wunderbar, endlich. Gellem ist besiegt. Oh, cool. Und da ist die Prinzessin. Mhm. Und logischerweise, Taco Bell als Königstreuer bemitleidt seinen König nichtsdestotrotz. Er ist natürlich sehr traurig, dass sein König und sein Königreich zu Dämonen verfallen ist. Und eigentlich haben wir die Prinzessin wieder. Das war jetzt der vorletzte Kampf, oder? Also einer kommt, glaube ich, noch. Oder habe ich da jetzt was verpasst? Okay. Ich würde es gerade ein bisschen spannend machen, aber ja, Ach so, oh. Vorletzter Kampf. Nein, ist ja offenbar. Wir haben ja noch Sion. Also ich meine, den haben wir ja gesehen. Der ist ja jetzt ja nicht plötzlich weg, nur weil wir den König die Krone weggenommen haben. Von der Birne weggepustet haben. Logischerweise kommt jetzt unser Freund Sion noch und der ist sehr hübsch. Der hat so ein, der hat leider, also erstmal weiß er nichts von Innenarchitektur. Also dieser blaue, dieser blaue Boden ist nicht sehr hübsch. Aber er selber weiß eben auch nicht so genau, Kosmetik zu nutzen. Dementsprechend ist er über die Jahre ein bisschen hässlich geworden. Oh ja. Auf jeden Fall, wir müssen auch jetzt auf diesen Kopf mal so ein bisschen draufhauen. Und dann, also logischerweise, die Prinzessin ist natürlich wieder gefaintet. Die ist natürlich jetzt wieder bewusstlos, wie die Prinzessin das so tun. Weil alle Tropes aufgreifen, die es gibt. Und logischerweise, weil sie bewusstlos ist, kommen wir jetzt hier nicht weg. Also kämpfen wir jetzt. Und wie ihr gesehen habt, Jetzt wird wieder gesungen übrigens. Oh, das war es schon. Oh Mann, oh Mann. Aber die verstehen es echt, das Ganze unterhaltsam zu gestalten. Also wenn du mal mit denen wieder irgendwie am quatschen bist oder so, ganz großes Lob von meiner Seite. Okay, alles klar. Das haben die echt geil gemacht. Ja. Und Taros, das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass hier gesungen wird. Ich glaube, die vierte Gesangseinlage, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Das ist die vierte Gesangseinlage, ja. Wir haben angefangen, äh, mit Schenken of Ladies in the Woods. Und wir hatten die Gesangseinlage bei Camilla. Mhm. Äh. Oder war es das erst die dritte? Ähm, das war sogar ein Incentive, ne? Ja, es war ein Incentive. The Musical war ein Incentive. Und es wäre natürlich sehr schade gewesen, dass ich denen das nicht passiert hätte, weil das Musical haben sie natürlich schon vorher vorbereitet und geschrieben. Es wäre natürlich sehr schade gewesen, wenn wir so ein bisschen für Gold wäre, das vorzutragen. Ja. Auf jeden Fall sehr schön. Ja, das definitiv. Wir können noch mal sehen, Freeze 4 haut einem gleich die ganze HP weg. Sehr anstrengend, damit zu arbeiten. Aber lieber jemand wie Taco Bell äh, nimmt diesen Schaden auf als Peter, den wir natürlich jetzt brauchen für alles mögliche. Das Spiel schmeißt jetzt wirklich alle, die stärksten gegnerischen Einheiten, die es im Spiel gibt, schmeißt es dir hier entgegen. Okay. Und die Vorgehensweise, ihr seht, ganz in der Mitte kann man direkt zu dem Seon-Kopf hinvorstoßen, aber es ist halt nur ein Feldbreit. Das heißt, man müsste da mit allen Einheiten so ein bisschen gequetscht durch, wo man dann quasi jeden Gegner irgendwie offen steht und das ist Selbstmord. Also müssen wir ein bisschen links rumlaufen und ein paar Gegner auf dem Weg dann auch erledigen. Mhm. Und dann machen wir quasi, dann fangen wir erst das Setup an, weil Seon hat 500 HP. Das heißt, da sind sehr viele Schläge nötig, um ihn zu besiegen. Das heißt, wir müssen sehr viel mit Heil-Items arbeiten und mit Peter muss mehrmals geboostet werden und dafür brauchen wir natürlich alle Ruhe der Welt und dementsprechend müssen hier erstmal wirklich ein paar Gegner erstmal verschwinden und dementsprechend fliegen jetzt hier mit Peter rum und löschen die einfach nur vom Feld. Okay. Und das erste Mal gesungen wurde bei der Benennung der Charaktere. Okay, daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr so wirklich erinnern. Ja gut, da waren wir auch noch selbst dabei, so ein bisschen in die Kommentare einzuleiten. Da hatte ich den Sound auch noch gar nicht hoch, also siehst du, da habe ich das noch gar nicht mitbekommen. Sehr schön. Fast sechs Stunden mehr, wow. Es werden jetzt tatsächlich alle Gegner getötet hier, ne? Nein. Also wir lassen noch einige Gegner aus. Es werden sehr viele Gegner getötet tatsächlich, aber auf der rechten Seite bleiben Gegner übrig, die auch dann letztendlich nicht rüberkommen, wie zum Beispiel hier diese Pyrohydra. Die verbleiben da rechts oben in der Ecke, die interessieren uns gar nicht. Aber schon ein guter Teil, also es ist nicht unwesentlich. Wie du sehen kannst, hier der Held hat 22 HP von 60. Er ist in konstanter Gefahr zu sterben. Ah, okay. Stimmt, daran hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht, auf den muss man ja besonders auffassen. Ja. Und auch unsere Pegasus-Reiter wollen wir nicht verlieren, weil sie halt wichtig sind, um Peter zu boosten. Also ohne Boost schaffen wir es hier auch nicht. Also wir befinden uns hier in einer sehr kniffligen Lage. Im Speedrun sind wir wirklich hier in die Ecke gedrängt. Hier ist nichts mehr trivial oder einfach. Wenn es schlecht ist. Im Gesamten waren erst mal so erschienen, wo wir so viel snipen konnten. Aber auf jeden Fall die optimale Route, die wir hier eingehen, ist definitiv etwas, was wirklich am Limit liegt. Von dem, was schaffbar ist und das, was unmöglich ist. Und das heißt halt auch, dass wir mit dem Hauptheld ständig mit wenigen HP rumrennen. Mhm. Zum Beispiel der Bowrider, der wurde jetzt von unseren Helden eingeengt, der kann gar nicht schießen, weil er halt nur über zwei Felder schießen kann und nicht direkt im Melee-Range. Oh, okay. So konnten wir verhindern, dass er jetzt hier noch weiter Terz macht. Und selbst die Pflanzen haben ja eine verlängerte HP-Leist, also mehr als 100. Genau. Hab ich gerade gesehen. Das sind ja wieder diese Laser-Flowers und die schießen natürlich wieder über das gesamte Feld in eine Reihe. Also die linke Pflanze schießt nach rechts und die rechte Pflanze schießt nach links, also quasi in dieses Seon-Feld hinein. Sodass man das gefühlt, man muss sie auch erst loswerden. Aber dementsprechend kann man sich auch ganz leicht um sie herum positionieren und sie erstmal gemütlich fertig machen. Ah, okay. Na, also jetzt die Blume links, die schießt ja nur nach rechts. Das heißt, du kannst dich von links auch prequem fertig machen. Mhm. Oder hier der Heiler, dieser Schamane, der hat so einen kleinen Windzauber, der an sich gar nicht beeindruckend ist, aber trotzdem, das ist schon nicht unwesentlich, was Peter da an HP verliert. Okay. Geh mal davon aus, dass er dann zwischendurch auch nochmal speichern wird. Kann sehr gut sein, ja. Also wenn die Gegner besiegt sind und er wirklich in der Ausgangsposition ist, das Seons Setup durchzuführen, dann kann ich mir vorstellen, wenn das er vorher einmal speichert. Weil, äh, das wäre sonst sehr frustrierend und kostet eigentlich nur Zeit. Da wir jetzt ja nun wirklich nicht mehr auf World Record aus sind und quasi immer noch so unter der 6 Stunden, äh, Kategorie sind, also unter 6 Stunden noch liegen, denke ich mal, ist das Speichern auch nicht verkehrt. Aber vielleicht riskiert er, aber das werden wir sehen. Die Blume ist auch jetzt schnell erledigt. Ja, jetzt holen wir den Blue Shaman hier weg. Und der Blue Shaman hat ein Heil-Item, das nennt sich Healing Rain, das er jetzt auch droppt. Also es wird leider nicht gezeigt, weil wir es weggestrückt haben. Mhm. Ähm, Healing Rain ist ein Heil-Item, was alle Einheiten sofort komplett heilt von jeder Position. Also ein sehr starkes Heil-Item, was uns auch hilft, einmal Peter komplett wieder hochzuhalten, wenn er halt geschwächt ist. Mhm. Und hier eine Feuerattacke. Basis ist so ein Ass im Ärmel schon. Ja. Hier haben wir nochmal eine Feuerattacke vom Hydra gehabt, das waren nur 19 Schaden und ist da zu verdanken, dass Peter halt erhöhte Feuerresistenz hat. Mhm, okay. Also eine physische Attacke hätte in dem Fall mehr Schaden gemacht, weil Peter nicht geboostet ist. Ah, okay. Mit dem Helden können wir jetzt hier leider nichts mehr machen. Der ist zu geschwächt, dass er jetzt sofort in Gefahr, wenn da hier irgendwo jemand angreifen würde. Das macht jetzt hier alles nur noch Peter. Aber das reicht auch aus. Ja, das mit dem, äh, mit dem Feuerschaden wurde eben auch im Stream an sich erwähnt. Ja. Also im Original-Stream. Das sind so diese allwenigen Instanzen, wo der Gegner jetzt nicht unbedingt Blaze als sauber anwendet, aber so ein Feueratemattacke hat und die gilt trotzdem als Feuer. Ah, okay. Genau, zwei Healing-Rains sollte er haben. Ich bin mir gerade sicher, wo man die andere Healing-Rain aufgreift. Aber generell hat, äh, Bowie jetzt in dieser Instanz 2 komplett Heilung zur Verfügung. Das heißt, Sion kann Peter zweimal schwächen und das ist alles Zeit, was wir haben, um halt, äh, Sion runterzuarbeiten, also, auf ihn draufzuhämmern. Oder gibt's sogar noch mal ein Level-Up. Ja, wie gesagt, es hört nie auf. jedes Level-Up, was Peter hat, gibt ihn ordentlich Statuswerte. Das ist unglaublich. Immer noch drei Angriffe auf jeden Level-Up. Das mit den Level-Ups, das ist aber auch ziemlich konstant, denke ich mal. Also, die werden sicherlich wissen, dass er ungefähr zu der Zeit jetzt noch mal ein Level-Up bekommt. Ja, ja, ja. Weil der Ablauf ist ja eigentlich immer so mehr oder weniger derselbe in so einem Run. Ja, auf jeden Fall. Wir wissen auf jeden Fall, wie viele Gegner wir töten und, äh, der Grind ist, greift dir vor, welches Level man, zu welchem Level man hochgrindet. Mhm. Also, das sind schon so ein paar statische, äh, Variablen hier, die wir berücksichtigen können. Ähm, ja, und jeder, jeder Art Attack-Punkt, die wir durch den Level kriegen, hilft. Ah, okay. Jetzt kommen hier links, kommt noch da unten der blaue Griffen und die Pyrohydra kommen jetzt noch hoch. Und wir gefährden natürlich unseren Helden. Und auch Taco Bell ist geschwächt. Das heißt, wir haben niemanden, um den Helden zu verteidigen. Wir schauen jetzt mal, wie Poe sich entscheidet. Er ist gerade am Zweifeln, ob er jetzt schon mit Sion in Kontakt gehen soll oder ob er jetzt vielleicht erst mal, äh... Also, ich persönlich würde, dadurch, dass es eh kein Weltrekord-Run mehr wird, ich würde da wirklich die etwas sichere Route nehmen und die anderen da erst mal töten. Also, ich denke mal, das ist sicher. Ja. Selt-Rank hat das nochmal richtig ergänzt. Das erste Healing-Rank kommt von dem Garten von Creed's Mansion. Das ist richtig. Jetzt erinnere ich mich auch. Ein paar Details, die ich immer fahre. Hier sieht man eine Instanz, wo die Laserblume auch mal schießt. Oh, wow. Na, ist noch ein sehr hübscher visueller Effekt, ist aber nicht so schlimm. Also, waren jetzt gerade nochmal 15 Schaden. Aber natürlich spielt diese Lume drauf an, dass sie mehrere Einheiten auf einmal trifft. Aber man positioniert sich ja klug, dann ist das nicht so schlimm. Ah, okay. Hier versucht ich jetzt Taco Bell so ein bisschen zu retten. Ich nehme an, dass er mit Peter jetzt gleich runterfliegt und nochmal die Pyrohydra erledigt. Mhm. So, jetzt benutzt er Sword of Darkness, was auch ein D-Soul-Effekt hat. Und es hat geklappt. Wow. D-Soul hat eine extrem niedrige Chance zu klappen. Also, normalerweise im Speedrunning-Kontext benutzen wir es nicht, weil es sowieso so gut wie nie klappt. Aber wenn eine solche Situation besteht, kann man es ja trotzdem mal versuchen. Und wie ihr seht, wo es gerade belohnt. Ich glaube, das hat jetzt zwar keinen so großen Einfluss mehr auf den Run gehabt, aber es ist natürlich ein netter Bonus gewesen jetzt. Naja, der Pyrohydra hat halt unsere Charaktere bedroht. Taco Bell als auch der Held haben niedrige HP und die Pyrohydra hätte jeden gekillt. Und wir wollen alle behalten. Achso, die wäre da rangekommen. Okay. Ja, die wäre da rangekommen. Wir mussten auf jeden Fall die Pyrohydra loswerden. Und Bowie hat überlegt, ob er jetzt hat Peter verwendet und quasi zwei Runden verbraucht, also zum Pyrohydra hinfliegen und dann erst zu Sion zu gehen. Aber er hat es halt mit dem D-Soul riskiert und es hat geklappt. Okay. Und da hat er jetzt nochmal kurz gespeichert. Beim Speichern kommt man dann raus auf das Spiel, deswegen hat man da jetzt das Sega-Logo auch nochmal gesehen. Genau. Wie gesagt, wenn man den Kampf speichert, denkt das Spiel, okay, man möchte halt pausieren, unterbrechen. Mhm. Und dann macht es das Spiel einmal aus, dann muss man nochmal kurz neu starten, aber der Speicher bleibt bestehen. Und jetzt haben wir gerade gesehen, Peter hat den Kampf mit Sion angefangen. Sie versuchen ihr D-Soul-Glück wieder, hat leider nicht geklappt. Wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt klappt. Das war gerade großes Glück. Mhm. Und Sion hat 500 HP, das konnte man an den schwarzen Balken sehen. Also, grün ist quasi bis 200, blau ist bis 300 und schwarz ist 400 und 500. Also, es gibt zwei schwarze Balken tatsächlich. Mhm, okay. Und Peter hat schon über 100 Schaden gemacht mit seinem ersten Angriff. Oh, das ist gut. Ja, und jetzt nageln wir quasi Sion da mit den verschiedenen Spieren und Peters Attacken. Siehst du jetzt nochmal, wie er über 100 Schaden machen wird. Zack. Na, das ist auch nochmal ein großer Balken weg, also ein ganzer Balken weg sozusagen. Und jetzt wehrt er sich logischerweise. Sion darf auch zweimal pro Runde angreifen. Und wie du siehst, das sind nicht wenig Schaden. Es wäre besser, wenn Sion physisch angreifen würde, weil er viel weniger Schaden macht. Also hier sieht man es auch nochmal. Und wir haben auch eine Chance auszuweichen, was in dem Fall auch zugetroffen hat. Was natürlich jetzt nochmal sehr gut war, weil Peter jetzt nochmal ein bisschen sicherer lebt. Mhm, okay. So, das Problem ist jetzt, dass unten der Blue Griffin immer noch am Leben ist und theoretisch unseren Bowie bedroht. Er ist zwar noch außerhalb der Reichweite, aber es dauert keine zwei Runden mehr, bis der Blaue Greif da an so einen Haupthelden rankommt. Mhm. Bowie muss sich jetzt entscheiden, ein Heil-Item zu schmeißen. Bitte auch tun, das Healing-Rank kommt jetzt zum Einsatz und dann seht ihr, dass jeder gerade voll geheilt wird. Mhm. Und das gibt uns die Zeit und die HP jetzt auch Sion endgültig zu killen. Okay. Ja, wir sind, Sion ist jetzt bei 220, jetzt ist er noch bei 130 HP. Das heißt, noch einen Schlag von Peter und einen Schlag von jedem Pegasus-Gitter und dann sind wir durch. Okay. Und er hat, glaube ich, jetzt noch einen Healing-Rain, ne? Oder hat er das andere auch schon? Ja, auf jeden Fall. Na, hier so eine physische Attacke macht nur 20 Schaden. Leider hat er zweimal angegriffen. Dadurch ist wieder sehr viel geworden und Peter schon wieder runter auf 38 HP. Mhm, okay. Das ist wieder so eine Grenze, da kann er jetzt mit dem nächsten Schlag wieder sterben. Ja, der blaue Greif ist jetzt unten auch in Reichweite für den Haupthelden Abyss. Das heißt, Peter muss jetzt treffen und Erik muss jetzt treffen. Mhm. Sie rechnen jetzt gerade nach. Kann er jetzt wirklich diesen Schaden machen? Okay, er trifft. Jetzt muss Peter noch einmal treffen. Dann haben wir es geschafft. Der blaue Greif darf jetzt nicht mehr dran kommen. Okay, Peter ist dran. Trifft er. Ja, er trifft. Wunderbar. Okay, Zeit. 5,51, 6. Hä? Ach, nee, nee, Moment. Es geht ja noch weiter. Ja, stimmt. Stimmt, hat es ja vorhin gesagt. Ist mir auch gerade eingefallen. Wunderbar. Trotz, wenn ich da Time auch gehört hatte. Deswegen. Aber das ist definitiv das Ende des Runs in der Weise, dass alle Schwierigkeiten überbrückt sind und wir den letzten Boss besiegt haben. Große Leistung von No Worries und Bowie. Auf jeden Fall. Sehr gut gespielt. Wir sind hier definitiv unter 6 Stunden, was definitiv ein Niveau ist, was von den wenigsten von den Runnen überhaupt erreicht wird. Das heißt also, auch wo jetzt einige Dinge ein bisschen schief gelaufen sind, sind wir immer noch auf einem guten Niveau, sehr guten Niveau. Kann man nicht als schlecht bezeichnen. Und jetzt noch mal eine kurze Story hier. Gallim ist schon wieder aufgestanden und hat sich schon wieder die Prinzessin geschnappt. Die scheinen da irgendwie einen Fetisch für zu haben. Prinzessinnen zu entführen und Sion spricht jetzt über den Körper von King Gallim und Taco Bell, aka Lemon, versucht jetzt nun zu helfen und der Sion erzwingt jetzt, er presst jetzt uns die Juwelen tatsächlich zu übergeben, damit Sion wieder zu seiner alten Macht kommt. Okay. Und Bowie, also Arby's und Peter, aka Sexred, jetzt nun seinen Anforderungen in Folge leisten und ihm die Juwelen überreichen. Okay. Dann Peter geht es da langsam auf ihn zu und legt das runter, wie Peter überhaupt Dinge halten kann. Das ist mir noch ein Rätsel. Ich habe wahrscheinlich noch einen Schnabel. Und Sion ist jetzt im Besitz des Juwels und hat das kriegt seine Powers zurück. Jetzt benebelt er die Prinzessin. Hat sie Macht mit Prinzessinnen. Genau. jetzt will er gleich auch mal unseren lieben Taco Bell in Flamm aufgehen. Und das ist ein spezielles Feuer, was natürlich auch untote Vampire tötet. Oh, okay. Also alle werden sich jetzt gerade versuchen noch zu verhindern, dass Sion doch zu Macht kommt durch die Juwelen und der Held Abris hat es gerade geschafft, ihm die Juwelen noch aus der Hand zu schlagen. Und jetzt kommt die Kraft von unserem Helden, den Juwelen und der Göttin. Und hier kommt Taco Bell. Groovy! Ja, es ist so eine Line, die irgendwie so ein bisschen out of place kommt, dass er sagt Groovy, weil er von Feuer auferstanden ist. Okay. Groovy! Und jetzt versucht Lemon weiterhin den König aufzuhalten, das Juwel des Bösen wieder aufzunehmen. Aber das Juwel des Lichts von unserem Helden glänzt, also heilt unseren Taco Bell wieder und er kann wieder weiter gegen Gallim angehen. Okay. Da wir ja wissen, dass Taco Bell ja auch ein unsterblicher Vampir ist, also auch ein bisschen verdammt in der Weise, entscheidet er sich dazu, den König jetzt zu greifen und sich selbst und den König ins Dämonenreich zu schmeißen und für immer verbannt zu sein. Ah, okay. Also er opfert sich gerade selbst, um Sion für immer zu verbannen im Dämonensiegel da und es ist vorbei. Okay. Noch ist keine Time? Nein, noch ist keine Time. Also für die kurze Zeit, die wir mit Taco Bell aka Lemon verbracht haben, war er dann doch am Ende ein sehr sympathischer Charakter. Ja, irgendwie schon. Ja, irgendwie schon. Und es ist auch sehr lustig, wenn du versuchst, dich selbst umzubringen. Ja. Aber tatsächlich, das ist ein Charakter, den man am Anfang nur kurz sieht und dann am Ende für die letzten vier Kämpfe nochmal bekommt. Aber der scheint ja tatsächlich auch relativ stark zu sein, dafür, dass man ja eigentlich überhaupt nicht gelevelt hat. So, und ja, die Prinzessin ist immer noch benebelt. Man darf ja nicht vergessen, sie wurde von so einem schwarzen Nebel eingehüllt und sie ist tatsächlich jetzt im Moment bewusstlos, aber nicht nur so, sondern halt auch irgendwie magisch in einem tiefen Schlaf. Und nun erscheinen uns Mithula, die uns natürlich gratuliert haben. zu unserem Erfolg gegen den Dämonenkönig und erzählt uns auch, dass es nicht nur sie war, die uns unterstützt hat, sondern auch Vulkanon, der uns doch eigentlich verdammt hat für unsere Taten, hat uns tatsächlich doch geholfen. Also, wir hatten den Beistand beider Götter, obwohl Vulkanon eigentlich sauer auf uns war. Götter sind halt eben so ein bisschen wechselhafte Wesen, ne? Genau. Wollen wir mal ein bisschen leer verständlich. Auf jeden Fall nochmal so eine kleine Revelation, dass auch der Vulkanon der sauer auf uns war, uns hier beigestanden hat mit seinen Kräften. Aber es hilft nicht beim Problem, dass unsere Prinzessin immer noch vergiftet ist mit diesem Nebel. Und Mithula teilt uns gerade mit, es könnten Monate sein, es könnte Jahre sein, bis sie wieder aufwacht. Na, dann ist sie wenigstens mal gut ausgeschlafen. Aber da Götter ja keinen Bock haben zu arbeiten und hier nicht wieder ihre göttlichen Kräfte verwenden wollen, ist sie jetzt einfach verschwunden und nach Hawaii gegangen oder so. Ich hab keine Ahnung. Okay. Die ist auf jeden Fall weg und lässt unsere Prinzessin da einfach mal so schlafen. Mhm. Und jetzt sind zwei Jahre vergangen und die Prinzessin pennt immer noch. Und wie du siehst, wir sind ganz am Anfang des Spiels. Oh, bis dann. First let's go see my teacher here Got my blessing from the king and also is her father dear You got it, you got it. He knows I can save her life Let's try I would like her for my wife Can I do it? Of course For I let the shining force So everything wrapped up foes defeated You could say the applause completed Goodbye Thank you for the shining force 2 the musical Next year on Broadway We wrote most of those songs today by the way Das war nochmal ein schöner Gesangsabschluss Ja Auf jeden Fall Also man sieht hier jetzt auch in shining force 2 man endet das Spiel da wo man angefangen hat zwar am eigenen Bett und man geht wieder zur Schule damit werfen die so ein bisschen die Erfahrung ab Also das was man am Anfang noch erlebt hat Also wo wir uns jetzt vor 6 Stunden befunden haben sind wir jetzt wieder Und heute ist anscheinend eine große Zeremonie wo wir versuchen die Prinzessin zu wecken und wie weckt man schlafende Prinzessinnen Kalte Eimer Wasser Das würde sich wahrscheinlich nicht so gut machen obwohl vielleicht in der Komödie aber vielleicht ist man so ein bisschen mehr auf der Romantik aus und jetzt diskutieren die deine Freunde gerade wer sie denn küssen soll Oh Gott Och wer nimmt diese Bürde bloß auf sich J.H. hat sich natürlich bereit erklärt Sarah ist sehr sehr traurig also Waifu ist sehr traurig dass anscheinend der Held sie küssen soll anscheinend sehr neidisch und auf jeden Fall jetzt am Ende werden nochmal so ein paar Liebesrelationen hier aufgebaut die im Spiel gar nicht vorkommen eigentlich aber hier nochmal so ein bisschen Spaß und Humor aber hier dieser Five Guys schlägt jetzt vor dass natürlich du der Held die beste Wahl bist um die Prinzessin aus ihrem Schlaf zu befreien wie durch einen Kuss wer auch sonst wir haben time sobald wir sie küssen weil erst dann haben wir natürlich unsere Quest beendet die Prinzessin zu befreien und uns von ihrem Leid zu erlösen deswegen time wir erst jetzt unter 6 Stunden ja ok gut ich war mir grad nicht mehr ganz sicher ob sie es tatsächlich noch in unter 6 Stunden schaffen aber ja auf alle Fälle sehr beeindruckende Run ja und jetzt kriegen wir als Belohnung am Ende nochmal so ein bisschen dieses Sprite Work Bild sehr blond sehr blond ja es ist schon sehr blond also die Japaner finden das wahrscheinlich schon sehr exotisch mit diesen ganzen blonden Haaren das ist schon ein sehr amerikanischer Held vom Design her da weiß man gar nicht wo die einen Haare anfangen ja also die Japaner sind schon sehr gut diese rosa Prinzessin mit blonden Prinzessin in roh